Meine Freunde, es freut mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid zu einer brandneuen Hartz IV N4 Kampagne. Und was darf natürlich jedes Jahr nicht fehlen? Genau, erstens eine neue Frisur, zweitens eine neue Hartz IV N4 Kampagne mit Deutschland und drittens nichts. Wir spielen wieder mal Lobo und Wechselung. Und wie immer, eigentlich seit 2-3 Jahren, spielen wir Anfang des Jahres natürlich dann eine Kampagne mit Deutschland. Die allerweise installiere ich sogar noch die richtigen Mods, dass wir das richtige Jahr haben. Mache ich gleich noch. Und spielen wir im Jahr 2024. Aber heute, wie immer, werden wir wieder was komplett Neues ausprobieren. Wir haben ja schon Kommunismus gemacht, Monarchismus, Demokratie, Faschismus, eigentlich alles durchgeballert. Und heute, diesem Run, werden wir versuchen, das Heilige Römische Reich wiederherzustellen. Das ist quasi das Ziel für dieses Projekt. Wobei ich wahrscheinlich nicht mit den Originalgrenzen des Heiligen Römischen Reichs aufhören werde, sondern wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen weiterschauen. Hallo? Passiert ihr noch irgendwas oder war es das? Ja, übrigens auch neu. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt in einer Deutschlands Wiederaufstieg-Kampagne. Frau Merkel lebt auch noch. Zum ersten Mal in dieser Serie, in diesen Deutschlands Wiederaufstieg-Serien mit Facecam, testweise. Mal gucken, wie es ankommt, wie ihr Bock drauf habt. Wird dieses komplette Projekt überbleiben. Ich nehme aber euer Feedback mit auf, also wie das ankommt. Ich sage mal, wenn es mindestens 60% gefällt, dann mache ich das vielleicht öfter oder auch nicht. Mikrofon schaukelt hier so schön. Schaukel, schaukel. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz neu laden und ein paar Mods und so. Wie immer, alle Mods findet ihr nicht in der Videobeschreibung, weil ich verlinke die euch nicht. Oder doch. Werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr selber nachschaut. Aber, naja, ich spiel's einfach abgeschützt. Rip. So, wir haben jetzt auf alle Fälle Kollege Scholz. Wir werden tatsächlich, ich werde mich richtig knechten auf Elite für euch. Und im Eisenden-Mann-Modus. Ja, alles oder nix heute. Und ich liebe es. Ich liebe ja sowas. Ich liebe ja eigentlich weirdes Zeug. Ich bin wirklich gerade am überlegen, ob wir Random Ideologies anmachen. Das bedeutet, dass quasi jede Nation eine andere Ideologie hat. Faschismus, Kommunismus, Monarchismus, Diktaturismus, was auch alles so hier gibt in der Mod. Ich bin wirklich überlegen, ob wir's anmachen. Weil die Kampagnen sollen auch alle unterschiedlich sein. Und ich liebe weirdes Zeug und verrückte Sachen. Deswegen machen wir das auch einfach mal an. YOLO. Außerdem darf jeder Kriege erklären. Das wird mir das bescheuert, Alter. Das wird so blöd. Iron Man Federal Republic of Germany 1. Ah, schön, wieder mit Flackerbildschirm. Außerdem machen wir wieder chaotische Kriege an. Das bedeutet, jeder darf jeden boxen. Wir werden... Weil es uns wieder die Hälfte von euch Nervenzusammenbruch bekommt. Wir werden die Bündnisse nicht auflösen. Da darf wirklich jeder machen, was er möchte heute. Ne, wir lösen sie auf. Wir lösen sie auf. Außerdem werden wir Divisionslimiter benutzen. Das bedeutet, dass Nationen nur eine Anzahl an Divisionen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistung haben dürfen. Damit bin ich auch zufrieden. So, jetzt ist alles fertig. Das Datum passt. Hier oben, ne. 2024 haben wir jetzt. Wie geht denn das? Ihr müsst das Savegame bearbeiten. Wie das geht, habe ich oft genug erklärt. Dokumente, Paradox Interactive, Hard to Fire in 4, Savegames, euren Save aussuchen, Rechtsklick drauf machen, bearbeiten klicken und dann könnt ihr direkt ganz oben stehen. Datum könnt ihr als Datum ändern. Und wir haben ja alles so random gemacht. Das bedeutet, auch wir haben eine Randomideologie bekommen und die haben uns einfach grün gemacht. Grün. Grün. Boah. Schrecklich. Er hat letztens einer gesagt, lieber ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus. Ja, gut. Ansonsten, wir können natürlich jetzt trotzdem tun und lassen, was wir wollen. Was aber unser Ziel ist für dieses Projekt, habe ich schon gesagt. Wir möchten das hier machen. Heilige römische Tradition. Quasi indirekt eine Monarchie wieder, aber ganz gezielt Heiliges Römisches Reich. Und es gibt uns dann auch ein Kriegsziel gegen die ganze Welt. Mehr oder weniger gegen alle Nachbarn. Auf dem Weg dorthin, wir werden keinen Spaß haben. Ich sage mal so, wir werden keinen Spaß haben, Leute. Es ist einfach so. Das Einzige, was wir jetzt erst mal machen, ist, wir pushen komplett Industrie. Und eine Sache wird auch sehr wichtig sein, nämlich, wenn ich es finde, sage ich es euch. Ich glaube, es ist die, es ist entweder die updated CAM Software oder die expanded CIM Software, denn es gibt nämlich das hier und dafür, ach nee, wir brauchen, warte mal, wir brauchen dafür Manicor-Prozessoren, Manicor-Prozessoren war das. Ich sage euch auch gleich, warum. Manicor-Prozessoren sind, wo sind die denn? Wo sind die Prozessoren, meine Freunde? Vielleicht bin ich ja blind, war es bei Elektro, ah, hier war es glaube ich, ne? Die brauchen wir. Die brauchen wir. Denn, dann können wir nämlich, wenn wir jetzt hier trotzdem durch die Wirtschaft weitermachen, dann können wir nicht bei der Besteuerung auf eben diese Roboter- geteilten Besteuerung oder wie auch immer das heißt, wechseln. Das ist das Stärkste, was es gibt im Spiel. Gibt uns wöchentliche Stabilität, wöchentlichen Warsupport, Forschungsgeschwindigkeit und 20% Factory-Output und Wirtschaftswachstum von 0.5 im Monat zusätzlich nochmal dazu. Plus, wir haben nur 20% Konsumgüterverbringung. Das ist quasi, das ist wie im Lottogewinn, wisst ihr? Ist ein bisschen teuer, 450 pp, aber das soll das Problem heute mal nicht sein. Joschka Fischer. Joschka Fischer, mein Lieber. Grüße gehen raus an der Stelle. Genieße die Zeit in deinem Amte. In echt wirst du es nie erleben. 13, ja. 108.000, Mann. Das Problem ist, dass die Division, ich weiß noch, wir haben ja damals auf einem anderen Kanal auf Krabbe, haben wir ja, kann Deutschland alleine 2023 gegen die gesamte Welt gehören. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das lief nicht so gut. Ein bisschen, selbst mit Cheaten hat es nicht funktioniert, weil Deutschland so schwach ist einfach und die restlichen Nationen halt einfach doch relativ. Also 20, also man kann 2024 nicht mit, mit, mit 20 oder mit 19, 30 oder 1940 vergleichen. Da waren ja relativ wenige Nationen eigentlich sehr stark. jetzt sind es sehr viele Nationen halbstark, aber sehr viele halbstarke Nationen ergeben halt auch Probleme, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, wohin das Ganze führt heute wieder. Besseres Equipment schrauben wir mit rein. Novo Mexilum ist, ich sage es immer wieder, eine meiner absoluten Lieblingsmods. Es gibt natürlich noch Millennium Dawn. Millennium Dawn hat auch letztens ein fettes Update bekommen, habe ich gehört. Die werde ich GGF mal anspielen in ferner Zeit. aber nicht heute. Vielleicht mal im Livestream oder so, gerne auf Twitch vorbeischauen, Link auch in der Videobeschreibung oder einfach Krabbe93 auf Twitch suchen, dann kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, das streamt man dann Heu4 und auch mal häufig andere Spiele. Gott, was ist wieder alles? Das ist, da finde ich es früher besser, da hast du Panzer gebaut und eine Artillerie und Waffen. Hier baust du schwere Panzer, leichte Panzer, motorisiert, technologisiert, Säbel, Tiger, Zahn, alles, also ganz schrecklich. Zug brauchen wir auch noch, nee, Zug brauchen wir nicht. Motorreis, habe ich Motorreis gebaut? Nein, Motorreis brauchen wir auch noch, vor allem die bauen so wenig. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Wir spielen auch noch über Elite. Elite schraubt das Ganze ja nochmal runter um 30%. Warum? Warum habe ich das eigentlich schon wieder gemacht? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte auch einfach auf normal spielen können. Das wäre deutlich einfacher gewesen. Weil ich sag mal, 75% klicken das Video an, die wissen gar nicht, worum es geht. Die schauen sich ein paar Videos an, bleiben da oder gehen wieder und kommen nie wieder. Die, die mich kennen, die schauen eh alles an. Scheiß auf den Schwierigen. Ich hätte auch auf Rekrut spielen können. Ich könnte immer noch, ich könnte eigentlich das Video, ich könnte das Video hier beenden und einfach neu laden und einfach auf Rekrut spielen. Spaß am Rande. Ich werde im Laufe des Projekts hier nur wieder euch zeigen, dass wir nicht auf Elite, dass wir weiterhin auf Elite spielen. Das siehst du auch hier oben, Elite-Difficulty minus 15% Pippi zum Beispiel. Übrigens gibt es immer wieder Leute, die sich auch beschweren oder anmerken, dass sie es nicht so toll finden, dass ich in der ersten Folge so viel rede, aber es ist die erste Folge in einem neuen Projekt. Natürlich redet man da. Also was soll ich denn sonst machen? So den Mund zu kleben oder was? Also, keine Ahnung. Muss ja auch mal einfach das hinnehmen, dass man halt redet. Dass man die Anfangszeiten ein bisschen überbrückt, wo noch nicht so viel Interessantes passiert. Ich muss mal kurz meine Frisur wechseln. So, wenn ich Mütze auf habe, also wenn ich von Arbeit komme, muss ich ja duschen, weil Gastronomie und nicht duschen, das ist relativ mufflige Sache und dann habe ich quasi Mütze auf, damit die Haare ein bisschen schön chillig warm sind, damit ich nicht erfriere. Aber das drückt dann mit den Kopfhörern irgendwann. Nach so zwei, drei Stunden ist es unerträglich, dann ist der Moment gekommen, wo der Kosovo Unabhängigkeit bekommt. Also Montenegro. Ich meine, ja, die Karte ist 2020. Muss ein bisschen mogeln. Anders funktioniert. Es gibt leider keinen, der für mich extra eine 2024-Motter stellt. Ich kriege zwar hier Bonus, dass ich dann hier moderne Politiker habe oder so. Teilweise. Zum Beispiel bei der SPD mit Olaf Scholz oder so. Das lasse ich mir da nochmal reinmodden. Aber sonst eher selten. Alternative für Deutschland. Ronald Schill. Georg Friedrich I. Der wird wahrscheinlich zurückkommen. Kennen die alle gar nicht. Den Pierre Vogel, den kenne ich irgendwo ja. Patrick Köbele. Warum haben eigentlich die Kommunisten alle irgendwas mit Öl? Na gut. Ja. Wo war er? Gregor Gysi. Den kenne ich auch. Partei des demokratischen Sozialismus. Okay. Gut. Wichtig auch immer. Lasst es nicht zu politisch werden, Leute, in den Kommentaren. Am besten gar nichts politisches schreiben. Ich werde alles blockieren, was politisch wird, weil Politik geht mir im Arsch vorbei. Und das hängt nicht damit zusammen, weil es mir im Arsch vorbeigeht, sondern weil es hier unter solchen Videos nichts verloren hat. Das heißt, jegliche Schwurbler, die irgendwas mit Links, Rechts, Mitte, oben, unten schreiben. Tschüss. Behaltet den Scheiß vor euch. Macht das am Stammtisch. Bei der Kleipenschlägerei. Aber nicht hier auf meinem Kanal. So. Nachdem wir das aufgeklärt haben. Krabbe ist voll schlimm. Der unterdrückt freie Meinungsäußerung. Ja. Das tut er. Ganz scheißen dreist. Ah. Ich hab. Nee. Es geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich wollte mich gerade beschweren. Ich hab die Corsten Claims Mod nicht installiert, aber es geht ja gar nicht. Die Mod funktioniert mit Novum nicht. Enttäuschenderweise. Zu meiner persönlichen Unzufriedenheit. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Das ist das einzig Traurige. Ansonsten, äh, ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet. Einfach für einen Algorithmus, netten Kommentar, wie geil ich bin, wie geil ihr die Serie findet, wie sehr ihr den Aufstieg Deutschlands in H2-1-4 gefeiert. Und, ähm, wenn ich dran denk, baller ich sogar euch sogar noch einen Holy-Clip rein. Ich muss ja, muss den Werbung für Holy machen. Ist auch immer lustig, wenn ich ja so mit Holy-Mütze rumlatsche oder so, ne, oder dann, ähm, wenn ich dann, ähm, rede drüber, über Holy. Wenn dann Leute, was Leute nicht wissen, man ist in Deutschland verpflichtet, Werbung zu kennzeichnen, wenn man dafür bezahlt wird. Oder wenn man die Produkte in der Werbung kostenlos erhalten hat, die man zeigt. Ich muss jetzt den Weg hier gehen, ne? Gott mit uns. Ja, deutsche, äh, Freiheit. Das ist auch lustig, Freiheit und dann, dann wirst du zum heiligen römischen Reichen und unterwirfst einfach alle. Lieben wir. Jedenfalls, bist du in Deutschland verpflichtet, Werbung zu kennzeichnen, wenn du A, dafür Geld bekommst oder B, wenn du die Produkte, die du in den Sequenzen zeigst, kostenlos bekommst. Wenn ich jetzt aber einfach hergehe in dem Video und über Holy rede, aber kein Geld dafür bekommen, muss ich das nicht als Werbung kennzeichnen. Äh, das Einzige, was wir halt manchmal machen, aus Sicherheitsgründen, trotz allem, auch wenn wir rechtlich rein theoretisch safe sind, machen wir trotzdem in den Clips, in den Clips selber mache ich da manchmal Werbung oben rein, aber Holy ist so, ich kriege von denen tatsächlich kein Geld und ich kaufe auch die Produkte selber. Ich kriege original nur Geld, wenn Leute über meine Links Holy kaufen. Das heißt, wenn ihr das Produkt gut findet, wie ich und wollt dann auch euch gesünder ernähren, gesündere Getränke ohne Zucker und bestmögliche Inhaltsstoffe auf Energy und Eistee-Basis und findet das auch geil und konsumiert das, dann spart ihr Geld über meine Codes und unterstützt mein Cannabis da quasi anteilig beteiligt werden. Das ist alles. Ich kriege da kein Geld für oder sowas. In dem Form von, dass Holy sagt, hey, erzähl mal ein bisschen was von uns, dann kriegst du Geld. Das ist nicht so. Das ist tatsächlich Überzeugung und wenn das Produkt scheiße wäre und es wird keiner nutzen, dann hätte ich auch überhaupt nichts davon. Aber Holy ist einfach Holy. Ja. Videobeschreibung findet ihr auch alle Codes und Links und so. Vielleicht baller ich einen Clip rein. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich habe hier auf dem PC keine Clips. Das ist mein Problem. Die sind alle auf einem anderen PC. Deswegen habe ich keine Clips. Ich muss sie mir hier schicken lassen. Oder mal vielleicht so einen kurzen, speziellen Clip aufnehmen. Was ist das, wenn es fertig wird? Krivat. Der schaut aus. Seht ja die schon alle gleich aus. Gut, wir gucken mal kurz mit den Ideologien. Ja, schön bunt. Schön bunt auf alle Wellen. Es gibt doch keine Kriege aktuell, ne? Bis jetzt alle hart am chillen. Viel faschistisches Zeug. Wobei Faschisten und Kommunisten irgendwie fast gleich auch schon. Was ist das hier? Sozialdemokraten. Islamisten. Italien auch. Italien war eh schon mal für die komischen Sachen zuständig. Wie schaut es da aus? Es sieht erst mal relativ harmlos aus. Naja. Wir werden schon sehen, was passiert. Wenn die ersten Kriege anbrechen. Natürlich ist Österreich faschistisch. 240 Tage für Anschluss. Hätte schon Bock auf Anschluss, ne? So, europäische Freiheit? Nö. Aber deutsche Freiheit? Jo, jo, jo. Let's go. Hört ihr Musik? Ja, hört Musik. Hört ihr Musik, Alter. Da seid ihr da seid. Hä? Ich schollt die Musik. Hört ihr die Musik, Alter? Hä? Geist ich bin, Alter. Warum trainierst du keine Truppenkrabbe? Keine Ausrüstung habt. Aber wir können die trainieren lassen. By the way, das können wir wirklich machen. Wir können mal ein bisschen trainieren. Das ist unterschiedlich. Also im Gegensatz zu Deutschland heute. Wenn die trainieren, haben die sogar Ausrüstung. Und ich darf auch wirklich sagen, dass wir keine Ausrüstung haben. Das ist, äh, legitim. Das ist ja kein Fake News. Das ist ja bestätigt. Das ist, das italienische Emirat hat dem Vatikan den Krieg erklärt. Das ist relativ logisch eigentlich, weil der... Was? Okay, der Vatikan unter Tancredi Saleda ist Feind von Japan. Ist er jetzt Papst? Ein islamistischer Papst? Ja, ein nationalistischer Papst. Performance Saver. Was? Hast du Performance Saver? Ach, die sind für... Aus performancetechnischen Gründen sind die runterreguliert, oder was? Ah. Also diese ganz kleinen Nationen. Hm. Ich verstehe. Ist okay. Also, das Problem ist, bei zu vielen, zu vielen Nationen, äh, vor allem kleinen Nationen ist es natürlich so, dass sie irgendwann relativ viel Performance schlucken, weil sie halt auch trotzdem Sachen rekrutieren. deswegen haben die jetzt hier diesen Ding reingeschoben bekommen, dass sie nichts machen können. Mehr oder weniger. Das trifft auf alles... Ist das die Frage, wo ist die Grenze? Ah, okay. Kosovo ist auch. Aber Mazedonien nicht. Montenegro, ja. Barz auf alle Fälle erwischt. Das ist ganz, ganz klein, Zwerge. Dachte schon, die Türkei jetzt auch erwischt. Nee. Die haben es nicht erwischt. Ja, aber... Also, gut. Ist jetzt nicht so schlimm, das wird jetzt das Spielerlebnis nicht verändern. Der Freistaat vom Vatikan, ja, so frei war er nie. Die haben kapituliert. Ich werde jetzt auch nicht hergehen und irgendwie unnötig Kriege provozieren und sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf Gewalt boxen gehen oder so. Unsere Boxer und Schuhe bleiben erstmal im Schrank. Wir gucken erstmal, wie sich's entwickelt. Ne? Ich finde, man muss auch einfach mal ne? Ganz grün an die Sache rangehen. Wir sind auch grün hinter den Ohren, was das Ganze angeht. Und dann erstmal schauen. Weil das geht ja auch relativ schnell. Gott mit uns. Na? Und dann geht's direkt los, Alter. Aber ich brauch dafür auch keine Voraussetzung oder so, ne? Wir sagen einfach, wir gehen einfach hin an den Sprechpult und schreien ins Mikrofon Heilige Römische Reich. Und dann schreien alle ja, hurra! Und dann können wir alle angreifen. Faschisten. Ach, ist mir relativ wurscht. Faschismus ist halt immer noch relativ groß in Deutschland, ne? Sag ich traurig, dass der faschistische Fokusbomben immer noch einer der größten ist. Hab ich schon mal hab ich schon mal hab ich schon mal faschistisch gespielt? Für 2025 dann Faschismus. Also ich, also Kommunismus ja, 100%. Aber ich weiß nicht mit Kommunismus, äh mit Faschismus. Und ich rede jetzt nicht von Krabbe, ich rede von Gaming-Krabbe, okay? Weil es gibt da wieder Leute, die sagen, ich auf Krabbe hast du. A, weiß ich eh nicht, was ich auf Krabbe mache und B, geht es jetzt gerade um Gaming-Krabbe. Aber wäre interessant. Fraktion haben wir keine. Vasallen werden wir eh brauchen. Machen wir das mal. Ansonsten wöchentliche Manpower, ja. Ich würde jetzt erstmal nichts machen weiter an der Stelle. Umregnet sich da eigentlich nichts. Ja, der zweite koreanische Krieg, der kommt eigentlich auch immer. Da geht es einfach mal stundenlang gar nichts. Klubschen sich jetzt einfach den ganzen Tag an. Der einzige, das einzige Ding ist, oh, das ist okay, Türkei hat Griechen oder den Krieg erklärt. Das einzige Ding ist, was ich auch immer vergesse oder gar nicht so richtig realisiere, dass Südkorea hier die Insel hat. Die nördliche Limitlinie. Hm. Ich würde gerade cheaten und gucken, wie viele Einheiten da stehen, aber geht nicht. Unsere Spionage, unsere Spionage-Satelliten nutzen, aber ich habe keine. Ähm, Ständestaat, Austria. Klingt so falsch. Theodor Barkhuan. Bark. Bällt der dann, oder was? Im Parlament. Ist nur Spaß, YouTube. Ist wirklich nur Spaß. Entspannt euch. Bitte nicht sperren. United Key. Ah, übrigens, weil die es nicht mitbekommen haben, das Island-Video, was ja gesperrt wurde, die von der vorletzten Kampagne, also nicht die letzte, die letzte war ja die Anarchisten-Kampagne. China, Hongkong, den Krieg erklärt, ja. Aber die Island-Kampagne, das zweite Video, was gesperrt wurde wegen Hassrede, ne? Das ist wieder entsperrt worden, nachdem, also die ersten zwei Einsprüche von mir wurden abgelehnt. Da muss man dazu sagen, ich habe Überprüfung beantragt, ist abgelehnt worden. Dann habe ich gegen die Überprüfung nochmal Einspruch eingelegt, ist wieder abgelehnt worden. Dann habe ich noch einen letzten Weg, den es eigentlich gar nicht gibt, habe ich nochmal genutzt. und nach über einem Monat haben sie es dann tatsächlich entsperrt und haben dann als Grund angegeben, dass einer aus meiner, wie hat es geschrieben, die Community hat das Video gefleckt. Also Leute aus der Community sind eigentlich hergegangen, haben das gemeldet, weil ich quasi diesen einen Satz da gefällt habe, ihr könnt ja selber euch das Video angucken, war bei drei Minuten irgendwas, glaube ich, irgend so was war es, ich weiß gar nicht mehr. Satz, den ich quasi im Spiel, im RP gesagt habe, deswegen ist das Video gesperrt worden, weil irgendwelche, oder wahrscheinlich eine Person das gemeldet hat. Also zum einen finde ich das total lost, dass YouTube da wirklich hergeht und das dann auch direkt sperrt, wegen einer Meldung, weil da einer schnell drüber geschaut hat oder eine KI drüber geschaut hat, wenn es überhaupt stimmt, vielleicht schauen auch wirklich nur KIs drüber, keine Ahnung, wie das abläuft. Ich bezweifle, dass YouTube bei, bei, tausenden Videos, die in der Stunde hochgeladen werden, wo wahrscheinlich jeden Tag gibt es hunderttausende Reports, dass sich das Menschen anschaut. Ich bleibe dabei, dass das von der KI gefleckt wurde. Vielleicht wurde es gemeldet, meinetwegen, aber dass das Mensch sich angeschaut hat, wirklich das bezweifle ich ja bis heute. Aber es ist schön, dass es nochmal entsperrt wurde, weil ich dann weiterhin auch nach 10 Jahren YouTube ohne einen einzigen Strike bin und das freut mich, weil ich am Ende des Tages keine Absichten habe, irgendwie kritischen, radikalen, gefährlichen Content zu machen, egal in welcher Form. Und egal gegen wen das gehen würde. Aber es ist traurig, dass es scheinbar Lebewesen gibt, die hergehen und dann einfach aufgrund ihrer persönlichen Unzufriedenheit oder was weiß ich, was die Gründe für das Melden solcher total unnötigen Stellen sind. Also es ist eigentlich falsche Melden, das ist eigentlich, rein theoretisch ist es totaler Blödsinn. Weil die Leute hergehen und etwas melden, was gar nicht meldewürdig ist. Eigentlich sollte man von Seiten YouTubes diese Leute dann sperren für diese Meldefunktion, wenn das dann rauskommt, dass das eine falsche Sperre ist oder eine falsche Meldung war, dass die nicht mehr reporten können. Oder sogar einen YouTuber ermöglichen, diese Leute anzuzeigen, um quasi, wenn es jetzt bei Leuten vorkommt, dass sie dann Einnahmenverluste haben, wenn zum Beispiel das Video nach zwei, drei Tagen gesperrt wird, nachdem das Video hochgeladen wurde, die haben dann Verluste bei den Einnahmen, dass man dann hergehen kann und diese Leute anzeigen kann. Weil es am Ende des Tages natürlich trotzdem auch, wenn es Leute gibt, die das Vollzeit machen, natürlich geschäftsschädigend, umsatzschädigend, existenzgefährdend ist und da finde ich, sollte man durchaus auch die Möglichkeit haben, gegen sowas vorzugehen, um da natürlich solche falschen Meldungen bestrafen zu können. Und ich sage überhaupt, wie gesagt, es gibt Meldungen, das ist völlig legitim, wenn man da irgendwie Inhalte meldet, die wirklich gewaltaufrufend sind oder diskriminierend sind oder so, weißt du, das ist alles, aber wenn man wirklich vorsätzlich, das war auch, da bleibe ich auch dabei, das war einfach vorsätzlich eine falsche Meldung, einfach weil irgendjemand gehofft hat, dass das gesperrt wird, weil er mich nicht mag oder so und da sollte man auf alle Fälle gegen was machen können, finde ich persönlich. Aber dann, also die Option selber wird halt schon reichen, die Leute einfach die Möglichkeit entfernen, dass die melden können, vielleicht sogar einfach so weit gehen, die Account, die Konten deaktivieren, dass sie wissen, okay, wir haben Scheiße gebaut und YouTube will sowas nicht bei uns haben auf der Plattform, genauso wie ich dann gesperrt werde, wenn ich so ein Video hochlade, wenn es denn so wäre, dass dann halt die Leute gesperrt werden, die einfach Blödsinn machen mit dem Melden oder dass die auch ein Strike-System haben, so wenn du meldest und es ist eine falsche Meldung, kommst du Strike und nach drei Strikes ist dein Konto weg, irgend sowas, wisst ihr, was ich meine, geht auch, es geht jetzt, erster Lieben gar nicht um jeden zu strafen, wie gesagt, ich melde auch Videos, die irgendwie gefährdend sind oder wo dann irgendwelche Unwahrheiten verbreitet werden und so, ich finde es wichtig, dass da die Plattform sauber ist, egal ob YouTube, Twitch, was auch immer, TikTok, aber halt, wie gesagt, wenn man einfach gemeldet um das Melden willen, weil da ich dann sage, hey, ich finde das doof oder so im Spiel, was man checken sollte in dem Zusammenhang, ansonsten sollte man eh nicht ins Internet dürfen, wenn man das da nicht versteht, dann, ja, tut es mir leid. Am Ende des Tages ist es hart zu feiern viel ein Videospiel, alles was wir hier machen bezieht sich auf das Spiel, wenn ich was auf die echte Welt sage, dann sage ich das wie immer dazu, aber, lassen wir mal so stehen, ihr kennt meine Meinung dazu und ich denke mal 99,999% sehen das genauso wie ich und würde noch niemals auf den Gedanken kommen, Video von mir zu melden, weil sie jetzt wissen, wie es ist und gut, diese 0,0001%, also diese eine von eine Million Zuschauern, der wird sich jetzt wahrscheinlich aufregen, weil er wieder nicht damit durchgekommen ist, gut, er wird es nicht mehr, die Person wird es eh nicht mehr mitbekommen, also ich, der wird sich wahrscheinlich, der wird es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, weil das viel gesperrt wurde, das ist nur die Frage, wir gehen ja in die Richtung Monarchie, das heißt, wir müssen eigentlich schon mal die Sophie von Isenburg einstellen, A, mir, B, Deutschland und C, euch, jawohl, alle drei Sachen sind wieder am Start, wie jetzt schon seit acht Jahren bald tatsächlich, also die erste Heu-Fier-Kampagne, wann war die erste Heu-Fier-Kampagne? Pass auf, wir gucken mal, interessiert mich jetzt gerade, wann hat die Krabbe ihr erstes Harz-of-Ein-Vier-Video gemacht? Trommelwirbel im Hintergrund, wir alle freuen uns sehr, ich habe tatsächlich Solaris gemacht, bevor ich Harz-of-Ein-Vier-Gemacht habe, es war, kam das Spiel raus, Alter, Gott, war ich damals aktiv, Alter, hohohoho, 2016, ah, hier, hä, mir fehlt ein Video, ein Juni, 9.06.2016, weißt du was, wir schauen mal kurz, das müsste jetzt kurz durch, wir schauen mal kurz rein, aus zwei Gründen, A, die Tonqualität und B, das Spielerlebnis, nur ganz kurz, das ist total lustig, wartet mal, Moment, Moment, ich muss kurz den Spielsatz rausmachen, mit der Musik pausieren, dann auch, es war vor acht Jahren, muss man dazu sagen, es war vor acht Jahren, 2016, damals war ich knapp über 20, also wir waren auch ganz frisch geschlüpft eigentlich, so, pass auf, okay, Lautstärke passt, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Hearts of Iron 4, und zwar keinem normalen, irgendwie total langweiligen Let's Play, was kein Schwein interessiert, weil man sowieso immer nur eine Seite sieht, nein, wir spielen nämlich, ähm, ein bisschen die KI spielt für uns, also, also Tonqualität ist top, ich rede eigentlich so, als ob ich ein, naja, ähm, ich rede voll komisch, also als ob ich irgendwo mit 15 hängen geblieben gewesen wäre, gewesen bin, ich hätte immer noch Bescheid, und was auch lustig ist, Tag-Nacht-Modus ist an, und was auch cool ist, wenn man sich allein mal das, das Spiel, schau euch mal das Interface an, bitte, schau, es gibt hier Stabilität, es gibt hier politische Macht, äh, Truppen und Fabriken, und es gibt die Erfahrung hier oben, für, oh, Tag-Nacht-Modus ist an, ah, bei höchster Spielgeschwindigkeit ist er aus, aber wie anders das noch ausschaut da, ne, krass, festen Fraktionen verbunden, das heißt, wir können uns jedes Land angucken, wir können gucken, was die forschen, wir können gucken, Diplomatie, voll krass, gut, genug in Nostalgie geschwelgst, wir schwelgen zurück, äh, machen Musik wieder an, hallo, was ist denn mit der Musik, oh, ich denke keine politische Macht mehr, ah, die haben ja alles gesnackt, oder was, Betrug, einzig, was ich, ah, das, das, was ich immer total schade finde, ich finde es immer krass, wie die Kamera immer mitgeht, ha, uh, die Kamera, ähm, sorry, ist eine KI-unterschützte Kamera, wenn ich jetzt dahin gehe, dann geht die dahin, und man könnte so Handzeichen geben, und so, und dann würde ich das auch machen, äh, ganz gut, ähm, jedenfalls, was soll ich eigentlich sagen, egal, mach einfach weiter, mach einfach weiter, scheiß auf, Forschung, ne, ich wollte irgendwas sagen, das war eigentlich wichtig sogar, ich hab das echt vergessen, krass, guck grad so irgendwas ausholen, übrigens, das erste Jahr ist gleich vorbei, ne, ne, wann haben wir angefangen, Januar, Januar 2000, oder, ist echt das erste Jahr schon vorbei, ne, schmarrer, dann geht's nur, das erste Jahr ist vorbei, hm, scheiße, und wir haben noch nichts erreicht, ist mir ein bisschen zu realistisch, das Gameplay gerade, Militär, oh, das ist nice, schnellere Baugeschwindigkeit ist immer sehr begrüßenswert, ähm, ja, Türkei gegen Griechenland war noch im Krieg, da passiert aber auch überhaupt nichts, wir können mal die Armee stärken anschauen, den Bayern, schon mal jetzt chillen, okay, es gibt schon einige Kriege, da ist der türkisch-griechische Krieg, Manpower, ist deutlich auf Seiten der Türkei, Alexos Alavanias, interessante Flagge, freies Zypern, hab ich jetzt ganz kurz Herzflattern bekommen, dass das ein Kreuz ist, aber ist mir eingefallen, Novo Vexilum ist ja kreuzfrei, deswegen passt es schon, äh, es gibt übrigens eine Mod, äh, wo der Führer im Jahr 2020, 24, es ist mit Novo Vexilum kompatibel, ich glaube nur, dass diese spezielle Submod, ist eine Submod, also eine Untermod, die dafür entwickelt wurde, mit diesen Mods zu funktionieren, ähm, dass die tatsächlich mit einem fetten Kreuz ist, mit Deutschland und Kreuze geht gar nicht, wissen wir ja alle, da kriegt YouTube und Deutschland, kriegen da einen Herzinfarkt bei sowas, deswegen, da hat schon der Bums so, Alter, hab ich hier ne, war dir das, ja, keine Arschwoller, hier fällt alles auseinander, ja, apropos, hier fällt alles auseinander, wie war das eigentlich mit den Todeszahlen hier, 88 zu 37, ah, aber Fabriken ist halt Griechenland auch richtig trash, hier im Spiel, wenn man dazu sagen, hier im Spiel, sicher ist sicher, hm, ja, Operation Napoleon, das ist das einzige, was mir Spaß machen würde, aktueller Stand, jetzt ist nur die Frage, äh, wenn wir, Divisions, MD, Military Police, hab ich überhaupt Cavalry-Division? Wir hatten den besten Unterdrückungswert von euch, fragwürden Freund, Suppression, Suppression 0, Suppression 0, Suppression 1, 2, Suppression 2, 4, Suppression 2, 6, Unten rechts, also hier, auf meinen Kopfhörer, hier, da, hier, das da, Baukosten, 144 zu 165, 380 zu 403, 130 zu 1000, also was ist das für eine Ansage, so was kostet, was kostet das Auto, zwischen 1000 und 10.000 Euro, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, sind es sogar 100.000 Euro, die ganzen Informationen, da würde ich direkt rausschmeißen, alle, kompletten Hofstab rauskegeln, muss eigentlich die Monarchie hier, da ist die Monarchie immer schön lila, dargestellt, Georg Friedrich, der erste, ah das ist super, der erste, hervorragend, ganz großer Fan, der erste ist immer, der beginnt etwas großem, nach dem ersten kommt der zweite, dann kommt der dritte, dann kommt mindestens ein Bürgerkrieg, dann kommt der vierte, dann kommt noch ein Bürgerkrieg, dann kommt wieder Neuer der erste, wobei so funktioniert das System, wenn nicht der eine ist, jetzt Georg Friedrich der erste, dann kommt Georg Wilhelm der erste, und dann kommt Franz Wilhelm der erste, dann kommt irgendwann Franz Wilhelm der zweite, statt dass die alle für alle einen anderen Namen nehmen, müssen sie selber wissen, ich bin nicht so in der monarchistischen Sache drin, ich bin eher so die Krabbe, ich sag jetzt nicht, was ich eigentlich bin, sonst wird es hier wieder gesperrt, ich könnte keinen Spaß verstehen, weil so eine absolute Macht, in meinem Land hier, in Harz, auf allen vier, fände ich schon nicht schlecht, aber ich habe keinen, doch, wir haben eine, stimmt, es gibt ja die Krabbenreichmod, aber die ist hier dann, da chillt aktuell die Pia, die chillt aber auch hier, übrigens auch sehr hübsche, Dings hier, ist das bei allen so, und da haben ja auch alle Länder nochmal ihr eigenes Ding mit, also die gleichen Ideologien, aber haben glaube ich unterschiedliche, weil die können wir einfach gucken, Dummkopf, Ideologie, lass mal schnell checken jetzt, hier die, schau, die sind ja auch gleich, das sind ja beides Kommunisten, aber die haben unterschiedliche, Partei-Embleme, sag ich jetzt einfach mal, nur die Grünen, die sind immer gleich, die haben einen Baum drin, die haben einen Baum, die haben einen Baum, so, ja, wir sind Grün, wir brauchen einen Baum, nee, die haben eine Faust, die Grünen haben eine Faust, okay, Goethe ist Faust, wir werden schon wissen, was wir treiben, Israel bedroht jordanische Unabhängigkeit, das wundern mich nicht, oh, das sieht nicht gut aus für Jordanien, das ist aktuell noch chillig auf seinem, das ist nirgends mehr chillig, der ist geschickt, da haben sie das Bild falsch reingequetscht, die Israelis haben sich gleich alles geholt, oder was? Das nenne ich mal, Expansion, so, Prison Break, das Problem ist, 1% Stabilität, dafür klauen sie mir 50 pp, kein großer Freund von, unter uns so, die Türken machen sich auch nicht so gut, gell, 102, oh, weil die Griechen haben hart auf die Schnauze bekommen, ich glaube, das wird es relativ schnell gewesen sein, warum haben die jetzt aber so große Verluste auf einmal, ich könnte mir vielleicht nur vorstellen, es gab eine Naval Invasion, und da haben die Griechen verloren, ansonsten macht es keinen Sinn, dass die Griechen jetzt auf einmal so krass hohe Verluste erlitten haben, wenn ihr mich fragt, aber was weiß ich schon, ich bin ein Amateur, warum kriegen wir eigentlich keine Armee, 0,001 am Tag, könnte damit zusammenhängen, dass sie keinen Treibstoff haben, könnte, muss aber nicht, Unternehmenssteuerreform, das können wir mal machen, das ist relativ positiv, gibt uns einen Bauslot, uns Stabilität, also eine Zivilfabrik und Stabilität, ist relativ nice, dann, nationale Parade, ist auch unfassbar juicy, gibt uns nämlich wöchentliche Stabilität, wöchentlichen Warsupport für 50 Tage, aber auch leider Progressiv, Progressivmus, was auch, Progress, Progressissimus, 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 äh, Progressiv, achso, das ist sogar grün, ah, okay, wir stehen auf uns allein gestellt, reaktionäre Doktrin, hä, wieso reaktionär, ich dachte, das ist monarchistisch hier, mit Heiligen Römischen Reich, Monarchie und Reaktionär, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was wird es, ein Reaktionär oder eine Monarchie, auf alle Fälle sind wir hart am Arsch, weil wir nichts haben, wir haben nichts, Leute, ich habe keine Wirtschaft, ich habe keine Ressourcen, und ich baue so langsam, dass ich einen Ausfall kriege, von den Augen gleich, und wenigstens Waffen mal jetzt, Waffen sind schon mal voll, okay, wir werden niemals in der Lage sein, irgendwas aufzufüllen, truppentechnisch, ich kann einfach nur hoffen, und dass uns das Heilige Römische Reich, irgendwie, die Kriegsziele gibt, die wir brauchen, bring out the big guns, genau, der schaut eher aus, wie ein männliches Model, könnte aber auch als König, oder als Prinz durchgehen, muss ich schon sagen, ich finde sie eigentlich auch faszinierend, dass sie nicht durchkommen, hier, auf die Insel, Griechenland hat rein theoretisch mehr Schiffe, aber weniger Männer auf den Schiffen, falls es irgendjemand interessiert, Partisan, sozialistische Nün, ja, juckt mich nicht, das juckt mich tatsächlich eher wenig, 21.600, wow, wie teuer soll es sein, die so, ja, wir haben ja an sich schon, ups, wir haben ja an sich schon viel Wirtschaft, so ist es ja jetzt nicht, gell, wir exportieren halt auch so viel, im Sudan gab es einen Kuh, die haben ja relativ viele Kühe, da unten habe ich schon festgestellt, also, ein Kuh ist ja, wenn die Regierung gestürzt wird, eine Sache, die ich absolut, nicht unterstütze natürlich, bin gegen jeglichen Sturz von irgendwas, muss man immer dazu sagen, und wir machen hier schön weiter, das sind ja schon die Manicom-Prozessoren, ju, 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 let's go, wie dauert denn das hier eigentlich, ich werde auch den Weg aus, der die wenigsten, ja gut, Wirtschaft, ah, ja, wobei ich sage immer, erst auf die Schnauze, und dann die Wirtschaft, weil ja, ich musste beides machen, das geht jetzt nicht, weil wir die EU noch abandoned müssen, na toll, schon gefreut hast du jetzt hier ausrufen können aber nix können wir machen japan declaration of abandonment of doctor warum das ist das für ein ding kann man da hingehen dass ich das sehr um sie geht doch du keine assistenz ich wollte das japan suchen ich weiß nicht wo panik die territory dispute mit korea tschushima tschubu irgendeine insel oder so was heißt kämpft ihr noch her und korea hat sich in der zwischenzeit sogar die insel hier geholt die nördliche linie die limitlinie läuft in der krieg eigentlich so ich habe einen freund jener 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 das kommt aber relativ häufig vor tatsächlich im spiel was ist hier los das ist lian jian vom chinesischen emirat auch eigentlich rein theoretisch taiwan genannt aber gut dass man so stehen ja es ist das chinesische emirat das hat auch so eine ideologische sache nur spare ich mir die pp jetzt auf oder nicht rein theoretisch wäre es nicht dumm wenn ich es mir aufspar wenn wir eben weil wir könnten da nicht auch schon mal warum können wir das jetzt nicht machen aber nur wegen den punkten regierungspartei ist nicht progressiv gibt tatsächlich viele sachen die wir brauchen es muss vor dem ersten januar 2028 sein warum 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 was passiert dann explodieren alle roboter oder stehe ich jetzt nicht also ich mache es mal noch nicht aber als progressive partei geht das nicht aber wenn wir dann rein theoretisch monarchistisch werden würde das eigentlich funktionieren sollen tun müssen zumindest wenn es aktuell bei 50 percent wahlen gibt es keine es gibt keine wahlen diese verdammten diktatoren das ist tatsächlich alles in allem sehr smart indem man die wahlen verbietet und geht man natürlich auch die wahrscheinlichkeit einer einer gegenbewegung das hätte ich selber nicht klüger einfädeln können muss ich sagen so die eu ist weg ah gott mit uns jetzt hat gott mit uns gibt uns macht zu wachs division recovery ist es super nice und so alles toll ein anderer gedanke ist kommen wir noch rechtzeitig wir müssen echt noch viel erforschen für die ganzen sachen jetzt mal ohne witz das ist kein spaß ich weiß gar nicht ob wir das schaffen rechtzeitig bis 20 28 wir haben noch zweieinhalb jahre allein schon die forschung hier dauert noch noch ein halbes jahr was braucht man denn alles kurz gucken und nicht dass wir es irgendein blödsinn machen wir brauchen wollen auf der folgen objektiv industrielle printing irgendwelche parts meine nase juckt was soll ich machen printing was für printing oh gott oder kommen wir doch nie hin da habe ich irgendwie also selbst wenn es können ist es ist glaube ich sehr sehr knapp um das zu schaffen aber wir gucken mal ich gebe die hoffnung nicht auf natürlich auch mit im hinblick darauf dass wir wir könnten noch nicht progressive demokratie also das einzige was ich will es gibt es wieder nicht oder was ich liebe es wenn man den weg zum heiligen römischen kaiserreich blockt naja nicht gott mit uns hier er betrug an meiner sache wenn ihr mich fragt glorreiche republik politischer macht zuwachs 25 prozent gain influence by force deutschland fordert unterwerfung der halben welt aber wir machen die militärische variante natürlich übrigens renovati imperii bedeutet wir renovieren das imperium glaube ich jetzt einfach mal klingt so lustig das neue kaiserreich das ist so interessant das könnte man auch mal runter schlabbern ich kann mir sogar vorstellen dass das neu ist sieht irgendwie so aus ob das neu ist ist ob das ich weiß ja dass der fokusbaum auch ein rework bekommen hat für deutschland hier in der mod der hat ja schon öfter ein rework bekommen als als h2v4 selber aber gut muss man so stehen gibt es irgendwo forschungsboni eigentlich forschungsgeschwindigkeit oder irgend sowas wir bräuchten wir bräuchten wir bräuchten für forschungsgeschwindigkeit falls es das irgendwo gibt ohne negativ alte leute haben wir dann eigentlich das wichtigste ist dass es keinen nebeneffekt gibt mit irgendwie sowas wie die plüse demokratie oder so ein blödsinn aber sowas gibt es scheinbar nicht direkt wöchentliche Stabilität ist leider auch nicht das, was wir wollen dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Research Speed 5% das Ding ist, wir verlieren Wirtschaftswachstum, aber das ist relativ irrelevant, weil Wirtschaftswachstum ist eh im Arsch, wie wir sehen die Frage, die ich mir stelle es muss ja vor dem 1. Januar sein 1. Januar 2028, aber wird es dann removed, wenn das Datum erreicht ist und nach dem Motto, es langt bis hierher und nicht weiter so, Holy Roman Tradition Fragen über Fragen, ne auf die wieder alle keine Antwort haben das ist auch ein Wunder, ne das hier aber auch überhaupt nichts weiter geht Verluste sind so krass gleich aber wie gesagt, wirtschaftlich die Türkei an sich deutlich besser deswegen, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit dreimal so viele Militärfabriken mehr Manpower im Feld deutlich mehr Zivilfabriken, das darf eigentlich gar nicht funktionieren Reaktionäre wollen wir eigentlich gar nicht es gibt uns 40 politische Macht da nehmen wir die doch mal mit für politische Macht mache ich alles Unterstützung Ja, wir bräuchten alles was mit Forschung zu tun hat Forschung, Forschung, Forschung Research Speed Hier haben wir auch schon 10% Research Speed Boni Ja, und das ist meine aktuelle Situation Oh, wobei wir können sogar in Rezession rutschen Ab wann haben wir das denn? Minus 30 bis minus 90 Okay, ist an sich noch entspannt aber müssen trotzdem aufpassen was das angeht Ja, mit habe ich jetzt nicht gerechnet Warum dachte ich, dass es bei 0 vorbei ist eigentlich? Warum bin ich denn so blöd? Sonst bin ich doch auch nicht so blöd 5% mehr Machtzuwachs aber das ist auch nicht wert So, Reaktionär wächst Monarchie wächst und ich weiß jetzt immer noch nicht was der richtige Weg ist Die haben jetzt auf alle Fälle fast die Mehrheit 49% Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringen würde wenn wir jetzt hier Wahlen forcen Wo ging das nochmal mit den Wahlen? Promise of Peace Tech Hä? Können wir keine Wahlen erzwingen? Okay Das wird jetzt immer interessanter tatsächlich oder geht das erst wenn wir einen bestimmten Wert einen bestimmten Schwellenwert haben Aber davor ging es immer Deswegen verstehe ich das jetzt nicht I don't understand these, my friends So, hier, ne Irgendwann, die hätten wir gleich Die sind nicht das große Problem Leider Aber das Ich glaube schon, dass wir es schaffen Ich glaube, dass wir es rechtzeitig schaffen würden Das Hauptproblem ist nur die politische Richtung Dass wir irgendwie die Grünen hier aus dem Spiel rausbekommen Wir sind übrigens bei 51% die die beiden zusammen haben Und was bringt es mir? Ein Satz mit X Doppelnix Mal gucken, ob das vielleicht irgendwie automatisch was triggert Ah ja, Tatsache Also wir haben eine neue Flagge zumindest Hat jetzt bei dem nichts geändert Wir sind immer noch progressiv Digga, du bist kein Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Das ist eigentlich ein Sakrileg hier Das ist eigentlich ein Skandal Holy Roman Tradition, ja Pass auf Ach, das ist die AfD, lol Pass auf, wir suchen uns jetzt dann nochmal reaktionieren Hier raus, Moment, warte mal ganz kurz Irgendwie muss es ja funktionieren Wir pushen die einfach so hart rauf Lassen wir das finden, ne So Ah, der Gauland Den Namen habe ich schon mal gelesen So Und jetzt können wir jetzt Walenforcen Wir sind das Volk oder so Hier in Hartz 2,4 Ne, immer noch nicht Hm Hm Gut, das ist jetzt interessant Unitary Roman Republic Ich dachte Holy Roman Republic Okay, hier sind die Unitary Roman Republic Mal gucken, ob es irgendeiner Letztes Video kommentiert hat Dass ich blöd bin Was ist da denn los? Hallo? Die Slowakei gegen Jaroslav Hornak Äh, mit Jaroslav Hornak Gegen Petro Simenko Simonenko Ne, die heißen auch irgendwie alle gleich Ich habe da was mit Nenco mit drin Nenco oder so Wo ist denn da los? Digga, ich kriege das alles nicht mit Der Iran boxt einfach den Irak Und ich kriege das nicht mit Ja, moin, Alter Einzige Frage, die ich mir noch nicht vorstelle Wie zur Hölle kriege ich jetzt hier Und eine andere Regierung an die Macht Hm Schau, die AfD ist voll stark, Alter 31% Mit einer Koalition Zusammen mit den Hohenzwahlen Mein AfD steht ja Zurück zu den Wurzeln Händchen halten mit den Monarchisten Und dann Gib ihm Aber ne Der Irak ist auch gleich der Hedo Der schaut nicht gut aus Meine irakischen Mitmenschen da Oh, Fallujah Boah, ich weiß noch Früher, Fallujah war immer irgendwas In den Nachrichten Als ich noch jung war Okay Ich glaube, dass der Süden nun gewinnen wird Denn, ähm Ah, ne, warte mal Also Also Ah, ich verstehe Yigme, Singi, Wokchuk, Abdikates Was auch immer Irgendwas in Butan, Alter Butan, Truthan Keine Ahnung Ich verstehe nur noch Bahnhof Slowakei hat kapituliert Das war auch zu erwarten Die Ukraine Schreckt ihre Schreckt ihre Ihre Greife aus Hä? Hallo, hier bin ich Entschuldigung, die Kamera geht einfach weg, Alter Warte Jetzt halt, bist du weg? Jetzt bleibt er da Naja Neue Technik Ganz neu Da ist der Endshit KI-Unterstützte Kameras KI-Unterstützte Kameras Gibt's denn nirgends Wahlen? Ist das ausgestellt Als ich Random Ideologien gemacht habe War das Das ist das Problem, hm? Es gibt nirgends Wahlen Habe ich mir die eigene Gritzwurst eingebrockt Nein Okay, das war blöd, Alter Tja Glücklicherweise habe ich Kriegsziele eingestellt Dass wir trotzdem Krieg erklären können Aber auf gut Deutsch gesagt Bedeutet das jetzt Trotz allem Am Ende des Tages Dass wir Das, was ich machen wollte Nicht machen können Da reiße ich mir doch Den Bommel aus, Alter I cry every time Moment, das könnte man Theoretisch noch machen Kann man auch nicht Ach komm, bin ich Ein Holzkopf, Alter Ich weiß ja nicht Ob es jetzt irgendwie Gewaltsame Umstürze gibt Oder so Das ist immer das Ding bei mir Ich mache halt Sachen Ohne zu wissen, was es beeinflusst Aber so kommen halt auch immer Neue Projekte zustande So, weißt du also Dadurch, dass ich einfach Einstellungen treffe Die ich nicht checke Hä? Was macht denn Bulgarien da? Haben sie einfach Gebiete gesnackt Alter, diese Diese Kauner Die haben einfach Gebiete geklaut So, wir rekrutieren Mal eine Infanterie-Division Um uns vor Augen zu halten Was uns noch alles fehlt Alles, wie wir sehen können Tja, ist jetzt halt blöd Also wir können jetzt machen Was wir wollen Am Ende des Tages Werden wir niemals Unsere Regierung ändern können Das ist sehr traurig Ja, es haut mich jetzt schon Ein bisschen down, Alter Muss ich jetzt schon sagen Kann man denn irgendwas machen Irgendwas Wo ich sagen würde Universal Basic Income So ein Blödsinn Was bringt es uns denn Wöchentliche Stabilität Und Stabilität Und monatliche Bevölkerung Und Machtzuwachs Wenn wir jetzt dann Den anderen einstellen Falls wir ihn jemals finden War er denn Ist ich versteckt Und denkt Ich finde ihn nicht Scherzkeks Rein theoretisch Kann ich auch tun und lassen Was ich will Weil wenn diese Regierung Sich eh nicht ändert Wenn die Regierung Sich eh nicht ändert Dann Kann mir das eigentlich Wurscht sein Dann können wir eigentlich Wirklich die Leute nehmen Die uns was bringen So, wisst ihr was ich meine? Weil es doch eh wurscht Wen juckt es? Wir müssten rein theoretisch Die Bundeswehr fixen Aber ich hoffe jetzt einfach mal Dass die Nationen Die ich jetzt angreifen werde Dass die nicht in der Lage sind Sich zu wehren Entschuldigung Wer im Glashaus sitzt Wer im Glashaus sitzt So, wir haben ein Kriegsziel Gegen Österreich Haben wir Kerngebietanspruch? Nee Warum nicht? Voltaire At last We are holy Holy Referenz Da trinke ich doch gleich Eine Holy Ist nichts mehr drin Scheiße Keine Holy It is time to reclaim What is ours by right Sehr radikal What is ours by right Ich denke mal Vielleicht Dass wir Wenn wir diese Gebiete Erobert haben Keiner mag euch Ne Dass wir dann Vielleicht Ein Anspruch drauf Bekommen Oder so Also Kerngebiet Drauf bekommen Also warum soll ich Ansonsten das HRR gründen Dann würde ja keinen Sinn machen Österreich kann aber Aberdings Allerdings sehr hartnäckig sein Das weiß ich auch aus Geschichten aus dem Paulaner Garten Habe ich Luftwaffe? Auf dem Ozean Ja, in der Luft ist ja nichts Meine Güte China hat Malaysia Den Krieg erklärt Und das kongolesische Emirat Hatten die hat ausgerufen Wow Die Österreicher Auf alle Fälle Fett Gebirgsjäger Hier am chillen Production Efficiency Auch nicht so schlecht So Österreich Das ist jetzt nichts Persönliches Was greifen die mich an Hallo Also mir war ja bewusst Dass die Bundeswehr Nicht so gut ist Aber Dass die mich hier einfach Überrennen hat Ob ich nicht existieren würde Das finde ich doch etwas Ähm Ja weil die sich Hey dicker Bewegt Bewegt euch halt mal schneller Macht mir mal Dings Verlegen So Leute Deutschland gegen Österreich Wir kriegen auf die Fresse Was Klingt wie ein schlechter Witz Ist traurige Realität Gerade Einziger Vorteil Glaube ich Dass Man könnte da jetzt nicht hin Doch Einziger Vorteil Den wir haben dürften Na Das klappt nicht Dass wir mehr Division Aktuell noch haben Ich habe keinen Treibstoff Das ist das Hauptproblem Das ist Ich bin auch so blöd Wir haben keinen Treibstoff Handel mit Russland Damals wie heute Eine super Idee So jetzt haben wir Treibstoff Mit Treibstoff fahren die Panzer Gleich viel effizienter Wer hätte es gedacht Aber die eine Division Besteht aus Titanenstahl Oder so Die stirbt nicht Wenn die Chinesen Einer Nation Nach der anderen Den Krieg erkehren Und wir erstmal Natürlich ein bisschen A Wirtschaft ballern Und reintritt Das geht nur Wenn man ein Defensivkrieg ist Das hier Deswegen Machen wir weiter Mit unserer Wirtschaftlichen Aufrüstung Kann man denn so Nervig Penetrant Standhalten Ist ja ganz schlimm Verluste will ich wissen Ach du Schande Alter Aber ich glaube Das wird sich jetzt gleich Zumindest ein bisschen ändern Wenn wir die irgendwann los sind Sind wir sie los? Ja Ich meine Haben wir jetzt Mehr Verluste zugefügt Als erlitten Ja Österreich ist Trotz allem Eine Zähne Nuss Ne Treuigerweise Das ist die Frage Wo pusht du jetzt Was macht der denn da Hier eigentlich Was ist denn seine Mission Hier 12. Panzerbrigade München haben uns Zurückgeholt By the way Finde ich auch sehr nett Da gibt es keine Versorgung Das heißt Sie müssten uns Linz 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 Naja Wird bestimmt Irgendein Österreicher geben Dass ich jetzt drüber aufregt Dass ich es falsch ausgesprochen habe Müsst damit leben So Drei Seiten Attacke Und drei Fronten anzugreifen Funktioniert in der Regel Ja Da kannst du noch so schön schießen Mit deinem fetten Panzer Alter Bringt da nix Abflug Ist jetzt nicht unbedingt das Was ich haben wollte Aber ist schon mal ein guter Schritt In die richtige Richtung Die werden jetzt bestimmt Sehr salzig sein Die Österreicher Das Problem ist Also Panzer haben an sich In Städten Nicht viel zu melden Aber haben nur Einen 5%igen Terrorabzug Was eigentlich total blödsinn ist Weil es ist eine beschissene Stadt Zieht aber nur Air Support ab Ich finde es unlogisch Ich fände es nicht schlecht Wenn Panzer in solchen Gebieten Abzüge hätten Beziehungsweise Ja doch haben sie auch Minus 16% Minus 4% Das wird ja für die auch gelten Normalerweise Es wird nicht angezeigt Das ist das Problem Oder ist es Urban Attack Defense Ja doch kann schon sein Dass die die Abzüge haben Ja ihr habt natürlich auch Die Abzüge bei meinen Infanterie Division Wie gesagt wichtig ist nur Dass wir die Provinz holen Der Rest wäre an sich Relativ egal Was wir auch machen Ist hier Großoffensive Mit Support von euch Einkesseln wird wahrscheinlich Nicht funktionieren Weil wir für das Gebirge nicht wirklich ausgelegt Sind Für ein 1 gegen 1 Na das ist jetzt natürlich blöd Das Problem hier ist Da fehlt uns jetzt einfach Die Versorgung Hier in der Region Mal gucken Da sind wir trotz allem Durchgekommen Das ist halt die Frage Würde man hier reinkommen Oder nicht Ne Die haben zu viel Bonus Wegen dem Terrain Wir haben zu starke Abzüge Das macht keinen Sinn Nachsetzen Nachsetzen Komm Nicht aufhören Angriff Bis zur letzten Flasche Ja sehr gut Ist wichtig Jetzt haben wir nämlich Hier die Versorgung hergestellt Es ist nur Occupied Müssen wir mal gucken nachher Vielleicht gibt es eine Entscheidung Oder irgend sowas Oder gibt es schon eine Entscheidung Was ist denn dieses PTS Panel Ah das ist das Ähm Hm Zu den Truppen reden Ist immer gut Reden kann ich So die Manicore Prozessoren Haben wir jetzt Ich meine ihr merkt das ja auch Wir Gehen jetzt eigentlich Aktuell nur den einen Weg Integrate Computers Ja das ist das erste Okay jetzt haben wir hier Das andere auch schon Production Efficiency Cap Retention Machen wir Cap Cap ist immer was Feines Wie viel Produktion haben wir denn aktuell Dann halt nicht So viel von den Dingern Oh Himmels Willen Aber alles andere ist voll Tatsächlich Also wir brauchen jetzt aktuell Eigentlich nur noch diese Mechanized Das sind natürlich auch immer die Die es am schwierigsten gibt Logischerweise Wo versuchen wir jetzt vorzustoßen Nirgends wahrscheinlich Der erste Schritt wäre rein theoretisch Das Cutten der Versorgungslinien Dafür bräuchten wir diese Provinz hier Tirol Aber ohne Luftwaffe Macht es auch nicht besser Hm Okay Die haben keine Luftwaffe Das heißt uns genügt Uns würden rein theoretisch Ganz wenige Flugzeuge genügen Die einfach nur Irgendwie ein bisschen Damage machen Uns einfach unterstützen Bei unseren Offensichtbemühungen Meine halbe Wirtschaft Wieder für Handel investieren Das gefällt euch So einer pro Woche Flugzeuge hat der Österreich Keine Richtig und wichtig Und da langen auch schon Ganz wenige Flugzeuge Da langen auch schon 10, 20 Flugzeuge In so einem Fall Werden jetzt als Fighter Aufgeführt nutzen wir jetzt aber einfach mal als Close Air Support Macht jetzt zu Beginn natürlich überhaupt keinen Unterschied Aber wir versuchen jetzt mal hier Weil wir dann noch Support mit von der Seite bekommen Luftunterstützung bekommen wir jetzt hier keine Wie gesagt dafür ist die Luftwaffe zu ineffizient mit einem Flugzeug Das wird noch ein bisschen dauern Offensiv selber war Nicht von Erfolg geprägt Toll dann gebe ich nix Ist das Flugzeug noch gar nicht deployed vielleicht Ganz andere Idee Doch Viel Stück sogar schon Die hier am hustlen sind Achso Ups Scheiße Bin ich dumm Jetzt Wait what Das ist gerade richtig gesehen Die haben hier die Flugzeuge direkt wieder abgeschossen Wieso haben die Die haben die Anti-Air in den Division Die haben Anti-Air in ihren Die haben einfach Anti-Air drinstecken Okay Hm Das Problem ist ich weiß nicht ob wir das schaffen Ob das funktioniert Wenn wir jetzt zum Beispiel Das wir überstretchen unsere Linie Wenn sie jetzt schlau sind würden sie jetzt hier einfach hergehen Und die Provinz hier erobern Haben sie aber nicht gemacht Aber wir haben noch Truppen rein theoretisch Will das funktionieren einfach auf dreist nach Wien Hm Langt aber nicht um sie zu rendern Zum Surrendern zu bringen Hm Interessant dass sie nicht drauf reagieren Jetzt haben sie keine Versorgung eigentlich mehr hier an der Stelle Deswegen Ich mach das jetzt auch gerade absichtlich Wir schneiden die Versorgung aber nicht komplett Weil ich glaube wenn die Provinz ganz eingekesselt ist Könnte die KI den Versorgungshauptab einfach verlegen Das will ich nicht Ah perfekt Okay Die machen jetzt das was ich mir dachte Die ziehen sich hier zurück Und wir können damit jetzt hier Zumachen Ja es ist halt scheiße wenn man nicht genug Truppen hat Ist halt blöd Ja könnt ihr zurückerobern Ist okay Ist okay Ich hab was ich wollte Wir haben die Versorgungslinien Unterbrechen können Ah die sabotieren unsere Gebäude Okay das heißt was wir jetzt erstmal kurz machen ist Militärische Polizei Und dann Mountaineers haben guten Suppression Wer hat genau so Paratrupa Ist aber normal weil das sind Special Division So Motorized Machen wir zweimal Und dann Switchen wir das zum Motorized Die hier Die brauchen fast keine Ausrüstung Und machen Local Autonomy Das ist eigentlich das Beste was man haben kann Das ist der einzige Vorteil Tatsächlich unserer Ideologie Wir können Local Autonomy machen Das sollte nämlich den Gehorsam relativ gut Stabilisieren Können uns jetzt Salzburg erobern Ihr haltet die mal ganz kurz da Okay passt Jetzt haltet ihr die da Und ihr haltet die da Jetzt versucht man die nämlich einzukesseln Jede eingekesselte Division Die wir nicht mehr Bekämpfen müssen Ist ja von Vorteil Jetzt würde ich kurz die drei Provinzen Dass wir im Norden auch nichts mehr abdecken müssen So Das kann ich hier komplett auf den Süden Konzentrieren Hier geht mit dazu Am Ende des Tages entscheidet halt nur Die Taktik Der Rest ist irrelevant So Hat man noch mal eine Rede Sehr gut Armeestärke ist auf alle Fälle deutlich gesunken Das ist doch schön Wie die so unorganisiert sind Trotzdem Luftauf haben wir jetzt hier natürlich keine Jetzt geht die mal da hin Das Problem ist Wenn die mir die alle abschießen Das ist halt Blödsinn Also ein bisschen Damage haben sie gemacht Aber wenn ich so schnell die Flugzeuge verliere Ist so ekelhaft Plus ist halt Es ist Gebirge Gar nichts ist es Gebirge Gebirge ist halt auch schlecht Weil Wie wir hier sehen können Feindliche Luftunterstützung Minus 10% Die haben leider die Versorgung wiederhergestellt Das ist das andere Problem noch Die Bahnstrecke hier Haben es leider nicht ganz halten können Was wir jetzt aber machen können Ist glaube ich Hier vorstoßen Gucken ob wir die hier in zwei Teile splitten können Finde ich nochmal sehr begrüßenswert Okay Hier warten wir jetzt einfach ein bisschen Dass wir die ausfungern lassen Ihr unterstützt hiermit Dass wir die kurz zurückdrängen Was haben wir hier noch Rheinmetall Also es gibt kein Shift Aha im Base Spiel gibt es immer diese Shift Dass man das in eine Warteschlange setzen kann Sobald die da Die militärischen Organisationen upgraden können Machen die das auch Aber hier geht es nicht So das Problem ist Wir müssen die Kriegsziele Alle möglichst schnell umsetzen Auch das ist auch gar nicht so toll Wir haben gar nicht so viel Zeit dafür Wir haben noch eineinhalb Jahre Dann laufen wir eine Kriegsziele aus So jetzt machen wir hier mal ernst Und da will ich an der Stelle sagen Ich bin raus für heute liebe Leute Nächste Folge geht es dann quasi In Österreich weiter Und dann gucken wir Dass wir hier oben direkt weitermachen Und auch diesen Emoji hier erobern Die Schweiz wird wahrscheinlich der Endboss Weil die sind am schwersten zu erobern Und dann gucken wir Ob wir das Heilige Römische Reich Wiederherstellen können Und dann gucken wir uns an der Stelle Und dann gucken wir uns an der Stelle Oder auch Heiligen Römischen Reich Oder so Unter Joschka Fischer Das kannst du auch wirklich keinem erzählen Das glaubt dir auch keiner Naja Bin sehr gespannt Wir haben ja immer noch Leichte Probleme mit Österreich Nicht groß Aber es sah schon besser aus Übrigens muss ich auch wirklich positiverweise sagen Unterstützen wir den Mittelstand Das ist auch immer das Was immer jeder machen will Aber keiner macht Stimmt wir hätten die Österreicher hier eingekesselt Ein Wels Ich weiß was ein Wels ist Wisst ihr auch was ein Wels ist? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare Mal gucken jetzt Dass wir die hier beseitigen Dass wir den Krieg gegen Österreich Denn irgendwann mal gewinnen In den nächsten 20 Jahren Einzig traurige natürlich Ist die Tatsache Dass wir nicht unsere Politik ändern können Aber wir werden es überleben Bin ich mir ganz sicher Zumindest aber die richtige Flagge Also Und ich glaube er würde sogar Ja also Ich meine Theoretisch würde er auch als Adel durchgehen Sag ich jetzt einfach mal Als Adel Zu was Höherem Weiß ich nicht Ob er dafür bestimmt ist Aber als Adel würde er ganz bestimmt durchgehen Also der adelige Herr Joschka Fischer Hier bei uns In diesem fiktiven Szenario Natürlich nur Nicht dass mir jetzt hier wieder irgendeiner Ans Bein pinkeln möchte Machen wir den jetzt Ich gucke geht das mal nach Ich weiß es trotzdem nicht Vielleicht hier mal jemanden einstellen Das wäre doch mal eine Möglichkeit Artillerie Haben wir Artillerie? Nutzen wir sowas? Na du Support Artillerie Ne Sonst tatsächlich eher weniger Haben wir irgendwas mit Mechanized? Motorized? Was ist das eigentlich so hell hier? Ist das immer so hell? Also Es ist immer so hell Frage ich Ah ne schau mal Tatsächlich Sieht man einen Unterschied Warte mal Sieht man einen Unterschied Zwischen dem und dem In der Kamera? Ah Ganz leicht ne Ich könnte auch so machen Könnt ihr hier Pass auf Boah Scheiße Alter Entschuldigung Sag mal was noch Ja muss ja nicht so hell sein Alter Fall mir die Augen raus Hier mitten in der Nacht Ähm Ey Digga Sonst läuft hier immer Irgendeiner rum Mechanisiert Motorisiert Atombomben Division Und jetzt nicht Oder was? Das ist für ein Scheiß Eigentlich Na gut Stellen wir einen für die Offensive mit ein Guck mal Die sind sogar schon eingekesselt Oh Feldkirchen Feldkirch Das ist eine Kirche Auf dem Feld Der Ständestaat Austria Der Feld Wieder die Rhymes Auf dem Punkt Hier komm Macht mir hin Jetzt Hab mir nicht den ganzen Tag Zeit für diesen Krieg Gegen Österreich Zehntausend zu 27.000 Apropos Entschuldigung Äh Wie heißt es? Walnuss Haselnuss Drei Haselnüsse Für Ne Mächtigste Könige Im Luftrevier Was Drei mächtige Luftkönige Im Jagdrevier Für den Führer Haben sie früher gesungen Wahrscheinlich Ist nur Spaß Auch übrigens Kann er Bisschen Gossip Erzählen Letztens hat einer Kommentar geschrieben Was war so ein Richtiger Richtiger Sehr sehr schlauer Mensch Hat sich dann Darüber beschwert Dass ich gesagt Habe Im ersten Part Der Anarchisten Kampagne Das ist ganz gut Dass ich gesagt Habe man Darf ja nicht mehr So viel sagen So viel sagen Da hat er sich sehr Auf die Füße getreten Gefühlt Also Grundsätzlich So das erste Indiz Ist für mich Immer wenn sich Man so provoziert Fühlt von so einer Aussage Dann scheint Der doch da Irgendwie Sehr betroffen Zu sein Aus irgendwelchen Gründen Und ich sag mal Als jemand der Seit zwölf Jahren YouTube macht Kann ich schon Ganz genau Sagen und wissen Wenn Die Dinge Im Internet Oder auf YouTube Etwas Kritischer gesehen Werden Als früher Und wenn ich dann Sage dass man Für bestimmte Aussagen Gezensiert wird Oder halt Gestrikt wird Oder gesperrt Wird Dann ist es so Dann ist es nicht Etwas was ich mir Aussuche oder Ausmale Dann ist es einfach Etwas was ich Die letzten Wochen Monate Einfach Selber Bemerkt habe Und das ist ja Ein Unterschied Ob das jetzt Jemand Ob ich das jetzt Sage Der das sieht Bei sich selber Bei seinen eigenen Videos Dass einfach Sehr viel Auch grundlos Einfach dann Gestrikt wird Und dann irgendwie Der End sperrt wird Weil man merkt Okay das war doch Nicht richtig Was dann einfach Heißt dass die Die Vorgaben So dahin Dass die Vorgaben Einfach deutlich Enger Geschnallt werden Als das früher Der Fall war Und dann ist es so Dann hat es nichts Mit Geschwurbel zu tun Oder Blödsinn Oder Unsinn Oder irgendwelchen Vergleichen Von vor 100 Jahren Im Kinderzimmer Dann ist es halt Einfach so Und wenn ich Ich sehe es ja bei mir Ich habe jetzt Drei Videos Gestrikt bekommen In zwölf Jahren YouTube hatte ich noch Nie ein Video Was gestrikt wurde Und jetzt innerhalb von Wenigen Wochen Dann drei Videos Das bedeutet einfach Ganz klar Dass Automatisierte Mechanismen Deutlich aggressiver Vorgehen In diesem Kontext Von Hoy 4 Wie gesagt Wir reden hier Über ein Videospiel Alles was ich hier tue Und mache Ist fiktiv Ist nicht echt Und wenn dann Hergegangen wird Laut YouTube Wurde ja das Von der Community Gemeldet Das heißt Von den 800 Zuschauern Haben da angeblich 10 Wahrscheinlich das Video gemeldet Weil ich an irgendeiner Stelle In dem Video Irgendwas gesagt habe Aufs Spiel bezogen Dass das Video dann gestrikt wurde Die Aussage Mag ich weiterhin zu bezweifeln Übrigens sehr schön Drei Synthetische Raffinerien Aber selbst wenn es stimmt Also selbst wenn es wirklich Gemeldet wurde Wegen dieser Aussage Das zeigt ja eigentlich auch erst Wie traurig eigentlich Unsere Gesellschaft In der Zwischenzeit Auch teilweise ist Nicht alle Also wir reden hier Einen ganz ganz kleinen Prozentsatz Also es ist wirklich Nicht mal Da kann man glaube ich Nicht mal mehr von Minderheit Sprechen Da reden wir wirklich Von einem tausendstel Prozent oder weniger Dass die Leute dann wirklich Sagen Ich fühle mich angegriffen Geil Ich fühle mich persönlich Angegriffen Weil In diesem Video Gesagt wurde Das und das In Bezug aufs Spiel Also es ist Ihr müsst euch das mal Vorstellen Es fühlt sich jemand Angegriffen Weil ich zum Beispiel Sage ich finde die Farbe Schwarz nicht schön Und dann meldet ihr das Video Weil ich sage ich finde die Farbe Schwarz nicht schön Und dann wird das Video Deswegen gestrikt Und dann wundert er sich Dass ich mich drüber aufrege Dass sowas gestrikt wird Und dann schreiben die Leute Dann meinen Videos Ja Du laberst Bullshit Also ich habe den natürlich auch Natürlich blockiert Weil solche Leute Brauche ich nicht Also Also da hast du auch wirklich Vom Textlesen schon gesehen Der ist wirklich komplett Das war schon krass Das ist beängstigend Fast schon Aber wie gesagt Ich weiß ja von vielen Leuten auch Dass sie in der Zwischenzeit Englischen Content nur noch machen Weil sie sagen In Deutschland Videos zu machen Ist sehr sehr schwer geworden Weil einfach sehr viel Entmonetarisiert wird Was ihr dann gar nicht mitbekommt Das Video ist zwar noch verfügbar Aber zum Beispiel Kann der YouTuber Damit kein Geld verdienen Was für viele YouTuber Natürlich blöd ist Wenn sie kein Geld verdienen können Wir buffen unsere Wirtschaft nebenbei Deswegen Sind halt einfach auch Viele YouTuber schon abgewandert In englischen Content Weil das einfach Noch ein bisschen entspannter da ist Weil wir in Deutschland Halt einfach Etwas aggressiver An die Sachen rangehen Und dann können sich Die Leute noch so sehr aufregen Und können sich da noch so sehr Auf ihre Beine stellen Und andere Sachen behaupten Das ändert nichts an der Tatsache Und das kann man akzeptieren Und Das Thema war auch damit gegessen Oder man Stochert dann wieder rum Mit seiner eigenen Propaganda Und macht das Fass wieder neu auf Aber dass solche Leute halt gibt Die da wirklich so Ich weiß ich nicht So verlaufen Sich Mit ihren Mit ihrer Meinung Oder ihrer Ich weiß nicht Wie man das bezeichnen soll Ist schon krass eigentlich Am Ende des Tages Will ich hier nur Ganz entspannt ein Spiel spielen Und mehr will ich nicht Ich will euch unterhalten Ich will ein Spiel spielen Ich will Spaß haben Zusammen mit euch Und dann gibt es halt irgendwie Leute Die dann das melden Weil ich hier ein Spiel spiele Und im Video Sachen sag Und dann gibt es dann Leute Die das verteidigen Und sagen Ich soll die Schnauze halten Auf gut Deutsch gesagt Das ist schon krass Das ist schon hartes Stuff Und das ist halt auch ein sehr Lustiges Ding Und die Chinesen Ja ich würde euch gerne den Briten helfen Der Michael Holmes Ist aber nicht mit Sherlock Holmes verwandt oder? Ist er? Oder ist er nicht? Apropos ne? Apropos Ich kann es vergessen Das ging ja gar nicht Stimmt Mir fällt es wieder ein Da hängt mir ein Haar ins Seht ihr das? Ist die Kamera so gut? Oder? Ich glaube da ist ein bisschen Gesichtsding mit dabei Doch man sieht es oder? Doch man sieht das Haar Ich glaube die Kamera Tut ein bisschen Gesicht nach Retuschieren Dass man meine Falten nicht so sieht Bin ja doch schon ein bisschen älter In der Zwischenzeit So geil So Mischt sich jetzt hier Irgendjemand ein oder nicht? Das ist die Frage Weil das Problem ist Wenn wir uns jetzt hier Mit der halben Welt anlegen Wir sind nicht unbedingt die stärkste Nation Haben wir eigentlich Kenngebiete drauf? Ne ne? Ah Ich meine das Beste Lokale Autonomie Ist das Beste Das gibt es allerdings nur für Demokratien Und Bündnis 90 Die Grünen sind Scheinbar eine Demokratie hier Natürlich ein echt auch Deswegen können wir die lokale Autonomie machen Monarchie Kommunismus Faschismus Könnte das nicht So Eisen machen wir nicht Wir machen Aluminium bei unseren Recyclingfabriken Denn an sich haben wir genug Eisen 480 Wir exportieren aber alles Warum denn das? Was für Free Trade, Alter Was habt ihr denn geraucht? Ich krieg eine Free Unterwerfung Das war es dann aber auch wieder Auch so lustig damals gewesen Ich habe damals den Short gemacht Den Short gemacht Deutschland gegen Luxemburg 2024 oder 2023 Und Aber halt quasi dafür gesorgt Dass Luxemburg gewinnt Weil ja in den Kommentaren immer Also egal was ich gemacht habe In den Kommentaren 2024 War ja immer Wie schlecht Deutschland ist Also Die deutsche Armee ist das schlechteste überhaupt Haben immer alle Leute geschrieben Unter den Videos Und dann habe ich mir den Spaß gemacht Hab halt quasi dann Mir einfach gesagt Gut dann machst du halt einfach mal das Was die Leute alle sagen Und lässt Luxemburg gegen Deutschland gewinnen Und das war relativ offensichtlich Natürlich ein Joke Also Die Kommentare unter dem Short Die Short ist zu geil gewesen Die eine Hälfte hat geschrieben War mir klar dass Deutschland verliert Die andere Hälfte hat geschrieben Ob ich geistig behindert bin Und dann haben sich alle irgendwie In den Kommentaren gefotzt Ob Deutschland gegen Luxemburg gewinnen würde Oder nicht In einem militärischen Konflikt Ob Deutschland gegen Luxemburg gewinnen würde Dann haben die sich Ja wirklich Die haben sich gestritten Unter den Kommentaren Ich fand das so lustig Das hat mir so gefallen Hat mir so Spaß gemacht Weil offensichtlich Dass es ein Joke ist Das hätte ja jedem klar sein sollen Als dann Luxemburg mit 80 Divisionen Auf einmal da stand Mit 800.000 Mann War ja eigentlich relativ offensichtlich Dass es ein Joke ist Aber Die Leute haben es so gefeiert Alter Die haben sich so geschlagen In den Kommentaren Für nichts Wegen so einem Joke Das ist auch gerade ein Joke Hier Hab vergessen Meine Truppen an die Front zu schicken Es ist immer eine dumme Idee Eine Nation anzugreifen Wenn man die Truppen Nicht an die Front schickt Aber ich muss tatsächlich sagen Shorts Auch wenn sie wirklich Keinen einzigen Cent Also wirklich Shorts Ist so Du musst auf ein Short Brauchst du eine Million Aufrufe Und das jeden Tag Also brauchst du 30 Millionen Short Aufrufe Im Monat Dass du damit Halbwegs Geld verdienen kannst Also ich weiß nicht Wie viele Aufrufe Ich mit Shorts gemacht habe Schätzungsweise Vielleicht mit allen Shorts Ich gemacht habe Eine Million Und da habe ich vielleicht 500 Euro mit verdient Und das klingt jetzt im ersten Wenn überhaupt weniger wahrscheinlich Ich glaube Eine 200-300 Euro sind realistischer Und wenn du sagst Eine Million Aufrufe 200 Euro Das ist Das ist nichts halt Also wenn du die Arbeitszeit Dafür entgegensetzt Du brauchst trotzdem Mal ein, zwei Stunden Für das Aufnehmen Dann nochmal eine halbe Stunde Für das Schneiden Dann hochladen Und so ein Zeug Da sitzt halt insgesamt 2-3 Stunden dran Und dann machst du Mit so einem Video Ein Euro oder zwei Euro Das ist dann Ein Stundenlohn von 30 Cent oder so Und ich denke mal Da wird jeder Mir zustimmen Für 30 Cent Sich dahin zocken Und Shorts zu machen Das ist schon Wenn du keine Zeit hast Also ich sag mal Wenn du Zeit hättest Würde das bestimmt Sinn machen Aber wenn du keine Zeit hast Ich werde es bestimmt Wieder machen irgendwann Weil es halt trotzdem Auch Wachstum gebracht hat Ich will die ganze Zeit Es hat natürlich Trotzdem Wachstum gebracht Aber es ist halt einfach Es bringt kein Geld Also das ist jetzt Wirklich nur so ein Hobby Wenn dann Hobby mäßig Ja So viel dazu Ideen hätte ich schon Jede Menge Aber es ist halt alles So eine Zeitfrage 15 Organisierte Ist übrigens enorm stark 15 Orga Für Alles mögliche Also Ist super juicy Die haben jetzt dann hier quasi Seht ihr euch bei denen selber auch Die Orga Direkt Und da steht Steht nur die Änderungen drin Hm Naja Vielleicht über die Saison Irgendwo einfach Warum stellen wir uns Eigentlich so blöd an Gegen die Niederländer Ich frage für einen Freund Übrigens Okay Es braucht mal Waffen Oder was Ja Ist doch wieder ein realistisches Gameplay geworden Historisch korrekt Weil wir wieder ein bisschen stärker geworden sind Militärisch Boah Was Da Oh Ah Okay Das ist krass 25 Und Recycling Center Wir bekommen 60 Aluminium Plus 3 Recycling Center Und hier bekommen wir noch mal 175 Eisen Das ist brutal Leute Das ist richtig brutal Europäischer Wirtschaftsgigant 10% Werften Output Was ist denn das Ach egal Scheiße Ich denke mir Ich mache mir da gar keine Gedanken Darüber warum wir jetzt ausgerechnet für die Werften 10% Bonus bekommen Statt für die Militärfabriken Egal Komm Hä Achso So ein Ding ist das Socialist British Union KGB Wer lese ich da nicht draus gerade Ne CPGB 60% Popularität Ja würde ich jetzt auch sagen So ein Kommunisten Den treue ich ja kein Millimeter Hongkong ist auch gefallen Wissen wir jetzt sagen Dass Hongkong länger stand gehalten hat Als China Hongkong hat Hongkong als Kernstadt Aber Hongkong gibt es nicht mehr Aber lustig Dass die länger stand gehalten haben Als die Frieden So Kann man es jetzt beenden Also ich habe gar keine Offensivlinie gezogen Was beenden Entschuldigung Wir können nichts beenden Doch Den Exportfokus Im freien Trade mal auf Exportfokus switchen Bitte Oh geil Wir haben wieder Ressourcen für uns Aufhören mit den Chinesen zu handeln Ich finde das nämlich nicht in Ordnung Dass die hier Die anderen Nationen angreifen Das finde ich Not amusing Grundsätzlich Man kann Gebiete integrieren Wir brauchen dafür allerdings 90% Gehorsam Grundsätzlich Wenn man im Frieden ist Steigt der Gehorsam mehr Als wenn man im Krieg ist Ich glaube da bekommst du mal 10% oben drauf Ansonsten haben wir leider keine Möglichkeiten Weiteren Gehorsam zu bekommen Zumindest nicht in dieser Mod Gibt vielleicht Mods Da geht das Hier Leider nicht Will ich die Verluste sehen? Boah Gut Das sieht immerhin ganz gut aus Mechanize tut weh Die Mechanize tut weh Panzer auch Klar Leichte Panzer ebenfalls Aber Warum denn die ganze Ausrüstung her Alter Was ist eigentlich mit euch? Was ist denn eigentlich euer Problem? Dass die nicht arbeiten Ich denke ich habe einfach den ganzen Tag Keine Luftunterstützung gehabt Ich verdammter Trottel alter Ich werde einfach das erste Mal Hoy 4 Ja dann klappt es natürlich auf einmal deutlich besser Was Oha wie hübsch das hier ist Da würde ich auch gerne sterben Last Stand Ja wortwörtlich Dann hauen wir hier Last Offensive rein Last Stand trifft auf Last Offensive Das Endergebnis ist Eine kapitulierende Niederlande Idealerweise Konstruktion 5 Und da hat die Niederlande kapituliert Wir können uns natürlich wieder nicht alles holen Das ist allerdings gar nicht so verwunderlich Weil die haben gleich noch irgendwo Irgendwo Gebiete wo ich gar nicht weiß wo das ist Genau Kurakao oder Kurasao Gibt es irgendwas mit Ressourcen? Na scheiß drauf Ich höre mir einfach alles Trotzdem Gut Sehr lecker Und das Schöne ist Wir können jetzt dann ganz entspannt Belgien von allen Ecken und Kanten angreifen Sofern die nicht garantiert werden Von irgendwelchen Lebensmüden Nachbarn Ich meine ihr dürft nicht vergessen Auch wenn wir keine Kerngebiete drauf haben Ist das natürlich rechtmäßig Alles meins Disabled Due to insufficiency 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 Wir haben einfach so wenig Truppen in der Garnison Das Wir heben jetzt mal schnell Mit der Polizei Und dann machen wir rein Die Motorized einfach drei Stück Suppression 7.9 Dürfte aber deutlich billiger sein als die anderen Achso Hä? Das ist billiger? Habt ihr auch gesehen oder? Es war billiger Weniger Manpower und weniger Ausrüstung komischerweise Sehr suspekt Braucht ihr gar nicht? Ah doch hier Bauen wir nach oben Stopp mal die Flugzeugproduktion So Belgien Wie machen wir das jetzt? An sich sind wir alle gute Freunde Wir haben schon früher immer wieder Spaß gehabt Als wir über Belgien in Frankreich einmarschiert sind In Hartz auf 1.4 Und das Diese alte Tradition Würde ich eigentlich gerne auch beibehalten Gibt es euch sonst noch so viele Kriege? Ich frage für einen Freund Bürgerkrieg Bürgerkrieg oder? Eritrea Bin für ihn Weil Ich finde er passt eher rein Bei ihm Er schaut eher aus wie jemand aus Mexiko oder so Der passt doch gar nicht hier rein Entschuldigung Schauen die alle so dingsig aus Die schauen alle aus als ob die im Urlaub wären Das sind diese Facebook-Urlaub-Fotos Das ist so dieses Facebook-Profil Alter so Mach Urlaub gerade Das ist so dieses Denker-Profil Er denkt gerade nach Das ist so dieses Meme Das ist auch Facebook-Profil-Bild Aber hart Ebenfalls Facebook-Profil-Bild Sau geil Das ist noch ein Bild Wo ich sage Das ist ein Politiker Könnt ihr auch schon als Facebook-Profil-Bild durchgehen Das ist hart Politiker Das ist nicht Facebook Das ist Wenn es ein Politiker-Bild gibt Dann das Also das Ist wirklich Wenn du Politik aufschlägst In einem Buch Kommt dieses Bild Kennt ihr nicht Der falsche Wladimir In Russland Hoffentlich kriegt er das nicht mit Der Wladimir Sonst ist der Malerweg vom Fenster Genauso wie die Belgier Mit Flugzeugunterstützung Sehr schön Meine Freunde Wir befinden uns in einem Offensivkrieg Gegen meinen Kopfhörer Hängt runter Ja voll nervig Alter In einem Offensivkrieg Gegen Belgien Das ist schon ein Kopfhörer Gell Ich habe mich auf die Kopfhörer Drauf gesetzt Vor einer Weile Und seitdem Flackert der eine so rum Hier das ist voll nervig Das sieht man zwar nicht so wirklich Aber das ist irgendwie so Als ob man Es sitzt nicht richtig Es sitzt nicht Aber Sind erst ein Jahr alt Müssen noch fünf Jahre halten Deswegen Ja Wir greifen Belgien an Willkommen zurück Zu einer Folge Voller Glück Hoffe ich jetzt einfach mal heute So Artillerie Habe ich denn Artillerie? Wahrscheinlich Produktionseffizienz Das ist immer gut Damit können wir leben Ich finde es total schön Sind das Äh 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 Seht ihr das? Was soll das sein? Soll das Reifen sein? Oder Oh das sind die Hitboxen Um die Reifen Oder was? Hör auf Ja echt oder? Das sind Hitboxen Äh Geil Das sind einfach Hitboxen Um die Reifen rum Ich zieh mir die Schuhe aus Äh Cool Aber grundsätzlich Der Iran Hat dem Irak Naja Hatten die nicht Die eigene Scheiße Am Laufen noch Irgendwie Nö Hatten die den Digga Was mit Miraculous Also Achso Die sind verbündet mit Ah Hadi Khamenei Ist auf alle Fälle Der große Boss In der Runde Da unten Das finde ich Sehr toll für ihn Ich wäre auch Ein großer Boss Aber ich bin nur Eine kleine Grabe Ah Das mit den Reifen Hier ist komisch Also alle anderen Reifen sind auch Richtig Oder vielleicht sind es So Raketen Trucks Gibt es ja auch Gibt es ja alles Heutzutage Verluste 6.000 Zu 12.000 Grundsätzlich Alle sind juicy Verluste 4 4 5 Zu 14 Gut Wir haben 600 Recovert Ah ne Blödsinn In Combat Und bei Attrition Wir haben ja mehr Warum kann man eigentlich Bei mir nicht Die Gesamtverluste Anschauen Warum kann ich das Nicht hier zusammengefasst Sehen Ich habe jetzt Gerade eben herausgefunden Nach Acht Jahren Hartz Vor allem 4 Dass ich hier sehen kann Wie viele Einheiten Wir verloren haben Aufgrund feindlicher Flugzeuge Sehe ich das für den Feind auch Ne ne Das ist so ärgerlich Jetzt Hä warum verliere ich denn Ich habe doch die Luftwaffe Ne das sind Ne stopp Das sind die Doch das steht da Enemy forces Losses zu enemy Airplanes 2 0 Fick Hier 93 Oh leck Alter Ich habe das 169 Doch Airplanes Also Niederlande 226 Hocheffizient Hier tatsächlich Lol Ich habe das Ich habe das nicht gewusst Bis gerade eben Also Das ist ja eh mal Ne Also gut 540 Mann Doch weil ich Flügzeuge Das ist nett Das hatten genauso Rundstellen Wäre Als wenn ich jetzt Ein kleines Reiskorn fallen lasse Und eine Ameise Erschlag Scheiß drauf Aber Das wusste ich nicht Das sind so Sachen Das sagt einem keiner Wisst ihr so Das sind so Sachen Das Da gibt kein Tutorial Und Da gibt auch sonst nichts Das musst du einfach Irgendwann mal zufällig Herausfinden So wie ich jetzt gerade eben MTU Mobile Technische Universität Ne keine Ahnung Ach Medium Tank Medium Tank Medium Tank Friedrich Friedrichshafen Gut Produktionsoutput Ist immer nice Vor allem da wir am Arsch sind Mit der Produktion Dann passt das schon Aber saugeil Also mit der Luftwaffe Dass man das echt Doch sehen kann Danke für das Aluminium Machen weiter mit Stahl Muss ich mal bei Stahl an Carsten Stahl denken Keine Ahnung warum So Dann brauchen wir natürlich noch ein paar mehr Werften der Militärfabriken Harte Kämpfe auf alle Fälle Auch um Antwerpen Und wenn Brüssel fällt Fällt idealerweise auch gleich Das gesamte Konstrukt Zusammen Ja Ja okay Das ging jetzt doch relativ schnell Kolonien haben sie ja keine mehr Die Zeiten sind schon lange vorbei So wir haben noch ein Jahr Zeit Ja nicht ganz So Liechtenstein Die CZE Weil das Problem ist mit der CZE Ne CZE CZE gibt es ja nicht mehr Hm Das Problem mit der CZE Ist nur leider Die haben immer noch enorm gutes Zu verteidigen Das Gebiet Muss ich trotz allem auch Zugeben Aber wir können den nächsten Punkten In den Landdoktrinen machen Und da nehmen wir natürlich Dieses Mal Blitzkrieg Wobei rein theoretisch Auch mobile Infanterien heißt Ja Das ist wieder Ich glaube wir haben eher Mehr Fokus auf Infanterie Deswegen würde ich wahrscheinlich Trotzdem vielleicht mobile Infanterie machen So hier machen wir jetzt auch Gar keinen großen Hack Wir machen einfach kurz Liechtenstein weg So muss es sein So ist es fein Danach Schauen wir mal In die Tschechei hinein Gehen eventuell erstmal Auf den Markt Und besetzen danach Das ganze Land So funktioniert das In diesem Land Mir ist kein Reim mehr eingefallen Battle Rap Mit der Krabbe Öl Ja Öl ist auch ein bisschen Krise Aber ich würde trotzdem weiter Erstmal unsere Industrie pushen Bin gespannt ob wir irgendwie gleich Das Heilige Römische Reich Ausrufen können oder sowas China launches Unrestriktet Mine Warfare Was werfen sie denn? Renmin Yingfang Jung Kong Jung Aha Die People's Liberation Army Air Force Hat Modernisierungsreform begonnen Nach dem Kollaps der Sowjetunion Im Jahr 1990 Aber wir sind immer noch am Arsch Ja gut also Die Briten würden diese Aussage Wahrscheinlich nicht so unterschreiben Hä was für Was für irakischer Staat Hä Hier erklärt irgendeiner Kriege Aber den gibt's gar nicht Wie geht denn das? Wie funktioniert das? Ich würde es auch gerne machen Ich würde auch gerne Kriege erklären Obwohl ich es nicht kann Islamic State of Iraq Jetzt bin ich mal gespannt Was passiert wenn ich da drauf klick Die Kamera kackt gleich voll mit ab Alter Ja Ja wer kennt die nicht Den irakischen Staat Mitten eingegesselt Zwischen Arab Jamahiri Jivya Und Irgendeinem Nationalakkord Ist noch Kerngebiet Ist noch Kerngebiet oder? Ist Kerngebiet Komm Digga Gib's mir Ja okay Gut Aber saugeil Verstehe ich nicht Verstehe ich wirklich nicht Braucht mehr Truppen We need a bigger army Könnt Politiker sein Erinnert mich an den ein TikToker Erinnert mich an den ein TikToker Der hat auch mal so eine Brille gehabt Hat auch mal so Content gemacht So Multi-Role-Fighter Die Belgier hatten ja irgendwie Flugzeuge am Himmel Ich hab das gar nicht richtig gecheckt Irgendwie Jedenfalls haben die mich Hard Hops genommen So Ich geh mal stark davon aus Dass die Tschechen Gleich für uns blechen Ah ich bin auch so Ich hab vergessen Offensividee zu starten Okay Sie trauen sich zumindest schon mal nicht anzugreifen Ist immer positiv Das bedeutet Dass wir stark genug sind Und die neue Republik des Irak Hat kapituliert Nachdem die alte Republik des Irak Jetzt ganz woanders ist Und Auch gleich kapituliert So wie es ausschaut Der Wille war da Würde ich mal behaupten Battleplan Preparation Bonus Ich hab mal wieder ein paar Sachen Erklärung Ich hab schon lange nicht mehr gemacht Aber die meisten kennen das Spiel schon von euch Wobei ich stimme gar nicht Viele schauen zu Weil wir spielen gar nicht selber Dieser Pfeil den wir hier immer ziehen Hier diese Offensivlinie Die sorgt dafür Dass wir hier diesen blauen Balken voll bekommen Und je nachdem Was wir so für Doktrinen ausgewählt haben Was unsere generelle so für Stats haben Oder für Fertigkeiten Oder wir für Boni von unserem Land Fokusten haben Kann der Wert höher sein Oder halt niedriger Wir haben jetzt hier aktuell 33% Maximum Es gibt auch Länder Die schaffen 70, 80, 90% Mit kurzfristigen Boni Vielleicht sogar noch mehr Und das ist der Wert Der dann So auf die Angriffskraft draufkommt Also wenn wir sagen Wir haben eine offensive Stärke Oder Soft Attack von 200 Dann kommt da 100% drauf Das heißt wir haben schon mal 400% Plus die ganzen anderen Werte Deswegen super nett Nimmt über Zeit ab Also sobald ihr angreift Also sobald gekämpft wird Nimmt dieser Wert auch wieder ab Ihr seht das jetzt hier Aber ich kann nicht weiß Ob das auch bei Bewegung der Fall ist Also er kämpft jetzt auf alle Fälle Und da seht ihr jeden Tag Verlieben wir 3% Wenn wir das jetzt mit einer großen Offensive machen Dann sehen wir jetzt hier Plus 32% Planning Bonus Ja das ist jetzt quasi Dieser Balken hier Also 33% Ob er dem Wasser halt 32% Oder was auch immer Und das kommt auf alle Werte drauf Also Offensive und Defensive Die haben natürlich dann ihren Entrenchment Das wichtigste ist halt nur Also beziehungsweise Offensive und Defensive Ist natürlich blöd Wir greifen natürlich an Es kommt drauf auf Breakthrough Es kommt drauf auf Hard Attack Oder es kommt drauf auf Soft Attack Logischerweise auf Verteidigung Kommt es natürlich nicht drauf Weil es ja eine Offensive Fertigkeitswert ist Ist aber wirklich super nice Atomforschung für nochmal Forschungsgeschwindigkeit Schlimm Die Wirtschaft Minus 20% PP Ist okay Können wir glaube ich mit Leben Immer schön bitte direkt nach Prag Aber hier nicht auf irgendwelchen Irgendwelchen Häusern bitte vertreiben Wie schnell ist denn die Division Alter Hä wie schnell sind die denn Hä Falsch Die Division 21 Gamma Ja okay Krass wie schnell die sind Habt ihr gesehen Die juckt gar nichts Die marschieren durch Als ob das Land Nicht existieren würde Alter Sau geil Die haben einfach das halbe Halbe Land Ich finde es auch schön Dass es kein juckt Keiner mischt sich ein Alle sind hart am chillen Jeder macht sein eigenes Ding Die Russen halten Britannien Brasilien Hat Venezuela den Krieg erklärt Brasilien macht ihr eh sein Ding Hier oben Genau Herzlich fühle ich mich auch Jeden Morgen Wie ich Wenn ich aufstehen muss So wie er aussieht No front oder so So Das ist der Gesichtsausdruck nach Der Kriegserklärung Der hat mir nicht wirklich den Krieg erklärt Doch doch Der Leopoldo Lopez Sehr nett daher Bestimmt So die Schweiz könnte jetzt halt Der Knackpunkt werden In der ganzen Thematik Ist das letzte Land was wir noch benötigen Aber auch das Eingekesselste natürlich Und das Festgebunkertste Und das am schwierigsten Zu erobernste Plus wir haben wahrscheinlich Immer noch jede Menge Ne nicht mal Muss ich mal gucken Maximale Fabriken in einem Staat Oh nice Konstruktionsgeschwindigkeit 10% Ist sehr schön So Wo ist denn Motorized Haben wir mehr als genug Okay Dann Fokussieren wir uns mehr auf Schwere Sachen Vielleicht nicht unbedingt euch Infanteriequipment haben wir nicht So viel brauchen Aber auch vergleichsweise Gar nicht so viel So zwei pro Tag Können wir euch wirklich auch sparen Wahrscheinlich Aber gut Es ist schon 2028 Die Zeit vergeht Alter haben wir echt schon Vier ingame jahre verbracht Übrigens mit Kurs voll dreckig Hat das schon fast aus Als ob es Absicht ist Alles nur so Fussel Also Staubt halt so rum Vielleicht sollte ich es mal sauber machen Auf deiner Seite Da hängt ein Haar Excuse me Da hängt ein Haar Man das sieht man Weißt du Da sieht man Dass so ein Haar rumhängt Alter Was habe ich jetzt gemacht Ich habe mir einen neuen bestellt In Rot Ich liebe Rot Rot ist ja absolut Lieblingsfarbe Also ich werde den sauber machen Und behalten Und so Aber ich habe Mal kurz die Gelegenheit genutzt Einfach mal zu gucken Was so auf dem Markt gibt Und dann habe ich mir gedacht So cool Rot Rot liebe ich sowieso Lass mal einen Roten bestellen Und Man gönnt sich ja sonst nichts Von seinem YouTube Money Ne Die 10 Euro da im Monat Für die 80 Stunden Arbeit jeden Tag Man zu dieser Zahlen sind nicht korrekt Okay Ja Luftwaffe kommt trotzdem hier gut rein In das Hügelein Russland hat den Nepalesen den Krieg erklärt Finde ich persönlich nicht in Ordnung Ich stehe für Frieden und Harmonie Die Russen stehen für Krieg und Krieg und Eroberung Hier in H2F14 Und In gewisser Art und Weise Auch in der echten Welt Aber darüber reden wir natürlich nicht Wie viel Creme haben die denn Aufs Gesicht geschmiert eigentlich Was ziehen die alle für Gesichter So schlecht kann sie doch gar nicht Gelaunt sein Da habe ich doch lieber ein Grauhaariges Gesicht wie ich Aber habe kein so glänzendes Gesicht Bei Bildern Wir werden enorm viel Ausrüstung verdienen Gegen die Schweiz Wir nehmen auch Fortress Buster mit rein Einfach nochmal ein bisschen mehr Attack Bonus Terra River Crossing Es gibt so viele Abzüge Das ist auch kein Spaß oder so Also das ist nicht lustig Was für cool in Rumänien Warum können die das aber ich nicht Hallo Hallo ich habe eine Frage Warum geht es bei dieser und bei mir geht dir nichts Ha Ha Entschuldigung Ich finde das nicht in Ordnung Also rein theoretisch können wir ja machen was wir wollen Weil wir können die Politik eh nicht ändern Eigentlich Eigentlich kannst du einstellen wie du willst Ist alles scheißegal Das ist geil 10% mehr Factory Output Das ist ja fast schon wie ein Lottogewinn Das ist ja fast schon wie ein Lottogewinn Ist das dumm gewesen Ne es geht sogar Mach dir Druck Boah wenn wir Zürich erobern würden Das wäre immer sehr juicy Verluste Letzten Monat Letzte zwei Monate meinetwegen War leider zu erwarten Weil wir manchen Also verlusttechnisch komme teilweise gut weg Unsere Luftwaffe ist hier aber zum Teil schon sehr Sehr dominierend Also ohne Luftwaffe hätten wir hier glaube ich gar keine Chance Glücklicherweise Können wir auf eine gute Luftwaffe zurückgreifen Jawohl Zürich gehört uns Sehr gut Das ist enorm wichtig Denn Wo ist denn meine super schnelle Division Guck mal schnell da hin Wie schnell die sind Das ist voll der Betrug Das ist fast schon cheating Katzen hauen wir dann eine Tür rum Kann ich mal fünf Sekunden in Ruhe aufnehmen Und dass irgendeine Katze Krawall macht Ich habe schon gesagt Wenn ich jemals Irgendwie so ein richtig Büro einrichten würde Oder eine Sag mal eine Wohnung Für Long Term Wohnung hätten oder so Wo ich sage Da könnte ich drin leben Ich würde das Büro so einrichten Dass Die Katzen halt Bei uns leben könnten Im Büro Das Problem ist nämlich Aktuell geht das natürlich nicht Die Katzen müssen natürlich draußen bleiben Weil hier siebeneinhalb Milliarden Kabel rumliegen Und rumhängen Und Ich habe einmal den Fehler gemacht So eine halbe Stunde Und dann Ging der ganze PC auf einmal nicht mehr Und der Ton ging nicht mehr Dann muss ich erstmal die Kabel wieder rumstecken Und gucken was sie jetzt ausgezogen haben Ähm Aber Wenn man das glaube ich So richtig Professionell sich dann Reinballert Und dann Katzen sich einrichtet Was ja möglich ist Dann glaube ich Sollte das schon möglich sein Wir machen jetzt nicht wieder Force Attack Alles oder nichts 190 Fabriken 7 von Handel Und wir können auch Blitzkrieg schon mal rein Schauf in Breakthrough Und 3 Orga Bei den Panzern Ein paar Panzer chillen ja trotzdem Mit rum bei uns Und wir werden jetzt auch nicht aufhören Wir ziehen das jetzt wirklich weiter durch Weil ich glaube Das wird die Schweiz jetzt trotzdem gut Zufall bringen können Sollten Aber so schwach sind die Schweizer nicht Also die Schweizer sind schon Ja Nicht ganz ohne Armsexports ist geil Krass Ja Die KSG hat erklärt was ihr wollt Ich erkläre auch den ganzen Tag Irgendwelchen Leuten was Und das juckt sie ebenfalls nicht Deswegen guckt mich das auch nicht Was ihr erklärt Können wir jetzt vielleicht Danke Offensiv auf Bären läuft auch schon Ihr könnt rein Tritt schon mal da hinfahren Weil die haben dann Die unbefestigte Forts Dankeschön Jetzt machen wir mal Das ganz juicy Ja schaut mal wie einfach das ist Ihr müsst nur mal angreifen Leider ist die Schweizer sehr zäh Wo ist denn meine super schnelle Division Die pinnen wir jetzt kurz Und der läuft einfach kurz nach Geneva Und dann Sollte Ah da steht die Division Komm noch einen Schritt weiter Ich schwöre so eine super schnelle Division Ist voll der Betrug alter Voll unfair Aber Die Unitary Roman Republic Ist ganz offiziell fertig Und kann trotzdem nichts machen Ich bin auch so blöd eigentlich Warte was war denn das Ah ne das ging nicht Es gab eine Sache Ich glaube das geht nur Wenn du faschistisch bist Wenn du Kriege gewinnst Bekommst du Wirtschaft Aber Da wir Surprise Demokratisch sind Geht das natürlich nicht Aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen Chillen Tatsächlich Sofern uns jetzt hier keiner Auf 3 den Krieg erklärt Garnisur brauchen 140.000 Mann Wir schauen mal ganz kurz Gehorsam ist jetzt hier zum Beispiel Schon bei 22% Und dadurch dass wir jetzt im Frieden sind Verringert das auch automatisch Den Widerstand Und verbessert nochmal Den Zuwachs Von Gehorsam Damit schon 23 Schau mal es geht doch relativ schnell Trotzdem 23 Hä Compliance Also das verstehe ich jetzt nicht ganz Das ist unfair Wir haben einen Compliance Zuwachs Von Sorry Von 0.083% Aber wir haben Wir bekommen 0 Also wir bekommen 0.10 Wachstum Ne 23.50 Aber eigentlich müsste es doch dann rein theoretisch 23. Ähm Jetzt bin ich gerade lost Ne Es ist 0.083 Also müsste es ja dann eigentlich 23.58 sein Und dann 23.64 Ne Rein theoretisch So verstehe ich das Aber es passiert in In 0.1er Schritten Sehr interessant Aber gut Ich habe das auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen Dass man sich da nicht so viel Gedanken machen sollte Bei den Prozentberechnungen Weil da vieles nicht wirklich ersichtlich ist Das sind immer die schlimmsten Organisierter Widerstand Ist die größte Katastrophe Spionage haben wir nichts Da schmeißen wir den Bundesnachrichtendienst rein Grüße gehen raus An denjenigen vom BND Der mich immer beobachtet Ist bestimmt ein schöner Job oder Die Krabbe dabei zu beobachten Wie sie Haselfein 4 spielt Und Deutschland immer wieder zu Ruhm und Ehre führt Ich glaube es gibt Schlimmeres Ach Kaliningrad Das würde ich mir auf alle Fälle gerne nochmal langfristig wiederholen Aber erstmal müssen wir natürlich ein bisschen gucken Dass wir unser Land wieder stabilisieren Es gab den ein oder anderen Schlagabtausch Meinungsverschiedenheit Mit Ein paar Nationen In unserem Umfeld Haben aber gut aufgeräumt Die letzten Völkchen Und die Irish Unter Alexander de Valera Hat England Den Krieg erklärt Mutig Achso England gibt es ja gar nicht mehr Oder Wenn die Provinz haben ist das Ding durch oder Ich will mich aber nicht darauf verlassen So die Briten Die haben immer irgendwo noch irgendwelche Gebiete versteckt Sorry Wir brauchen jetzt erstmal die Partisanen Ich würde nämlich gerne erstmal dafür sorgen Dass wir Weniger Rebellis in unserem Land haben Und jetzt Ja England wurde annektiert Papa Neuguinea wurde annektiert Independent Größte Lüge Krass Irland hat einfach den Unterpähigkeitskrieg gewonnen Oder was auch immer Natürlich hat man Handelsbeziehung mit China Klar Freilich Wir betrügen ja Unsere Armee wechselt und gedeiht auch auf der anderen Seite Das Problem ist nur Wir alle wissen wer der Endboss ist Und der Endboss Alter Ich hab das wieder voll vergessen Ich hab das wieder voll vergessen Dass die verbündet sind alle miteinander Liebt der noch? Leonel Brizola Ich muss jetzt mal ganz kurz Leonel Brizola Ist am 21. Juni 2004 in Rio de Janeiro gestorben War ein linksgerichteter brasilianischer Politiker Das ist einfach das Bild Der wird das Bild aus dem Internet geklaut Hier oben rechts wäre so ein Bild Irgendwie von einer Partei oder irgend sowas Cool Ne also den gab's wirklich Der lebt aber nicht mehr Ähm Ja Jedenfalls Hat er sein Land hart in die Scheiße geritten Mehr sage ich dazu jetzt nicht Wir bräuchten ja übrigens auch glaube ich mal ein bisschen Werften Ne Haben die Schiffe Ich schätze so circa Schwierig Ich müsste halt wissen was die für Truppen haben Aber ich schätze mal Circa Du sagst die haben 300.000 Da nimmst du das 5 Ich schätze mal so 1,5 bis 2 Mille haben die Und dann kommt die mit unseren 215.000 Mann Ja Das sind Anarchisten Gut Scheinbar nicht ganz Aber es sind auf alle Fälle Haben die eine schwarz-rote Flagge Und das ist an sich nie was Gutes Schwarz-rot bedeutet tot oder so Ich weiß es nicht Ich würde jetzt vielleicht einfach mal ganz dreist gucken Wo wir vielleicht mal Besuchen können Wirklich nur zu Besuch Freundschaftsbesuch Einfach mal Hallo sagen Tasse Tee trinken Nebenbei das Land besetzen Weiß ich nicht Ganz friedlich Alles chillig Ich finde es wichtig auch ein Respektvolles und ehrenhaftes Miteinander auch zu führen Und Das ist für mich eine Ganz wichtige Sache Wir müssen übrigens auch irgendwie gucken Verdammt Ich weiß nicht Leute Wir müssen irgendwie gucken Dass wir auch unsere Wirtschaft höher kriegen Könnten da nochmal runter gehen Wir müssen mal 2% Konsumgüterfabriken verlieren Aber es gibt uns halt auch wirkliche Stabilität Das ist halt auch super nice Was gibt es hier noch Zivilrechte Frei Es kostet mich alles Konsumgüterfabriken Das ist ja genau das was ich nicht Oh leck alter Euer ernst Die Mod macht das an sich echt gut Muss ich wirklich sagen An sich macht es echt gut Das ist nochmal eine gute Also wir machen das trotzdem nochmal Immer hier oder Ich kann raus Die brauche ich nicht Da stelle ich lieber jemanden ein Der uns irgendwas Wirklich Sinnvolles bringt Wir wissen Dass wir politisch nichts ändern können Deswegen nutzen wir irgendwelche Die uns Boni bringen Die wir brauchen Unabhängig von ihrer Ideologie Oder die Richtung Die sie uns drücken Ich denke Ihr könnt mir da alle folgen Folgen? Hat er gesagt Wir sollen ihm folgen? Erstmal melden Hey Gibt es echt keine gescheiten Leute hier? Was soll denn das? Na toll Okay Es gibt wirklich keine gescheiten Das können wir nicht ändern Das wäre noch das Beste Das wird uns so viel Boni bringen Aber dafür bräuchten wir ein besseres Wachstum Beste Chance wäre die Steuern zu senken Aber wir machen das jetzt einfach Wir brauchen einfach eine bessere Wirtschaft Denn das Ding ist Wir verlieren wir verlieren jetzt hier 5% Konsumgüterfabriken Aber die bekomme ich Da wieder Wenn wir hier quasi Auf 30 über 30 sind Auf der anderen Seite Wir brauchen jetzt nur noch mit 65 Wir brauchen jetzt nur noch mit 30, 60 75 Fabriken 65 wenn abgestellt Das ist halt blöd So Widerstandstechnisch Ja okay Wir haben echt überall noch Aufstände Schicken jetzt erstmal ein paar Orte Mal ein bisschen den Widerstand ausmerzen Weil dieser Resistance Spread Ah das ist das Problem Ne pass auf Dann gehst du mal bitte Dahin Da haben wir nicht ein bisschen mehr Probleme Und dann machen wir hier die nächste Stufe Anti Partisan Dann kommt der auf 150% Garrison Penetration Chance 7,17 Millionen Menschen leben da Das ist eine beeindruckende Anzahl Von Niederländern Aber jedes Jeden Tag Sinkt das Ganze um 0.1 Das heißt in 10 Tagen Fällt das Ganze um 1 In 100 Tagen um 10 Und in 1000 Tagen rein theoretisch um 100 So zumindest Meine kleine einfache Kopfrechnung So was jetzt aber gut ist German Quality Und jetzt machen wir Armsexport Was einfach nochmal hier Minus 3% Konsumgüterverbrinken bringt Weil ich das jetzt richtig sehen kann Das ist wahrscheinlich auch die beste Chance Dass wir über Fokuspunkte irgendwo nochmal ein bisschen Ne das nicht Das ist nicht so das Richtige für mich Das gefällt mir nicht Ganz kurz Was haben wir jetzt aktuell Low with Mega Texas Ist das hier so ein Ding? Ne Low with Mega Texas Achso Low Texas Mit Das ist Ich muss überlegen Ich muss überlegen Ich muss gucken Ob das funktioniert Wir werden sehen Verlaub mal eine Gebäude zu sabotieren Jetzt hier, Alter 42 Das Problem ist halt Je höher Desto mehr sinkt das Ganze Und später hast du halt Nur noch ein Wachstum Von eigentlich gar nichts mehr Aber es steigt immer noch Um 0.1 Es steigt immer noch Um 0.1 Also Ist mir recht Wirklich, ich sag da nichts dagegen Ist ja völlig in Ordnung Aber interessant ist trotzdem So, wie gesagt Das Simulate the Economy Ist eigentlich auch immer sehr nice Stabilität hat mir ein passives Wachstum Das heißt hier können wir eigentlich auch Dieses zusätzliche Wachstum Gerne mitnehmen Rein theoretisch können wir beides machen Aber wir machen jetzt tatsächlich Erstmal gar nichts Ich habe jetzt erstmal andere Ziele Müssen wir gucken Ob wir vielleicht doch Trotz allem Das hier machen können Müssen wir mal gucken Wenn das funktioniert Alles was wir dafür brauchen Ist rein theoretisch Die Miga Texas Das Datum Ignorieren wir nämlich Tatsächlich eiskalt Aus einem ganz einfachen Grund Weil ich nicht persönlich sage Dass das Datum eigentlich Komplett irrelevant ist In diesem Projekt So dreist bin ich Das heißt wir würden dann quasi Eine politische Entscheidung treffen Ob wir das wollen Und als sehr fortschrittliches Land Was wir hier natürlich sind Würden wir dann halt einfach Diese völlig unnötige Regel Mit 2028 Einfach kippen Ich verstehe eh nicht Warum das nicht Also ich muss Wirklich muss man ganz Ich verstehe nicht genau Warum das limitiert ist Auf 2028 Also Warum Warum geht das nur bis 2028 Also was ist danach So wisst ihr was ich meine Da muss ja irgendwas sein Also es macht halt keinen Sinn Es ist halt Relativ gut natürlich Aber Sinn macht es nicht so wirklich Finde ich Aber manchmal Die Sachen müssen halt auch Keinen Sinn machen Manchmal So wie jetzt In so einer Sache Würde ich dann halt einfach Mich hier über das Spiel hinwegsetzen Mit seinen Regeln Und würde einfach Mein eigenes Ding durchziehen Sag ich euch ganz ehrlich Jetzt noch mal ein paar Leute mit Die uns eventuell Politische Macht bringen Vielleicht noch mal Einer mit 10% Oder gibt es nur 5% Ah 15% Digga der ist übelst stark Boah 15% extra Da fallen mir fast die Augen Aus der Brille Straffer Shit Guck mal fast auf Zwei Zuwachs pro Tag Sehr geil Dann kommen die Miga Texas Da brauchen wir natürlich Noch ein paar Forschung Also wir halten uns schon Ganz normal an alle Vorschriften Sachen die wir erforschen müssen Und anderes Nur das Datum Das Datum würde ich Gegebenenfalls versuchen Zu ignorieren Ich müsste quasi Ein bisschen betrügen Das ist eigentlich in Ordnung Hier die Pension Die Rentenreform Embrace the Euro Muss ich den machen Theoretisch schon Die Migrantenreform Gut ist es Oh das ist auch Nice an sich Diese Reformen Sind halt auch ein Witz Weil eigentlich kann ich es auch Wieder rückgängig machen Jeder Zeit Indem ich dann hergehe Und Haben echt die Miga Texas Durchgedrückt Das ist so Interesting Leute Das ist so Interesting Mal gucken Wie gesagt Ich Ansonsten Ich switch das Datum Einfach Ich mach richtig Low Move Ich switch das Datum Richtig low Und Dann Ich switch das Datum Wieder zurück Wenn das funktioniert Keine Ahnung Ob es funktioniert Vielleicht funktioniert es auch nicht Wir werden sehen Denke ich Macht da was ihr wollt Also wie gesagt Die können die Politik Eh nicht ändern Genauso wenig wie ich Aber jetzt habe ich Natürlich noch mehr Verbrücken Die wir abstimmen müssen Wir bauen jetzt quasi Effizient gar nichts mehr Unsere Wirtschaft Liegt quasi in Trümmern Aber auf alle Fälle Ein paar Werften Natürlich Schon angekündigt So Widerstand ist fast überall weg Sehr schön Haben wir jetzt noch Ein einziges Widerstandsnest Das ist dort Aber da kümmert sich Eigentlich der Onkel Agent schon drum Und dann haben wir Eigentlich keinerlei Probleme mehr mit Aufständischen Und wir machen hier Natürlich komplett Jetzt wirtschaftlich Weiter logischerweise Haben nochmal 4% Forschungsboni Jetzt durch die Atomforschung Hat hier So ich die Chips Schon komplett Durchgeforscht Ja ne Hat ich schon alles Drinnen So Die haben leider Den nächsten Krieg Gewonnen Boah Das ist eine Katastrophe Mit den Also ich denke Es ist relativ Klar ersichtlich Wer der Endboss wird Ne Das ist zu weit Noch weg Okay Was brauchen wir Noch dafür Modern Machinery Neuen Modern Machinery Neuen Hä 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 What? Ihr seht das auch, ne? Das ist eine 20-23-Forschung. Oh, ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist das Einzige, was für mich jetzt Sinn machen würde. Das steht mir vor, 1. Januar 2028. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das sollte heißen, after 1. Januar 2028. Dass man es quasi nicht zu früh bekommt. Dass man zum Beispiel sagt, man rusht jetzt irgendwie Vorschung in dem Bereich mit Boni und hat halt dann doch brutale Vorurteile gegenüber den anderen. Ich glaube, das ist ein Fehler in der Mod. Und bei so großen Mods ist es auch völlig normal. Das kann durchaus vorkommen. Dass da einfach mal ein Wort falsch gesetzt wird oder Bedeutung falsch gesetzt wird. Eine Zahl falsch gesetzt wird. Irgendwo hast du eine Zeile verrutscht. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Das ist völlig normal. Das kann passieren. Ich glaube, das ist genau das, was hier passiert ist. Und das wäre mir nie aufgefallen. Also gucken, Industrial Printing und Ubiquitous Parts. Obwohl das sein soll. Was ist denn das? Printing und irgendwas mit Parts. Was ist denn das? Ist das irgendwelche Sachen erforschen? Ich weiß gar nicht, was wir von mir wollen. Ah, okay. Eins von dem. Ja, also hundertprozentig. Das ist ein Tippfehler. Das heißt, ich kann tatsächlich völlig legitim im Guten hergehen und das dann trotzdem machen. Weil das nämlich so sein soll. Also ich muss mich gar nicht dafür schämen. Das ist einfach ein Fehler in der Mod aktuell. Da habe ich einen Modfehler gefunden. Da geht es mir gleich besser. Ich fühle mich irgendwie krass jetzt. So, ich bin was Besseres. Ich habe einen Fehler in der Mod gefunden. Oder so. Das ist nur Spaß. Ich werde das gleich mal weiter reichen. Iran hat dem Irak die Ältige, wir wollen die noch untereinander den Krieg erklären. Also das ist doch unfair, Alter. Das ist doch verboten. Da steht doch bestimmt irgendwo geschrieben, dass es nicht erlaubt ist, auf Tote einzukloppen. Und um Himmels Willen, die sind ja wirklich maximal weg schon in der Zwischenzeit. Aber gut, macht weiter. Wenn ihr meint. Islamische Republik von Suriname wurde komplett erobert. Das Ding ist, ich muss tatsächlich das machen. Loose Regulations werden getauscht mit strikten Regulierungen. Mehr politischen... Weniger politische Machtkosten, weniger Bevölkerung. Machen wir das jetzt einfach mal, oder? Machen wir das? Was gibt es in den Hunden dann? Aber geht das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Das sage ich ganz ehrlich, weil wir haben die falsche Politik. Ich bin mir nicht sicher. Was gibt es denn sonst noch? Militärreformen könnten wir natürlich auch nochmal machen nebenbei. Okay, das ist hier unten. Der europäische Traum, der geht aber nicht. Mehr gibt es hier gar nicht mehr, oder was? Haben die mir das Ding komplett tops genommen, jetzt nur mit meinem HRR, oder was? Toll. Gut. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal, wie es ist. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin. Ach, die sind immer noch im Krieg miteinander, oder was? Auch schon seit 100 Jahren. Denn nie enden wollen die Kriege hier, oder was? So, jetzt können wir es ja trotzdem machen. Jetzt ist es ja wurscht. Ein monatliches Wachstum ist auch die größte Lüge. Die größte Lüge, die ich überhaupt gesehen habe, weil das ist natürlich deutlich weniger als ein Wachstum. Ich glaube, das ist ein Wachstum im Jahr, und das steht im Monat, oder so. Ah, drei. Also 0.75 im Monat? Da wüssten wir dann im Februar bei 3.75 sein. Wir werden mal gucken. Wir werden gucken, ob es mich verarschend, ob das wirklich stimmt. Während wir jetzt nebenbei nach Polen gucken. Aber wir müssen halt immer damit rechnen, dass wir uns irgendwann ein Bündnis reinstecken. Aber aktuell, die sehen wir sehr befriedet aus. Widerstand gibt es. Noch ein klein bisschen Gehorsam ist aber schon deutlich höher. Wie schaut es generell aus mit Gehorsam? So Österreich oder so, die wir schon länger haben. Hier haben wir jetzt so 44%, was super ist. Hier haben wir schon 60%. Super. Und wie gesagt, sobald wir 90% haben, kommt hier irgendwo eine weiße Flagge. Und dann können wir diese Gebiete kernen. So war das zumindest früh. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber kurz gucken. Explain State Estimulation. 100% Compliance. Warum denn 100% Compliance? Ich glaube, es geht schon bei 90%. Ich glaube, es geht trotzdem schon früher. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Einmal da hin. Einmal da hin. Wichtig ist nur, dass jeder einen Auftrag hat. Dann können wir nochmal zwei da hin. Und zwei da hin packen. Gucken wir mal, ob das reicht für die pfollnische Armee. Wir haben jetzt 250.000 Mann. Von denen wissen wir es nicht. Boah, das Problem ist halt, ich weiß halt nicht. Soll ich speichern? Ne, ich kann. Ist ja Iron Man. Wir können ja gar nicht speichern. Wir werden jetzt mal ganz kurz, ob sich jemand einmischt. Sieht nicht so aus. Gut. Angreifen tun sie uns auch nicht. Das bedeutet, wir sollten stärker sein. Ja, es ist aber nicht. Ah, okay. Wirtschaftlich ist ja doch ein krasser Unterschied. Wirtschaftlich ist es ein krasser Unterschied. Trotz allem kommen wir jetzt erstmal nicht so deutlich durch. Okay, es ist wirklich, okay, es ist wirklich ein Monat. Das einzige Problem ist, die Zeit vergeht so langsam. Es kommt mir einfach so vor, als ob die Zeit nicht vergeht. Was drehen wir in der Isselmeer? Was für ein Ding? Die Niederlande sind klein, aber die Bevölkerung wächst. Das Randstaat ist bereits überfüllt genug. Wir gründen einen neuen Bezirk. Irgendwas mit demilitarisierten Zonen. Machen sie das? 300 Tage, okay. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Polen erweist sich doch schon etwas zäher, aber wir gucken. Ich bin trotz allem bester Dinge, dass wir Polen wieder ins Heilige Römische Reich holen können. Wollte gerade sagen, selber liegt ein Kottbus in Polen, Alter. Würde wahrscheinlich auch nicht auffallen. Spaß, was Leute. Ich bin auch unbedingt dafür, dass wir unten mal ein bisschen aufräumen, weil diese ganzen kleinen Staaten, ach, kannst du dir nicht angucken, ey. Schrecklich. Schrecklichst. Hast die Polen keine Hilfe bekommen? Ah, das gefällt mir nicht. Ich weine gut auf rein theoretisch, also für die Verluste, also. Dürfen nicht vergessen, wir haben deutlich stärkere Wirtschaft, also selbst wenn wir jetzt hier das Dreifache verloren haben, haben wir jetzt auch fünffache eine Wirtschaft oder so, also. Brrrr. Ah. Hey. Nicht machen diese. Bitte nicht machen. Oh, was ist das denn los, Alter? Was ist denn hier los? Schwerpunkt. Auf gut Deutsch gesagt, wir knüppeln mit dem Hammer so lange auf eine Stelle, bis er kaputt geht. Deutsch lernen mit der Krabbe. Englisch lernen mit der Krabbe. Englisch auf Deutsch lernen mit der Krabbe. Irgendwas mit der Krabbe. Fahren Sie mal die Fahrzeuge hier an die Front, bitte. Das Einzige, was jetzt nur kurz macht, die Farbe ändern, weil ich finde dieses Orange so hässlich. Was macht man denn heute? So ein Giftgrün. Geil. Oh, ich liebe Giftgrün. Wie habe ich das gemacht? Giftgrün. Nee, das ist kein Giftgrün. Betrug. Das ist Giftgrün. Ich finde Giftgrün so geil. Ich finde Autos so geil. Ich würde mir niemals ein Auto, was Giftgrün ist, machen, aber ich finde Giftgrün und ein Auto so geil. Eigentlich eine Gefährdung für den Straßenverkehr, weil sie so auffällig sind, aber ist trotzdem geil. Vielleicht unterlassen wir das hier? Hallo? Hallo? Entschuldigung? Ich muss hier kurz Entlastungsangriffe starten, weil die mich hier gerade Tops nehmen. Okay. Dass die Polen auch immer Probleme machen müssen, das ist so schlimm echt. Ich feiere das überhaupt nicht. Self-propelled Air. Also selbst angetriebene Luft. Eins-zu-eins-Übersetzung, was kann ich denn dafür? Wir müssen, weil ich glaube, Katowice zu erobern würde gar nichts bringen, da gibt es keinen Hub. Wo ist ein Hub? Krakau ist ein Hub. Krakau ist ein Hub. Wrocla ist ein Hub. Oder Wrocla, was auch immer. Keine Ahnung, ich kann kein Polnisch. Krakau. Da hast du aber theoretisch auch keine Bahnverbindung hin. Funktioniert ja ganz toll. Haben wir auch Luftunterstützung? Oder haben die scheiß Flugzeuge sich irgendwo in die Rente verabschiedet? Also wenn sie keinen Bock haben, dann bleiben sie einfach weg halt. Ich brauche ich nicht. Oh geil. Ja man, 53 Orga. Ich kann das nicht. Wie haben wir jetzt Krakau erobert? Also es wird wahrscheinlich gleich wieder fallen, aber trotzdem, wie habe ich es denn erobert bekommen? Das wäre erstmal die interessanteste Frage. Ah, sehr gut. Bahnverbindung bauen wir jetzt dahin. Ohne Bahnverbindung kriegen wir natürlich auch keinen Support, aber Bahnverbindung steht. Ah, steht noch nicht. Bauen sie schneller, bauen sie schneller. Ich muss in den Keller. Ah, dann können wir nochmal richtig schaufeln gehen, hätte ich gesagt. jetzt hat. Da ist fertig. Und sofort Entspannung. Front ist gesägt und Angriff. Große Offensive auf polnisches Territorium, meine Freunde. Autos sind deutlich für aufwärtiger Seite. Gut. So leben wir das. Einfach erstmal da hinten ein bisschen lang. Sightseeing im polnischen Backoffice. Ein bisschen hinten chillen. Ein oder andere kennt sich vielleicht sogar noch aus von früher. je nachdem. Wobei wahrscheinlich eher nicht 20, 30. Da weiß ich ja nicht, ob die von früher sich noch auskennen. Was ich noch überlege, was noch sein könnte, ist, dass es ein Übersetzungsfehler ist, aber ich glaube nicht. Ob das einfach falsch angezeigt wird, dass es eigentlich richtig ist. Quasi erst, dass es... Nee, nee, kann ja gar nicht sein. Nee, passt schon. Ignoriert mich einfach. Komplett falsche Gedanke gehabt gerade. Toll. Krise in der... Natürlich, natürlich hast du Krise. Du hast immer Krise in der Sekunde, wo du irgendwas mit zu viel politischer Macht hast. Ach, gib mir das auf den Sack. Ja, ist halt so. Meine Güte. Sollen sie sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Wenn sie meinen, dass es sie glücklich macht, dann kann ich auch nichts dran ändern. Lass mir wenigstens noch ein paar Zähne zum Einschlagen übrig. Garantie Independence. Ja, unter meiner Herrschaft. Sympathischer Mann auf alle Fälle. Fresche Frisur hat er. Der schaut ein bisschen so aus, als ob er eine 90er anstecken geblieben wäre mit der Frisur. Aber gut, das ist auch ein 2000er-Bild. Das ist einfach mal jetzt nicht so böse. Also an sich theoretisch eine absolut passende, feine Frisur. Und ich schaue ja selber aus wie so ein blöder Gockele. Also von daher brauche ich ja gar nicht über andere reden. Kampfgruppe. Alle Infanterie motorisierte und mechanisierte. 0,2 Recovery Rate und 10 Orga. Geil. Also, falsches Ding angeguckt. Noch geiler. 60 Orga. Wir können jetzt so lange drücken, bis nichts mehr zum Drücken da ist. Das ist genau das, was ich liebe. So, wirtschafts- parlamentarische Krise ist vorbei. Und Polen ist auch vorbei. Auch klar, natürlich kann ich mir nicht alles nehmen wegen ein, zwei Provinzen. Das ist immer unnötig. It's German Territory now. Oh, das schaut geil aus, alle Leute, oder? Ich meine, wir werden natürlich nicht aufhören, bevor wir den Endboss nicht besiegt haben. Und der Endboss heißt theoretisch Russland und China. Ja, wir können, wir machen das jetzt einfach. Mich interessiert einfach, ob wir da unten weitermachen können mit Politik, irgendwas. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Das ist auch nicht. Das ist mir auch scheißegal. Das ist an sich sehr juicy. Vor allem, weil es auch Warsupport bringen würde. Ist aber auch teuer. Wieso Minus? Hier, wenn dann Plus. Wird das Beste eigentlich. Das gibt ein bisschen weniger Abzug für politische Macht, ansonsten nur Vorteile an sich. Und tatsächlich, wir sind schon bei 6. Wir brauchen 30. Wenn 30 haben, wird das Leben besser. Außer im menschlichen Alter, ab 30 geht das Leben bergab. Spaß beiseite. Also Spaß. Ich bin auch schon 30. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Ah, mein Rücken. Verdammt. Ich fühle mich alt. War vorhersehbar nur. Ich weiß. 32 Öl. Hm. Wir formen mal ein Department. was auch immer dieses Department macht. Für Spionage-Meister brauchen wir noch rein theoretisch ein eigenes Bündnis. Das können wir natürlich später auch gründen. das ist möglich. Special Forces wollen wir keine. Umgang könnte man sicherlich noch integrieren. Aber wir haben doch die KI-Aggressivität doch auf Maximum gestellt, oder? Weil irgendwie sind trotzdem relativ wenig Kriege am Bienen. Ich glaube, ich werde nach der Folge werde ich die KI-Kriege-Mod mit rein schmallern, dass wir einfach noch mal ein bisschen Action haben jetzt für Mitte des Projekts. Letztens hat der wieder meiner rumgeholt, weil irgendeine Folge irgendwo mal ein bisschen langweiliger war, weil nicht so viel passiert ist. Mir auch gedacht, die Geist kann ja nicht über jede Folge alles passieren. Das sind am Ende des Tages einfach ganz normale Let's Plays, sage ich mal. Und da ist es halt auch einfach so, dass halt einfach auch mal nichts passieren kann. Da kann einfach mal nichts sein. Und wenn man dann erwartet, dass mal aller was weiß ich, irgendein 5 Minuten geschnittenes Video sich anschaut von irgendwelchen Leuten, die 6 Stunden streamen und dann diesen 6 Stunden streamen 5 Minuten runterschneiden, dann müsst ihr die Leute anschauen. Aber in so einem Format wie dem hier wird es immer mal irgendwo bei irgendeinem Spiel eine Folge geben, die halt nicht ganz so gepackt ist. Dann brauchen wir aber auch tatsächlich nicht schreiben, dass es eine langweilige Folge ist, weil das ist immer ein persönliches Empfinden, was anderen Zuschauern nichts hilft und mir auch nicht. Kannst du schreiben, wenn du dir einen Video anschaust von jemandem, der 10 Stunden für ein Video aufnimmt, das auf 5 Minuten runterschneidet und das Video ist scheiße, dann kannst du schreiben, ist scheiße. Aber die Videos hier erfüllen ihren Zweck und die sind so, wie sie sein sollen. Wenn du das langweilig findest, dann ist es halt einfach so. Aber da lügt mich das tatsächlich auch gar nicht. Ich sage aber auch nichts gegen nützliche Kritik, wenn jetzt einer sagt, du machst das und das in dem Video und das gefällt mir halt nicht so. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich finde die Facecam nicht so cool. Das ist jetzt ein Experiment, diese Folge, dieses Projekt überwieder. Wir gucken einfach, wie es läuft. Wenn jetzt einer schreibt, ich persönlich finde das mit der Facecam nicht so toll, ich würde mir das ohne wünschen, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist wiederum Feedback, mit dem kann man dann eher was anfangen, weil es halt auch vielleicht irgendwo nützlicher ist oder auch überhaupt was bringt und auch andere interessiert. So, andere interessiert das vielleicht, was du zu sagen hast zu meiner Facecam. Aber andere interessiert es wahrscheinlich eher weniger, wenn du sagst, die Folge ist langweilig. Das ist eher schon wieder so ein Punkt, wo da wahrscheinlich Fetzerei gibt in den Kommentaren. Jemand schreibt halt Schnauze und dann antwortet der wieder zurück und dann hast du wieder den dritten Weltkrieg in den Kommentaren. Dann musst du wieder Leute blockieren. Weil ich immer nur die Leute blockiere, die gegen mich sind grundsätzlich. Ich bin ja nicht blöd, ich bade mir nicht Leute weg, die fühlen mich so nicht. Ich habe eh kaum Leute, ne? Es gibt nichts Gescheites, das ist so traurig. Hm. Ich glaube, ich mache jetzt einfach das, weil es uns einfach 0.1 PP bringt, passiv. Einfach für nix. Sie machen das jetzt einfach mal nebenbei. Und Heckglockenkoch. Soft Attack, Reliability und dann können wir in anderen Sachen auch nochmal gleich weitermachen. Was haben wir noch? Luftwaffe. Artillerie schon wieder. Die gibt es noch. Digga. Da kommen die ganzen Skills her. Habe ich in den letzten 10 Stunden gespielt. Was ist das hier? Stufe 15. Trainieren die noch? Ne. Die trainieren. Bis Stufe 15 trainiert. Ne, bis Stufe 11 wird trainiert. Okay, was seid ihr vom Level? 19. Einen 60%igen Modifier in der Schlacht. Puh. Nehmen wir Breakthrough mit rein. Weniger Organisation. Äh, weniger Nahrungsverbrauch. Treibstoffverbrauch. Also alles eigentlich. Die nutzen einfach belgische Waffen. Hä, Digga, was ist das für eine Division, Alter? Warum benutzen die nicht unsere deutsche Ausrüstung? So, Multikulti. Panzerdivision aus allen Ländern. Aber ist ja in Ordnung. Solange es funktioniert, beschwere ich mich ja gar nicht. Schaut es euch ja mit ihren zwei Ohren. Da freuen sie sich. Hoffe ich. So, Herr Spion. Märzen sie aus. Und zwar dort. Machen sie ihren Job gut, dann lasse ich sie auch am Leben. Genau, und je höher der gehorsam ist, desto mehr sinkt natürlich dann auch der Widerstand. auch so ein Mechanismus, der da ineinander greift. 63 Prozent, 63,3, 63,4. Ah. Alle zwei Tage macht es nur noch hier einen Tick. Aha. Puschen wir die Armee natürlich ein bisschen. Nebenbei weiter auch auf Marine gehen. Ihr wisst ja warum. Wir brauchen Schippchen. 94. Die Hälfte unserer gesamten Wirtschaft geht drauf tatsächlich um die Bevölkerung zufriedenzustellen. So, wir haben jetzt hier inzwischen 70 Prozent und nur noch ein Wachstum von 0,45. Wie gesagt, wir sind am Ende ganz, ganz, ganz langsam mit dem Fortschritt. Ich hoffe, dass wir in zwei, drei Jahren die Gebiete integrieren können. Gar nicht, so brauchen wir trotzdem fast nichts mehr, weil der Vorteil ist einfach, sobald das Gehorsam hier so hoch ist, können wir kurz hier reinglubschen. In Indien hat Pakistan gekleidet, ha? Sobald das, also, je höher der Gehorsam, umso weniger Truppen braucht man, auch natürlich zum anderen, um die Gebiete zu besetzen und desto mehr Vorteile hat man. Wo ist jetzt Österreich da? Da sind wir zum Beispiel schon hier ein Volontierprogramm, 20 Prozent mehr rekrutierbare Bevölkerung in Österreich und ein neues Regime gibt uns dann eben die Möglichkeit, eine Kollaborationsregierung zu machen. Was wir natürlich nicht wollen, wir wollen die später integrieren in unser Land. Aber die Bilder sind hübsch, finde ich. Die es hier überall gibt in dieser wunderschönen Mod. Ja gut, Indien, ich wünsche euch viel Glück. Wir beenden die Diskriminierung, ist auch eine sehr gute Sache. Also keine Sch... Indien hat auch Truppen ohne Ende, meine Güte. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie eine Chance haben. Was eigentlich mit Nepal und so passiert? Nepal und Tibet und so, keine Ahnung, was ist mit denen allen passiert? Frag für einen Freund. Der Freund würde gerne wissen, was da passiert ist. Dass da nichts mehr existiert. So, geht ihr mal dorthin. Das dürfte eigentlich eines unserer einfacheren Ziele sein. Vietnam wurde erobert. Ich, der gar nicht mitbekommen hat, dass sie im Krieg mit Vietnam waren. Und wenn wir wen haben die besiegt? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Laos war es da, oder? Laos, gibst du noch? Vietnam. Vietnam. In Vietnam war es. Der lacht. Du hast den Krieg gegen China verloren, du lachst. Da würde ich nicht mehr lachen an deiner Stelle. Da wäre ich wahrscheinlich schon kopflos im Graben. Naja. Angriff. Wie erwartet. Einfache Nummer. Hallo. Wie wäre es mit Friedensverhandlungen? Im Namen des Friedens. Produktionseffizienz Basis. Fussend. Auch sehr lecker. Ich hätte voll Bock, Frankreich zu unterwerfen. Ich weiß nicht, ob wir dafür stark genug sind. Ne. Ne. Die Franzosen würden uns halt... Alter. Warum ist denn Frankreich so stark? Was bringt uns das? Gut, Konstruktionsgeschwindigkeit. Faktor. Okay. Ich glaube, wir könnten damit leben. Ich glaube, wir könnten damit leben. Wir müssen wahrscheinlich auch irgendwo damit leben. Was? Frankreich hat die EU verlassen? Die machen Sachen. Wie lange lebt denn eigentlich dieser Fischer? Ist er lebt da bis zum Ende des Projekts oder wie ist das? Geht der irgendwann? Frag mir einen Freund. ob der jetzt unendlich reagiert er regiert oder nicht. So. Wir stimulieren mal wieder die Wirt. Wobei ich hätte gerne... Wir machen das hier. Mischte Stabilität ist eh super. 10.5 Wir wegen uns auf unser eigentliches Ziel zu. Langsam aber sicher. die 30. Damit wir 5% 5% verlieren. Das Ding ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe mit der Wirtschaft, je höher das ist, desto mehr Verfall hast du quasi. Das heißt, wenn wir bei 50 sind oder so haben wir vielleicht nur noch 0.25 Wachstum oder sowas. Das andere ist noch da. Das andere läuft noch, ja. Dadurch, dass wir jetzt über 10 sind, haben wir schon 0.25 verloren. Also das ist nicht einfach, dass du eine starke Wirtschaft hast, was ich auch gut finde, das wäre ja relativ sinnbefreit. Wenn du super easy da so eine super starke Wirtschaft die anzüchten könntest. Ja, wir haben auch schifftechnisch gar nichts. Wir bauen jetzt Schiffe irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist doch ein Witz. Oh, verdammt. Okay, den kann man zumindest noch mal kurz einen zusammenschustern, auch nicht. Wir haben wirklich gar nichts erforscht. Das ist eine Katastrophe. Wir fixen jetzt erst nur die Bundeswehr. Das hätte man auch viel früher mal machen können. Und das andere, was wir jetzt machen werden, ist Death Bridge Defense für 5% extra rekrutierbare Bevölkerung, oder? Boah, das ist aber auch nice. Breakthrough für Panzer und so. Aber wir nehmen die Bevölkerung mit. Wir haben viele starke und große Feinde, die auf uns warten. Hier könnte man die ideologische Loyalität nehmen, machen wir aber nicht. Wir nehmen noch mal das mit dem politischen Machtswachs, glaube ich. Bei Daily Command Power Gain ist auch nice, natürlich rein theoretisch in Kämpfen. Schwierig. Das ist wieder die Frage, was machst du? Oh, warte mal. Ach so. Dann nehmen wir doch den. Der gibt uns Machtzuwachs politischen und mehr Armee zuwachs. Das gibt es hier hinten noch Manöver Warfare nehmen wir da hinten, dass wir unsere Feinde schön schnell überfahren könnten mit unseren Karren. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, das war echt der eigentliche Sinn meiner ganzen Aktion. Ich wollte euch ein bisschen trainieren lassen. Das gibt uns nämlich vergleichsweise immer relativ viel Experience und wenn wir dann die 15 haben oder so, dann können wir zumindest mal Destroyer mit passendem Format freischalten und dann auch bauen und dann müssen wir natürlich trotzdem nochmal gucken, dass wir nachher auch ein bisschen in die Forschung da investieren. So, wie gesagt, hier können wir jetzt nichts mehr machen. Da sind wir soweit durch. Könnte jetzt auch hier nochmal Reformen reinballern, aber der Rest hier ist leider nicht möglich, was ich ein bisschen schade finde. Ich überlege, ob er das vielleicht irgendwie erzwingt. Wenn ich es auch nicht wüsste, wie das geht, dann muss ich ein Savegame schauen. Aber ich glaube, SPD, die Grünen. Das wäre noch okay. Das ist ja das, was wir eigentlich schon haben. Wir haben ja die Grünen und dann wären wir quasi bei der Agenda 2010. Ja, das juckt mich nicht. Genau, wir gehen dann quasi den Weg in der Mitte runter und dann können wir SPD, die Grüne sind die zwei Sachen und können dann runtergehen zwischen den Hartz-Reformen und dem Interventionalismus. Dann runter schützt die Arbeitslosen oder Hartz-IV. Oh, das ist wieder scheiße oder was? Interesting. Neues Bildungsprogramm. Oh. Ja, ich glaube, das würde schon, also zum einen ist es halt einfach ein Chunk-Spiel, der uns hier einfach fehlt, dadurch, dass wir das nicht machen können, weil wir halt einfach politisch gelockt sind durch diese Entscheidung am Anfang. Und wir haben ja die Grünen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die CDU, FDP mache oder SPD und PDS oder was es da sein soll. Wir machen ja SPD, die Grünen. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger noch okay. damit kann ich ja persönlich leben. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Spiel neu starten. Nach dieser Folge werde die AI Wars mit reinschieben, dass wir schön viel Action haben und werde dann gucken, dass wir das Ding hier freischalten. Gucken, wie das geht. Es ist leider nicht möglich, irgendwas hier zu ändern im Safe oder so. Also keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Und da wir ja im Iron Man sind, kann ich auch Konsole nicht nutzen. Deswegen an der Stelle habt ihr alle Glück gehabt. Ich werde den Fokus nicht ändern. Yeah. Aber gut. Dann halt nicht. Aber ich habe die KI-Kriege-Mod mit installiert. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, wir werden gleich totale, absolute Es-Eskalation haben. Normalerweise. Da freue ich mich schon sehr drauf. Muss ich schon sagen. So eigentlich. Also ich weiß nicht, vielleicht funktioniert die Motte jetzt auf einmal hier nicht mehr. Kann natürlich auch sein. Dann müssen wir mal abwarten. So. Combined Arms schmeißen wir mit rein. Dann. Was ist der Unterschied zwischen ihm und ihm? Der ist ein Niemand. Und der ist ein Experte. noch irgendwas? Nicht so wirklich. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ach ja, ich sage euch, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Es wäre vielleicht... Ja. Ist die Frage, fokussierst du dich jetzt mehr auf die Duftwaffe? Unsere Multi-Rolls, die immer noch aus dem Ersten Weltkrieg stammen, weil ich glaube, die letzten 70 Jahre keine mehr erforscht habe. Scheiß Kamera, du hättest oben bleiben sollen. Jetzt geht die Kamera mit. Jetzt wollte ich hier so einen dramatischen Abgang nach unten machen, die Kamera so. Nein. Scheiße, Alter. Bleib doch oben, du Stück, ey. Wir haben einfach Multi-Rolls. Die stammen wirklich original. Original aus dem Ersten Weltkrieg oder so. Mit denen haben sie damals die Zeppelinie runtergeholt mit den Teilen. Ich fliege mit den Dingern auch noch. Ich fliege mit den Dingern auch noch. 160 Tage. Jetzt lassen wir mal kurz gucken. Was ist denn der Unterschied jetzt eigentlich? Das sind Gen 2 Multi-Rolls. Achso, Carrier. Naval. Naval. Warum Naval eigentlich? Naval Attack. Warum? Warum Naval? Was bist du vom Beruf? Du bist doch ein Gen 4 Multi-Roll. Ein Gen 4 Multi-Roll. So, hä? Aber warum? Warum? Kann ich Gen 4 bauen, wenn ich sie noch gar nicht erforscht hab? Wisst ihr, was ich mein? Was ich auch nicht verstehe? Dass mir die ganzen Stats nicht angezeigt werden, die interessant wären. Air Defense, Air Superiority. Super. Das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir nichts. Diese Stats, die hier stehen. Die sind so relevant wie Zahnwasser. Gut, das sind Bomber. Das sind Armaments. Air Attack, Ground Attack. Wie funktioniert das System? Gen 4 Multi-Roll. Air Defense, Air Attack, Ground Attack 12. Wenn ich jetzt... Wir müssen das mal beobachten. Wir werden nachher mal ein bisschen auf Luftwaffenforschung gehen. Ah, jetzt geht's los. Die KI-Kriege schlagen zu. Dänemark im Krieg mit Schweden. Wir haben die Bundeswehr gefixt. Yes. So einfach war das. Hm. Ja. Das ist, wie gesagt, an sich bringt mir das halt überhaupt nichts. Aber wir machen es jetzt trotzdem einfach mal. Wir machen es einfach mal, damit wir es gemacht haben. Und gibt es hier kontinuierliche Fokuspunkte? Ja. Aber... Dies sind tatsächlich... Trash. Okay. Das ist sehr mutig von... Was auch immer. Der... Kyrgyz Republic. Kyrgyz. Tarn. Haben die überhaupt eine Front? Ja. Groß ist sie nicht. Sind sie sogar expandiert, Alter. Jetzt hören wir mal auf. Japan hat Russland den Krieger gewehrt? Gott. Wissen Sie, was das Problem ist? Ich sag's euch. Ich sag euch das auch ganz ehrlich. Wirklich. Ich sag euch das auch ganz ehrlich. Das Problem ist... Dadurch, dass ich die KI-Mod installiert habe, führt das jetzt halt auch dazu, dass es halt Kriege beigibt. Was ja performance-technisch wieder absolute Horror sein wird. Mal leise Japan. Ja, Japan ist auf alle Fälle fett am Krieg feiern. Indonesien ist der royalen Allianz von Japan beigetreten. Jetzt haben wir auch so richtig mit Allianzen und so. Wenn ich zum Beispiel hergehen würde und wir sagen, hey, lass mal ein bisschen Krawall machen mit Ungarn. Ukraine hat Rumänien den Krieger geklärt. Jetzt geht mal wieder was. Jetzt geht mal wieder was. Petro Simonenko. Den Namen kenn ich auch irgendwoher. Ja, überall jetzt. An allen Denken und Kanten. Diese AI-Wars-Mod, die ist so krass. Die feiern sich so hart direkt wieder ab. Rumänien. Da ist auf alle Fälle die Ukraine gerade hart am Einladen. einmarschieren, oder? Ja. Ebanon hat Israel den Krieg geklärt. Kuwait hat Irak den Krieg geklärt. Kuwait hat Irak den Krieg geklärt. Da bin ich jetzt gerade... Ja, wobei... Die können halt echt gewinnen. Klingt total lustig jetzt im ersten Moment. Der Irak hat ein bis zwei Divisionen. Äh, nee, was? Hä? Hä? Warte mal ganz kurz. Hä? New Republic of Iraq. Gibt es doch nur die einen? Die war noch im Krieg? Was ist da direkt wieder Peace gemacht, oder was? Iran hat dem Irak den Krieg geklärt. Ah, Irakische Republik. Das sieht man aber eher nach dem Aufstand auf, oder? So Rebellen hier mäßig. Ich schau mal ganz kurz zu Ungarn. Nee, Ungarn wird nicht garantiert. Wäre ja sehr ärgerlich. Was sagt unser Gehorsam? In der Schweiz auch schon so bei 60% bald. Österreich sind wir schon bei 77%. Sehr gute Entwicklung. Und dann machen wir hier die Pensionsreform, die Rentenreform. Und dadurch, dass wir einfach ein passives, wöchentliches Wachstum von 0.2 sogar haben, können wir an sich tun und lassen, was wir wollen. Das hat keinen zu interessieren. Was ich sehr freundlich finde. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier weiter auswirkt auf die allgemeine Ereignisse. Belarus hat Litauen, also Weißrussland gegen Litauen. Das ist relativ ein Low-Move, weil Litauen war gerade hart am Chillen gegen Estland. Schaut aus wie so ein berühmter Schauspieler. Naja. Der hat den Hut noch hoch hängen. Da wird sich auch nicht viel dran ändern, nachdem jetzt Weißrussland dann Litauen in den Rücken fällt. Dachte ich bis gerade eben. Litauen, also bei erstmal direkt am Expandieren. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber normalerweise, also so kannte ich das eigentlich, wenn man jemanden den Krieg erklärt, dann, naja, hat man auch Truppen. Ah, jetzt hat's. Jetzt gibt's Kämpfe. Venezuela hat kapituliert, echt, oder? Krass, Brasilien hat nach alter Zeit mal geschafft, Venezuela zu besiegen. Hätte ich ja nicht gedacht. Wow. Israel hat den Libanon integriert. Das ist richtig spannend, ne? Das ist immer schön, wenn du da in der Mitte von so einem Projekt noch irgendwas hast, wo du dann nochmal mit reinfädeln kannst. Das gefällt mir schon so ein bisschen. Und dann gibt's die KI-Kriege-Mod. Die macht immer das. Das ist immer ein Riesen-Highlight für mich. Ich weiß auch immer, so schön funktioniert auch alles. Und Israel ist jetzt im Krieg mit Syrien. Logischerweise. Rekai oder Rekai-Kutan. Chilt gerade der Türkei noch ein bisschen. Ah, wir haben übrigens drei. Oh. Sehr schön. Sechs Prozent haben wir jetzt dann. Warte mal ganz kurz. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee, hä? Ach so, ich hab die... Ah, ich hab das andere auch geändert gehabt. Na, stimmt. Wir haben ja hier auf vier Prozent geswitchert. I remember. The law of remembers. Was ist echt das da unten? Plus 20 Prozent? Was? Plus 20 Prozent? Nichts. Plus 20 Prozent leere oder was? Ach, diese scheiß Autos. Sam geht mir auch auf den Sack. Ich meine, klar, es ist... Es ist Iron Man. Da kann ich nichts dran ändern. Naja. Letzern hat echt kapituliert jetzt. Das ging jetzt doch relativ schnell. Und... Die Republik von Deton ist jetzt da als Untertan der Letten. Das kannst du auch keinem erzählen, weil die waren eigentlich schon vernichtet. Aber gut. Och, warum denn? Jetzt haben die ihr hässliches Bündnis da weiter ausgebaut. So, im Presse, der Euro. Ah, geht natürlich nicht mehr. Da sind ja kein Euro-Mitglied mehr. Klingt logisch. Im ersten Moment und im zweiten auch. Und im dritten tatsächlich immer noch. Schaufeln uns jetzt auf alle Fälle mal ein schöner Brandenburger Schnitzel-Convoy. Äh, Destroyer. So, Ukraine gegen Rumänien. Das Duell bleibt weiterhin sehr spannend. Und auch Syrien hat schon kapituliert. Israel, Digga, was ist mit ihm passiert? Israel auch sehr stark tatsächlich. Ja, mit ein paar Nationen ist auf alle Fälle nicht zu spaßen in dem Spiel. Indien, China, Israel, Russland. Mir immer. Egal, was ich spiele. Mit mir ist auch nicht zu spaßen. Indien führt einen aussichtslosen Kampf an allen Fronten. Den werden sie leider nicht gewinnen. Die Royal Alliance of Empires. Die Bündnisse sind leider relativ nutzlos. Japan ist halt einfach too... Ja, okay. Pfff, was? Indonesien, Alter. Indonesien auch einfach mit über 100 Division. Auch voll crazy. Die USA. Also, Pat Buchanan, Alter. Was ist denn das? Da muss ich mal googeln. Pat Buchanan. Amerikanischer Politiker. Ein konservativer US-amerikanischer Politiker-Journalist. Journalist und TV-Kommentator. Er ist ein Sohn irischer Einwanderer und hat sowohl deutsche als auch englische und iroschottische Vorfahren. Aha. Buchanan vertritt insbesondere in seinem Buch Churchill, Hitler und der unnötige Krieg die Ansicht, dass die beiden Weltkriege durch angelsächsische Politik fahrlässig herbei und unnötig geführt wurden und vornehmlich auf Betreiben Winston Churchills zu erheblichen Völkerrechtsverstößen und Kriegsverbrechen auch durch die Briten und die US-Amerikaner geführt haben. Im ersten Weltkrieg Hungar-Blockade auch über 1918 erinnert aus, im zweiten Weltkrieg Massenbombardments der Bezivilbevölkerung. Für die aktuelle US-Außenpolitik fordert er aus dieser historischen Betrachtung heraus mehr Zurückhaltung in kriegerischen Auseinandersetzungen. Er hielt den Irakkrieg für eine Dummheit von Ex-Präsident George W. Bush und sein Gegner der NATO-Aussehende nach Osten um militärische Beistandsverpflichtungen gegenüber Ländungen im unmittelbaren Einflussbereich Russlands. Sehr interessanter Mann. Sehr interessanter Mann. Sehr, sehr selten. Es ist sehr, sehr selten, dass man Leute aus der Politik sieht, die sich offen hinstellen und sagen, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg oder halt auch im Ersten Weltkrieg die Entenmächte, wie ich es jemand nenne, Kriegsverbrechen und Völkerkriegsverstöße begangen haben. Das ist sehr selten. Das wird nämlich gerne unter den Tisch gekehrt, diese Tatsache. Das war eine US-Politik, glaube ich, dass der noch lebt. Weil klar, er ist ein kleiner Hai, der wird niemals irgendwas erreichen, aber trotzdem. Er hat was erreicht. Er führt die USA an. Ich habe viel cringes Zeug gesehen, aber Kanada ist schon immer krass, weil Kanada ist immer so, da gibt es in Hoy 4 diesen einen faschistischen kanadischen Anführer, wo man einen Herzinfarkt bekommt. Und jetzt hast du hier diese Frau, Joan, Leute, ist mir jetzt wurscht, auch wenn es mir da irgendjemand schreibt, ist das langweilig. Juan Russo, kanadische Politikerin. Juan Russo ist kanadische Politikerin. Sie ist Anführerin der Grünen Partei von Kanada. Ansonsten gibt es nicht allzu viel Infos über sie, tatsächlich. Das ist ja so eine kleine Randnotiz der Geschichte. Aber auf dem, also heute schaut sie tatsächlich, nein. Die hat schon 2014, hat die ganz anders ausgeschaut, als hier auf dem Wild. Ja gut, 14 Jahre sind eine lange Zeit, ne. Na ja. Aber es sind halt schon immer alles die echten Kandidaten, ja. Die Zeit vergeht halt auch, ne. Die Zeit vergeht ohne Ende. Ungarn. Hast du denn so, hast gute Laune oder was? Das Schöne ist, diese Schmere, der schaut da fresh aus. Aber heute schaut er wahrscheinlich nie mehr so fresh aus. Das ist schon da 24 Jahre, nachdem das Bild aufgenommen wurde. Wer weiß, ob der heute... Es ist krass, also dieser Stand, auf dem diese Bilder basieren, ist aus dem Jahr 2000. Das sind einfach 24 Jahre jetzt bis heute. Die meisten nehmen da gar nicht mehr. Es ist ein Vierteljahrhundert fast. Hab ich denn im Jahr 2000 ausgeschaut? Wie alt war ich denn da? Digga, war ich sieben. Oder so. Also im Jahr 2000 war ich sieben, ja. Sechs oder sieben. Naja, schaut mich heute an, Alter. Altes Stück. Altes Stück Krabbe bin ich. Aber krass eigentlich. Wie die Zeit vergeht und was die Zeit mit einem macht. Und irgendwie, man kriegt das auch gar nicht mit. Die Zeit vergeht einfach. Und man denkt sich nur... Shit, wo ist die Zeit geblieben? 80 Prozent. Ja, aber das bringt uns immer noch nichts. Wir brauchen 90. Und jetzt dauert es halt richtig lange. Jetzt kommt das, wo du ewig warten musst, bis da was weitergeht. Und Rumänien hat es echt geschafft, doch ukrainische Linien zu brechen. Und Ungarn hat Kroatien den Krieg erklärt. Oh, dass es aber da ist. Und die Vereinigten Staaten sind im Krieg mit. Samoa. Samoa hat den USA den Krieg erklärt. Vor allem die Samoa. Hier irgendwo, oder? Wo ist Samoa? Nö. Tunga? Wo ist denn... Irgendwo hier müsste doch Samoa sein, oder? Ah, hier. Da, doch, doch. Das ist Samoa. Ah, wegen... Da waren aber dummerweise schon US-Truppen. Das Ding ist, dass wahrscheinlich die Schiffsbesatzung eines durchschnittlichen US-Kriegsschiffs stark genug sein sollte, die Samoanesen zu erhopfern. Mein tiefstes Beileid an der Stelle. War nicht die glückste Entscheidung. Das muss ja jeder selber wissen. Ist da noch mit irgendjemandem im Krieg? Nein, die Türkei hat alle Duelle ebenfalls gewonnen. Und der Iran ist mit der halben Welt im Krieg mit Azerbaijan. Die werden sich wahrscheinlich auch für sich entscheiden können. Somaliland hat Äthiopien den Krieg erklärt. Ah, das ist jetzt interessant. Weil Eritrea war... Ist schon seit Ewigkeiten im Krieg mit seinen Nachbarn. Und sind auch stärker, was die Truppenstärke angeht. Aber das Problem seiner Front ist halt an sich wirklich kein Durchkommen. Mal kurz gucken. Ist das nur ein kleiner Krieg? Äthiopien-Eritreanischer Krieg. Äthiopien hat 43.000, hier haben 101.000 Verluste. Aber Somaliland ist schwach. Das kann ja sogar sein, dass das nach... Also jetzt müssen wir mal gucken. Das wird spannend. Ich kann mir auf der einen Seite vorstellen, dass jetzt Äthiopien einfach Somaliland überrennt und durch die größere Front vielleicht sogar das Geschehen ein bisschen in ihre Richtung drücken kann. Ja, das wirkt mich nicht so wirklich, dass... Ja, Peru gegen Chile ist doch wieder ein größerer Krieg. Ah, Peru hat eh schon Krieg gegen Bolivien. Ja, und Chile, das für eine Kriegserklärung. Ja, okay, Somaliland hat relativ schnell kapituliert. Es ist nur das Problem, die Front ist größer. Das ist jetzt so ein kleiner Gamechanger, glaube ich auch. Aus dieser kleinen Front wird es eine größere Front. Und größere Front heißt immer mehr Kämpfe, mehr Ressourcenverschleiß. Und deswegen... Oh, Israel hat der Türkei den Krieg erklärt. Jetzt aber, Alter. Die Türkei ist halt echt stark. Aber die Türkei ist auch noch ein Krieg mit Griechenland nach wie vor. Israel pusht richtig hart rein. Kosovo wurde Emirat von Bosnien. Das Emirat von Bosnien stark am Expandieren. Ist so spannend. Ich liebe diese Mod. Das Great Macedonian Empire. Ach so, die war im Krieg mit denen. Aber Israel überrennt die Türkei aber hart. Aber richtig hart. Scheiße. Krass. Mal gucken, ob da noch ein Comeback kommt. Vor allem die Griechen sind ja auch schon seit Ewigkeiten mit denen im Krieg. Dürfen wir auch nicht vergessen. Kann dann rein theoretisch passieren, dass die Griechen sich dann auch noch türkische Gebiete holen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Es scheint so, als ob die Türken jetzt einen Widerstand aufbauen konnten erfolgreich. Oh, die sind eingekesselt da. Das ist auch nicht so gut. In Brasilien hat Guan den Krieg erklärt. Also erstmal Fokus auf Nevi. Die sind eingekesselt. Das ist immer schlecht. Sehen wir den israelisch-türkischen Krieg irgendwo schon die türkische Flage aus. Aktuell da ist der türkische Krieg. Hamas. Die Hamas. Die Hamas kämpft hier in Harst of Iron, Fear of the Society Israels. Verluste. 400.000, 58.000 durch Israel. Die Griechen haben den Türken echt brutale Verluste zugefügt in letzter Zeit. Also es war mal eine Zeit lang so, dass die, ich glaube 100.000 zu 200.000 und seitdem haben die Türken echt hart auf die Schnauze bekommen. Und dann kommt jetzt Israel und ist quasi hier der Sargnagel wahrscheinlich für die Türkei, so wie es aktuell ausschaut. Und Ungarn ist eigentlich, das ist eigentlich Checkpoint, weil Ungarn hat jetzt auch noch selber Kroatien mit am Start. Vielleicht warte ich sogar noch ganz kurz, bevor wir angreifen, dass die sich Kroatien ganz holen oder so. Keine Ahnung. Können auch ein bisschen warten. Die Frage ist halt, kommen die da durch oder nicht? Weil ich warte jetzt hier auch nicht umsonst. Wisst ihr, was ich meine? Ist auch kein Bock drauf. Jetzt haben wir jetzt wieder keine Produktion. Das ist natürlich, das ist Support Equipment, brauchst du eh immer. Mal so ein paar Sachen verbessern. Panzer, mehr Flugzeuge. So. Aktuelle Fabriken durch Handel 12. Schon mal ganz gut. Dann will ich in der Stelle sagen, wir sind raus für heute, liebe Leute. Wir sehen uns tatsächlich voraussichtlich nächste Folge wieder. Zu Harz of 1.4. Ich glaube, wir haben noch eine nationale Pirate. Es brennt an allen Ecken und Kanten. Es ist unfassbar. Rumänien gegen Ukraine. Zum Beispiel Ungarn gegen Kroatien. Letzte Folge hat dann Weißrussland die Litauer kalt gemacht. Die sind jetzt Untertanen von Lettland, die sie davor schon unterworfen haben. War noch kurz vor dem Sieg gegen Estland schon gestanden. Naja, lief da nicht so toll. Ansonsten, Dänemark kloppt sich immer noch mit den Schweden. Norwegen kloppt sich mit den Finnen. Das Interessanteste aktuell aber mit Abstand ist eigentlich Israel. Das gesamte Pulverfass hier ist super interesting. Wir haben Israel gegen die Türkei. Und die sind auch noch im Krieg mit den Griechen. Der Iran boxt sich zusammen mit der halben Welt gegen Aserbaidschan. Es ist ein Wunder, dass sie eigentlich noch leben. Wir selber warten eigentlich darauf, dass wir jetzt Ungarn angreifen. Das müssen wir noch machen, bevor der September groß anbricht. Indien kämpft seinen verzweifelten Überlebenskampf gegen die halbe Welt. Können wir übrigens gerne mal gucken. Indien-Chinesischer Krieg. Manpo ist tatsächlich... Es ist sehr interessant eigentlich. Indien ist relativ stark. Japan ist zum Glück ein Major. Das ist gut für alle Beteiligten. Indien wird bald fallen. Das wäre ein größeres Desaster, wenn... Also Japan ist safe. Das ist wichtig. Wenn Japan fällt und Indien fallen, dann ist natürlich das Bündnis Geschichte. Wenn es nur Indian Major wäre, dann wären natürlich diese ganzen anderen Nationen, Indonesien und Co. Wären alle weg. Und Brasilien kämpft bündnislos. Kurdistan hat jetzt noch dem Iran den Krieg erklärt. Algerien hat Marokko den Krieg erklärt. Ich gehe mal tatsächlich für einen Sieg von Marokko. Okay, oder auch nicht. Algerien könnte auch gewinnen. Und Kurdistan gegen den Irak. Das könnte... Gegen den Irak meine ich. Das könnte auch nochmal interessant werden. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit immerhin mal 430.000 Mann. Die Armee wächst. Das Einzige, was ich jetzt... Psst. Sorry. Das Einzige, was ich jetzt machen werde. Ich weiß gar nicht. Motorized Rocket Artillery schaut mir einfach nur scheiße aus. Bringt uns ja gar nichts. Hä? Hä, warum baue ich die denn dann rein, wenn die so scheiße sind? Die bringen mir ja gar nichts. Die bringen mir ja null. Die verschlechstern unsere Armor und unser Piercing. Logistik macht eigentlich schon immer ein bisschen Sinn. Welcher Neust Infanterie? 18. Mit denen wären wir bei 20. Wir machen jetzt mal kurz Switche, du Boodle. Wir switchen. Warte mal, Infanterie-Division. Warte mal ganz kurz, nicht, dass ich irgendein Blödsinn mache. Ja, Infanterie-Division, ja. Gut, die meisten sind eh schon Infanterie-Division. Davon abgesehen. Und euch switchen wir zu Panzerbrigaden. Dann switchen wir euch auch zu Panzerbrigaden. Und das ist halt einfach... Das ist eine falsche Jäger-Division. Was sind die denn so schnell? Was sind die denn so schnell? Das ist eine berechtigte Frage. So. Wir haben jetzt hier... Das ist auch mal ein sehr interessantes Template, ne? Und trotzdem ist es so ineffizient. Trotz allem ist es so ineffizient. Ist doch auch nicht normal, dass du so eine schlechte Orga hast bei sowas. Was wir jetzt machen, ist nochmal einen Light Tank mit rein. Und einen Modern Tank. Und dann packen wir jetzt hier nochmal Motorized Infanterie oder Light. Die Light Mechanist sind sogar besser irgendwie. Also nicht besser als die. Aber die kosten in der Produktion 1000 und die kosten 300. Also deutlich günstiger. Müssen wir mal gucken. Wohin uns das jetzt führt. Okay. Das führt uns ins Paradies, weil wir tatsächlich immer noch genug Ausrüstung haben dafür. Aber das macht unsere Panzerbrigaden halt auch nochmal ein gutes Stückchen stärker. Und das ist alles, was zählt. Trains. Wollt ihr mir jetzt sagen lassen? Ja gut, in Deutschland fahren keine Züge. Das wissen wir alle. Und das, was hier fährt, das ist ja... Das kannst du ja jetzt nicht so ernst nehmen, sage ich jetzt. Ist nur Spaß. Okay, chillt. Leute, chillt. Ist nur Joke, okay? Wollen wir kurz ein paar Züge. Britannien hat Russland den Krieger geklärt. Das ist sehr interessant. Die wollen jetzt quasi ihre Insel zurückerobern. Die Reconquista von Britannien. Bin mal gespannt. Die Türkei wird so hart verlieren. Die Griechen... Ich weiß nicht, ob die Griechen das nutzen werden. Bis 26. Achso, ich habe bis 26. Ich dachte, bis 6. September. Das Problem ist, die Ungarn kommen hier nicht durch. Deswegen würde ich sagen, YOLO. Wir fallen den Ungarn jetzt eiskalt mal an den Rücken. Georgien hat Aserbaidschan den Krieger geklärt. Das ist sehr low. Ich mische mich selten ein in solche Sachen. Aber ich finde das sehr, sehr low, weil Aserbaidschan kämpft aktuell schon gegen Russland und den Iran. Und hat super Stand gehalten. Und jetzt dieser Move von Georgien nur nochmal, um ein paar Krümel aufzusammeln, finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Aber gut. Wir reden kurz zu den Truppen. Sagen, wie toll ich sie alle finde. Und die United States haben Kuba den Krieg erklärt. Und Rumänien teilt... Oh, das ist ja cool. Hä, warum habe ich denn jetzt Kroatien mitbekommen? Hä? Ja, toll, so toll ist es dann doch nicht mehr jetzt. Muss ich die jetzt echt leben lassen, oder was? Machen wir so zum Basallen, Alter. Also jetzt mal nur Front oder so, bevor ich die jetzt hier existieren lasse. Safe nicht. Aber sehr schön. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Plus wir haben jetzt auch eine relativ starke Armee normalerweise noch. Bei doch nicht 500.000. Logistik-Company ist drin. Ich würde jetzt vielleicht bei den Panzern auch noch Logistik-Company einfach aufs Prinzip mit reinmachen. Logistik und Signal-Company. Bessert die Initiative und den Durchbruch. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Ne, wir lassen das jetzt einfach so. Wir packen nur einmal die anderen Jungs mit rein. Wie groß seid ihr überhaupt? 24. So, wie gesagt, noch Modern Tank mit rein. Nochmal Light Mechanized mit rein. So 41. Ah, jetzt fehlt ein Light Mechanized, aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, die sind relativ schnell gebaut, die sind relativ billig. Die kosten auch nichts. Die bestehen aus Plastik oder so, keine Ahnung. So, Züge haben auch schon genug. Ne, hä? Ach, oh Gott, du Dummkopf, Alter. Ne, so billig sind die gar nicht. Wo habe ich denn das ganze Gummi? Ja, dass ich angeblich genug Gummi habe. Hä? Woher? Achso, überall. Überall hängt ein bisschen Gummi rum. Okay, gut. Beschwer ich mich nicht weiter drüber. Ist mir voll und ganz recht. Dann soll es so sein. Kommt man nicht wieder beitreten jetzt? Das wäre richtig low. Bangladesh ist on, oh, Bangladesh. Aha. Bangladesh, ja, stellt nicht. Okay, manchmal, manchen ist so nah, das haben die echt viele Truppen, die Bangladeschianer. Aserbaidschaner hat jetzt kapituliert und für die Türkei, ja. Da geht es jetzt auch sehr, sehr quick. Wenn wir jetzt erstmal ganz entspannt die Multi-Rolls verbessern, werden wir eh schon lange die viel besseren Varianten haben. Oh, jetzt gibt es Kriegserklärungen gegen Russland hier, ne? Also die Welt begehrt langsam auf gegen das russisch-chinesische Powerhouse. Oh, und die Teilen ist auch mit denen verbündet, mit den Russen. Sehr interesting alles. Kann ich euch Truppen schicken? Expedition Air Force. We must be at the same faction. Ach, nicht Expedition, äh, Volontiers. Warum bin ich denn, warum darf ich denn keine Volontiers schicken? Was ist das denn für ein Quark schon wieder? Das ist doch ein Joke. 84. 84. Besser wird es heute nicht mehr. 80. Aber ist taking so long. Schade, dass es da einfach nichts gibt. Das finde ich immer so traurig. Ich fände es so toll, wenn man da irgendwie nochmal was verbessern könnte mit dem Ganzen. Bisschen mehr Gehorsam. Manche Mods machen das, ja? Dass du mit bestimmten Abzügen dann halt trotzdem nochmal mehr Gehorsamszuwachs bekommst. Ich glaube, das ist nur mit das Beste, was wir machen können, oder? Weil der Rest... Der Rest ist Trash. Captain of Industry. At your command. Was kommen wir hier nochmal? Schiffchen. Das ist doch nicht so, dass wir hier groß irgendwie Schiffe hätten. Das ist wieder Artillerie. Und da haben wir wieder die Panzer Breaker. Back to 5%. Produktion 5%. Auch sehr nice. Motorized. Hardness. Ja, Hardness klingt gut. Auch wenn ich... Ich glaube, ich habe es für Artillerie gemacht, da auszusehen. So. Rheinmetall ist auch komplett durchballt. Und hier können wir einfach unsere Flies in Beging weiter pushen. Öl haben wir ja glücklicherweise doch ein bisschen was. Denn wir sind ja in der glücklichen Verfassung, dass wir ein paar Öl vorkommen haben. Bei Dänemark wird sich hier schon anbieten, ne? Dann dauert das 145 Tage. Weil die haben relativ viel Öl hier rumliegen, habe ich zufällig gesehen. Habe auch mal nett gefragt. Aber die haben gemeint, ne, sie würden mir das nicht geben wollen und so. Und... Habe ich mir gedacht, gut, dann nicht. Ägypten hat der Hamas den Krieger gelernt. Und damit eigentlich dann rein theoretisch auch Israel. Boah, das ist jetzt aber spannend. Israel pusht auch gegen Ägypten. Israel pusht auch gegen Ägypten. Ich... Aber Ägypten ist eigentlich voll stark. Warum kapituliert die Türkei eigentlich nicht? Oh, das ist so spannend. Jetzt liegt Israel einfach mit einem gigantischen... Israel ist einfach der Player hier. Irak hat kapituliert. Die Kurden werden auch nicht lange standhalten. Das war's mit der Türkei. Und die Griechen haben echt sieben Staaten übernommen, Digga. Könnten eigentlich Kerngebiete sein, ne? Viel Spaß an Griechenland. Und Israel wird jetzt seine gesamte Armee... ...gegen Ägypten schicken. Aber ich find's schön, dass sie hier größtenteils die Nation komplett entfernen. Also, dass wir da nicht hier alles so... Busse links, busse rechts Geschmarrer haben. Dass die wirklich sagen, du gibst mir dein Land. Ansonsten geb ich dir auf die Fresse. So muss das sein. Oh, aber Ägypten... Ich glaube, wenn ich das nicht besser wüsste... Ach, die sollen abhauen. Also, Israel hat hier grad richtig auch die Fresse bekommen. Ägypten ist da richtig, hat durchgebrochen. Und jetzt geht's um israelisches Kerngebiet. Aber Israel hat jetzt wahrscheinlich die Truppen an die eigene Front geschickt. Äh, also an die Front entsendet natürlich. Die Hamas, die auf Seiten Israels hier kämpft... ...hält allerdings stand. Da ist nämlich Gaza. Die Kolumbianische Republik ist der Nordamerikanischen irgendwas beigetreten. Kurdistan, der kapituliert. Das waren die hier. Die gibt's aber immer noch. Also scheinbar will keiner die Gebiete haben. Und Rumänien schafft's auch nicht weiter. Wir sind jetzt im Krieg... ...mit Serbien. Okay. Alles klar, Digga. Expandieren sogar. Süß. Sehr süß. Wir machen die kurz weg. Wir machen sie nicht so lang. Wir foltern sie gar nicht so unnötig. 0 Mann, 64. Der Krieg war so schnell vorbei, ja? Dass wir uns, glaube ich, auch hier wieder nicht alles nehmen können, oder? Ne. Ich kann mir nicht mal die letzte Provinz holen. So, jetzt die Gesamtverluste. 54.000 Mann. Hey, kann doch gar nicht sein. 0, 0, 0. Ich hab überall nur Leute verloren. Was für 54.000 Mann, Alter. Hä? Hä? Macht euch nicht lächerlich. Hier steht überall 0. Oder sind das die feindlichen Verluste? Würde das passen? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? 10.000, 15.000, 25.000, 35.000, 40.000, 45.000, 60.000. Ne, ist drüber. Ist drüber. Okay, das verstehe ich jetzt aber nicht, weil ich hab nicht so viele Leute verloren. Also, das ist einfach nicht böse. Hm-mm. Glaube ich nicht. Wage ich an. Bezweifle ich jetzt einfach mal. Da bin ich jetzt einfach mal so frei und sage, das ist Fake News. Das ist Propaganda von wem auch immer. Was ist eigentlich mit Dingskirchen passiert? Herr Leningrad. Ach so. Die haben das beschlagnahmt. Oh, das ist zwar gar nicht so toll. Wir haben das an der Front mit den Russen. Wir erhöhen auf alle Fälle mal die Rekrutierungszahlen. Weißrussland hat der Ukraine... Oh, das war's mit der Ukraine. Es sind nicht viele Truppen, die Weißrussland jetzt mit ins Feld schickt. Oh, und Weißrussland ist Nordamerika beigetreten. Der North American Entity... In Rumänien ist auch Nordamerika schon beigetreten. Und... Russland hat, wie fast schon erwartet, das Ganze gewonnen. Natürlich nicht so nice, aber was willst du machen? So, wir bewegen uns langsam, aber sicher trotzdem Richtung 30 zu. Dauert natürlich alles eine Weile. Aber bald haben wir es geschafft. 85% schon hier. Also wir werden sehen, ob es jetzt bei 90% dann durch ist oder nicht. Das ist die größte und spannendste Frage. Und Spanien hat Andorra den Krieg erklärt. Gut, das war ein relativ schneller Krieg. Wundert mich nicht. Er ist auch wirklich verwunderlich gewesen. Hätte es länger gedauert. Gab es schon die Friedensfahndung hier? Ja, er sagt... So, Dänemark. Ich mache das auch wirklich sehr schmerzlos. Wir schicken die eine Hälfte dahin und die andere Hälfte schicken wir dahin. Zack und zack. Und dürft ihr einmal drüber wischen. Und die Dominikanische Republik hat die erobert. Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Der Kollege in seinem Sportoutfit ist es nicht unbedingt ein unbekannter. Litauen hat kapituliert. Und da ist China noch. Ja, die Ukraine hält noch immer stand. Aber ich denke mal, das dürfte nicht mehr langfristig der Fall sein. Und Uganda ist dem Emirat hinbeigetreten. Und Israel pusht wieder die Ägypter zurück. Das war, wie ich mir schon gedacht hatte. Am Anfang hat Israel gepusht. Ägypten hat dann die Truppen an die Fronten sendet. Hat Israel zurückgepusht. Die waren immer noch im Krieg mit der Türkei. Da gab es die Friedensfahndung. Truppen wurden alle schon mal runtergeschickt. Ägypten ist zwischenzeitlich durchgebrochen. Aber dann mit dem Schwung der Verstärkungen hat Israel jetzt quasi die Gegenoffensive gestartet. Die verlornen Gebiete wieder zurückerobert. Und pusht wieder in ägyptisches Gebiet vor. Wo wir jetzt einen relativen Stellungskrieg haben. Wirtschaftlich sehr stark trotzdem. Knapp 50 Siv und 35 Mill. Und da ist Israel eigentlich deutlich schwächer. Deswegen erwarte ich trotz allem langfristig einen ägyptischen Sieg an der Stelle. Allein halt einfach wegen der wirtschaftlichen Überlegenheit. Kuba und Peru haben kapituliert. Oh Gott. Was machen die denn da? Ey, ab und pro, was sag ich mit euch hier? Krieg geht immer noch weiter. Argentinien hat Chile den Krieg erklärt. Ey Leute, ihr gebt mir alle. Mein Kopf platzt gleich. Argentinien dürfte hier als der große Sieger hervorgehen, denke ich mal. Das dürfte für Chile nicht gut ausgehen. Kann sogar sein, dass sie relativ schnell gleich kapitulieren. Dann ist es zumindest schnell vorbei. Ah, wobei man sich die Hauptstadt hier schön abgeschirmt hat mit einer Mauer. Das ist natürlich auch schlau. Aber noch haben sie nicht kapituliert. Was habe ich mit meiner Kriegserklärung gegen Dänemark? Ich warte nur darauf, dass ich jetzt da mit der halben Welt in Krieg liege. Tatsächlich. So. Wir forschen trotzdem nebenbei. Nähflugzeuge forschen wir schon. Wir haben auch noch nichts erforscht. Alter. Das ist auch alles. Das ist noch so das alte Zeug. Wir können noch so viel bessere. Wir könnten so viel bessere Divisions noch haben. Aber ich habe mich halt erstmal auf Wirtschaft forciert. Ich würde es aber tatsächlich mal mit der Wirtschaft aufhören. Und mal mehr mich auf das Zeug hier fokussieren. Dass wir einfach bessere Einheiten haben. Ich glaube, das könnte halt nachher vor allem gegen die Russen und Chinesen wichtig sein. Freies Zypern hat Israel den Krieg erklärt. Israel pusht trotzdem noch weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier einfach einen relativ langen Stalemate sehen werden. Es bleibt abzuwarten. Auf der Insel hier habt ihr Truppen. Eine Division haben sie rein theoretisch. Das ist nur die Frage, habt ihr da auch die Vision? Oder nicht? Ja, haben sie. Und Griechenland hat Albanien den Krieg erklärt. Nach all den Jahren Krieg lurt man jetzt auf Albanien. Die Albaner haben aber kaum Truppen. Deswegen bin ich da schon mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Pushen die schon? Freies Zypern, ja die pushen schon. Die latschen schon ein bisschen vor. Das ist tatsächlich etwas einfacher als erwartet. Und Argentinien hat hier auch die Gebiete erobern können. Und Russland, ja die sind in einigen Nationen im Krieg. Ich überlege tatsächlich, ob wir die Briten unterstützen. Ich weiß es noch nicht, ob das Großes bringen würde. Kann ich euch Sachen schicken? Ne, ich kann ihnen keine Sachen schicken. Doch, Startland ist. Zum Beispiel mal 10.000. Ja, wobei dann kriegen das am Ende nachher die Russen oder so. Aber die Briten geben nicht auf. Das ist positiv. Wir müssen mit aller Gewalt nun gegen das asiatisch-russische Bündnis bestehen, meine Freunde. Das ist das Wichtigste. Damage to enemy garrisons in our states occupied by them. Also wenn Feinde unsere Staaten besetzen, dann erleiden die dann mehr verschaden durch unsere Widerstandskämpfer. Und damit kann ich ja schnell sagen, es ist hochinteressant an allen Ecken und Kanten. In interessanten Zeiten. Also hier im Spiel. Natürlich in echt auch. Es ist immer interessant, wie die Menschheit sich entwickelt. Jedenfalls Britannien im Krieg mit Russland. Freiheitskrieg. Man versucht seine Insel zurückerobern. Israel im Krieg mit den Ägyptern und auch den Great Socialist People's Libyan Arab Jamahirija. Genau. Indien wird wahrscheinlich bald kapitulieren. So leid es mir tut für die indischen Freunde. Aber Japan wird Stand halten. Hoffe ich. I hope. Für die Royal Alliance. Zu der Ukraine gehört. Aber die Ukraine macht mir nicht mehr einen so feschen Eindruck. Wir haben in der Zwischenzeit angefangen ein bisschen nachzupumpen. Was das Rekrutieren von Einheiten angeht. Und wir brauchen dringendst mehr Truppen, um bestehen zu können. Gegen den böseartigen Expansionismus im fernenden Osten. Aber pro Expansionismus. Da tut sich hier auch gar nichts so wirklich. Das ist nicht so gut. Aber zum Glück haben die ihr eigenes Bündnis. Deswegen ist hier offen nicht aufzugeben, dass die USA sich dann irgendwann gegen Russland stellen werden. So wie es die historische Aufgabe eigentlich ist. Und warum greift Rumänien? Ich sah so aus, Rumänien, weil es Russland angreift. Das sind übrigens Truppen, die eingekesselt werden könnten. Ich glaube, Griechenland hat sich Albanien jetzt gesnuggelt. Gab es auch schon Friedensverhandlungen? Also Griechenland ist voll am Aufbau und Feieralter und so. Also muss man schon mal sagen. Die Israelis und die Ägypter hingehen. Die haben weiterhin Meinungsverschiedenheiten. Die hier am Suezkanal ausgetragen werden. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Handel jetzt läuft. Ob die da jetzt über den Stur fahren. Beschießen sie sich hier. Ach du, ein Gartelifeier. Und dann so kommt ein großes Handelstransportschiff mit seinen 200.000 Containern. Und dann gehen sie erstmal alle Mittag machen und warten, bis das Schiff vorbeigefahren ist. Und dann schießen sie wieder aufeinander. Kommt wieder ein Schiff und dann schießt einer auszusehen aufs Schiff. Und ein Container fällt runter mit Waren aus Fernost. Und dann gibt es von Fernost eine Message. Wenn noch einmal einer auf dem Schiff von uns schießt, dann seid ihr alle weg. Die Atomsprengköpfe werden schon ausgerichtet. Deswegen schießt man eigentlich gar nicht mehr am besten. Oder man kämpft auf den Schiffen. Die kommen so angefahren, theoretisch. Fahren so in den Kanal rein. Tucka, 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 tucka. Und dann hier beide Seiten gehen aufs Schiff drauf. So Call of Duty Deathmatch oder so. Team Deathmatch. Und die Seite, die gewinnt, die darf dann halt zum Beispiel hier an Land gehen und dann da drüben weiterkämpfen. So funktioniert eigentlich Team Deathmatch. Also wirklich, ist kein Spaß. Das ist das System, wie Team Deathmatch funktioniert. Beide Seiten gehen an Bord von so einem Schiff. Dann wird geballert. Und der, der gewinnt, der darf dann an Land gehen oder so. So einfach ist das. Habt ihr euch bestimmt, habt ihr nicht gewusst, gell, jetzt wisst ihr das. So, man, imagine, Dänemark tritt jetzt irgendein Bündnis bei und ich habe eine neue Front, mit der ich nicht klarkomme. Imagine, ich lösche das Spiel. Imagine lieber nicht. Letzte Folge schon angekündigt. Wir werden jetzt noch Excavation 5 mitnehmen, weil Excavation ist immer nice. Und danach werden wir ein bisschen mehr unsere Einheitentypen modernisieren. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir möglichst hohen Warskoppel. Okay, dann laden. Ups, dann laden wir. Ah, nee, warte mal. Stopp. Noch einen kurzen Autosave abwarten. Hallo? Oh, es war ja Februar. Machst du speichern? Mach mal speichern. Jetzt machen wir speichern. Ich möchte nicht einmal kurz laden, dass wir nämlich wieder die Kriege sehen können. Ganz wichtig. So, da ist der Krieg. Wir haben jetzt Kriegsbeteiligung von nur 31%. Okay, das ist doof. Wir gucken jetzt mal, dass wir möglichst viele Leute beseitigen. Okay. Wir schicken euch dann da hin, weil die mir jetzt schon wieder auf... Es ist nicht schlecht. Auf der Ansicht, finde ich es nicht schlimm. Gucken einfach, dass wir möglichst viele Truppen auch besiegen. Das gibt uns... Ja, sehr gut. 57% Warskoppel. Deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass sie mich hier nochmal zurückgedrängt haben. Okay, das ist schon ein bisschen blöd jetzt. Aber gut, ja, sehr schön. 59%. 59%. So mögen wir das. Und damit... Hat Dänemark kapituliert. Verdammt. Das gibt es doch jetzt nicht. Wem gehört das jetzt? Wieder Dänemark. Ist Vasall von... Schweden. Natürlich... Ja, ist natürlich jetzt blöd gelaufen für mich, ne? Spanien hat Russland den Krieg erklärt. Ja, es wird spannend. Also die Russen... Boah, Spanien ist strong. Spanien ist strong. Oh, die Chinesen sind hier oben auch gelandet. Die sind im argentinischen Konkordat. Ich frage mich, warum die denen nicht helfen mal. Die müssen doch auch mal Hilfe bekommen. Also all das, was jetzt hier in der Zwischenzeit beigetreten ist, den Briten... Und dann kriegen die keine Unterstützung irgendwie. Ich würde denen ja gerne Truppen schicken, aber ich darf ja nicht. Ist ja verboten. Ah, vielleicht mal ganz kurz... International Alliance ist... Ne, geht nicht. Hier unten. Auch nicht so wirklich. Ne, wir können keine Truppen schicken. Schade, Marmelade. Naja, 50 pp. Die musst du halt mit. Ne, warte mal. Das lohnt sich auch nicht so wirklich. Also ich bin überlegen, ob... Gut, wir könnten Bündnisse gründen. Will ich Bündnisse gründen? Der Rest ist einfach lost. Das ist eigentlich relativ wurscht, ob ich das jetzt machen würde oder nicht tatsächlich. Was hab ich mit dir los? Hä, aber warum haben wir da Resistance eigentlich? Was soll denn der Scheiß? Hä? Excuse me? Guerilla Warfare. Guerilla Warfare. Ah, haben die das bei sich auch gemacht oder was? Das kann natürlich sein. 89%. 90%. Ne, 89 Punkte. Schauen wir mal. Wenn wir bei 90% sind, wird dann das ganze kernen können oder ob wir noch warten müssen. Das wird sich jetzt dann gleich zeigen. Wenn es so weit ist. Schaut es euch mit Marine aus. Ich hab halt auch keine großen Schiffe. Wir haben wirklich nur so kleine Popli-Schiffe. Das sind zwar auch fast 100 Stück. Aber 100 Mal Mist bleibt halt Mist. Aber gut, wir machen das Beste draus. Müssen ja das Beste draus machen. United Mexican States sind der North American. Was? Aha. Ah, die Briten. Ich glaub, dass da jetzt doch jede Menge Truppen... Oh. Ich würde so gerne glubschen, was da abgeht. Aber... Ich kann keine Konsole machen. Wir können nicht cheaten. Ich würde gerne einfach Nebel des Krieges ausmachen. Um zu gucken, was da abgeht. Italien ist jetzt hier oben auch am Werk. Also Italien, Russland und China gegen Spanien, Argentinien, Brasilien und die Briten. Das ist so interesting. Die Briten haben auch kaum Truppen. Deswegen denke ich schon, dass jetzt hier auch größtenteils die Verbündeten der Briten mit am Werk sind. Mal gucken. Wir bereiten unsere Offensive. Okay. Auf alle Fälle jetzt gegen die Schweden schön vor. Mit einer Nervinvasion sogar. Dann... Du gehst da oben hin. Das sollte nicht schwierig werden. Und du gehst dann dorthin. So. Offensive ist geplant. Und die Griechen dürften hier relativ problemlos gegen die Türken vorgehen können. Gander hat kapituliert. Das ist aber irrelevant. Genau. Die Griechen holen sich jetzt die Gebiete. Mhm. Wie erwartet. Ja, ja. Das Byzantinische Reich ist bald back, wenn sie es so weitermachen. Kann sich nur noch um Jahre handeln. So. Spaß am Rande. Wir bräuchten immer noch War Support an sich. Aber jetzt machen wir erstmal wieder Wirtschaft. Wo war eine Wirtschaft? Ja, machen wir das. Das sieht sehr gut aus. Politische Macht haben wir an sich genug aktuell. Und... Ja. Können aktuell keine Ansprache halten. Schade. Was wollt ihr von mir? Bisschen Schiffe. Noch mehr Schiffe. Fighter Classified. Fighter Classified. Okay. So, die noch von mir. Um 80% günstiger. Cool. Super Sonderangebot. Ukraine hat übrigens irgendwann mal mittendrin kapituliert. Was war das? Habt ihr auch gesehen, oder? Die haben kapituliert. Die waren alle... Jetzt haben die sich mit einer Sekunde alle Gebiete zurückgeholt. Was war das? Was war das denn jetzt? Jetzt haben sie null Divisions. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sie auch... Naja. Aber wie sind die dann... Ach egal. Scheiße. Komm, ich mach mir... Nee, ich mach mir keinen Kopf drum gerade. Ist mir zu blöd. Ich verstehe das nicht. Sehr confusing gewesen. Also, die haben kapituliert. Die Briten haben... Ich weiß auch nicht, warum die Briten kapituliert haben. Vor allem, da waren so viele Truppen der Verbündeten. Die hätten doch gar nicht kapitulieren können. Algerien, Marokko. Da kriegt er übrigens immer noch. Omani hat kapituliert. Omani. Sehr schöner Name. Und ein paar... Werften wieder mit dazu. Wird halt später auch wichtig. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig wird. Ich glaube mal, das Hauptproblem sind die Chinesen. Die Chinesen chillen halt einfach am härtesten an Land. Parlamentarische Krisen. Ach, hier geht ihr mir alle am Sack, ey. Hier geht ihr mir jedes Mal. Diese bescheuerten Krisen, ey. Lasst mich doch einfach mein Ding machen und fertig. So, wir bauen einen Hub und einen Hafen. Einfach kurz. Da oben hin. Das dürfte die Versorgungsprobleme da lösen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das rechtzeitig fertig sein wird. Schweden ist aber relativ stark aufgestellt, muss ich sagen. Also Schweden ist nicht ganz ohne. Das wird nicht ganz so easy. Wir sollten allerdings trotzdem damit klarkommen. Ergehend jetzt doch den Krieg gewonnen gegen Marokko. Also es wird jetzt schön, dass wir wirklich richtig aktive... Wir haben so viele Nationen auch, die jetzt in der Zwischenzeit schon gefallen sind. Also von 100... Was weiß ich, 170 Ländern oder so sind jetzt vielleicht noch nicht mehr so viele übrig. Sudan und Sudan haben White Peace war ganz toll. Ach, Ägypten ist da unten auch noch im Krieg. Ach so. Oh, das ist aber schlecht für Israel. Wenn es Ägypten nämlich schafft, die Kriege zu gewinnen, dann können die ihre gesamte Armee Richtung Israel schicken und dann hat Israel ein freaking Problem. Das sollte denen bewusst sein. Peru hat Peru annektiert. Was für ein Ding? Was machen die hier überhaupt? Also Brasilien ist auf alle Fälle stark. Spanien ist auch nicht ohne. Ja, die sind im Krieg natürlich. Ich weiß, ich denke mal, ich stelle mich auf die Seite gegen die Kubat-Brasilien. Ich glaube, ich stelle mich auf die Seite der Italiener oder so. Äh, der Spanier. So, jetzt geht es langsam los. Breakthrough 18,5. 10. Digga, das Zeug ist einfach so viel besser. Härte 2% besser. Soft-Attack 8. Soft-Attack 6. Krass. Wie viel besser das Zeug ist. Wir machen weiter mit dem ATF-Dingo. Ist mir immer nicht ganz sicher. Ja, die dürfen auch deutlich teurer in der Produktion sein. Ja, auch bei so viel teuer ist es gar nicht. Also das war jetzt das Upgrade hier. Defense war auch besser. Breakthrough. Reliability. Und dann kommt jetzt das nächste dann. Der Dingo. Der Dingo hat nochmal viel mehr Defense. 5,5 mehr Breakthrough. Deutlich. Ja, ein bisschen mehr Soft. 2 Soft-Attack wieder mehr. Hat aber weniger härter. Aber mehr Rüstung. Mehr Piercing. Weniger Zuverlässigkeit. Mehr Produktionskosten. Aber gleichen Treibstoff. Also doch deutlich besser wieder. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Unsere Division stärker und besser machen. Das wird auch die Panzer nachher noch treffen müssen. Die Panzer müssen auch noch geupdatet werden. Modern Motorized 2. Da bin ich auch mal gespannt, was der Unterschied sein wird. Motorized Breakthrough ist gleich. Hardness ist ein bisschen besser. Reliability ist deutlich besser. Produktionskosten sind deutlich höher. Speed ist deutlich besser und weniger Treibstoffverbrauch. Dann gibt es hier nochmal ein Upgrade, was auch nochmal die Zuverlässigkeit verbessert. Passive Upgrades sozusagen. Na dann. Hauen wir mal rein hier. Äh, ja, übt mich nicht. Breakthrough. Habe ich jetzt hier eigentlich Kamerun? Boah, Kamerun habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Hä? Achso. Wer läuft denn das? Noch für... Ah, apropos. 91%. Ha! Saugeil. Über 90%, dann geht's. Neue Kernstaaten für das Reich, meine Freunde. Ist es geil oder ist es geil? Ist es so geil? Das geht aber auch nur, wenn wir im Frieden sind. Das ist halt auch wichtig. Wenn wir im Krieg liegen, dann ist das leider nicht möglich. Plus, wir kriegen natürlich auch mehr Fabriken jetzt. Okay, das haben wir dann drin. Das haben wir auch drin. Äh, Artillerie, Artillerie, haben wir, äh, modern Artillerie aus dem Ersten Weltkrieg. Boah, schon mal bessere Waffen. So, wie gesagt, und plus, wir müssen natürlich weniger Truppen für Garnison abstellen. Wir haben mehr Truppen. Was wir jetzt auch machen können, was ich jetzt machen möchte, ist das hier nochmal wieder runterstellen auf 1,5%. Weil wir haben jetzt immer noch 6,5% rein theoretisch. Da bin ich immer noch relativ zufrieden mit. Was ist das denn hier eigentlich? Die USA. Entschuldigen Sie. Bitte halten Sie Abstand von meinen Ländereien. Gehen Sie weg. Wir wollen Sie hier nicht. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, womit das zusammenhängt, dass manche Provinzer so ein Stück hinten dran sind. Hier ist zum Beispiel alles 82. hier ist... Hier ist haben wir ein bisschen wehen. Ah ja, gut. Okay, passt schon. Ignoriert mich. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben natürlich manche Gebiete deutlich früher erobert als andere Gebiete. Ist natürlich klar, wenn du was länger im Besitz hast, dass du dann da auch heiter bist. Ich bin so ein Clown, ne? So, Sudan hat kapituliert. Das ist jetzt ein Problem. Ägypten und deren Verbündete werden nämlich jetzt hier dann wahrscheinlich mit Israel langfristig den Boden aufwischen gehen. Weil Israels Verbündete sterben eins nach dem anderen weg. Griechen machen gar nichts mehr. Stell dir vor, die Griechen würden jetzt dann... Aber die Griechen sind schwach. Die Griechen sind schwach. Die schaffen das nicht. Halt dir kurz überlegt, ob Griechenland vielleicht die Israelis hintergeht. Ich glaube, das Einzige, was Israel vielleicht versuchen könnte, wäre Bulgarien. Das könnte funktionieren. Und da müssen wir halt trotzdem auch nochmal hergehen und erstmal die Gebiete integrieren. Das Einzige, was hier wirklich sauviel Sinn machen würde, das kommt mir auch jetzt erst wieder, wären Kollaborationsregierungen theoretisch. Weil mit Kollaborationsregierungen kannst du natürlich dann einfach den Gehorsam erhöhen. Und wenn du direkt schon mit 90 Gehorsam oder 100 Gehorsam glaube ich, kannst du auch haben. Ich weiß nicht, wie hoch geht das mit Kollaps? 90? Oder gegen auch 100? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder geht auch 100 Gehorsam oder ist 80 das Maximum? Irgendwas. Also du kannst es auf alle Fälle drei oder viermal machen. Und wenn du direkt schon mit 100 Gehorsam startest, haben ja die Provinzen auch 100 Gehorsam. Das heißt, du kannst rein theoretisch direkt alles Korn. Digga, es hat echt so lange gedauert, bis ich da jetzt mal drauf gekommen bin, oder? Wow, Krabbe. Oh, Britannien hat die komplette Insel für sich. Hat auch sogar erste Truppen gepumpt. Gibt es irgendwo Name Invasions gegen die Spanier oder so? Oder hier? nix, gell? Die haben tatsächlich harte Rückschläge erleiden müssen. Russland, China, Iran, Italien. Auf dem Papier ein starkes Bündnis in der Praxis. Nicht ganz so stark. Das werden die nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Also ich bin relativ sicher. War Support nehme ich trotzdem noch mit. Ich bin relativ sicher, die werden auf alle Fälle zurückschlagen, sobald das möglich ist. Und Frankreich macht auch einfach nix. Frankreich hat zwar eine relativ große Armee. Ich schätze hier um die eineinhalb Millionen Mann, aber machen tun sie auch nicht so wirklich was. Und Uruguay hat jetzt hier in der Zwischenzeit sich dazu entschieden, ein bisschen ein bisschen weiter zu expandieren. Ich bin mir jetzt sicher, dass das eine relativ dumme Entscheidung ist, weil eigentlich wird auch Argentinien wahrscheinlich hier relativ schnell beitreten. Und mit dem Kriegsbeitritt von Argentinien... Also die werden nicht mal den einen Frontenkrieg gewinnen. Glaube ich nicht. Zum 20. Mal hat irgendein Irak kapituliert. Die gehen mir so auf den Sack, gell. Jeden Tag kapituliert hier irgendein anderes Irak. So, jetzt schauen wir mal. Ihr schließt euch mal zusammen. Hört auf zu trainieren. Zusammenschließen. 117 Schiffe. Naval Invasion Support. Kriegserklärung. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Na, warte mal. 240. Und dann die Hälfte. Achso. Ich bin mal gespannt. Genau. Und sobald man natürlich im Krieg ist, wir haben es hier 90, aber wir können das Gebiet nicht mehr kornen, weil wir im Krieg sind. Sobald man Krieg ist, geht das nicht mehr. So, die haben Dänemark noch nicht mit reingerufen. Das ist aber eigentlich, müsste das doch so... Ja, okay. Jetzt haben sie mit reingerufen. Und als Vasall können sie den Kriegsbeitritt oder den Ruf zum Kriegsbeitritt nicht verweigern. da geht... Das ist meine Flotte. Wollte schon sagen. Mit Luftüberlegenheit? Ja. Ist auch das perfekte Feld natürlich. Ist Open Field. Open Field ist hervorragend für Luftunterstützung. Sehr gut. Das ist jetzt sehr wichtig. Wir haben auch gleich den Hafen und bereiten uns jetzt hier auch gleich einmal noch schön aus. Verstärkung dürfte auch gleich unterwegs sein, hoffe ich. einmal da hin. Die Offensive hier. Ich glaube, wir wären hier nicht durchgekommen nach Kopenhagen. Wie gesagt, jetzt hier mit der Naval Invasion. Doch. Aber jetzt rein hier nur an der Front. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden. Wir kommen ja nicht mehr hier oben richtig durch, weil Schweden ist schon relativ stark scheinbar. Ja. Haben um die 250.000 Mann. Wenn du da gut verteidigst, kommst du da auf alle Fälle auch gegen uns zurecht rein, theoretisch. Wie übersetzt man Unitary, also Römische Republik? Also eigentlich heißt es ja Heiliges Römisches Reich, aber in dem Fall heißt es dann Unitäres Römisches Reich? Das ist jetzt wieder der Moment. Unitary. Cool, mal kurz. Unitär. Einheitlich. Ne, warte mal, hä? Unitär bezeichnet unterschiedliche mathematische Eigenschaften. Ähm, ja. Unitär auf Einigung richtet, also geeintes Römisches Reich. Nicht heilig. Wir sind nicht heilig, wir sind nur geeint. Na gut. Haben wir das auch mal geklärt. Übrigens, ähm, ich werde dieses Mal in dieser Kampagne zum ersten Mal was ausprobieren, weil nämlich, ähm, hab ich mitbekommen so in letzter Zeit ist es tatsächlich so, dass Content, der länger geht, teils recht gut angeklickt wird. Also die Leute das gerne sich anschauen. Was ich deswegen in dieser Kampagne machen werde, während wir jetzt weiter die Däneln und die Schwäden überrumpeln, was ich jetzt deswegen hier in diesem Projekt machen werde, am Ende, also wenn alle Videos hochgeladen sind und alle Videos auch für Nicht-Kanal-Mitglieder feilgeschaltet wurden, werde ich ein Video machen, in dem alle Parts zusammengeschnitten sind. Quasi dann 10 Stunden Video. Oder wie lange das dann gehen wird, ich weiß es natürlich nicht. Habe ich jetzt schon bei mehreren gesehen. Dass die das machen und die Videos haben auch teilweise überraschend gute Aufrufe. Da geht das Gerücht um, dass Leute halt eben lieber, es ist total crazy eigentlich, früher hat man gesagt, lange Videos sind schlecht, jetzt sagt man in der Zwischenzeit, Leute schauen sich lieber ein 10 Stunden Video an und merken sich dann, wo sie geschaut haben, als dass sie sich Parts einzeln anschauen und dann sich merken müssen, bei welchem Part sie waren. Ich bin gespannt, inwieweit das hier zutrifft dann. Ich werde es auch probieren, gucken, wie es läuft und wenn es gut ankommt, sage ich mal, dann werde ich das long term öfter machen. Natürlich muss ich auch ein bisschen schneiden, diese Anmoderation und Abmoderation müssen natürlich raus, aber sonst bleibt es halt quasi an sich unverändert. Die Schweden sind jetzt hier noch ein bisschen in einem Sandwich. Achtung! Stehen ausstanden! Angetreten! Warum immer angetreten und nicht ausgetreten? Starten die Offensive auf Sweden. Na schön hier. Jönköping. Ich denke, was haben die denn mit ihren Drecks-Ös? Also nicht böse gemeint oder so, aber alles voller Ös hier. Irgendjemand noch irgendjemand den Krieger erklärt, aber ich höre eine Ahnung wer und warum. Ich bin irgendwie so, ich schwöre, ich bin so müde irgendwie. Da ist es sehr gut, dass ich mir tatsächlich gerade die Vision Speed, das ist sehr nice. Da ist es jedenfalls ganz gut, dass ich mir gerade mein Lieblingsgetränk gemacht habe. Ist übrigens keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür gerade von Holi. Also ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Wenn ihr draufklickt und was kauft, dann ist es Indirekt-Werbung. Steht aber auch unten dabei, weil ich ja an euren Käufen quasi beteiligt werde, aber Holi ist Liebe. Jedenfalls gibt es den Peachcock, also mit Kokos und so und Frucht und dann gibt es die Cobra und wenn ihr halb Peachcock und halb Cobra mischt, ne, Energies, ohne Zucker, ne, und so, ihr wisst ja Bescheid, das schmeckt so geil. Ich schwöre, halb Peachcock, halb Cobra ist fire, das ist hart, das ist das Geilste, Mann. Also nichts, Geilste ist immer noch der Waldbeere für mich aus den letzten Wochen, aber dieser Peachcock 50-50 mit Cobra kostet es wirklich saugeil. Wenn ihr Holi noch nicht kennt, gerne Videobeschäumen abchecken, ballere ich immer alles rein und ist ohne Zucker nur beste, aktuell so bekannte Inhaltsstoffe, kein Koffein, sondern New Cough, das boostet euch zwei bis vier Stunden statt ein bis zwei Stunden wie herkömmliche Energies und ihr bekommt normalerweise auch kein Herzrasen oder ähnliches. Also ist ein chilliges Ding. Joa, ist da ohne Kohlensäure, aber ihr könnt das euch auch rein theoretisch mit Kohlensäure anmischen, ist eigentlich auch günstiger als normale Energies, also ist eigentlich nur Vorteile. Plus, ihr spart Geld, wenn ihr meine Codes benutzt und unterstützt meinen Kanal oder meine Kanäle. Und wie gesagt, dafür kriege ich jetzt kein Geld, deswegen muss ich nicht Werbung einblenden, habe ich schon mal gesagt. Ich müsste jetzt Werbung einblenden, wenn ich jetzt zum Beispiel euch das erzähle und hier raus trinke, wenn ich das geschenkt bekommen hätte oder so. Aber habe ich selbst gekauft, deswegen muss ich keine Werbung hinschreiben. Ist halt eine Empfehlung in dem Fall von mir. Aber, wenn ihr auf die Videobeschreibung geht und da was macht, da steht dann Werbung dabei, weil es dann quasi in dem Moment, wo ihr was kauft über meine Links, ist es Werbung. Ja, muss man erklären, manche Leute verstehen es halt nicht oder überspringen die Parts manchmal, aber es ist wichtig, dass man da sowas aufklärt tatsächlich. Es ist wichtig, ihr müsst sowas wissen und ich bin natürlich auch ein geldgeiles Schalentier, ist schon klar, aber mir ist halt wichtig, dass wir auch immer irgendwo auf einer Ebene sind. So Partnerschaften wie Holy, Holy ist Partner, mein einziger richtiger Partner eigentlich, da muss ich sagen, das muss gut sein. Da muss ich für stehen können und da muss ich sagen, das ist geiler Stuff. Werbung, wenn jetzt wirklich jemand zu mir herkommt und sagt, pass auf, du kriegst von uns 50 Euro, wenn du hier unser Mobile Game bewirbst, solange es jetzt nicht Gambling ist im Sinne von Casino oder Slots oder irgendwie hart darauf aus ist, euch über den Tisch zu ziehen, da bin ich käuflich. Das ist einfach so, das wäre jeder andere auch und da bin ich auch einfach so ehrlich. Aber Partner, da muss ich selber für stehen bei Partnerschaft. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich denke mal, es ist nie schlecht, wenn wir das auch hin und wieder nochmal für neue Zuschauer erwähnt oder falls ihr es wieder vergessen habt. Weil jetzt hier Gaming Krabbe hat eigentlich gar keine Werbung, also hier gibt es keine Werbung auf dem Kanal, außer die YouTube Werbung, die läuft, weil die Aufrufe halt einfach nicht hoch genug sind für so richtige Partnerschaften, dass jetzt jemand herkommt und sagt, hey, wir wollen unbedingt auf deinem Kanal jetzt Werbung machen. Das gibt es hier, ja, leider natürlich für mich nicht. hoch, euer Ernst. Aber das Öl haben wir bekommen. Jetzt kriege ich echt die Provinz nicht. Scheiße, sowas. Was ist das für Müll? Pisst mich ja hart an gerade, der Mann. Gut, wir bereiten uns jetzt vor. Wir bereiten uns jetzt vor. Ich denke mal, es ist relativ offensichtlich, was der größte oder der bedeutendste Konflikt sein wird. die Islamische Republik der Türkei ist der nigerianischen Union der Faschisten beiträgt. Nee, nee, nee. Was ist hier passiert? Ich verwette meinen fetten Arsch. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Pausiert das jetzt, das Video. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr wisst, was passiert ist. Und seid ehrlich, nicht, wenn ich es euch jetzt erklären werde gleich. Mich interessiert einfach mal, wie viele Leute solche Sachen auch wissen von den Leuten, die es schauen, nur schauen oder selber auch spielen. Was ist da passiert? Ich sage es euch jetzt gleich. Ein paar extra Destroyer. Gut. Also. Das ist ein Aufstand. Ein Aufstand bricht aus, wenn der Widerstand bei 90% liegt. Widerstand über 90% löst eine Rebellion aus. In dem Moment, das ist auch wichtig zu wissen, das geht hier nicht um einzelne Provinzen, sondern um den Durchschnitt aller besetzten Provinzen eines Landes. Das heißt, wenn jetzt 10 Provinzen 100 haben und 10 haben 0, dann habt ihr einen Durchschnitt von 50. Etwa. Dann gibt es keinen Aufstand. Auch nicht in den 10 Provinzen mit 100. Sobald der Durchschnitt allerdings, der Durchschnitt, sobald der Durchschnitt der Provinzen über 90% liegt, triggert im gesamten Land den Bürgerkrieg. Diese Bürgerkriege sind auch immer relativ stark. Also ich gehe mal davon aus, die haben jetzt hier, ja, die haben hier einfach mal 35, 40 Divisions. Die sind so stark wie Israel. Stärker wahrscheinlich sogar. Was die jetzt machen, werden die, wenn Israel Hardrops nehmen. Die werden die platt machen. Israel wird jetzt ganz offiziell vernichtet werden. Und das ist so ärgerlich, weil Israel hat es jetzt tatsächlich nach langem geschafft, in Ägypten vorzustoßen. Aber warum kam dieser Aufstand? Normalerweise kannst du das ja unterdrücken. Über zwei Wege gibt es da größtenteils. Oder einen Weg eigentlich über Garnison. Ja, kannst du einstellen, welches Gesetz du haben möchtest. Und dann kannst du natürlich noch einstellen, welche Divisionstemplates du haben möchtest. Und ich habe ja hier immer ein Template, was wenig Manpower und wenig Ausrüstung benötigt. Das ist immer das Beste. Ihr wisst ja, schaut so aus, mit der Polizei im Base Game ist es Kavallerie. Bei uns jetzt hier ist es Motorized Infanterie, weil wir haben hier keine Kavallerie mehr, was ich auch relativ diskriminierend den Pferden gegenüber finde. Mechanism Main Petal Tanks. Ich habe ein bisschen übertrieben, oder was? Schau her, schau her. Dann switchen wir das doch mal. Das Problem, was Israel hatte, dass sie nicht genug Ausrüstung oder Manpower hatten, um die Garnisonen voll aufzufüllen. Denn jedes Gebiet braucht Männer und Ausrüstung, um effizient unterdrückt zu werden oder verwaltet zu werden. Und das hat Israel nicht. Israel hat das Problem, die haben zu wenig Militärfabriken, das heißt, die werden niemals in der Lage sein, diese Gebiete mit Ausrüstung zu versorgen, damit die effizient verwalten können. Und ich vermute auch, die haben zu wenig Manpower. Das dürfte auch mit einem Problem sein. Und das hat jetzt eben hier dafür gesorgt, dass das kommunistische Israel Waren ja die ganze Zeit schon kommunistisch? Ich weiß es nicht. Aha, okay. Aber jedenfalls, durch dieses Ineffizient ist es eben so, dass die Gebiete nicht, der Widerstand kann nicht unterdrückt werden, der wächst immer. Also nicht, ja, nicht immer, aber theoretisch wächst der eigentlich immer. Das ist fast unmöglich. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich zeige das ganz kurz, Effekt skaliert zu 5% aufgrund Garrison Fulfillment. Das bedeutet, auf gut Deutsch gesagt, nicht genug Ausrüstung und nicht genug Manpower, um das Ganze effizient zu unterdrücken. Wir haben das ja bei uns. Mal gucken jetzt. Wir haben 7%. Das wächst zwar noch, aber das kommt aus zwei Gründen. Zum einen, wir müssen ein bisschen warten, dass unser Gehorsam steigt. Und zum anderen haben wir der Hauptgrund eigentlich Resistance, Wachstum von Sviland. Das müsste hier sein. Das ist nämlich der Grund, dass wir hier ein Okay, macht jetzt keinen Sinn. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Normalerweise, es wird sich jetzt relativ schnell legen bei uns, weil unsere Garnisonen eben voll sind. Mal gucken. Ja, Resistance Spread from Sviland ist jetzt auf 3% runter. Und unser Gehorsam wächst ebenfalls mit. Da muss ich gerade gestehen, das wird auch weniger sein. Genau, Gehorsam wächst gar nicht. Und dadurch, dass du ein Gehorsam gar nicht wächst, bekommst du auch den Widerstand zusätzlich nicht runter. Weil Gehorsam sorgt dafür, dass der Widerstand sinkt. 16,5 Gehorsam sind 8%, also quasi 50% des Ganzen werden auf diesen Wert mit angerechnet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 65%. Das heißt, hier werden 32% vom Widerstand abgezogen. Das sorgt einfach dafür, dass es dann halt einfach fällt. Ich denke mal, ab 20% Gehorsam habt ihr eigentlich kein Problem mehr mit Widerstand. Aber in der Sekunde, wo halt eben keinerlei Garnisonstruppen zur Verfügung stehen, funktioniert das System nicht mehr. Dann bekommst du kein Gehorsam und der Widerstand wächst ohne Ende. Ja, einzigen Weg, das zu verhindern, wären Kerngebiete, also Kerngebiete draus machen oder halt irgendwie gucken, dass man Ausrüstung bekommt durch Handel oder durch andere Sachen. Was theoretisch auch noch gehen würde, in bestimmten Maße, glaube ich, wäre einfach keine Garnison. Dann brauchst du keine Truppen. Aber du hast halt auch massiven Widerstandswachstum. Also ist auch nicht die Lösung am Ende des Tages. Ich kann mal kurz switchen, sonst hättest du das gerade. Haben wir überhaupt noch Compliance-Gain? Ne, da hast du einfach keinen Zuwachs. Okay. Wusste ich nicht. Ich habe ihn noch nie ausprobiert, deswegen habe ich es jetzt mal für euch ausprobiert, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass das überhaupt nichts bringt. Jetzt müssen wir selber ein bisschen aufpassen, weil wir zu wenig Ausrüstung haben, oder? Ne, eigentlich nicht. Kann sein, dass es einfach nur ein kurzer Bucke war. Und noch wächst das Ganze ein bisschen. Aber wie gesagt, das wird sich relativ schnell dann auch liegen. So, wieder viel gelabert. Wir gucken jetzt einmal ganz kurz. Gehorsam. Ah ja, schau her. Integrieren. Integrieren. Da stehen wir auch kurz vor den Integrationen. Ich trage es auch nicht mehr so lange. Und auch hier, also werden gleich sehr, sehr viele Gebiete integrieren können. Und das ist auch wichtig, denn wir müssen wirklich gucken, dass wir stark genug sind, wenn es dann geht gegen die anderen da drüben. Ihr wisst ja, wen ich meine. Vielleicht auch mal ein bisschen sogar da Geld einsparen. Kurdistan hat schon wieder der ewige Krieg Kurdistan gegen Aber Israel pusht weiter, was ich total faszinierend finde eigentlich, weil Israel bekommt ja hart von den Türken auf die Schnauze jetzt gerade, logischerweise. Nachdem die hier rebellieren, da sind sogar Aserbaidschanis immer noch. Wer ist das? Syrien? Nigeria. Hey the fuck. Also eigentlich würde ich das jetzt einfach, das Problem ist, jetzt kommt wieder irgendeiner und sagt, ja ich unterstütze Israel gegen Ägypten oder so. Das geht, ich will jetzt eigentlich wirklich einfach nur gucken, ob ich das schaffe, dass die den Krieg gewinnen würden. 20.000 Waffen, 5.000 Motorized, einmalig, mal 1.000 Support Equipment, mal 2.000, ja ich weiß, es ist jetzt voll Trolley und so, aber ich habe irgendwie Bock, ich weiß nicht, sorry, tut mir echt leid. es tut mir wirklich sehr leid, moderne Artillerie könnte alles haben oder auch nicht. Hä? Hä, also die habe ich doch gar nicht. 375. Achso, ich habe mehr von mir noch, oder? Hier, kalte Kriegsartillerie. Könnt ihr gerne alles haben. 1398. Okay, modern Artillerie behalte ich für mich. Ich will dir ja nicht zu gutes Zeug schicken, sonst gibt es wieder Ärger. Panzer und so, kann ich dir nicht schicken, aber hier selber nicht. Ja, ich schicke dir jetzt einfach mal das. Mal gucken, ob die damit irgendwas anfangen können. Wir bräuchten jetzt mal selber für uns erst mal Chrom. Boah, leckt mich am Arsch. Wir haben ja nix. Wir haben ja gar nix. Wir leben ja noch auf den Bäumen, Alter. Was auch noch dazu kommt, in Frieden, habe ich schon gesagt, aber wenn wir natürlich in Frieden sind, haben wir 10% extra, ne? Wachstum. Das bedeutet, auf gut Deutsch gesagt, wir haben noch mal ein deutlich höheres Wachstum. Ich glaube, jetzt ohne die 10% in Frieden, hätten wir fast gar kein Wachstum mehr. Deswegen taugt mir das. So, das... Geht echt, oder? Machen wir gleich weiter mit dem Spärwagen Fennec. Ja, ist noch mal... Ja, doch, wieder ein paar Punkte besser. Amor vor allem. Piercing auch noch mal. Gut, jetzt zieh mal durch. Motorized Infantry 3. Das sind ja einfach nur noch passive Boni. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Hier gibt es auch nichts, wo wirklich noch weiter verbessert werden kann. Nur noch die passiven Boni. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Damit kann ich leben. Rheinmetall oder auch Deinmetall genannt. Ich höre schon auf. Ich sage schon nichts mehr, okay? Rheinmetall. Der Panzer. Komm, scheiß drauf jetzt. Das geht mir hier halt auf den Sack. Nutzt zwar nichts davon, aber bevor die mir jetzt den ganzen Tag damit um die Ohren flattern. Ich werde irgendwas machen mit Weekly Stability. Nee. Fünf Off-Map Naval Dockyards. Woher, Alter? Oh, nice. Eisen. In Lappland. Ich wollte schon sagen, in Leningrad haben wir doch noch gar nicht. Ist doch ein bisschen zu früh. Entschuldigung. Oh, wir haben... Oh. Geil. Noch zwei Monate. Dann haben wir übrigens über 30 Wachstum. Das bedeutet, wir switchen auf die nächste Stufe der Wirtschaft. Sehr geil. So, Israel. Wie läuft es mit meiner Ausrüstung, die ich euch großherzig geschickt habe? Keine Ahnung. Danke für nichts. Ich wollte auch rein theoretisch noch mein eigenes Bündnis gründen. Israel ist wirklich mit allen im Krieg, ne? Also die sind ja wirklich... Wie können die mich nicht mögen, Alter? Ich habe denen mein halbes Inventar geschickt. Verbrecher. Dass sie mich einfach nicht mögen. Warum ist die eigentlich... Hä? Warum muss ich das neu zuweisen? Hä? Achtung. Integrated Designated Marksman. Ja. 260 Tage. Da knatscht das Mikro gleich mit, Alter. 260 Tage. Wer ist zuerst? In Niederlande und Belgien relativ zeitlich, so wie es ausschaut. Die Tschechen folgen direkt. Katar hat kapituliert, das ist ja auch nicht das erste Mal. Die kapitulieren ja auch den ganzen Tag, wie die Fliegen... der Irak. US Naval Base, ja. Die machen auch immer weiter, die Amis. Combined Arms Specialist. Ich habe keine Ahnung, ob wir die sogar schon einen... Doch, wir haben ja sogar schon einen. Na geil, ist aber noch einen. Jetzt haben wir zwei. Lieber einen mehr als einen zu wenig, sage ich immer. Serbien hat ein Kriegsspiel gegen mich. Milosevic. Boah, ich bin so schlecht in Geschichte in Jugoslawien. Wurde der nicht vom Kriegsverbrecher-Tribunal angeklagt? Milosevic. Milose... Milosevic. Der hat doch irgendwas mit... Der wurde doch reingeschallert in Den Haag, oder? Der ist inzwischen seit tot. Er wurde 1999 als erster Staatsoberhaupt noch während seiner Amts- an Ausübung von einem Kriegsverbrecher-Tribunal wegen Völkermordes angeklagt. Schau. Naja. Der hat regiert in Serbien zwischen 1987 und 2000. Hm. Und ist im Jahr 2022 gestorben. Anklagepunkte gegen 66 Anklagepunkte in drei Anklageschriften. Anklagepunkt Kroatienkrieg, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Verfolgung, Tötung, Folter und unmenschliche Behandlung, Kriegsverbrechen und Verstöße gegen die Genfer Konvention, Deportation von mindestens 170.000 Kroaten und anderen Nichtserben, das Massaker von Vukovar und die Belagerung von Dubrovnik, Bosnienkrieg, Kosovo-Krieg, Vertreibung von über 800.000 Zivilisten. Harter Typ, Alter. Also krass. Schlimme Menschen, ne? Ja, das ist halt Geschichte, ne? Also YouTube, ich hoffe, YouTube chillt. Das war, ich habe einfach nur Wikipedia vorgelesen, okay? Das war jetzt hier kein Aufruf zu Gewalt oder ähnliches. Im Gegenteil. Wir haben hier ein bisschen Allgemeinbildung gefördert. Ich hoffe, das ist in Ordnung, YouTube. Ich hoffe, ihr findet das okay und dass das Video gesperrt wird. Unterseeblockade, das ist sehr gut. Ich habe zwar nichts, womit ich unter der See blockieren kann, aber ich bin übrigens auch mal gespannt, wann dann endlich mal das Spionage-Rework kommt, von dem wir schon so lange gehört haben. Laut Paradox soll ja mal ein Spionage-Rework kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine gesamte Ausrüstung, die nach Israel gegangen ist, hätte ich auch einfach die Toilette runterspülen können, das wäre aufs Gleiche rausgekommen. Oh, das ist so interesting. Das ist genau das, was ich hier gesagt habe. Ich habe gesagt, die Griechen sollen die Bulgaren angreifen und jetzt machen sie das auch wirklich. Hey, was sind das jetzt? Ah, 90, 90. Ach so. Wir können für fünf, für fünf Wachstum, können wir einen extra Bauslot bekommen. Wir sind übrigens jetzt growing. Deswegen brauchen wir jetzt auch weniger Zivilgüterfabriken. Aber sehr interessant, tatsächlich. Ich habe das schon mal gesehen vor einer Weile. Ich weiß, OGs wissen es wahrscheinlich. Der eine oder andere klatsche ich jetzt mit dem Kopf auf die Hände und denkt sich so, was ist denn mit dem Trottel? Der hat sich wieder alles vergessen. So bin ich hier. Aua. Knie halb ausgekugelt. Ich rede mir den ganzen Tag drüber auf, dass der Typ hier einfach meine Gebiete besitzt. Echt? Korea ist reunifikiert und cool wird geworden. Der lacht, also muss der Süden gewesen sein. In Norden haben sie nichts zu lachen. Und da. Ich habe doch jetzt einen besseren erforscht. Ich werde mit dem und das ist ein bisschen Und da. Ich werde mit dem Und da. 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 Damit wäre das auch geklärt. Ja, jetzt habe ich quasi über zwei Jahre Flugzeuge erforscht, nur damit ich sie nicht nutzen kann. Willkommen in meiner beschissenen Welt. Aber immerhin können wir Luxemburg integrieren. Mehr hatte ich heute eh nicht mehr vor. Hä? Also. Hä? Nee. Ist das schon geklärt? Ah ja. 432 Fabriks. Müsste ja eigentlich steigen. Oder nicht. Ja, beides kannst du schon eher. Oh, eine Fabrik habe ich extra gekriegt. Wegen einer Fabrik hätte ich mir jetzt nicht so einen Aufwand gemacht, weißt du? Aber gut, was willst du machen, geh? Malerweise kriegt man ja eigentlich mehr Fabriken dazu. Aber irgendwie. Ich hatte die wahrscheinlich vorher schon, weil das Gehorsam so gut ist. Bei so hohem Gehorsam machen die alles, was man ihnen sagt. Deswegen passt es dann schon, geh. Die Corona-Mine. Und ein neuer Recruit, der Hans Kuhn. Der hat noch nichts zu tun. Und darum schicken wir ihn ganz gepicht. Nach Frankreich. Man glaubt es nicht. Spionieren er soll dort für uns und herausfinden, was weilt in Frankreich für uns. Ja, der war nicht so gut. Ich bin doch immer ein bisschen am Üben, so mit den Rhymes und so. Meine Rap-Karriere ist aktuell noch nicht in trockenen Tüchern. Keine Ahnung, ob ich da so viele Häfen gebaut hab. War ich besoffen oder was? Leider nicht. Besoffen zu sein, macht's erträglich, ja. Aber Alkoholkonsum ist grundsätzlich schlecht, Kinder. Genauso wie Rauchen und Vapen und was es noch alles gibt. Shisha-Bar. Alles schlecht. Alles schlecht für die Gesundheit. Muss es einen jetzt jucken? Nein, man kann natürlich sagen, kann ja auch Spaß im Leben haben. So, dies, das. Und natürlich, klar, kann man das. Hast du 26.000 leichte Panzer? Also, man, man, ja. Also, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Konsumenten von verbotenen Substanzen seid. Ach, schmarre, Alter, verboten, äh, von nicht ganz so gesunden Substanzen seid. Oder ob ihr sagt, nein, ihr raucht nicht, egal welche Form. Ähm, beim Konsum von prozenthaltigen Getränken ist halt immer so eine Sache. Ich denke mal, bis zu einem bestimmten Maß ist das absolut nicht bedenklich. Aber natürlich, wenn man übertreibt, ist es natürlich bedenklich. Würde mir interessieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr da so aufgestellt seid. Während wir jetzt erstmal 438 ganz Belgien integrieren. Und zwei Fabriken bekommen haben. In Griechenland hat der Türkei den Krieg erklärt. Das ist echt mutig. Ne, Griechenland hat nicht der Türkei den Krieg erklärt. Die haben einfach nur einen Aufstand gemacht, weil die Griechen genau das gleiche Problem hatten, wie ihre israelischen Freunde. Nämlich einen Aufstand. Und es ist auch immer interessant, wie diese Aufstände immer erst dann passieren, wenn sie nochmal den Krieg erklären. So, als ob sie sich übernehmen, ne? So, dieser Moment kommt, man übernimmt sich einfach. Und dann kollabiert das Ganze wie ein Kartenhaus. In der Sonne. Es gibt doch übrigens auch noch eine Sache, wo man zwei extra Agents bekommt, oder? Für fünf Zivilfabriken. Oh, das tut dir hier ein bisschen weh. Ich hab da zwar kein Herz und so, aber es tut schon ein bisschen weh. Aber ich glaub, wir machen's. Ich bin ein bisschen mehr auf Spionage gegangen. Ich möchte die Collabs durchpushen. Was ist denn ein Collab? Den brauch ich überhaupt nicht. Gibt's noch einen für Spionage? 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 Das ist kein Spionage. Ein Sp... Oh. Es gibt jeden Scheiß, aber einen Spionage-Berater gibt's hier keinen, oder? Das ist doch ein Witz. Lizenzen. Hat eigentlich jemals ein Lebewesen Lizenzen benutzt? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Hat schon mal irgendjemand Lizenzen benutzt? Ach, das ist scheiß drauf. Lizenzen, ey. Ich geh nur nicht zu dem anderen und sag, ich möchte was von dir kaufen, weil ich bin selber zu blöd, das selber zu bauen. Halt. Also, sorry, ne? Save nicht. Tunesien hat Algerien den Krieg erklärt. Das ist ein sehr mutiger Krieg von dem Kollegen Slim Rahiji. Ja, also für Indien... Das wird nicht gut. Also wirklich, Indien hat echt lange tapfer gekämpft. Oh. Nein. Verdammte Gerütswurst. Meine Kameraden, das ist ein grösseres Problem für die deutschen Truppen. Als erstes gucken wir, ob wir Frankreich reintegrieren können. Ich meine, die haben viele Divisionen. Das heißt aber nicht, dass sie stark sind. Was haben denn die wirtschaftlich so? Was ist das? Sehen wir aktuell schon irgendwas? 43 Militärfabriken gegenüber 135. Ist aber auch gar nicht so viel. Ich würde denken, wir hätten mehr Militärfabriken. Haben wir aber gar nicht. Weil das Dreifache... Da tun wir jetzt mal nicht so, als ob wir so schwach wären. Man könnte natürlich trotzdem immer ein bisschen besser sein, ne? Bomben wir weiter. 1980er Flugzeug. Was ist denn das jetzt? Ich jetzt verarschen? Wachstum ist aller... Es gibt kein Wachstum mehr. Also es gibt zwar Aufstand. Das heißt, es wird sich jetzt ein Rebellen... Genau, wenn sie jetzt Rebellenzentren gebildet haben. Aber die werden sich dann auch sehr schnell gleich wieder verabschieden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wer ist der? Rainer Schuhwirt. Nicht zu verwechseln mit Rainer Gastwirt oder Rainer Deutscher. Aber verrückend schon wieder. Oh. Fünf Panzerdivisionen. Der nächste Agent. Ja, Netzwerkstärke wächst schon mal ein bisschen. Also. Schon mal bei den Operations. Haben noch gar nicht die Option überhaupt. Ich weiß gar nicht, wo das ist mit der Kollab-Regierung. Türkei, Syrien, den Krieger klärt. Suizidpillen, Plastik, Sprengstoffe. Unsichtbare Tinte. Koordinierte Strikes. Ich könnte mir vorstellen, dass diplomatisches Training, Interrogation. Ich glaube, eins von den beiden vielleicht. Trainingszentren sind natürlich auch immer nice. Da können wir dann zum Beispiel aus anderen besetzten Gebieten oder anderen Teilen der Welt Agenten rekrutieren, was wirklich praktisch ist, wenn man Franzosen hat. Wenn man nicht zum Beispiel jetzt einen französischen Agenten hat und den nach Frankreich schickt. Dann ist natürlich der Vorteil, dass der eine geringere Entdeckungschance hat. Also quasi weniger wahrscheinlich auffällt. Ist nicht das allerbeste, aber wurscht. So, unsere Mischstärke 1,07 Millionen. Wer hätte das jemals gedacht? Intercontinental juckt mich nicht. Hm. Mit Forschung gibt's ja nix. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal gar nix, glaube ich. Also ich wüsste nicht, ob jetzt hier irgendwas... Ja gut, vielleicht doch. Wir die Jungs noch mal ein Upgrade mit reinschmeißen. So, habe ich echt Brüssel übersehen, oder was? Skandal. Und auch die Tschechen werden nun endgültig ins Vaterland integriert. Ins Krabbenreich integriert. Die Schweiz wartet noch ein bisschen. Ah, Spellwagen. Und mit dem Fall von Indien werden dann die Karten gleich neu sortiert. Leider. Und wir... Skippen jetzt trotzdem erstmal den Fuchs und gehen ein bisschen auf Luftwaffe. Bei euch auch. Boah, du kannst noch so viel machen, ey. Ich bräuchte 20 Forschungslots, dass ich auch nur halbwegs die Forschung machen könnte. Die ich alle aktuell benötige. Tja, das war's mit denen auch komplett. Das gewinnst du halt nicht. Griechenland hat jetzt Albanien noch den Krieg erklärt. Die sind zwar schon Geschichte, aber die machen trotzdem weiter Krawall. Albanien hat... Achso, Albanien hat einen Aufstand gestartet. Das war eigentlich die richtige Aussage. Borstein ebenfalls. Jetzt kollabieren alle. Also jetzt kollabiert Griechenland komplett. Die waren so krass. Die hätten, wenn wir gegen Bulgarien schnell durchgezogen hätten und dann anständig was mit ihren Truppen gemacht hätten, Wäre super gelaufen. Aber man hat's verkackt. Volontier... Das finde ich halt schade, ne? Dass ich für Volontier-Only keine Vorteile bekomme. Wir würden halt noch mal 1% verlieren. Aber wie gesagt, das bringt uns nichts. Das bringt uns keine Vorteile. Das ist halt Blödsinn eigentlich. Was für ein Ding. Er macht keinen Faxen, Alter. Das Bündnis heißt Deutschland. Das Bündnis heißt Deutschland. Willkommen wir gleich nochmal Spymaster. Entschuldigung. Das ist eigentlich gar nicht so lustig. So, kann ich euch Sachen schicken? Oh, ich... Dings, ne? Übelst stark. Weiß nicht, ist es hier auch so stark. Landlies. Wenn man nämlich Convoys schickt, das ist übelst... Yo, Digga, Alter. Schickt denen einfach mal chillig 500 Convoys. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Convoys sind jetzt nicht unbedingt das Nützlichste, was Ungarn hätte. Die haben nämlich nicht groß irgendwas mit ihren Convoys. Es ist auf alle Fälle sehr interessant. Es ist auf alle Fälle sehr interessant. Wie stark? Müssen wir nicht. Aber auf alle Fälle werden bestimmt ein paar Leute da sein. Kollaborationsregierung geht immer noch nicht. Ich glaube, wir können keine Kollaborationsregierung machen. Oder? Ich glaube, Kollaborationsregierung ging nicht, weil wir... Ging das nicht nur für Faschisten oder Kommunisten? Ich glaube, für wirklich, dass es so war. Ich glaube, das ging... Ich glaube, das geht nicht für uns. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich vergesse es auch jedes Mal. Ich glaube, ich hatte dieses Problem... ...hatte ich, glaube ich, schon mal. Und jedes Mal denke ich mir dann wieder... Oh, shit. So, Israel existiert nicht mehr. Syrien ist jetzt irgendwie im Krieg mit der Türkei. Ich bin mal gespannt, ob die dann auch langfristig versuchen werden, zu alter Macht zurückzufinden. Wir machen jetzt einfach hier weiter. Wie gesagt, jedes neue Upgrade macht natürlich unsere Flugzeuge noch ein gutes Stück besser. Auch wenn wir das andere Zeug noch nicht haben. Aber das bekommen wir ja langfristig auch noch mit Forschung. Die Ukraine hat natürlich überhaupt keine Chance mit der gesamten Welt im Krieg. Ja, was ist hier los? Brasilien ist immer noch ein Bündnis natürlich mit Argentinien. In Bolivien ist ein Bündnis mit Kolumbien. Und den Amerikanern, den Mexikanern. Und das ist der Frieden, den ich eigentlich so gefürchtet habe. Da ist es weg. Das Bündnis bestehend aus Indien und Japan ist Geschichte. Und in Japan, das schaut super aus. Italien, Japan, Japan, Korea, China, Japan, China. Also zumindest das passt. Der Rest ist halt komplett lost. Wer auch immer die Friedensverhandlung zu verursachen hat, also zu verantworten hat, ne? Schande über dein Haupt und über deine gesamte Existenz hier im Spiel. Also die Friedensverhandlung steht, wer das hier im Spiel gemacht hat gerade mal. Natürlich nicht den, der es designt hat. Der kann ja nichts dafür, dass die KI so komische Sachen macht. Was ich auch total faszinierend finde, ist, dass wirklich Israel noch Gebiete hat. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Ah, wir können es sogar komplett beenden. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Eskorb-Schiffe. Hat der jetzt eigentlich Ungarn angenommen oder nicht? Ungarn? Ja, wo sind denn die? Ne, hä? Die sind echt unabhängig geworden. Ich habe dir doch extra Sachen geschickt. Oh, ich habe es nicht mal mitbekommen, dass sie sich unabhängig gemacht haben. Aber theoretisch was war es denn? Ach, ich habe es schon gemacht. Economic Growth Stability when infection Ja, wir sind ja mit einer Fraktion mit einer unabhängigen Nation. Das gibt uns jetzt Stabilität oder was? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Er ist selber dort kapituliert. Malaysia ist ein Bürgerkrieg. Und damit spaltet sich die Forschung jetzt hier weiter auf. Kalte Kriege. Ja, ja, der kalte Krieg. Der kalte Krieg bei mir in der Hose wahrscheinlich hier. Bessere Engines. In Air Refueling. Air Range 50%. Digga, ich ziehe mir die Badehose an, Alter. Wie geil ist das denn? 50% mehr Rage. Ich kack ab. Was ist hier los? Sri Lanka. Sri Lanka, die hat doch keine echten Zähne, oder? Ja, ich bin für ihn. Er schaut mir deutlich seriöser aus, wenn ihr mich fragt. No Front oder so. Jetzt haben wir dann Werften ohne Ende, aber haben keine Schiffe. Ist ja auch nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Aber es ärgert mich immer noch, dass wir... Also ich glaube, das hier können wir trotzdem noch machen. Irgendwann. Sobald wir dann Modern Machinery erforscht haben und die anderen zwei Sachen in ferner Zukunft. Dauert aber wie gesagt noch ein bisschen. Das können wir dann trotzdem noch machen. Rumänien hat echt nochmal gewonnen, oder was? Nee. Ach so, die waren die ganze Zeit bei den Amis im Bündnis. Die Ukraine war ja das Problem nochmal. Franzosen haben den Krieg erklärt. Gegen Dominika. Und Dominika müsste irgendwo... Ich habe keine Ahnung, wo Dominika liegt. Wo liegt dieses Dominika? Schon hier. Aber die haben schon erobert. Der Krieg war quasi vorbei, bevor er angefangen hat. Lieb ich. 2016er Waffen, die HK416C. Da muss ich leider weiter mich darauf forcieren. So, die CVs will ich nicht. Können wir schon Presets? Presets gibt es einfach keine. Es gibt doch kein Auto-Ding, ne? Add Main Armament to give roll. Ja, was soll ich denn machen? Multi-Roll. Ihr seid solche Gauner, ey. Range 315. Es stehen auch keine Stats. Air-Tag 6, Air-Tag 20. Ground-Attack 4. Es ist halt alles Trash. Es ist halt einfach alles Trash. Scheiß drauf, Mann. Das mache ich auch gar nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da verschwende ich jetzt keine XP für. Für nix und wieder nix. So, genau wie erwartet. Frankreich hat das Ding relativ schnell gewonnen. Die Frage ist halt, inwieweit Frankreich gegen uns bestehen könnte. Weil Frankreich ist eigentlich so aktuell der einzige Gegner, den ich angreifen könnte. Die belgische Autobahn gehört ja auch schon uns. Tunesien hat Singapur erobert. Wir müssen halt taktisch klug vorgehen. Das bringt mir halt jetzt nix. Diesen großen Krieg über den Zaun brechen, weil das möchte ich halt wirklich erst machen, wenn wir wirklich richtig bereit sind. Und je mehr Gebiete wir vorher kehren können, je stärker unsere Wirtschaft ist, je stärker unsere Armee ist, desto besser. Und das dauert halt leider ein bisschen. Ihr dürft übrigens alle gerne, wirklich dürft alle da hingehen gerne, ne? Verstehe jetzt nicht, warum die Hälfte da nur in der Mitte von Deutschland rumchillt, als ob sie nix zu tun hätten. Und das wird auch wirklich ein harter Krieg. also die Franzosen, mit denen wird nicht zu spaßen sein. Mal gucken, wie es mit der Versorgung ausschaut. Eigentlich nicht so schlecht, das ist nur noch einmal upgraden. Hallo? Hallo? Das müssen wir mal upgraden. Aber ansonsten sieht das alles ganz lecker aus. Nur Bären muss leider für zu viele Provinzen und Einheiten Versorgung zur Verfügung stellen. Das ist hier ein bisschen problematisch an der Stelle. Kannst du auch das ändern, was du willst. Das bringt nix, weil es einfach zu wenig gibt. Aber das ändern wir. So. Improved Air Counter Measures. Fällt es ja voll nett, wenn die das von 87 Tagen auf 87 Minuten ändern könnten oder so. Meine nur. So, jetzt müsste das auf 25 steigen normalerweise. Japan hat die nie... Hat der schon einmal so gut funktioniert im Krieg gegen die Sowjets? Nee, hä? Japan? Nee, die sind doch mit gar keinem Krieg. Das Spiel lässt mich rätseln. Weißrussland hat Russland den Krieg erklärt. Gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, Sianon, Paschniak, das ist wahrscheinlich eine eher dümmere Entscheidung gewesen. Wie gesagt, ich mische mich nicht ein in sowas. Das muss ja jeder am Ende des Tages selber wissen, mit wem er sich anlegt. Aber ich perso... Uh... Okay. Das ist jetzt interesting. Ich könnte wirklich eventuell dann mit Frankreich und so im Krieg liegen, wenn ich dem argentinischen... Dieses argentinische Konkordat... Das ist ja in der Zwischenzeit nicht ohne. Das ist eine relativ starke Fraktion geworden. Also, Spanien und Brasilien und Argentinien sind stark, aber sonst gibt es nichts. Die Briten sind relativ schwach. Ist mir schon öfter aufgefallen, hier in der... Ja, gut. Man muss auch wirklich fairerweise sagen, Britannien hat den Peak seines Zins schon lange überschritten. Wollte gerade sagen, das ist mir schon häufiger jetzt in der 2000er-Mod aufgefallen, dass die Briten schwach sind. Aber es ist halt einfach so. Das willst du machen. Die sind schon lange nicht mehr so stark wie früher. Und auch früher waren sie eigentlich nicht so krass. Luftwaffe und Navy war halt ganz krass mit den Kolonien noch damals. Hat man schön ausgebeutet, alles hat super funktioniert. Aber jetzt so in der modernen Zeit, ich weiß gar nicht, wo die Brits... Wo liegen die Brits im GDP-Ranking? Britannien, GDP, Bruttoinlandsprodukt. Die haben echt ein höheres BIP als Frankreich. Mich jetzt verarschen? Echt jetzt? Ist Frankreich so schlecht oder was? Also Deutschland hat... Ja, Deutschland hat um die 4,5... Äh... Also ja, um die 4,1... 4.121 Milliarden. Und die Briten haben um die 3.000 Milliarden. Trotzdem, also es ist besser als ich dachte. Ich dachte irgendwie, dass die schlechter sind. Vor allem, der Brexit hat denen gar nicht so viel ausgemacht, interessanterweise. Ein bisschen war schon, aber nicht ganz so. Ja, gut, aber ich sage mal 3, äh... 3.000 Milliarden. Klingt viel, ist es ja auch am Ende des Tages. Ist ja auch echt wie Geld. Naja, ist doch ganz gut eigentlich für die Briten. Doch, nehmt's zurück. Da würde ich eigentlich schon erwarten, dass die im Spiel stärker sind. Sind sie aber nicht. so ein absoluter Trash. Wir bereiten uns jetzt auf alle Fälle auf den Krieg vor gegen die Franzosen nächste Folge. Auch wenn ich damit wieder mein gehorsames Wachstum kille. Aber das ist halt so. In der Stelle sage ich dann, ich bin raus für heute, liebe Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir vielleicht sogar Polen integrieren können langfristig. Naja, stimmt. Noch ein Agent. Ah, okay. Die haben ja einen ermordet. Ich habe nicht aufgepasst. Oder es wurde mir nicht angezeigt. Keine Ahnung. Wie gesagt, Spionage finde ich in dem Spiel total komisch. Assistance Contacts. Ne, wollen wir alles nicht. Wir wollen eigentlich Kollab machen. Ich werde mal gucken, ob Kollaborationsregierungen wirklich nur ein Feature sind für Faschos oder Kommis. Ja, also ich habe noch mal gegoogelt wegen der Kollaborationsregierungen. Angeblich soll man 60% und zwei Spione benötigen. Wir haben 100% und vier Spione, aber es gibt keinen Kollab. Hä, ich bin doch nicht dumm. Ich bin lost. Vielleicht gibt es auch keine Kollaborationsregierungen in der Mod. Ich kann doch nicht wechseln oder so. Oder mal was anderes gucken oder eine andere Nation angucken, weil ja, ich könnte es rein theoretisch rausgehen und neue Nationen starten oder so. Aber gar keinen Bock. Also wir haben 93 Divisions. Die Französischen haben 130, 140 Divisions, aber die sind schwäglich von dem in der Höhe. Plus die Französischen haben deutlich weniger militärische Fabriken, was wir nutzen werden um unsere Überlegen... Was wir idealerweise nutzen werden, um... Schönen auf. So. Wir erforschen weiter. Late Cold War. Ja, Digga, was für Late Cold War, Alter. Ja gut, für Weißrussland... Oh, das ist gar nicht so toll, Alter, muss ich sagen. Mein Ohr juckt. Ähm. Die Front zum stärksten Bündnis auf Erden, die ist mir doch ein bisschen zu groß in der Zwischenzeit. Warum will ich immer die ganzen Lieder... Die ganzen gleichen beschönten Lieder? Wir haben... Schau mal, was die alles für Lieder haben. Klassics. Alles Klassik. Warum ist alles Klassik? Boah, ich hab kurz einen Herzenfakt bekommen. Ich dachte, irgendwas mit Sabaton gelesen, Alter. Ja, wir machen jetzt mal hier random an. Swedish Solicitude. Und jetzt? Ich hör nix. Ah. Okay. Tschö. Jedenfalls haben wir jetzt auch mal ein paar andere Lieder. Ansonsten daddeln hier die ganze Zeit die deutschen Lieder vor sich hin. Und das geht mir dann irgendwann nach der 30. Folge doch mal hart auf den Panzer. Gibt mir auch gerade so ein bisschen Game of Thrones Vibes. War so ein bisschen lauter bei mir. Ja, hat schon was, ne? Die hier Dings spielt hier das ein bisschen Dings. Ganz toll. Da kommen mir fast schon die Tränen. Schönes Lied. Da warte ich doch gerne auf unseren Untergang. Arabische Republik ist auch am wachsen, ne? Die sind auch so ein bisschen in einem Ragnarök. So, was ist das denn? Ahmed Mohammed Amat al-Rab. Weil das Ding ist, ne? Das sagt, ihr spricht das ja nicht Ahmed aus, das heißt irgendwie so so Ahmed irgendwie so mit kann ich überhaupt nicht aussprechen, arabische Namen oder so. Aber man sagt nicht Ahmed, man sagt irgendwie so Ahmed oder irgendwas. Keine Ahnung. Kann das nicht. Möge er mir das verzeihen, dass ich seinen Namen nicht aussprechen kann. Aber ich denke mal, wenn jemand bei uns in Deutschland Hübeldübel heißt, dann kann es auch kein anderer aussprechen. Das ist immer das Lustigste, wenn du den Leuten erklärst, wie sie München aussprechen. Möge. 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 Ü. Ü gibt's nicht. So, was ist Ü, Alter? So, wenn du das nicht von klein auf lernst und schon eingeprügelt wird in der Schule, Alter, wie man das ausspricht, dann wie willst du das lernen, wenn du 80 Jahre nach einer anderen Sprache sprichst? Dann klappt sowas natürlich nicht. So, 50 Tage noch. Ah, meine polnischen Freunde, 80 Prozent, Kuss. Kuss, Digga. Du hast ja alles machen können. Ganz toll, ne? Das bringt mir halt alles nix. Ist da noch ein Lied im Lied? Da kommen wir gerade aus dem Hintergrund so ein bisschen so dü 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 mit rein. Hm? Ja, es ist wieder weg. Ich finde, dass die alten Lieder sind so eher so klassische Dinge. Weißt du, die so schwungvoll im Hintergrund laufen. Weißt du, hier diese da, 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 da und so. Die neuen Lieder, die sind alle so ein bisschen epischer. Die heben, die heben so ein bisschen die Atmosphäre an. Wisst ihr, was ich meine? So, das Lied, was jetzt läuft? Das ist, ich hoffe, ich verpenne es nicht und mache irgendwas falsch, aber ich hoffe, ihr hört das. Aber das ist episch. Das ist, wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Bunker und ich werde beschossen und Handgranaten regnen rein und Atombombe kommt von oben angeflogen und ich schieße mit meinem MG auf die annähernden Feinde und versuche, mich zu verteidigen für alles, was mir heilig ist und wichtig ist im Leben für das einige römische Reich und dann läuft dieses Lied im Hintergrund in der JBL-Box oder in der Musik-Box. Da läuft dieses Lied und ich gewinne gegen 50.000 Feinde alleine mit einem einzigen MG mit einem einzigen Schuss pro Minute gewinne ich das Ding und dann gehe ich in den Nahkampf über und die kommen reingelaufen in den Bunker und ich überwältige alle und da kommt schon gar keiner mehr rein, weil der Bunker schon dicht ist. Alles so wegen dem Lied. Ist richtig episch. Kriege Gänsehaut. Hab zwar keine, aber ich würde eine bekommen theoretisch. Richtig episch. Scheiße, Mann, das ist gut. Jetzt kommen wir wieder alle runter. Alle cool bleiben, okay? Ist vorbei. Wir können wieder entspannt weitermachen. Trotzdem episch. So, was wollen wir denn? 20 pro Tag, 6 pro Tag ist pro Leben. Sie haben so einen fetten alt, äh, Digga. Südafrika, meine besten Freunde seit neuestem. Wo gibt's denn eigentlich so Chrom hier? Frag für einen Freund. Oh, Italien. Die Franzosen haben ja gar nichts, Alter. Was ist mit dem Land passiert? Was ist denn mit dem Land los, Alter? Was ist denn mit dem Franzosen los? Die sind ja quasi nicht existent. So ist es wieder kein in dem Hintergrund, oder was? Japonoventure. Japan Overture. Achso. Japan Overture. Japan Overture. Aber ist nicht drin, oder so? Ich hör nix. Ach, das ist das Lid. Schau. Das meine ich wieder. Das ist jetzt so ein Klasse. Wirklich so ein altes Lied. Das kennen wir schon. Und das ist ja angenehm und das ist ja schön, aber das holt mich nicht ab. Ich sitze auf dem Stuhl, aber ich hebe nicht ab. Das auch. Das klingt auch langweilig. Kommentar ist langweilig. London in Flammen. Klingt gut. Hä, wo sind die guten Lieder jetzt hin? Was ist denn das? Warum muss ich denn diese... Sowas zum Beispiel. Ne? Heroes of L. 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 Ja. Gut. Egal. Lassen wir es einfach so stehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlen die da. Kann aber auch an der Mod liegen. Weil ich habe alle DLCs für häufig hier. Weil ja diese Dreistigkeit letztens auch, dass man tatsächlich sagt, man macht Vorbesteller-DLC. Also wenn du vorbestellst, bekommst du einen DLC. Der zieht mir die Hausschuhe aus, Alter. Wie jetzt hier mit dem Trial of Allegiance. Äh, Allegiance. Man sagt, wenn er vorbestellte Christen DLC halt. Also wenn ihr diese Folge seht, ist halt DLC schon draußen. Davon jetzt mal abgesehen. Aber, ähm... Ich finde es halt schon dreist. Ich finde es halt schon dreist. Es ist alles so kompliziert heutzutage. Die Frage ist halt nur, begehen die Franzosen den Verrat, der mir das Spiel kosten wird oder nicht? Der Verrat wäre der Beitritt zum russisch-chinesischen Bündnis. Britannien hat die NATO verlassene Seite aber früh dran. Davon abgesehen, es hat eh nichts wirklich... Karma oder was? Verlassen dann die NATO direkt... Batsch, an der Schelle ins Gesicht, ey. Saugeil. Saugeil. So, das ist so hart Karma, ey. 0,035 Wachstum. Turkmenistan hat kapituliert. Echt? Oder waren die im Krieg? Naja. Wir machen trotzdem weiter mit der Spinage. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich bin nicht mehr ganz so großer Freund davon, weil es scheinbar nicht das ist, was ich mir wünschen würde. Wir können zwar einen Coup organisieren, aber was bringt... Wie gesagt, Kollaborationsregierung wäre die wichtigste für mich, aber gibt es ja nicht. Was sag ich mit denen los? Ich kann in Israel dem Iran der Krieg erklären. Wenn es es gar nicht gibt. Aber Syrien macht sich noch ganz gut. Es ist wirklich Chaos. Es ist so Chaos. Ägypten ein großer Gewinner, mehr oder weniger. Die haben es eigentlich gut gemacht. Algerien auch ein ganz, ganz großer Sieger hier. Relativ stark. Wirtschaftlich auch 35 Fabriken. Also sind sie auch ganz gut aufgestellt. Auf alle Fälle besser als ihre griechischen Counterparts. Weiß sind keine Counterparts, deswegen erzähl ich wieder Blödsinn. Aber auf alle Fälle besser aufgestellt als die Griechen. Was machst du denn mit der ganzen politischen Macht, ist die Frage, ne? Bad Weather Penalty. Schauen wir mal kurz an. Die Gen-4 Multi-Rolls. Ground Detect 12. Das heißt, der muss auf alle Fälle schon mal besser als Ground Detect 12 werden, der Bube. Theoretisch. Improved Ground Targeting System. Ground Detect plus 10%. Ach so. Air Countermeasures. Planeter Countermeasures. Medium. Verbessert einfach die Air Defense ohne wirklich Kosten. Stealth verringert die Range. Verbessert Agility, aber verringert auch die Air... Ah, doch, ne. Verbessert auch die Air Defense. Wir nehmen es auch mal mit rein. Dann würde ich ihn... Würde ich es ihm mal gerne... Es ist aber mal ohne Witz. Was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Ground Detect 10. Ground Detect 15. Close Air Super Postwork Logistics Strikes. Ground Detect 15. Strategisches Bombing 6. Das ist aber halt blöd. Ground Detect auf Logistics Strikes aber nur. Ich finde es halt Blödsinn. Also gut, das sind jetzt... Das ist wirklich ein Multi-Roll. Den kann ich für beides hernehmen. Wieder einmal. Und dann switche ich für die Produktion jetzt auch rum. Einzige Problem ist, ich kann leider nicht direkt vergleichen. Oder kann ich vergleichen? Ne, kann ich nicht. Ich kann halt so vergleichen, aber ich kann es mir nicht anheften. Also wenn wir die Air Defense... Bei den alten Air Defense 12... Hier haben wir Air Defense... 40... Air Attack 27... 26 ist schlechter. Agility ist deutlich besser. Ground Attack haben wir... Ground Attack haben wir hier 12... Und hier gar nichts. Oder bin ich jetzt geistig dumm? Ground Attack wird mir ja nicht angezeigt. Also gut... 15... Plus CR 17 irgendwas. Es ist ein Multi-Roll. Er wird seinen Zweck erfüllen. So oder so. So, 136... Wir bauen halt so viel Trash-Schiffe, aber gut, am Ende des Tages... Sag ich mal, wenn man... damit Erfolg hat... Dann kann es uns ja am Ende des Tages auch wurscht sein. Ihr dürft übrigens gerne trotzdem reparieren, falls etwas kaputt gegangen ist mal irgendwo. Ein Schiff, ein U-Boot ist wahrscheinlich gegen einen Stein gefahren oder sowas. Ach hier doch ein paar... Ein paar andere Destroyer. Nichts Dramatisches. Aber sollte man halt auch mal sich drum kümmern. Hab letztens ein Video gesehen aus dem Ersten Weltkrieg, wo die Emden... Bei Malaysia rum... Und vor der indischen Küste... Ich glaube insgesamt... Dutzende alliierte Schiffe versenkt hat. Und Halfen geradet hat. Also ein... Gut, ist... Relativ beeindruckend eigentlich. Dass ein einzelnes Schiff... So viel Verwirrung und Zerstörung stiften kann. Und so viele Schiffe versenkt und Schiffe... Erobert. Also man hat die... Je nachdem, ob man jetzt welche gebraucht hat oder nicht, hat man sie versenkt oder hat sie beschlagen hat. Und... Ähm... Ja, faszinierend. Ich finde sowas interessant. Ich schaue mir das an. Ich freue mich dann total. Bin dann voll interessiert. Und fühle mich da auch voll drin. Aber merken kann ich mir trotzdem nicht. Also ich kenne die Basics so. Emden ist da rumgetuckert. Haben unzählige Schiffe versenkt von den Alliierten. Haben einen mega Krawall gemacht. Übelst effektiv und erfolgreich gewesen. Und... Ja. Das weiß ich. Aber die Details bräuchte mich schon jetzt keiner fragen. Sehr gut. Auf jeden Fall jetzt auch ein deutliches Upgrade bei der Wumme. Das könnten auch... Also alleine hier das Upgrade zwischen G36 und der HK416C. Deutlich mehr Defense, deutlich mehr Breakthrough. Gut, deutlich mehr Breakthrough. Ähm... Air Attack haben wir jetzt. Wir haben hier sogar Air Attack. Ich weiß ja nicht, wie das Ding ein Jet abschießen will. Aber gut. Lassen wir mal so stehen. Reliability fast 100%. Wir reden schon von einer... Egal. Ähm... Produktionskosten sind ein bisschen höher. Piercing ist auch deutlich besser. Dann haben wir nachher noch die HK416D. Und last but not least, das Ding hier. Mehr oder weniger die Werte mehr als verdoppelt allesamt. Naja. Dauert noch ein bisschen. Dann gibt es doch hier noch die ganzen Upgrades. Es gibt so viele Upgrades rein theoretisch, ne. Und trotzdem muss ich immer noch positiv sagen, ist Novo-Wechselung nicht so überladen. Also die Mod bietet schon viel Inhalte und die Mod macht auch viel. Aber die Mod ist zu keinem Zeitpunkt, dass ich sagen würde, die ist überladen. Das ist halt das, was ich so mag an der Mod. Das ist jetzt aber nicht das, was ich hier baue, oder? 2,56 pro Woche. Ernsthaft? Da braucht doch einfach gar nichts bauen. Kommt das gleiche raus. Clowns. Hä? Es ist sogar weniger geworden. Ist da einen abgesoffen, oder was? Wo soll ich denn jetzt wissen, was jetzt hier ist? Ich denke mal, ich denke mal, das läuft so unter Fighter wieder. Aber ich glaube, ist das... Nein, das kann ja gar nicht unter Cass laufen. Wir haben ja keine 44 gebaut in den paar Minuten. Ja, nee, das sind schon die. Okay, gut. Dann ballern wir jetzt nochmal Mochi Rolls rein. Ich denke mal, Frank, ich würde trotzdem auch eine gewisse Luftwaffe haben. Also die werden sich nicht einfach so abziehen lassen. Aber wir haben genug Flugzeuge in der Reserve, um gegebenenfalls dagegen vorzugehen. Das sieht jetzt wieder cool. North Star Solidarity. Das sind diese nordischen Songs. Die sind so geil, Alter. Boah. Das ist ein wirklich epischer Moment. Treten die in dem Bündnis bei oder nicht? Wir werden sehen. Offensive geht auf alle Fälle los. Die treten keine Bündnis bei auf den ersten Blick. Manpower ist... Die sind nicht schwach, aber die sind einfach wirtschaftlich unterlegen. Okay, die bomben uns wahrscheinlich gerade ein bisschen... Der Teimatland weg ist aber nicht schlimm. Das Wichtige ist hier einfach, einen kontinuierlich gleichbleibenden hohen Druck aufzubauen. Plant Force Intelligence. Ja, wen juckt's? Wen juckt, was ich plante? Baumpass bin plantet. Offensive läuft. Majinolini existiert ja nicht mehr. Die wurde ja... Excuse me? What are you doing? Step France? Also, warum... Warum würde man jetzt auf einmal München... Ja gut, die Bayern, die mag nicht jeder. Das wusste ich schon. Man muss ja nicht so eifertig sein, dass man hier München mit einer Atombombe zuschüttet. Ja gut, die haben jetzt so... Wir werden eine Atombombe hinspeisen, was sie wollen. Ja, Wien. Gut. Kann man machen. Ja, das seh ich kritisch. Jetzt fragt euch... Digga, ich hab überall Red Air, Alter. Ja, ist nicht... Ist auf alle Fälle beeindruckend. Dann schicken wir immer mehr Flieger in die Luft. Das Problem ist halt einfach, wir haben uralte Flugzeuge, ne? Das kommt einfach mit dazu. Rumänien und Ungarn, die Krieger... Ah, verdammter... Oh. Ja gut, da muss ich Ungarn jetzt leider sterben lassen. Ich kann mir den Zweifrontenkrieg jetzt nicht erlauben. Rumänien ist aber in keinem Bündnis. Ruft mich bitte schnell, Ungarn. Ungarn, ruft mich bitte. Ruft mich bitte, Ungarn. Ungarn, bitte, ruft mich. Join Wars. Ungarian-French-War. Weil das dumm ist. Ne. Ich hab ja gar keine Truppen an der rumänischen Front. Ne, ist total blöd, was ich gerade mach. Was mach ich denn gerade? Ich bin so hohl. Also wenn die Rumänen mich jetzt hops nehmen, dann bin ich aber auch wirklich komplett selber schuld. Wenn Ungarn jetzt sagt, ja, bitte tretet dem Krieg bei, dann bin ich am Arsch. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass wir uns ein bisschen verteidigen können. Offensiv, wo Frankreich läuft. Jetzt rufen sie mich. Oh, verdammt. Ich hab keine Infos über Rumänien. Wie lang kann Frankreich standhalten, ist die andere Frage. 110.000 Franzosen sind gefallen. Luftüberlegenheit passt auf alle Fälle so, dass wir keine Atom-Maren-Schläge zu erwarten haben. Die Front ist so groß, das ist mein Problem. Die Front würde mich hops nehmen. Plus wir sind hier noch nicht durch. Ich hab das noch da. Ich weiß nicht, ob das da noch funktioniert. Ich sag, wir gucken jetzt, dass wir Frankreich besiegen. Wenn das der Fall ist, dann können wir gegen Rumänien marschieren. Aber das ist halt, es ist jetzt halt eine Zeitfrage. Hier oben im Norden gucken wir vielleicht schnell durchpushen. Atomwaffen auf unserer Seite wäre natürlich auch einfacher. Wichtig ist nur, wenn ich jetzt nicht Escape drücke und dass das weg ist. Wenn ich jetzt nicht Escape drücke, dann ist das weg. Okay, dann ist fast überall Green Air in der Zwischenzeit. Kommst du mal Fortress Buster mit rein, mein Lieber? Dann Force Attack geht nicht, haben keine Command-Porten. Natürlich nicht. Was sind wir beim War Support? Ah, diese hässlichen, atomaren, bösen Buben. Die haben nur kapituliert, die sind noch nicht raus aus dem Krieg. Sehr interessant. Oh, die Verluste sind auch 135. Also Verluste sind schon relativ hoch, muss ich gestehen. Also höher, als es mir eigentlich lieb wäre. Jetzt habe ich es weggeklickt. Weil ich die Linie wegklicken wollte. Das müssen wir jetzt anders machen. Ich muss nochmal, ich, also, die sind noch nicht weg. Das heißt, die werden mich nochmal rufen, rein theoretisch. Darauf muss ich warten. Und warten darauf, dass uns Ungarn nochmal in den Krieg ruft. Gegen Rumänien. Die noch nicht vernichtet wurden. Ah. Ja, es ist die Frage, wie machst du das Beste? Ah, es ist schwierig. Beste wäre, wenn sie mich nochmal rufen würden. Warte, was ist das so richtig? Komm, wir haben es. Kavallerie haben wir ja nicht. Wir haben keine, weil es gibt keine Kavallerie. Es gibt keine Kavallerie. Pferde werden hier nur noch zum Reiten benutzt. Das war es dann aber auch wieder. Hm. 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 Ah, diese atomare Zerstörung. Oh, ho, 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 alter. So. Die, die französischen atomaren Waffen. Was soll ich mit der Kamera schon wieder? Die streikt schon wieder. Hm. Diese atomaren Waffen. Die haben leider schon wehgetan, muss ich sagen. Ja, hier oben kommt man gut durch. Wie gesagt, müssen wir warten, dass Frankreich nicht kapituliert. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt mit Rumänien läuft. Es kann passieren, wenn der Krieg mit Frankreich vorbei ist, weil das Ungarn hätte rein theoretisch kapituliert. Und Rumänien hätte den Krieg gewonnen. Dadurch, dass es aber Ungarn noch aktiv im Kriegsgeschehen mit Frankreich drin ist, glaube ich, dass es deswegen noch nicht vorbei ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also, den Worten folgen. YouTube. Ganz ruhig. Weil natürlich nicht mir folgen, so im Sinne von folgen. Keine Angst. Ich bin ganz handzahn. Ich chill hier nur. Ja, was ist das für ein Bündnis, Alter? Was ist da alles drin? Schau mal, wie viele Nationen in den Bündnis drin sind, Alter. Da gibt es aber gar nichts, die mit diesen ganzen Nationen sind alle ausgelöscht worden. Oh, das Spiel hängt. Ah, immer wenn das Spiel hängt, da kriege ich immer so einen kleinen Schock. Da habe ich immer Angst. Modern Stealth. Range minus 10. Agility plus 10. Warum verbessert denn Stealth die Beweglichkeit? Stehe nicht. Flexibilität. Weiß ich nicht, was ein besserer Schutz vor Scans mit der Beweglichkeit zu tun hat. Da ist das Ding. Wie gesagt, wir warten jetzt kurz bevor wir Frankreich kapituliert. Dann müssen wir unsere Truppen natürlich ASAP Richtung Romania schicken. Dann kann ich mich gleich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen, mal wieder. Ja, okay, da oben. Ja, aber wirklich enorme, wirklich Verluste, grausam. Grausame Verluste. Boah. 6000 durchfeilig Flugzeuge. Toll, ich sehe gar nicht... Ich sehe gar... Ach doch, hier, 140 durch Flugzeuge. Na ja, 380. Null. Null. Also, sie machen schon Damage auch durch Flugzeuge. Aber es ist nicht ganz so krass. Auf alle Fälle ist unsere Luftwaffe effizienter als die französische. Ja, juckt nicht. Mann, das sei es, Hauptstadt. 268, 200. Ja, die, wie gesagt, Verluste unehrenhaft, Alter. Trotzdem, die französische Armee ist immer noch stark. Zu stark? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir sind hier eigentlich komplett durchgebrochen. Ich hatte doch noch mal eine Fallschirmjäger-Division. Wo ist denn die? Werde ich mal eine Fallschirmjäger-Division? Werde ich nie finden, oder? Doch. Wo ist denn die? Gehen wir da hin? Komm. Mit Zug. Die waren auch schon mal schneller. Vor allem nicht mehr das, was sie immer waren. Ah, Manpower sinkt aber. Ah, die Verluste sind, also, wenn wir jetzt schon gegen die Franzosen so hohe Verluste erleiden, was soll erst mit Russland, China und Co. passieren? Italien, Spanien. Wichtigste ist mir, nur, dass wir vielleicht... Ja, okay, das war es jetzt gleich. Es wäre natürlich gut, wenn wir den Krieg gewinnen, bevor wir die gesamte französische Armee auslöschen müssen. Was war das denn jetzt für ein Move? Ey, what the fuck? Warum? Warum haben die jetzt die Seiten gewechselt? Wer hat den Krieg, den Krieg erklärt? Die Sowjets? Na, egal. Betrifft ja mich nicht, oder? Ne. 35, 33. Wir haben jetzt gleich mehr Verluste erlitten als die Franzosen, doch hier oben. Bulgarien ist dem Emirati-Konkordat beigetreten und das Spiel hat sich verabschiedet. Geht's wieder? Ne. Was war denn jetzt los? Was war denn das Problem jetzt? Ah, und wieder. Und mal um 3 Uhr. Und wieder um 3 Uhr. Was ist denn mit 3 Uhr, Alter? Das ist geil. Oh, 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 oh. Müssen wir jetzt ganz genau aufpassen. Ich sehe, ich schaue da so genau hin. Und bei meinem Glück bin ich trotzdem gleich so blöd und verpeile das, wenn Frankreich... Okay. Shit. Boah, nicht jetzt. Okay. Ja, perfekt. Nein, der Ruf ist weg. Der Ruf ist weg. Ich verreck. Nein. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich krieg keine Punkte dazu. Ach, warum macht man denn sowas? Da ist der Ruf weg. Ich passe die ganze Zeit auf und so und dann ist der weg. Oh, Sche... Ah, ich kann doch alles nehmen. Oh, Gott sei Dank. Ah, jetzt halt. Gut. Ich nehme das jetzt an. Auch direkt, weil ich keine Ahnung habe, was sonst noch passiert. Und zum anderen... Es ist mir auch tatsächlich gerade relativ wurscht. Die können gerne sich ein bisschen ausbreiten. Weil dann kann ich die nämlich besser zurückdrängen. Plus, es ist ein Verteidigungskrieg. Ja. Verteidigen. Digga, ich habe da oben die Front übersehen. Kommen jetzt dann unsere Truppen auch irgendwann mal, oder? Oh, jetzt kann ich den Krieg wieder nicht angucken. Oh, ich hasse... Nein. Oh, ich habe vergessen auf den Autos... Ich weiß jetzt nicht, ob der den Autosave trotzdem gemacht hat. Keine Ahnung. Oh, er hat den gemacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ja, komm, die sind Trash, Alter. Also, die haben auf alle Fälle gut Gebiete sich geholt. Das Problem ist nur, das bringt denen jetzt halt überhaupt nichts. Die zetteln da schon wieder irgendeinen Großkrieg annehmen bei. Wir gehen auch direkt in die Offensive über. Wir fackeln hier gar nicht lange. Die haben sich jetzt ein bisschen ausbreiten können. Das zieht jetzt hier jede Menge Manpower. Die müssen das hier erstmal alles, ne? Resistance. Indien ist so... Oh Gott, was geht denn da ab, ey? Die ballern sich alle den Kopf ein. Ist das schlimm? So, Remove Pulley Funded Air Force. Das ist ein gutes Ding eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Gefällt mir. Gegen Offensive läuft. Bratislava gehört auch nicht wieder uns. Hm. Wir machen erstmal mit den Forschungen weiter. Boah. Alter. Egal, das tut weh. Das, das tut weh. Das tut... Oh. Oh, das tut ja alles so weh, ey. Komm, hier komm wieder hier rüber, komm. Ist ja okay. Ich hab mich jetzt hier kurz runtergelehnt. So, jetzt hier, mach wieder Fokus auf mich. Bitte. Bitte. Mach wieder Fokus auf mich. Ich hasse die Kamera. Ist ja der Endshit, ne? Der geht mit und so. Aber dann, die hat irgendwie Probleme dann zu erkennen, wenn ich hier wieder... Ja, danke für nix. Der hat keine Bock. Die schreikt jetzt. Super, jetzt zeigt sie in die... Jetzt zeigt sie in die Decke. Digga. Du sollst hierher. Hier. Hier bin ich. Guckst du. Das bin ich. Okay. Ja, jetzt. Super. Ganz toll. Hast du ganz fein gemacht. Was ist denn jetzt mit Bratislava? Ich schaue es mit Luftwaffe aus. Haben sie keine, oder? Dachte ich mir schon. Das Problem ist, die haben auch meine Luftwaffe komplett weggeballert. Naja, ich habe keine Fighter mehr. Die haben mir komplett meine Fighter weggeschossen. Garn hat Algerien den Krieg erklärt. So, genau. Ihr pusht hier oben. Habe ich ja schon befohlen eigentlich, oder? Was ist eigentlich aus meinem Befehl geworden? Was ist aber irgendwann hier eigentlich meine Befehle so eiskalt ignoriert? Was soll denn der Scheiß? So, da haben wir eigentlich genug. Da haben wir auch genug. Hä, ich habe doch hier 42 sogar auf Lager. Die nehmen das doch als die Attack Aircrafts. Bin ich euer Ernst? Das ist doch ein Multi-Roll. Das läuft doch unter Multi-Roll. Hä, nee? Nee, wir brauchen keine. Nee, doch. Nee, passt doch. Was wollen die jetzt von mir? Stored. Schauen wir, was wir alles gestored haben von den Multi-Rolls. Also, so haben wir da Minus. Ungarn freut sich. Die bekommen jetzt wieder Gebiete zurück. Was mir... Warte mal ganz kurz. Hm. Äh, also das geht hier auf alle Fälle hart an mich. Man muss mal ganz kurz gucken, ob wir uns die Ressourcenrechte sichern können. Tatsächlich gar keinen Bock, dass ich mich wieder hier alles hole. Oh, es ist wieder 3 Uhr. Ich warte darauf, dass das Spiel jetzt dann irgendwann abstürzt. Rumänien läuft noch runter kapituliert, obwohl sie eigentlich wieder entkapituliert haben. Verluste 24.000... Das sind schon eher die Verluste, die ich mag. 24.000 zu 90.000. Weil die echt relativ viel Wirtschaft haben. Weil das damit zusammenhängt, dass sie sich natürlich die ukrainischen Gebiete gesnackt haben. Und mit dem Fall von Bukarest, denke ich mal, dürfte es dann aber auch gleich in den Polana-Garten gehen für die Romänen. Die Türken versuchen endlich wieder ihr Land zu vereinen nach langen, harten Kriegen. Und die Griechen schaffen es auch wieder ein bisschen zu expandieren. Aber nicht gegen Albanien. Da tut sich gar nichts. Also Amerika ist wie immer langweilig. Was habe ich mit Indien? Da habe ich auch wieder Konflikte gesehen. Ja, nee, Alter. Ich, 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 I doubt it. Brauchen wir echt Waffen? Dicke, diese Artillerie haben wir ohne Ende. Wo habe ich denn die ganze Artillerie her? War doch gar keiner mehr, davon abgesehen. Ja, ähm. Light Mechanized, Mechanized, Main Battle Tank. Das ist Mechanized. Das ist Light Mechanized. Walla, Krise. Warum kriegt jetzt Ungarn eigentlich die ganzen Gebiete? Ach, das ist, ah. Weil wir über ungarische Gebiete erobert haben wahrscheinlich. 40.000 zu 200.000. Ja, Rumäne hat nicht ansatzweise so eine Chance wie Frankreich. Ich glaube, wenn Frankreich 50.000 Mann mehr gehabt hätte mit besserer Ausrüstung, ein bisschen mehr Luftwaffe, dann hätten wir ein echt huge Problem gehabt. Ein huge Problem hätten wir gehabt. Kann man Ressourcenrichte tatsächlich sichern? Aber weißt du was? Ne, wir machen das nicht. Wir gehen einfach auf... Wir gehen auf World Conquest, Leute. Scheiß drauf. Hehe. Am Ende des Tages. Das macht mir mehr Spaß. Weil es der eine oder andere platzt dann wieder innerlich. Weil das Schallentier wieder auf gierigen World Conquest geht. Aber hey, lass mir noch meinen Spaß. Alles nehmen kann man es nicht. So, sieben neue Divisions. Ja, jetzt können wir erstmal unseren Arsch eine Weile nach Hause schmeißen. Das wird jetzt lange dauern. Ukraine hat Rumänen in den Krieg erklärt. Das ist ja lustig. Damit macht Ukraine jetzt quasi dann einmal Boden aufwischen. Hehe. Die Ukraine wischte die Überresten im Boden auf. Ja, Indien wird auch gleich wieder Abgaben machen. Und... Wie schaut es denn eigentlich mit Flotten aus? Ja, hier haben wir jetzt nichts mehr. Hier sind wir jetzt eigentlich wirklich durch, soweit. Dann machen wir jetzt hier einfach mal gar nichts. Lassen wir mal weg. Aber wie schaut es denn mit Flotten bei anderen Ländern so aus? Wir haben ja selber zwar schon auch eine gewisse Marine, aber ich muss gestehen, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob... die KI da irgendwo aufhört. Scheint so. Ja, die Briten haben gar nichts. Die Briten sind so trashy. Ich glaube, es würde wirklich Sinn machen, einfach in den Krieg zu ziehen gegen das argentinische Concordata als nächstes. Ich glaube, das wäre der beste Feind. In Britannien können wir nämlich rein theoretisch easy landen. Da müssen wir nur unsere Nave-Invasions mit ausbauen. Gott, da gibt es ja auch neue Forschung. Bessere Landing-Crafts, bessere Engines. Das ist halt auch wichtig, einfach, dass wir bessere... dass wir die Flugzeuge weiter verbessern können. Rumänien ist dem Emirat beigetreten. Ich glaube, dass die nicht mehr vielen beitreten gleich. Weil wir haben die ja besiegt. Die dürften nichts haben. Ja, die haben keine Truppen. Da dürfte dann auch eine Ukraine rein theoretisch erfolgreich sein. Mit was auch immer, wie viele Soldaten die haben. Ukraine ist dem Chinese Concordata auf Sowjets beigetreten. Muss irgendeiner von euch trainieren eigentlich? Ja, da waren die Verluste doch etwas zu hoch, so wie es ausschaut. Das ist ärgerlich. Spiel einfach bei drei Uhr pausiert. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Eigentlich so krass viel geht gar nicht ab mehr. Gut, halt in Afrika ist mega das Wusel-Busel. Und da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Integrated Battlefield Breakthrough und Breakthrough. Das klingt doch alles sehr gut. Durchbrechen ist immer was Nettes, außer es ist der Magen. Oh, Chrom, jawohl. Ah, schau mal an. Polen steht kurz vor der kompletten Integrierung. In Frankreich werden wir halt relativ viele Probleme noch mit Aufständischen aktuell haben. Das ist aber halt einfach so. Da kann ich jetzt auch nichts dran erinnern. 15% Resistance. Wachstum 0.22. Die haben Guerilla Warfare. Guerilla Warfare ist nervig. Das bufft das nochmal um 10%. Aber wie ich das immer schon... Boah, was? Okay, gut. Die haben sich den falschen Feind ausgesucht. Okay, ihr geht mal dorthin. Na, wobei... Wir schicken die da hin und die da hin. Die kümmern sich um Spanien. Das Problem ist nur, wie komme ich denn da nach Brasilien rüber? Ich weiß nicht, ob die Range lang von Spanien... Also wegen den Schiffen halt. Das ist mein Problem. So, ihr repariert aktuell. Besser ist es. Und wir warten drauf, dass wir das machen können. Moneycore Prozessoren haben wir. Organisierte Industrie haben wir. Megatexis haben wir. Dank Focus. Moderne Maschinerie 9. Wir können das jetzt rein theoretisch machen. Also wir könnten das jetzt wirklich auch mal in Beschlag nehmen. Wirtschaftlich. Dass wir jetzt nach diesen Forschungen mal kurz wieder auf Wirtschaft umschwenken. Um unsere Wirtschaft zu verbessern. Dass wir eben die Umstellung vor der Besteuerung noch machen können. Was kämpft denn hier? Hier haben wir jetzt Truppen gespawnt. Eine Division. Da kämpft aber viel mehr. Das heißt, die haben Unterstützung bekommen von irgendjemandem. Aber das wird dir nicht helfen. Rumänien ist gefallen. Rumänien... Rumänien has been... Rumänien has fallen. Ihr wisst, was ich meine. Übrigens total lustig. Das freie Island hält nach wie vor Stand. Gegen Russland. Oha. 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 Boah. Scheiße. Das ist ein eigenes Bündnis, by the way. Es gibt aktuell ein großes... Eins, zwei, drei, vier große Bündnisse. Südamerika, Nordamerika. Arabien und dann halt der Rest der Welt. Und der Rest der Welt ist das stärkste Bündnis mit Abstand. Die haben so viele kleine Nationen und Staaten. Die haben wir nur darauf ausgelegt, uns allen auf die Fresse zu hauen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist ja wirklich gucken, meine spielerische Überlegenheit dann später auszuarbeiten. Jetzt habe ich auch keine Waffen mehr. Das wird nicht besser. Jetzt brauchen wir auch Motorized. Was soll ich denn machen? Es fehlt an allem aktuell. Die türkische Militärregierung hat kapituliert und die Türkei hat nach langer Zeit mal wieder eine einheitliche Regierung. Mehr oder weniger. So, dann machen wir jetzt hier weiter mit Expanded Sim Software. Das brauchen wir auch noch, dass wir erstmal das da unten machen können. Gott. Da brauchen wir auch nochmal ein Ja. Mann, da juckt schon wieder die Nase. Also wir haben trotzdem Zuwachs. Es ist nicht ganz so gut, weil uns halt ein bisschen Ausrüstung fehlt. Das könnte schlimmer sein. Das Wachstum ist aber noch relativ hoch, leider. Ja, wir hören jetzt auch mal auf, neue Truppen zu rekrutieren, tatsächlich. Wir lassen es erstmal kurz, wie es ist, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich. Waffenmarkt gibt es nicht hier, oder? Doch, gibt es hier schon. Ne, gibt es einen Waffenmarkt? Doch. Buy Equipment. Ich kaufe mit 10.000. Leichte Panzer. Wir verkaufen. Das Problem ist einfach, dass das limitiert ist. Das langweilt mich halt so hart. Das langweilt mich so hart, dass das limitiert ist. Auch die Anzahl, die wir verkaufen können. Also, was wir als Bonus bekommen, wenn wir das verkaufen. So, das verkaufen wir alles. Dann, Flugzeuge machen keinen großen Sinn, dass wir die verkaufen aktuell, oder? Lassen wir mal sein. Kaufe mal 1.400. Also, alle französischen Panzer, die will ich eh nicht haben. Hehehe. Leichte Ausrüstung haben wir halt. Nochmal 12.000 von den Franzosen da. Gut, mal gucken. Vielleicht will es einer kaufen. Ich habe zwei zum Verkauf. Leichte Panzer und moderne Artillerie. Wo sehe ich denn eigentlich nochmal, wer alles in meinem Markt ist? Ich nutze es so selten. Ich hatte mich irgendwie mehr darauf gefreut, als ich es am Ende dann noch nutze. Aber wo sehe ich denn jetzt eigentlich, wer mit mir handelt? Das hat man doch irgendwo gesehen. Market Access hier in den ganzen Nationen. Auto Accept. Ne, Auto Accept nicht. Ich möchte schon wissen, wer hier bei mir einkaufen möchte. In meinen Schuppen. Joach. Ansonsten ist es 3 Uhr und es hängt. Arminien hat der afrikanischen Koalition den Krieg erklärt. War Support ist aber echt beschissen. Selbst wenn wir die 10% drauf bekommen, wieso haben wir so einen beschissenen War Support? I'm very tired by that. Können Kriegspropaganda machen, obwohl wir nicht im Krieg sind. Weil wir unter 50% sind, glaube ich, geht das, ne? Weiß ich gar nicht. Im Hintergrund düdelt russische Musik. Während die Performance weiter in den Keller düdelt. Ja, wir werden uns als nächstes dann den Spanien, den Briten und dann den Südamerikanern annehmen. Und dann geht es voraussichtlich tatsächlich gegen... Die Frage ist, wenn sie die Griechen dabei... Ah, die Griechen sind auch in dem Bündnis drin. In wem seid ihr beigetreten? Dieses Blaue, das ist das amerikanische Treaty, ne? Ne, The Emirate Concorded. Aber die gibt's doch auch nicht so wirklich, oder? The Emirate Concorded. The Emirate Concorded. Kannst du dir da nichts anklicken. Danke für nix. Die Warlord zum Mali-Allianz hat kapituliert. Ich packe mir die Hausschuhe aus, Alter. Willkommen zurück zu Hartz und Weihren, meine Boys. Wir sind wieder zurück und bereiten uns vor. Auf eine Offensive natürlich gegen die Espanias und die Britannias. Und nebenbei gucken wir, dass wir die Polner noch integrieren. Das steht ja auch tatsächlich schon kurz bevor. Und auch die Gebiete hier unten stehen schon relativ knapp vor der Integrierung. Und ansonsten haben wir noch relativ fette Probleme aktuell mit unserer Wirtschaft. Bereiten uns aber nebenbei darauf vor, dass wir, ähm, dass wir, ähm, ne? Robotic Subsidized Texas machen können. Einfach weil es das Premium plus 10 ist. Plus, was eigentlich das allergeist ist, 25% weniger Zivilgüterfabriken. Aber wir haben auch weniger Wachstum. Also es hat alles seine Nachteile und Vorteile. Wir haben weniger Wachstum. Aber egal. Digga, scheiß drauf. Also, ist Endlevel. Factory Output 20%, Research Speed 5%, Weekly Stability und War Support 1,0.1. Ist es einfach Premium-Knorke. Lieben wir. Und wollen wir. Und wollen wir. Gerade echt, ich würde mir überlegen, Factory Output 10%, dafür verliehen wir Stabilität, aber wir kriegen eh so viel Stabilität drauf, wir kriegen einen Scheiß drauf, Digga. Das ist doch einfach free, das können wir einfach machen halt. Wen lügt's? Habt ihr alles repariert? Super. Wir brauchen mehr Militärfabriken, meine Freunde. Moin, moin, meine Freunde. Wir brauchen dringend mehr Militärfabriken. Montee-Imitation fehlgeschlagen. Ich bin halt einfach kein guter Montee. Mann, dieses Scheiß-Auto-Sap alle sieben Tage geht mir jetzt auf den Sack. Ach so, das ist ja wegen dem Iron Man. Das kann ich ja gar nicht ändern. Oh Mann, oh. Es nervt mich, alle sieben Tage, zehn Sekunden warten zu müssen, weil der zweieinhalb Terabyte Daten speichern muss. Aber Krabbe, zweieinhalb Terabyte sind das doch gar nicht. Ich hab nachgeguckt. Das sind nur 50 MB. Was erzählst du denn schon wieder? Mein Leben. Original. Original Darstellung meines Lebens aktuell. Solche Leute dann sowas kommentieren wieder, weil sie es nicht checken, dass es ein Joke ist. Ich bin übrigens auch ein Joke. Hab ich die... Hab ich die französische Flotte? Ich hab die französische Flotte nicht übernommen, ne? Ich bin so ein Schmalkopf, Alter. Ich bin so ein Trote. Hamas hat zum 80. Mal kapituliert. Aber gut, das ist natürlich auch eine T-O. Und eine T-O, die kommt halt immer wieder. Da kannst du machen, was du willst. Weil das will ich nicht aussprechen. Allein, dass ich den Namen H schon sage, ist schon kritisch wahrscheinlich. Deswegen sollte ich einfach die Fresse halten. die beste Lösung eigentlich. Halt einfach die Fresse, Krabbe. Krabbe, halt die Schnauze. 79 Prozent, weil die Garnisonen nicht voll aufgefüllt werden können. Wir müssen tatsächlich kurz umstellen. Wir müssen nämlich erst produktionstechnisch mal... Warum will ich kein... Ich sage euch, wie es ist, Leute. Das ist jetzt richtig kack. Okay, Panzer ist fast... Also das ist fast fertig. Da können wir jetzt wirklich die Produktion sogar mal senken. Das Problem ist nur, wir haben... Wir haben keine Chance gegen Russland in einem Krieg. Das ist ein Fokusbaum. Das ist ein Fokus. Fokus! Auf gut Deutsch gesagt, es gäbe eine geringe Chance, dass eine Kriegserklärung ausbleiben würde. Da steckt mich hinter dem Mikrofon. Die Front ist halt so groß. Die Front ist so groß und es sind so viele Feinde. Wir würden einen Krieg nicht gewinnen. Nicht in dem Maße. Wir müssten einen Großteil unserer Gebiete aufgeben. Dann ist die Frage, wer tritt dem Krieg bei? Wir müssten uns wahrscheinlich hier hin zurückziehen. Ungarn nicht mit reinrufen. Das ist wichtig, dass wir Ungarn nicht mit reinrufen. Und er würde es rein theoretisch in den Verteidigungslinien hier ziehen. Hier. Wie gesagt, Ungarn nicht reinrufen. Und dann da noch Resttruppen quasi. Nicht viel, nur so ein paar. Hier. Das müsste eigentlich gehen. Ne, warte mal, Blödsinn. Nein, Griechenland verteidigen wir nicht. Griechenland verleben wir auch. Ähm. 14. Okay. Das wäre jetzt dann meine Verteidigungsstrategie hier. An der Stelle. Besser wüsste ich nicht, wie wir das verteidigen wollen. also da bin ich jetzt gerade etwas pessimistisch tatsächlich. Wenn die Kriegserklärung kommt, Okay, was wir jetzt aber erstmal machen, ist die Gebiete integrieren. Das ist sehr, sehr wichtig aus vielen Gründen. Wirtschaftlich, ressourcentechnisch. Aber auch, dass die Russen dann eben Probleme mit Aufständischen bekommen. Okay, das ist perfekt. Da kommt keiner so ran. Außer es gäbe eine Naval Invasion. Es kann sein, ich bin mir nicht sicher, aber es gäbe eine gewisse Möglichkeit, dass die Kriegserklärung daher kommt, dass die Kriegserklärung daher kommt, da wir diese Gebiete hier haben, dass Russland vielleicht da Interesse drauf hat. Ja, Möglichkeiten gibt es wieder viele. Da kannst du jetzt wieder vermuten und tun und diskutieren und hast sie nicht gesehen. Möglichkeiten gäbe es wieder viele. Was da am Ende dann zutrifft und was der Stand der Dinge ist, das werden wir nie erfahren. Wichtig ist nur, buckelt euch ein, Leute. Es könnte bald zum alles entscheidenden Krieg kommen. Wir könnten nicht mal die Front zu Italien wirklich verteidigen, oder? Es ist eine Katastrophe. Motorized füllen wir langsam auf. Ist halt auch wichtig für die Garnison. Jetzt haben die Russland den Krieg erklärt. Das bringt mir jetzt halt trotzdem nichts, außer, dass das Spiels wieder hängt, weil die meinen, sie müssen hier alle in den Krieg reinrufen. 102 pro Tag. 80 Tage, dann haben wir das zumindest wieder back on track, was halt auch, wie gesagt, für die Garnison wichtig ist. Beide, das sieht schon mal wieder ganz gut aus. Wir haben auch kein Wachstum des Widerstands mehr, sehr, sehr wichtig. Zinniger hat kapituliert. Integrieren. Integrieren. Sehr gut, Warschau ebenfalls. Also, Friedenskonferenz, eine, die lang dauert, was für eine? Alter. Okay. Das war dann wahrscheinlich in Südafrika mit. Ist aber ganz gut, das hat auch die Performance sehr gut. Sehr gut, Performance gefixt durch diese Friedensverhandlung. Haben wir jetzt ein paar Infos über Russland oder eher nicht? Bisschen aber nicht wirklich so viel. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich dieses Geräusch höre gerade. Weil ich immer denke, dass die Russen zuschlagen. Ich finde es nur schön, dass wir hier fast voll sind. Was mir jetzt auch noch nicht so viel bringt. Es ist gerade echt Nervenkitzel, dieses, das macht mich so, das macht mich so aggro gerade, ihr habt keine Ahnung, ne? Und ich weiß es ja nicht. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass sie einen rechtfertigen. Die rechtfertigen, die haben einen gegen die Ukraine und die haben einen, die haben, Sandkitz und Nervis hatten Kriegssieg in Russland. Aber warte mal ganz kurz. Ne, ich dachte kurz, dass ich das sehe. Deutschland. Germany. Es gibt einen Destroy Germany. Das ist er. Das muss er sein. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Hey, habe ich die nicht schon alle gekernt? Hä? Ich habe das doch schon, oder nicht? Ich dachte, ich hatte die schon alle durch. Aber das ist jetzt wirklich sehr nice, dass wir die noch alle integrieren können. Das ist super, super nice. Allein schon von der Manpower nochmal. Wir haben jetzt 200 jungen Kernbevölkerung. Aber es ist trotzdem so richtig, ich weiß nicht, dieses Gefühl, wir sitzen jetzt so lange hier, wir wollten jetzt eigentlich die Spanien, die Briten angreifen. Und dann kommen die Russen jetzt und wollen alles. Es muss nicht sein, dass wir den Krieg erklären. Es muss nicht sein. Es kann sein, dass wir vielleicht Angst haben oder so. Oder Respekt oder sagen, nee, komm, wir lassen es. Aber allein die Tatsache, dass die dieses Kriegsspiel jetzt gegen uns dann haben werden, für immer, allein das ist schon ein Problem für mich. Weil wie kann ich jetzt entspannt die Briten angreifen und Richtung Spanien marschieren und gegen Südamerika, wenn ich immer damit rechnen muss, dass mir die Freunde auf die Nerven hier gehen. Gut, jetzt schicken wir mal unsere Flotte dahin, dass wir gegebenenfalls auf alle Fälle mal merchen, auf alle Fälle hier die See dicht machen können, dass die Russen keine Naval Invasion starten könnten. Das machen wir aber erst, wenn es wirklich soweit ist. Nicht sofort. Bei den Hafen werden wir ja nachher eh verlieren. Ja, wie denn läuft denn das? Das müsste doch jetzt schon fertig sein irgendwann mal, oder nicht? Was für Moldova? Das ist jetzt aber... Die haben kein Bündnis. Da müssen wir jetzt schnell... Ich weiß jetzt nicht, woher die Kriegserklärung kommt. Ich habe jetzt kurz schon Schock bekommen. Das muss ich jetzt natürlich unterbinden. Ja, da ist es scheiße. Verdammt, Alter. Ah, ich hatte wirklich gehofft, bis zur letzten Sekunde hatte ich gehofft. Und natürlich, die Italiener haben auch direkt ihre Truppen hinterher geschoben. Ah, es ist ein Trauerspiel. Ja gut, dann zieht euch bitte wieder schnellstmöglich zurück, wo ihr hergekommen seid und ignoriert die Front. Ach, es ist so nervig. Haben wir jetzt das hier noch wenigstens? Nein, wegen einem ganz kleinen Mi scheitert das jetzt hier. Tja, was macht jetzt Italien? Solange Italien nicht beitritt, würde ich mich noch relativ safe bezeichnen. So, patrouilliert hier und hier. Patrouilliert Italien. Italien könnte halt Neville Invasions machen. Das ist das Problem. Ja, genau. Natürlich. Es ist ja nicht so, als ob es mich jetzt wundern würde oder so. Es ist ein Trauerspiel. Die gesamte Welt. Nein, Ungarn, ihr tretet tatsächlich nicht bei. Das hat schon seinen Sinn, warum ich die Sachen so mache, wie ich sie mache. So, Landingcraft ist halt jetzt auch nutzlos in der Zwischenzeit. Also Price. Wir schieben jetzt erstmal die Wirtschaft weiter hoch. Gucken, dass wir die Jungs hier dann wegpushen, falls sie jeweils da sind. Jemals da ankommen sollten. Ja, ja. Mein Urgroßvater tritt auch gerne noch bei. Sagt ihm einen schönen Gruß. China wurde als Feind gerufen. Ich bin zwar schon mit China im Krieg, aber gut. Ah, verdammt. Gut, jetzt bleibt mir wieder nichts anderes übrig. Trainieren und trainieren. Was soll ich denn jetzt auch groß machen? Andere Möglichkeit habe ich ja jetzt hier gerade gar nicht. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir in der Lage sind, uns zu verteidigen. Da sind Truppen. Ah, das ist auch griechisches Territorium. Wir deployen die einfach ASAP, hätte ich gesagt. Scheiß drauf. YOLO. Okay, die haben wir abgewehrt. Das ist schon mal nice. Ah, die hatten gar keine Name Invasion. Die sind einfach gelandet. So, dann stellen wir euch jetzt da hin. So ungern ich das auch mache, weil ich muss es ja machen. Aber die schicken ja, die wollen ja Truppen schicken. Jetzt ist nur die Frage, schicken sie die dann auch zu mir rein oder ist das nur zum Spaß dann? Die sind noch beschäftigt mit dem Obern der Sachen hier. Die haben auch schon kapituliert. Wir haben Green Air, zumindest in den zwei Regionen. Ja, aber wir sind jetzt echt hart am Arsch. Hart. Herrtestenz. Okay. Verteidigung steht allerdings jetzt mal. Größtenteils. Auch wenn das überhaupt nicht so geplant war. Okay. Was ist denn das Problem jetzt hier? Trucks. Immer noch. Wir bauen doch schon Trucks ohne Ende. Ich baue mehr Trucks als überhaupt erlaubt ist. 160 pro Tag, um genau zu sein. Ukraine wurde als Feind gerufen. Ja, ja. Moldowische Republik. Jetzt hoffe ich, ja, das jetzt kommt, jetzt ist halt alles oder nichts. Jetzt ist halt all or nothing. Oh, das ist so ärgerlich jetzt hier, dass wir das jetzt nicht mehr bekommen. Weil vielleicht haben wir Glück und wir können es trotzdem noch machen. Vielleicht sind sie zu langsam beim Vorstoßen. Ah, wir sind ja im Krieg, deswegen kann ich sie eh nicht machen. Blödsinn. Hat sich dann eh erledigt. Ja, ruft halt jeden. Ich werde richtig aggro jedes Mal, wenn diese Nachricht aufploppt. Ich spüre richtig, wie ich, wie diese Aggressivität in mir durch, sich durchschiebt. Angriffe kann ich aber aktuell auch auf den ersten Blick mal super abwehren. Das ist schon mal viel wert. Wir bereiten auch hier einen Gegenschlag vor. China hat die Russen. Digga, wir sind doch, ach, egal, scheiß auf. Wägen die ihre Truppen schon durch meine Ländereien in der Zwischenzeit? Ne, ihr dürft ja gerne kommen, ne? Schicken sie ihre Truppen gerne zu mir. Aber an sich, wir sind doch relativ gut aufgestellt. Also wir haben eine starke Division, das dürfen wir nicht außer, außer Acht lassen, dass wir wirklich mit Elite-Einheiten auch haben. Und solange Italien und so nicht beitreten und wir Spanien raus, äh, 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 Spanien kommt. Sehr gut, perfekt. Sehr, sehr gut Spanien. Ich hoffe, Argentinien und Brasilien kommen auch noch nachher. Irgendwann mal. Tja. Endgame, Freunde. Äh. Loll, ich hab die Division abgezogen. Warum hab ich denn... Das sind die Truppen. Ich hab die Truppen abgezogen. Oder so. Da muss ich jetzt gucken, dass wir jetzt hier kurz nochmal eine Gegenoffensive starten oder so. Falls das funktioniert, keine Ahnung. Ach, es ist ein... Ach, es ist ein Kauderwelsch. Ach, es ist so kauderig. Es macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich weiß doch nicht, ob wir es schaffen. Na doch, wir kommen gut rein. Sehr schön. Wer sagt, ich will ja gar nicht so viel. Ist einfach nur mal kurz gucken, dass wir die wieder zurückpushen. Dass wir... Ja, gut, dass wir die unter den Parameter drängen. Gut, passt. Noch gucken, dass wir diese Insel hier erobern. Ja, also die Insel sage ich schon. Vollberglein. Die wir jetzt dann hier langziehen. So. Und dann halt rein theoretisch, wie gesagt, hier nochmal Truppen mit hin. Ja, ich mache das jetzt einfach so. Was will ich denn hier groß machen auch? Was will ich denn hier auch groß machen? Ich verstehe jetzt noch nicht genau, warum er die da hingewiesen hat. Also, warum die die da hin haben und nicht zum Beispiel da hin. Muss ich nicht verstehen, oder? So. Und die eine Division geht dann noch dort mit hin. Er soll übrigens gar nicht angreifen. Ihr haltet jetzt bitte einfach die Lin... Was ist jetzt los? Serbien hat uns den Krieg erklärt. Bescheuert. Ah, die Griechen wurden gerufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob und wann... Ob und wann sie die anderen rufen, die Italiener. Die Italiener, glaube ich, wenn wir wirklich aggro sind, wir könnten die vielleicht sogar wegpushen, if possible. wenn das somehow möglich wäre. Einzig, was wir so mal kurz machen können, ist... Ähm... Ne, das... Ja, also wir könnten die jetzt rein theoretisch modernisieren, genau. Air Attack ist besser. Ground Attack ist besser. Was auch immer das sein soll. Das ist nicht gut. Ich verstehe das noch nicht. Zweimal Light Machine Gun, die sind komplett trash. Special Armor, Air Defense, Range minus 20%. Ne, das ist trash. Machen wir lieber Advanced Stealth mit rein. Es sieht so lost aus. Es schaut so scheiße. Also wenn sie mich wirklich aggressiv angreifen würden, ich denke mal, die hätten gar kein Problem. Aber man weigert sich akkurat. Tönach. Und das ist mein einziger Vorteil wahrscheinlich. Solange sie sich weigern, diesen finalen, diesen bösartigen Todesstoß auszuführen, kann ich vielleicht noch ein bisschen leben. Es fehlt halt noch, dass die USA sich auf unsere Seite stellen würden. Ich glaube, das würde nochmal alles ändern. Aber aktuell passiert das nicht. Aber sie greifen auch nicht an. Also stark sind... Es sieht so viel aus, ne? Es sieht so viel aus, aber so stark sind sie nicht. Nur Versorgung ist ja im Arsch, aus irgendwelchen Gründen. Was sag ich für ein Lied, Alter? Danish Song of Liberation. Nicht, dass das Copyright ist oder so, ne? Dann fuck's ich aber, ey. Befehle, Mann. Baut doch einen beschissenen... Beschissenen... Ich raste gleich richtig aus. Baut einen beschissenen... Der PC fliegt gleich aus dem Fenster. Ich will doch nur einen Versorgungssabt bauen. Nein, der Flieger auf dem Hinterkopf. Da. Italien hat Angst. Das ist die einzige Nation. Die Spanier haben sich wieder verdünnelisiert. Schade eigentlich. Hatte mich sehr gefreut, mit spanischer Unterstützung zusammen zu kämpfen. Da kann ich mir wieder die Haare schmieren. Widerstand steigt nicht mehr. Okay. Gery hat kapituliert. Reinti... Ich weiß nicht genau, ob so eine Front generell... Ne, das ist das... Ne, das funktioniert. Ja, da könnte ich mir jetzt einfach eine Front manuell hinziehen. Aber das sorgt nur dafür, dass da Ungar mit reinkommt. Wollen die angreifen? Süß. Süß. Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass ich nochmal neu lade. Wir schauen uns die Verluste später an. Der speichert die Verluste. Ja, wir sehen uns ja später sowieso, was die Verluste sagen. So, was sagt unsere Luftwaffe? Aktuell alles rot. Super. Super. Warum steht da Fighter, aber es sind Multi-Rolls? Vor allem, ich verstehe nicht genau. Angeblich haben wir keine, aber wir haben doch noch jede Menge. Also, ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Ich bin am überlegen, was der Grund sein könnte. Einzige, was ich mir vorstellen kann, das andere sind vorgegebene Spiel-Multi-Rolls von der Mod. dass die eine andere Rolle haben als die Multi-Rolls, die ich manuell entwickelt habe. Was? Hä? Modern-Gen-5-Multi-Rolls Ground-Attack Das ist ein bisschen Suspektaktor, muss ich gestehen. Naja. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Leute. Bis dahin. Schönen Kaffee trinken. Oder so. Stellen wir ein paar Leute ein. Plus eher Support. Ja, mehr können wir nicht machen. Bis zum nächsten Mal. Das sieht nicht gut aus. Wir sind wieder mal zurück in einem schrecklichen Szenario. Und naja. hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Italiener sich raushalten, wenn wir jetzt die eine Forschung machen, die wir noch benötigen. Damit wir, also nicht ganz, eine fehlt da noch. Damit wir dann umstellen können auf die anderen, auf die Roboter. was uns das Leben vereinfachen durfte. Nee, oder? Das habe ich jetzt aber nicht richtig gesehen. Oder? Natürlich. Statt, dass die dem russischen Bündnis beitreten. Also auf gut Deutsch gesagt, da geht mein letzter Verbündeter jetzt leichter hin. Weil die Vereinigten Staaten, die aufräumen werden. What the hell? Ah, die haben für mich... Ah. Ah. Was für Ocraner, Alter. Ich kann nicht auf die Schnauze on. Was für Ocraner. Wer ist Ocraner? Was will diese Ocraner? Civilian Oversight. Sind die blöd, Alter. Die haben nicht genug Truppen, ne? Ist gut. Ist gut. Kann Aufstand gehen. Oder auch nicht. Ungarn hat... Ja, das ist jetzt aber richtig dumm. Ungarn, what the hell, Alter. Ungarn, what the freaking hell. Ach, ihr seid solche... Ungarn, ihr seid solche... Gut, okay. Glücklicherweise, muss ich dazu sagen. Wir haben... Das Ganze echt juicy glücklicherweise schon abgedeckt. Aber trotzdem... What the hell, Alter. Warum machen die das? Ich meine, ist nicht so, dass es jetzt aktuell so positiv ist. Aber gut, wir stellen mal die Produktion ein bisschen um, weil ich glaube, da sind wir voll. Da bauen wir wieder davon mehr. Ich habe nicht genug Gummi. Okay, Chrom können wir etwas weniger importieren. Dann bauen wir ein paar Syn... Syn-Fabs. Für ein bisschen Gummi. Und natürlich mehr Milz. Aufpassen, dass ich immer Milz sage und ich mit F aussehe... Hier, nicht, dass ich mal statt Milz... Mil... Naja, das mit dem anderen Namen halt. Ja, die müssten ja rebelliert haben, rein theoretisch. Aber eigentlich, die rebellieren doch noch nicht für mich. Die dürften doch noch nicht für mich rebellieren. Wer wird das denn dann eigentlich? Fragen über Fragen. Ja, ausrüstungstechnisch, es wird schon wieder besser jetzt. Ja, theoretisch... Ja, ist mir jetzt auch wurscht. Sind eh schon weg. Super Ungarn. Habt ihr echt... Spitzmäßig gemacht. Es ist... Ich meine, ich hab noch welche. Wieso geht denn das jetzt? Hä? Kommt es immer drauf an, welche Charge das ist, oder was? Manche Chargen können keine... Es ist das Wichtigste erstmal, dass wir Luftüberlegenheit irgendwie bekommen. Wie auch immer das funktionieren soll. Keine Ahnung. So. Ah, ist auch geil. Da schieben wir jetzt dann nochmal... Ah, Gummi. Wir könnten eigentlich auch... Warte mal ganz kurz. Ah, da gibt's noch... Diese geizigen. Machen wir nochmal mehr Aluminium. Und wie gesagt, wir stehen tatsächlich jetzt dann kurz davor, dass wir das machen können. Dann bin ich auch so frei und ändere das Datum ab. Das ist mir aber auch relativ wurscht, ehrlich gesagt. Das ist schon mal nice. Also wir schießen auf alle Fälle jede Menge Feinde ab. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, unsere Luftwaffe ist deutlich effizienter als die feindliche. Eine Sache müssen wir unbedingt machen, dass es immer... Also das ist wirklich... Das unterschätzt niemals die Effektivität von Radarstationen. Niemals. Radarstationen sind so unendlich stark. Die verbessern eure Stats. Das ist echt Unreal Engine. Ist natürlich nicht so billig zu bauen. 5.000 kostet's. Aber das bufft einfach die Erkennung von Flugzeugen. Wir sehen, wir haben jetzt hier eine Artitection von 2%. Naja, das heißt schon... Also ich war eigentlich simpler ausgedrückt. Gut, hier so... Wenn da 100 Flugzeuge rumflattern, dann finden wir zwei Stück. Und das ist halt schlecht. Mal schauen hier, das ist... Und mit einer besseren Air Detection kannst du diesen Wert halt erhöhen. Wir haben jetzt so 2-10%. Und wenn wir dann die Radarstation fertig haben, dann seht ihr mal, was das ausmacht. Idealerweise. So, wir sind ja in dem Defensivkrieg. Bringt man das irgendwas? Ja, können wir unseren Truppen sprechen. Männer Gondors! Haltet Stand gegen den Feind! Der gekommen ist, um uns zu vernichten! Ja, ja, ist mir wurscht, was ihr challenged. Challenged bei irgendeiner vielleicht die Russen. Das ist ja doch mal ein Highlight, oder? Übrigens, die höchste Stufe der... Entwicklung gibt's leider erst ab 90. Und da sind wir ewig weit von entfernt. China hat Korea über... Ach so! Korea ist aus dem Bündnis geflogen, oder was? Nee. Hä? Gab's einen Bürgerkrieg, oder was? Oder Argentinien? Argentinien ist in Korea gelandet. Kriegserklärung ist raus. Natürlich nur die Frage... Hm. Nein! Die verursachen Damage bei mir, das ist ja nicht gut. Ist ja eher schlecht. Ah, sehr gut. Wir kommen überhaupt nicht durch. Hehehe. Damit wäre das auch schon mal geklärt. Ah, oder? Nee. Sieht mir jetzt erstmal nicht so gut aus. Ah, verdammt. Einfach die Stellung halten. Das Ding ist, ich kann jetzt pushen, wo ich will. Das ist alles... Bescheiden. Ja, jetzt greifen sie hier natürlich auch an. Da hilft nur eins. Truppen rein. Die 12 neuen Divisions. Die dürfen dann hier einmal mit ihren Dienst in der Verteidigung aufnehmen. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig. Sieht mir nicht so aus. Kann ich ihnen noch irgendwie helfen? Achso, das sind Piloten, die befördert werden. So. Naja, sehr gut. Hervorragend. Der ist eingekesselt worden. Hm. Ja, für die gibt es da leider nicht mehr lange Hoffnung, so wie es ausschaut. Es ist eigentlich da unten los. Alter. Demokratische Arbeiter im Blick von Tansan hier. Ja, das ist alles auf feindlicher Seite. So, der macht jetzt wie erwartet einen Abgang. Aber ansonsten halten wir eigentlich noch weiterhin relativ gut stand. Was? Estland. Ja. Wie auch wollen die eigentlich noch den Russen den Krieg erklären, ha? Die Estische Sozialistische Republik. Das wird wieder ein Aufstand sein, glaube ich. Ja, auch immer ins Bündnis rein, oder? Aber das sieht mir relativ hart nach Bürgerkrieg aus. Also so ganz ohne Grund. Ne, warte mal. Die waren mit den... Ne, die waren noch mit den Bündn... Die waren noch Vassal, oder? Waren die nicht Vassal? Weiß gar nicht. Das ist alles red. Everything is red. Ah, hier war es kurz grün. Und da oben ist grün. Aber das sind welche, die keinen Auftrag direkt haben, die lösche... Warte mal ganz kurz. Die, die jetzt keinen Auftrag direkt haben, die lösche ich. Aber trotzdem nochmal jetzt. Weil dann können die nämlich wieder zu den anderen mit dazukommen. Gut, da ist ein einzelner Fighter. So, die sind alle out of business. Tornado GR1. Und das sind die alten, die nicht mehr hergestellt werden. So hart es auch klingt. Neville Invasions habe ich immerhin keine zu befürchten. Jetzt stellt euch vor, Spanien erklärt uns noch den Krieg. Das wäre lustig. Ja, Fuel Usage. Seid ihr alle schön hier fett am chillen, ja? An sich halt super zu verteidigen, ne? Flussüberquerung. Wie schaut's mit den Radarstationen aus? Radarstationen sind schon fertig, echt, oder? Na ja, 50% Air Detection. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir... Normalerweise deutlich flugzeuge deutlich besser abschießen können, aber irgendwie... Multi-Rolls sind halt so ein Ding, ne? Die sind halt einfach nur multifunktional ansetzbar und nicht in einem bestimmten Bereich sehr gut. Aber ich habe einfach keine Forschungsplätze, dass wir uns da auf einen Bereich spezialisieren aktuell. So gern ich es auch machen würde. So, Prison Break ist mir auch relativ wurscht. Wir haben eh maximale Stabilität. Komm, einfach zwei Zivilfabriken für nichts. Okay. Okay, das machen wir auf keinen Fall. Schuss mit der Forschung aus. Modern Machinery 9. Russland, Dänemark den Krieg erklärt. Wer will jetzt noch den Krieg erklären? Hey, Russland macht doch eh schon. Sehr komisch. So, Dänemark, willkommen in der Gang. Fünfter Agent ist auch am Start. Ist hier nur gerade. Wir müssen den einen hier irgendwie befreien, ne? So, ein Kuh. Dafür brauchen wir... Alles, was wir nicht haben. Wollen wir mal den einen Buben da raus aus dem Knast. Soll für euch nicht so toll aus. Haben halt noch mal ein paar Minuten ein paar Truppen abgelenkt. Was es uns jetzt bringt, keine Ahnung. So, Manpower verloren. 37.000. Wieder verlieren wir mal ein paar Leute. Aber größtenteils sind die sehr ineffizient mit ihren Angriffen aktuell. Was ich sehr, sehr positiv finde. Wir sind da wirklich voll eingegraben. Also da kommst du halt echt so wirklich fast nicht durch. Factory Output, Docket Output, 10% nochmal sehr nice. Wir werden wahrscheinlich niemals die Luftüberlegenheit erlangen. So realistisch muss ich sein. Also diese Tornado GR1, na die kann ich ja löschen. Diese Tornado GR1 werden wir nicht bekommen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, diese GR1 sind, kann ich vielleicht sogar mal hier gucken kurz. Fighter, Fighter. Sehe ich nicht, was da der... Toll. 1300 taktische Bomber. Was sind es denn jetzt? Multirolls, taktische Bomber, Jäger? Also du, du, du. Kommt weg. Ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber wie gesagt, das bringt mir halt nichts, als wenn ich hier einfach Flugzeuge habe, die nicht mehr replenished werden. Hier, die da. Weil die lassen wir nochmal da. Die haben ja noch ein paar Flugzeuge. Aber das Zeug machen wir zum Beispiel weg. Das Zeug machen wir weg. So, 18 von 40 kommt auch weg. 0 von 40. Was wichtig mit den 0 von 40? Ist doch totaler Quark. Und Organized Industry. Wir brauchen Modern Machinery. Die haben wir jetzt schon genau. Und die andere Forschung läuft ja auch schon nebenbei. Sehr gut. Das brauchen wir. Und das hier. Wenn wir das beides haben, dann switchen wir das Datum. Weil wie gesagt, das ist ein Bug, dass das nicht geht nach dem Datum. Eigentlich sollte es vor dem Datum nicht gehen, aber es ist halt ein Bug. Den beheben wir dann einfach mal ganz getrost, ganz dreist. Dann hoffe ich aufs Beste. Und was wir auch machen müssen nebenbei, ist nochmal natürlich weiter unsere Flugzeuge verbessern. Ich weiß halt auch nicht, was die KI... Wir haben halt einfach diesen brutalen Abzug von 30% für die Elite-Difficulty. Das ist halt das Hauptproblem, was ich auch mit habe. Wir sind in dem Defensivkrieg. Kriege ich da jetzt Abzüge auch in dem Defensivkrieg? Nee, kriege ich nicht. Ich kriege nur keinen Boni von 10%. Wir kriegen ja einen Boni von 10%. Auf den Gehorsam, wenn wir nicht im Krieg sind. Aber immerhin, der Wert steigt trotzdem noch ein bisschen weiter. Das ist doch auch schon mal ganz nett. Haben wir den jetzt gerettet, hier den Agenten? Jetzt sind zwei im Knast. Och, geht ihr mir auf den Sack. Rescue. Ich habe das doch... Ich habe das doch gemacht, dass die den befreien. Oder ist der jetzt wirklich auch gefangen genommen worden? Oder bin ich einfach so blöd und habe es vergessen? Wie schaut es mit euch aus? Schlecht, ne? Die Vereinigten Staaten haben natürlich 1,5 Millionen Soldaten. Da oben gibt es ein paar Schlachten im Ärmelkanal. Das sieht aber super aus. Perfekt. Enorm wichtig, die russische Flotte da auch zu dezimieren. Ohne Verluste vor allem. Russland hat Norwegen den Krieg erklärt. Das ist tatsächlich blöd für mich. Weil das bedeutet, dass die Front hier oben jetzt dann auch demnächst bröckeln dürfte. Es ist so sinnbefreit. Es ist so sinnbefreit. Tretet doch nicht den... Du musst da echt immer so stark sein bei sowas. Es ist so ekelhaft. Wir haben es wirklich echt geschafft, hier vorzustoßen damals. Und seitdem haben sie es auch nicht mehr wegbekommen. Die haben auch krumm Truppen hier stehen. Wir sind selber auch nicht in bester Verfassung. Aber uns zurückdrehen können sie ebenfalls nicht. Deswegen passt. Infanterie-Equipment. Was für kein Infanterie-Equipment. Sehr interessant. Warum habe ich denn kein Infanterie-Equipment mehr gebaut? Wer hat denn da wiederum gestiftet, Alter? So. Ja, von dem Zeug brauchen wir halt ewig viel. Also da können wir wirklich die Produktion bis in alle Ewigkeiten raufpumpen. Okay, Chrom. Kommt denn da überhaupt was von an? Das ist die interessantere Frage. Abfangen tun sie aber scheinbar auch nichts. Also was die Flotten angeht, sind sie nicht so effizient. Das Geräusch gefällt mir an sich nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ja, scheiß drauf. Herrdoktrin mit rein schmallern. Tja. Jetzt Spanien verteidigt uns jetzt hier oben im Norden indirekt. Weil ich den Krieg ja gar nicht beigetreten bin. Nee, die verteidigen Norwegen. Ist gut. Kämpft hier. Am besten kämpft ihr hier Ewigkeiten. Wie stark ist Norwegen? Nicht stark. Finnland ist deutlich stärker als Norwegen. Aber du kannst es halt gut verteidigen, das Gebiet. Hm, es ist ein Trauerspiel. Ah. Da schau her. Aber jetzt ist, warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich ja wirklich nur noch... Nee, die haben schon den... Hä, aber warum? Ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt aber wirklich nur noch die neuesten Flugzeuge. Zumindest so viele. Können wir uns mal sicher sein. Oder? Sind hier noch irgendwelche? Was? Rafale. Wer da? Was ist ein Rafale? Das ist wahrscheinlich auch der Grund. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Dinger nicht fliegen können, Alter. Warum die kein Damage machen oder so. Hoffen, dass unsere Flugzeugproduktion stabil bleibt. Aufstände vielleicht mal in Russland. Meinungsverschiedenheiten. Schlägereien. Bedrohungen. Meinungsverschiedenheiten. 40 Prozent. Okay. Das ist nice. Da hauen wir jetzt dann Konstruktion 9 nochmal rein. Noch mehr Baugeschwindigkeit als Boni. Haben wir jetzt 110 Prozent. Das heißt, wir bauen mehr als doppelt so schnell. Und wir haben tatsächlich nach Lamba wieder neue Truppen. Plus unsere bestehenden Truppen werden nicht richtig aufgefüllt sich gerade. Das ändern wir vielleicht auch mal ganz kurz. Wir packen mehr in... Verringert den Bedarf. Hier, Reinforcements. Höhere... Ah, beide befreit. Höheren Fokus auf Reinforcements jedenfalls einmal. Ja, Spione ist gut. Also... Spione sind halt so ineffizient. Wenn du Pech hast, dann entdecken sie dich wegen jedem Furz. Halt. Was soll ich mit den Spionen machen, wenn die den ganzen Tag entdeckt werden? Ist das was ich meine? Schaut uns mal die Bilanzen von ein paar Schlachtfeldern in der Luft an. Details. Monate. 100... Ja, das ist... Nicht gut. Besser. Ja, ich meine gut. Pfff. Ach Gott, ey. Ratlosigkeit macht sich breit bei der Krabbe. Einfach nur... Ratlosigkeit. Norwegen pusht übrigens interessanterweise. Richtig strange. Oder? Ne, wir werden zurückgepusht. Wollte schon sagen, das macht Norwegen da, Alter. Hier sollen wir die Nuggets chillen. Irgendwas müsste doch mal den Russen in den Rücken fallen. Das kann doch nicht sein, ey. Aber immerhin Brasilien ist halt auch nicht ohne. Also Brasilien ist halt wirklich richtig stark. Ich werde natürlich mich nicht gegen die Amerikaner stellen. So blöd bin ich natürlich nicht. So doof stelle ich mich auch nicht an. So, zukünftige Aluminium-Spezialisation. Ja, gut, dann werde ich halt einfach weiter auf Luftwaffe noch gehen müssen. Ein bisschen, somehow. Und dann sollten wir im Laufe der nächsten Folge wahrscheinlich sogar schon den nächsten Schritt gehen können. Friedrichshafen. Wenn es sein muss. Die United States of America. Was ist denn jetzt los? Ich habe mich jetzt gerade alle verarschen. Die Monroe Alliance. Was für eine Monroe Alliance. Oh, Amerika hat sich aufgeteilt. Schauen wir mal, ob das vielleicht nochmal zu Problemen führt. Was für Deutschland. Was? Was für Deutschland. Hä? Was ist mit Island passiert? Bin ich jetzt im falschen Film oder was? So geil. So. Was ist jetzt der Unterschied zwischen euch beiden? Future Gen 5 Multi-Raw. Weniger. Range ist gleich. Agility ist deutlich besser. Speed ist gleich. Gimm ich das gleich. Reliability schlechter. Es ist einfach nur, dass die Agility besser ist. Das ist nur die Frage. Wenn ich zum Beispiel hergehe und wir vorschnallen zum Beispiel so einen richtigen Attack. Weil da gibt es nur die. Da gibt es nicht. Ich kann gar nichts anderes machen. Ich kann gar nicht hergehen und zum Beispiel sagen, ich will wirklich so einen richtigen Attack-Flugzeug bauen. Weil das habe ich nicht. Ich kann nur die Multi-Rolls bauen. Habe kurz überlegt gehabt, ob wir vielleicht spezielle Angriffs-Flugzeuge bauen. Aber das kann ich auch nicht. Aber ich bin bester Dinge, dass wir nach 20 Jahren der Verteidigung irgendwann mal was erreichen können. Die Frage. Hä? Ach so. Natürlich heißt es Deutschland, weil es Bündnis Deutschland heißt. Leute, ich bin dumm. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin einfach dumm. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen. Dass ich so dumm bin. Was soll ich denn mit 10.000 Man-Board? Soll ich mit dir die Toiletten putzen? Was soll ich damit machen? Wir können allerdings... Das ist sehr positiv. Ach nee. Ach verdammt. Ich vergesse das immer. Wenn man im Krieg ist, geht das ja nicht. Mann. Ärgert mich voll. Industrial Printing 2. Damit sind wir hier fertig. Atomreaktor. ICBMs. Ja. 40.000 Kilometer Range. Okay. Hm. Ich werde versuchen herauszufinden, wie das funktionieren soll. Modern Machinery 9. Da ist es. 155 Tage. Ich hoffe einfach nur, dass Norwegen standhält. Das ist die einzige Sorge, die mich umtreibt, dass Norwegen fallen würde. Schau mal. Die Panzer sind langsam so vollgeballert von dem Produktionsboni her. Also wir haben jetzt hier schon stabile Produktionscap ist bei 70%. Da geht noch ein bisschen was. Elite-Difigule. Gut. Ich schneide mir halt immer das eigene Fleisch. 10, 20, 30, 40, 50% plus haben wir hier. Wir hätten 80% eigentlich. Aber weil ich mir gerne in die eigenen Fleischteile schneide hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. In einem natürlich nicht ernst gemeinten Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Haben wir natürlich minus 30%. Produktion. Keine Faxen, Alter. Ich kriege hier einen halben Herzinfarkt. Machen wir nicht. Mögen wir nicht. Wollen wir nicht. Ihr bleibt da, wo ihr seid. Oh, wir verlieren hier was. Warum schießen die meine Konnungs ab, ey? Submarines. Hä? Ho, 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 ho. Wir haben einen russischen Stolz der Flotte versinkt. Möge Fregatten. Ja. Das ist nicht ganz so ideal. Es könnte besser sein, Leute. Es könnte besser sein. Das ist doch so faszinierend, ne? Wie schwach die Türkei trotzdem ist. Wer ist denn das jetzt? Necmetin Erbakan. Kenn ich nicht. Nie gehört und nie gesehen. Was ist mit Algerien eigentlich los? Algerien war auch mal eine Großmacht. Die sind aber irgendwann mal hart baden gegangen. Jetzt ist Marokko auch wieder back in town. Wahrscheinlich auch wieder Bürgerkrieg. Aufstand. Meinungsverschiedenheiten. Das Übliche. Machen wir mal propaganda. Und dann nehmen wir noch mal das Wachstum mit. Und mehr Fabriken zum Bauen. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen mehr Gummi nebenbei. Damit wir auch ein bisschen einfach unsere Industrie weiter anfeuern können. Unsere Produktion. Und natürlich, was auch mit dazu kommt. Wir haben einfach auch einen höheren Gewinn an Treibstoff. Was natürlich auch wichtig ist logischerweise. Vor allem, ich möchte ja einen höheren Fokus weiterhin auf die Luftwaffe setzen. Alles rot. Es ist alles freaking rot. Was haben denn die Italiener für beschissene Dinge, Alter? Was für Eastern, Kanada. Hä, was für Eastern, Kanada. Hä? Hä, wir sind im Krieg mit den USA. Das ist halt alles dumm. Aber was für Eastern, Kanada. Amazonas. Ja, da kann ich nichts machen. Das wird halt jetzt langfristig auch das Ende der Brasilianer sein. Das ist so bescheuert, Alter. Alles, Mann. Das ist doch so sinnbefreit. Was ist denn die USA? Ich würde schon sagen, es ist Mex... Excuse me? Mexiko? Wie wäre es mit einem Angriff auf die USA? Wer weiß? Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt, ne? You never know. Noch 110 Tage. Ja, wie gesagt, also Amerika wird komplett in die Geschichtsbücher eingehen. Mich wundert aber trotzdem, dass wir hier kaum Atomwaffen-Einsatz sehen. Trotz allem. Versorgung ist schlecht, ist kacke sowas, ne? Denke ich mir schon. So, die sind jetzt rein theoretisch full. Das ist nur die Frage. Was machen wir jetzt damit? Putt man die zu den Mechanized oder zu den Light Mechanized? Ich meine, die oben haben 30. Tendenz steigend haben wir aber höhere Produktionskosten. Da kannst du jetzt wieder alles nur falsch machen an der Stelle. So, das ziehen wir jetzt auch mal durch. Da müssen wir nachher natürlich noch ein bisschen anderweitig investieren. Das greift auch keiner an oder so. Das ist... Da kann die Musik noch so... Das ist eher so die Musik, die ich mir bei einer Doku vorstelle, übrigens, by the way. Aber da kann die Musik noch so schön sein gerade. Jetzt los. Ja, einzig, was wir jetzt trotzdem machen könnten, glaube ich, ist trotzdem jetzt mal so eine Großfront. Ja, viel wird sich da nicht ändern von der Front her bei uns. Weil die... Aber sie haben es probiert. Wir sind aber direkt abgewehrt worden. Was mich aber wundert, oder haben die den Verschanzungsbonus nicht verloren? Ne, den Verschanzungsbonus nicht verloren. Erfreulicherweise. Ja, ein bisschen Kernbevölkerung auch verloren. Also sie haben es probiert. Die sind aber direkt zurückgepusht worden. Ja, das Versorgung ist ja halt auch scheiße. Und so viele Truppen haben sie nicht. Das Problem ist, es sind viele verschiedene Nationen, die angreifen. Es sind Italiener, es sind Chinesen, es sind Koreaner, Iraner, was weiß ich, was alles da gegen uns kämpft. Und die kriegen das nicht hin, dass sie eine Gesamtoffensive machen. Also die greifen nicht zusammen an. Das heißt, mich greift jetzt hier dann die US-Division an und die wird halt direkt abgewehrt. Das Einzige, was problematisch wäre, wenn wirklich alle angreifen würden. Oh. Oh. Ich wünsche euch viel Glück. Weil die nicht viel Chance haben werden, so wie ich das sehe. Ne, okay. Der Versuch war da. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich es hätte vorstellen können. Das für Musik, Alter. Koreaner haben sie geschrieben. Nein. Nein, das gibt es jetzt nicht, oder? Nicht euer Ernst. Nein. Das hier? Nein. Die haben mir das Lied einfach hops genommen. Oh. Und jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt, weil dieses koreanische Dings da die Battle, die Playlist durcheinander gewirbelt hat. Ich könnte platzen schon wieder. So ehrenlos einfach. Wir brauchen Gummi. We need more Gummi. Oder wir switchen einfach kurz. Stimmt, das können wir eigentlich machen. Limited Exportos. Da schau her. Mit einem Schlag hast du die Ressourcenprobleme gelöst. Smarte Krabbe bin ich schon manchmal. Haben wir ein bisschen weniger Produktion, aber... Äh, Baugeschwindigkeit, aber gut. Man kann nicht alles haben. Unsere Produktion ist mir wichtiger. Ja, 37 pro Tag. Schauen wir mal an, jetzt geht auch was weiter. Wir werden dann aber auch ein bisschen dann an die Leitmechanismus abgeben, dass wir einfach wieder mehr Truppen ins Feld bekommen. Okay, das wird's mit den letzten jetzt hier gewesen sein. Was seid ihr vom Beruf? Ah, diese Rafaten da. Das sind auch Rafales, Rafates. Tornado GR1, das ist doch schon ein uraltes Ding. Das kommt doch aus dem Ersten Weltkrieg noch, oder? GR1, oder war das immer noch die anderen? Echt immer noch so viel von den anderen gehabt? Ich dachte, wir hatten die jetzt alle mal los. Das ist sehr strange. Ich glaube auch, dass das die Flugzeuge waren, die so abgefarmt wurden über Italien und so, weil die waren hier unten noch alle zugewiesen. Weil wir hatten von denen noch ein paar Auflager durch Eroberung von Frankreich und Co. Polen und so. Ich glaube, dass die richtig trashy waren, dass die deswegen so hops genommen wurden. Das würde am meisten Sinn machen. So, ihr fügt euch dort mit zu. Es ist die Frage, kann ich die Roten abziehen oder nicht? Die Araber haben wieder den Israelis den Krieg erklärt. Die treten, die jetzt aber kein Bündnis beitreten, ist das aber alles irrelevant. Der afrikanischen Koalition. Ja, das ist halt nicht wirklich sinnvoll, denen beizutreten. Aber ich mische mich da nicht ein in ihrer Entscheidung. Noch 64 Tage. Organize-Industrie, ne? Die Modern Machinery brauche ich. Hä? Ach, da ist es 56 Tage. Ich schaue mal da unten hin. So geil, vier Tage schneller. So geil. So, Motorized. Hier sind wir auch schon mal relativ weit fortgeschritten. Machen wir Soft Attack. Und dann... Production Resource needed. Das ist tatsächlich nicht schlecht an sich. Oder? Was gibt es denn sonst noch? Funds, Produktion, Reliability, Military Industrial Organization, Research Bonus. Bei 20% Research Bonus ist das auch nicht ohne, ne? Ich glaube, wir machen lieber das mit dem Research Bonus, dann kann man schneller forschen. Das scheint mir nämlich sehr, sehr schön zu. Warum kann der so viel machen? Egal. So. Reliability... Oh Gott, hier kann man auch jede Menge machen. Research Bonus. Reliability. Production Resource needed. Efficiency Gap. Efficiency Gained Funds. Produktionskosten. Agility 5%. Ja, machen wir das. Tatsächlich bin ich direkt mit einem Start. 5% mehr Agility sind Gold wert. Gespannt, wie sich das dann schon mal auswirkt. Gar nicht, auf den ersten Blick. Wie gesagt, der Enemy Air Detection ist schrecklich. Und auch die Effizienz der Mission ist schlecht. Das ist an sich gut. Aber es gibt keine Schlachten jetzt. Wir haben eine höhere Agilität, wir haben eine höhere Geschwindigkeit. Alles super. Aber irgendwie kommt es nicht zu kämpfen. Ah, 1 zu 19. Ha. Das ist doch schön. 8 zu 33. 2 zu 10. Ja, jetzt haben wir nur noch unsere modernen Flugzeuge. Und ehe du dich versiehst. Haben wir auch keinen Müll mehr am Start. Sehr schön. Wir werden jetzt trotzdem gucken, dass wir Italien zuerst wegpushen. Und dass wir dann die komplette Armee an der Front stationieren können. Das ist mein Plan jetzt erstmal. Wir könnten versuchen, den Brasilianern zu helfen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das Ding ist, wir könnten auch nicht weiter nach... Ach, die sind mit all dem Krieg. Hier kriegt gar nichts von mir. Wollen die denn Schiffe überhaupt haben? Gibt es irgendein Ding, was uns... Irgendwas. Konstruktionsreparatur. Brauchen wir Reparaturen? Wäre nicht so schlecht eigentlich, ne? Wir schallern mal passives Repair mit rein, hätte ich gesagt. Öl haben wir... Ey, Gummi haben wir jetzt endlich genug. Noch Chrom können wir ein bisschen runterziehen. Die Hauptstadt von Paris. Aber die macht auch nicht mehr so viele Probleme jetzt. Da sollte der Widerstand euch auch irgendwann mal sinken. Könnte natürlich mal... euch da hinschicken. Bisschen da gegen die Rebellen vorzugehen. Faszinierend. Die leben immer noch, Alter. Die sind so inkompetent. Das ist voll krass. Die sind so inkompetent. Auch hier oben, da geht nichts weiter. Sehr, sehr positiv alles, nein? Kannst du mir auch noch mal die richtige Farbe hier haben. Die sind alle schlecht. Das ist pauschal. Alle schlecht. 39 Division. An der italienischen Front. Ja, wir könnten, glaube ich, angreifen. Jetzt mal nur Jog. Schau mal, die haben da nicht mal Truppen. Überlege. Probieren es einfach mal, YOLO. Einfach mal rein da, oder? Vielleicht können wir die Truppenüberlegenheit ausnutzen, die wir haben oder so. Befehle. Mit nach Italien gehen. Das ist mein Befehl. Sieht aber nicht ganz so toll aus. Hatte ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar extra Truppen. Einmal alles Stopp. Also einmal alles Halt quasi, dass da keiner mehr weiterläuft. Dann, alter, jetzt geht's los mit den Atomwaffen. Jawohl, München. Ich meine, haben wir doch trotz allem eine entspannte Flugzeugnachproduktion, weil sie es a. nicht schaffen, unsere Flugzeuge zu zerstören und b. wir in der Zwischenzeit sehr viele Fabriken auch abgestellt haben. Flugzeuge zu bauen, was ich sehr positiv finde. So. Die Zukunft der Flugzeuge ist auch unterwegs. Wir bekommen 100%igen Forschungsbonus. Das ist geil. Warum ist das jetzt hier nicht green? Ah ne, wir haben da gar keinen hingeschickt. Achso. Also. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Das sieht mir hier auch sehr ineffizient aus. Capiz, ja, kein Wunder, wenn man da eine Atombombe auf den Kopf geschmissen bekommt. Treibstoff passt auch noch. Müssen wir wirklich noch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel Atomwaffen abbekommen. Diese 5% extra Agilität haben schon gebracht. Die Griechen haben den Türken den Krieg erklärt. Das hat auch komplett... Oh, wobei. Oh, wobei. Das ist super. Ach, geil. Schön, schön, schön. Damit kommen neue Feinde für unsere russischen Freunde zum Vorschein. Und ich lasse auch die Hoffnung nicht nachgeben, dass die auch noch irgendwann... ...mit den Amerikanern im Krieg liegen. Die haben jetzt leider viel Ausrüstung verloren, leider. Durch diese Offensive gegen die Italiener. Ist doch gar keiner, oder? Hä? Können wir die einkesseln? Ja, was ist denn das für eine Logik? Haben sie mich jetzt eingekesselt? Ne, haben einfach nur die Gebiete zurückgeobert, weil ich blöd bin. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt. Und damit habe ich ja schon angekündigt. Schallern wir dann einmal kurz raus. Und sehen uns gleich wieder. So, und jetzt ist nur die Frage, ich stelle das jetzt um. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Aber wenn ich jetzt das Datum zurück ändere, bleibt das dann oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir jetzt hier stelle. Es scheint so, als ob es funktioniert. 57 Fabriken nur noch für Konsumgüter. Hä, geil. Oh Gott, ich habe aber einen Fehler gemacht, weil jetzt rufen die Schüler irgendwie lauter Nationen in den Krieg rein oder so. Excuse me? Hallo? Warum kann ich denn jetzt, Schilder, nicht? Ich würde nur sehen, mit wem ich im Krieg bin. Ich muss das Spiel nachher neu starten oder so. Ist ja grausam. So, ihr könnt übrigens aufhören anzugreifen. Das funktioniert ja nicht. Hä, wobei die jetzt die Schüler keine Truppen haben. Hä, wollt ihr mich verarschen? Was machen die denn? Wirklich äußerst suspekt. Weil ich bin ja relativ schnell unterwegs, ne? Werde natürlich aufpassen müssen. So, die hätten wir jetzt rein theoretisch nochmal eingekesselt. Schauen wir mal. Auch hier können wir weiter verrücken. Sonst noch irgendwo. Ja, greift ruhig an. Greifen sie ruhig an. Wir verbessern nochmal unsere Ölproduktion nebenbei. Russland hat Georgien in den Krieg gerufen. Aha. Ja, klappt nicht so gut, wa? Wartet mal ab, was passiert, wenn Italien kapituliert. Falls Italien kapituliert. So. Nichtsdestotrotz bin ich hier relativ happy. Auch wenn wir hier nicht durchkommen gerade. Kann man die noch schnell wegmachen. Neue Division. So, sehr gut. Genau. Alle Dortmeldungen. Es muss doch möglich sein, dass wir die T-Nails da zurück pushen, Alter. Das gibt's doch nicht. Gut, scheinbar geht's jetzt hier gar nichts mehr. Vielleicht doch mal zu oft zu spielgeladen. Schauen wir mal. Starten jetzt die Italien-Offensive. Einzig schön ist, man kommt relativ schnell voran immer. Das ist der einzige Vorteil. In diesem modernen Setting. Cool, die haben uns auf alle Fälle aufgegeben, uns da hinten auf den Sack zu gehen. Was ich wirklich sehr, sehr nett finde. Stark ist die Italien eigentlich. Ah, Autosave. Passt. Da kann ich zumindest mal sicher sein, dass der Crash gerade hoffentlich nur Zufall war. Die Italiener sind echt nicht stark, also eigentlich ein bisschen enttäuschend fast schon, diese italienische Stärke. Fahrt mal schnell weiter. Ah, die sind so schnell. Ich find's so geil. Flughafen erobern. Überrumpelt. Komm, lass den hier gar keine Chance, sich zu sammeln. Ja, aber passt doch bitte auf, dass wir nicht eingekesselt werden. Na, könnt ihr da lang. Geh nur erobern. Ah, da sind Truppen. La Spezi. da ist es jetzt noch drinnen mit den fünf prozent oder nicht das ist tatsächlich alleine alleine wirtschaftlich ist es vom baunier ist es ein brutaler boost und die tatsache dass wir es natürlich passiv auch noch mal war support und so bekommen permanent also wir haben jetzt schon stabilitätszuwachs von 0.2 jetzt haben wir auch support zuwachs von 0.1 und 1 in der woche sehr gut die sind wir auch los die haben es noch nicht ganz eingekesselt aber wenn wir es jetzt schlau machen da steht man nach bologna vor abwehren nach bologna dann hier ein theoretisch mal rein sehr gut leider haben sie es noch mal zurück gedrängt ja jetzt können wir bauen ohne ende weil die sollte zittern alter ist war no joke ich jetzt jetzt geht es richtig ab jetzt beginnt das game eigentlich erst die haben sich gerade bekämpft die bekämpfen sich aber ich weiß nicht wer gegen wen hä ich jetzt verarschen gerade wie geht denn das einzige sagt die jetzt noch machen machen möchte bevor wir jetzt heute uns verabschieden er support mission home defense fighter detection air mission efficiency die zwei dinge noch mit rein so gut ist leider nicht müssen halt noch mal radar station rein theoretisch erforschen langfristig der iran hat noch druck minister den krieger kleid gut leute ich bin raus für heute beseitigen die jungs hier noch das ist aber komisch aus einen moment das müssen wir noch kurz wieder reparieren das schalendier hat nämlich wieder angefangen schwarz zu machen und da muss man das bildschirmchen immer ein bisschen modifizieren ihr wisst was ich meine ähm ja wir sind zurück das müsste jetzt folge nummer 18 sein 18 folgen warum bin ich denn so großartig schaust wie so ein großer fetter bär bisschen kleiner so man muss es nicht übertreiben mit dem hässlichen gesicht im bildschirm ich meine jetzt hier bildschirm hin oder her wir sind ja komm schon einfach weiter wir machen einfach weiter was soll sonst auch schon groß passieren das ist das wichtigste das haben wir noch 330 fabriken und ich merke gerade ich habe schon vergessen jedes mal wenn ich jetzt jetzt hat lasse ist immer alles wieder läuft alter weggetreten hmmm venedig wollen sie nicht abgeben aber ferrari vielleicht nigeria weil man spricht doch nicht richtig niger aus ich glaube niger ist die richtige aussprache aber ich würde mich nicht darauf verlassen ich würde mich generell auf gar nichts verlassen was ich sage das ist die einfachste lösung ist ja am ende des tages ist ja alles nur unterhaltung vielleicht ist ja auch alles nur gelogen was ich euch erzähle das dauert einfach vier sekunden so beschissenen autosave alter was das für eine lebenszeitverschwendung ist das fragt mich auch keiner ne die klaut mir meine lebenszeit mit diesen autosaves ich zeig die an ist mir scheißegal alter ich würde ich hätte gerne meine lebenszeit zurück sagt der typ der 3500 stunden seines lebens in heu 4 verbracht hat welches jetzt auf die gesamteinnahmen umrechnen würde wenn ich jetzt sage ich habe jetzt mal ohne witz mal real talk wenn ich sage ich habe 3500 stunden hier gespielt und ich kann tatsächlich sagen dass ich von den 3500 stunden 3490 wahrscheinlich für youtube gemacht habe da kommt dann echt bekloppter beschissen schlechter stundenlohn warum das ist jetzt mal no joke alter das ist echt schlecht also wenn ich wirklich also 3500 stunden ich bin jetzt auch wirklich schlecht im rechnen erstmal kurz in taschenrechnen wenn ich jetzt sagen ich habe ein fulltime job acht tage acht stunden mal fünf für die woche und dann mal hier was weiß ich hier quick 50 sind 2000 also nee das kann nicht stimmt blödsinn bei meiner rechnung habe ich jetzt eine sache vergessen also sagen wir mal also ich habe ja 40 stunden die woche mal vier also 160 im monat das mal 12 habe ich das richtig gerechnet ich arbeite am tag acht stunden fünf tage die woche okay das mal vier und dann mal zwölf weil ich urlaubstage und krankheitstage nicht mit eingerechnet da will ich jetzt einfach mal pauschal 30 urlaubstage sagen wir mal mit krankheitstagen also 30 macht 240 stunden abziehen dass man ja bist du bei über zwei jahren arbeit über zwei jahre arbeit ich habe zwei jahre mein zwei über zwei arbeitsjahre meines lebens schon häufig überbracht und was was habe ich davon nix null nichts habe ich davon mit mir und not dass ich es teilzeit machen könnte oder dann vielleicht bald kann ja darum davon abgesehen jetzt aber traurig echt ich investiere meine lebenszeit ich mache es ja trotzdem gerne muss man ja auch immer jetzt mal nix weg ich würde ja lügen würde ich sagen würde ich hätte nicht immer wieder spaß dran an diesen sachen aber trotzdem ich meine es ja trotzdem job also so ehrlich bin ich auch zeuglich also es ist halt auch arbeit irgendwo noch welches mal darüber nachdenkst du eben kurz was dabei rumkommt am ende des tages also in der normalen wirtschaft als unternehmen hätten sie mich schon ausgeschmissen mit dem lohn mit dem was ich erwirtschaft für die arbeitszeit die ich benötige aber gut bin einfach zu schlecht für englischen content deswegen weiter einfach deutschen content für meine paar zuschauer und hoffe dass ihr spaß habt und dass ich zumindest meine video bezeichnen kann essen muss man nicht unbedingt erst nicht überwertet ich habe ihren bauch von dem kann ich ein paar wochen nähren so kommt meint arms was ist date victory points milan prescia und bergamo und mantova das gibt relativ viel oder die geben nur zehn prozent turin ist nichts wert wenn die römer ja richtig rum holen oder rum ist gar nichts wert okay gut zu wissen wahrscheinlich werde ich im vertikaner ober da aber im vertikaner hört es wahrscheinlich auf da gehen dann die römer auf die barrikaden der papst ist uns heilig performance ist auch heilig ich frage mich verächt ich glaube nicht mal dass ein neuer pc ist guter pc so schüttel was dem pc ist vier jahre vier jahre als drei jahre und aufgrund der durchgehenden starken belastung kann man schon sagen dass natürlich bei dem pc auch irgendwo ein gewisser verschleiß auftritt aber ich glaube trotzdem nicht dass pc also wenn ich jetzt sagen würde ich würde mir irgendwo geld hernehmen wo auch immer und wird man richtigen fetten baller pc in die bude ballern ich wüsste nicht ob das die performance verbessern würde der spiel immer noch besser als bei 99 prozent von euch wie ich das mal mitbekommen wenn ich frage warum das spiel bei mir so gut läuft und dann hole ich es rum dass die performance so schlecht ist weißt du so das tut mir auch wirklich leid leute also ich fühle auch hart mit euch ich weiß wie das ist auf so einem älteren pc zu spielen ich weiß auch dass ich das für viele nicht rentiert dann nur wegen ein bisschen mehr performance sich neuen pc zu werden ich weiß wie das ist und selbst ich es ist aber das ist halt auch so menschlich so beschwerst dich immer du willst immer was besseres haben du fährst ein vw du bist das ist jetzt ein blöses beispiel du läufst zu fuß du bist ein fahrrad du hast ein fahrrad du willst ein auto du hast ein auto du willst ein sportwagen du hast den sportwagen du willst einen luxuswagen du hast einen luxuswagen da bist du ein chauffeur hast du den chauffeur dann willst du dass der chauffeur noch schaffiert wird das du bist nie zufrieden das ist halt einfach menschlich was für usbekistan scheiß drauf meine feinde sind auch meine feinde die feinde meiner feinde sind meine freunde die feinde meiner freunde sind meine feinde das macht alles keinen sinn scheiß drauf ich habe nichts gesagt ignoriert mich einfach bitte ich bin nicht ganz zurechnungsfähig glaube ich will auch ein bisschen schlaf irgendwie die tage ich sollte heute vielleicht mal früher ins bett gehen oder so das problem ist und dann gehst du früh ins bett und dann kannst du auch wieder nicht schlafen es ist ein teufelskreis der teufelste von allen ich bin mickey maus ja diese raffaldinger da diese französischen ich darf es dir nicht sagen rosinenbomber darfst du sagen aber baguettebomber dürftest du wahrscheinlich nicht sagen oder ist natürlich ne spaß aber ich weiß ja nicht heutzutage versteht ihr keiner ich höre schon auf es langweilt euch bestimmt wieder es fängt ja schon wieder an damit weil ich ja fairerweise sagen muss ich habe mich echt die letzten folgen am riemen gerissen aber ich bin halt manchmal auch so eine kleine heulsoße ich muss einfach meine schlechte stimmung kundtun die ich manchmal habe meine meine innere bedrücktheit und auch wenn die scheinwerfer auf mich leuchten wie flutlicht scheinwerfer im stadion und ich hier heller leuchtet sitze muss die finsternis manchmal aus der seele raus damit sie eigentlich erdrückt und zerschmettert wer hatten die dumme idee gehabt das auf iron man zu machen wer war das dem wünsche ich einen schlag in den magen was war das denn jetzt war ich das scheiß dreck das ist schön finde ich gut das finde ich wirklich gut dass wir so viel bauen können wir brauchen deutlich mehr militär verbringen wir brauchen jetzt vor allem eigentlich gen 2 max ansonsten es fühlen sich die lager ja es fehlen nur noch die max eigentlich wir kriegen die diese kleinen kabus diese kleinen kabus bekommen nicht weg das geht voll auf den sack man lasst doch die autos selbst sein übrigens kleiner kleiner talk aus dem nährkästchen diese auto selbst haben eine größe von aktuell oder generell die selbst haben die größe von aktuell 120 mb habe ich herausgefunden wen es juckt wenn es kein juckt dann habe ich euch jetzt das trotzdem gesagt habt ihr pech gehabt so das ist bei euch aus die sind da dann hören wir ein bisschen die anzahl der flugzeuge in der ein oder anderen region also wir habe ich gar nicht mehr einmal dorthin und einmal dorthin so viel spaß ob das jetzt was bringt wird sich zeigen das wichtigste ist halt ja wie gesagt nur für mich eigentlich dass wir keine atomwaffen abbekommen vor allem da ich diese tech hier selber noch nicht habe ist es für mich schon mal eminent wichtig dass wir da auch nicht irgendwie mit gelangweilt werden ist sehr schön das ist supi wenn sie was wir es dann noch kurz machen werden ist monjet mon mod multi mod egal die neuesten multi rolls ich bekomme die heavy machine guns ihr bekomme 33 digi 35 die geben wir räumen aber nicht da passt mir das eigentlich und hier ground attack was hat denn das höchste das nicht alter 15 20 ja das ist unser way to go hier wahrscheinlich so je besser die geschwindigkeit desto besser fürs flugzeug so ground attack 20 prozent das ist da wie so ein opfer alter mit meinem arm so tschuldigung aber es ist chillig ich weiß nicht ist gerade einfach hart chillig so das sind unsere neuen multi rolls gen 6 multi roll oder wie das ist doch das letzte was wir bauen werden besser wird es nicht mehr also es könnte doch besser werden aber egal himmel auf erden nehmen wir das ding jetzt da bin ich dann doch mal sehr gespannt wie sich die dinger langfristig in unserem einsatz machen werden aber wir schießen aber auch wirklich jetzt wo wir wirklich nur noch top flugzeuge haben also noch die creme de la creme schaue ich das bitte an wobei so gut ist es gar nicht ach so auf missionen verlieren wir noch welche aber die verlieren noch deutlich mehr auf mission 81 zu 188 die auto selbst nehmen wir zwischenzeit echt die meiste zeit in anspruch 550 507 das ist noch nicht ganz so toll aber es wird besser 15 143 32 so viel kämpfe gibt es tatsächlich aktuell gar nicht ein rücken 91 jahre der mensch ist auf alle fälle nice damit haben wir das jetzt hier durch da können auch die südkoreaner nichts dran ändern die da stehen wird er doch so viel flugzeuge reinschicken das würde ich nichts bringen gander ist noch dem chinese concordat auf sowjet beigetreten mit ihrer schwarz gold roten flagge wenn man das andersrum nimmt jeder von mitte ausgeht ist schwarz und gold tatsächlich so als ob es eigentlich zu deutschland gehören wollen würde ein zufall ich glaube nicht haben jetzt mal genug luft überlegen dass wir das hier obern zwei flugzeuge jawohl schießt meine flugzeuge ab egal die waren eh nur deko passt schon ist in ordnung so panzer schauen aber schön aus muss ich trotz einem wirklich leider auch zugeben warum sterben die denn eigentlich direkt ach weil venedig keinen land zugang hat oder oder täuscht mich das jetzt die die auto sehr ist immer länger bald eine woche in game ein minuten ein auto selbst ein minuten anti air kanone ist es gerade richtig gelesen anti air kanone pilot assist air defense quasi k.i. k.i. für die piloten aber wir haben eigentlich bei uns keine idioten deswegen brauchen wir die ja gar nicht wir stimmen hier noch mal die economy reden mit den truppen boah minus 30 prozent auf bombing minus zehn prozent durch verluste minus 1 prozent krasse die nehmen uns schon hops trotz allem muss man schon sagen genau dürfte überhaupt kein problem sein dann können wir nämlich nachher noch mal eine groß offensive starten auf die trainer das sind übrigens ach so bei uns so brasilianische truppen die sind auf unserer seite ich schneide die pause jetzt schon teilweise raus dass sie die nicht komplett ertragen müsst so großherzig bin ich tatsächlich so offensiv auf wenig wenig ja genau so ist mir vorgestellt keine chance der ist only one way atomwaffen der stimme von morgen freeman der hart zu fallen vier spieler sah nur noch einen letzten ausweg aus seiner misere den einsatz von atomaren superwaffen so florenz ich wollte schon mal florenz haben wegen dem kuchen ich stopp die zeit das nächste mal echt ich kann mal ausrechnen wie viel zeit mich dieses auto selbst jetzt dann kosten so es hat man trotzdem mal hier im wo sind die großoffensive wo sind die eigentlich zu hause die sind da noch mit zu hause die sind auch nicht mehr ganz so stark aufgestellt ich glaube wir können hier demnächst trotzdem auch noch mal eine great offensive starten ausrüstungstechnisch würde ich ja behaupten wir sind auf dem stadt verringern das 703 fabriken war sind der match also paar haben schaden ich habe vergessen zu starten es ist immer so immer weiter angreifen nicht nachlassen die können sich nicht zurückziehen jawohl da hat schon alle den hut genommen ist zwar rot dann sage ich mal lieber 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 tot als rot aber erforscht mal nebenbei nuklearreaktoren die nächsten eineinhalb jahre dass wir in den nächsten zwei jahren dann irgendwann mal atomreaktoren bauen können dicker was haben die denn für stats alter was für 608 was für 689 was was für 800 woher wissen wir noch nicht erzählen dass die italiener hier wirklich in der lage sind anständig ausrüstung zu bauen oder wir reden immer noch von italien den harz auf 1 4 der iran hält übrigens korsika immerhin haben sie sardinien noch aber mehr haben sie auch nicht mehr der kollaps steht kurz bevor mit den verbleibenden truppen so viele sind es ja auch nicht genau und hier läuft es auch ganz gut einfach alle rein da der geht auch als nächstes super sind so noch sieben kavallerie brigaden die nicht mehr ganz so stark in der verteidigung sind das ist schon mal wichtig wir haben mega viele probleme wir haben irgendwie keinen keine versorgung haben nebel penalty von 100 um die neben überlegenheit das ist auch blöd aber trotzdem früher oder später boxen wir uns durch die linien da bin ich mir sehr sehr sicher was ist das hier eigentlich wie heißt denn das ding hier nach neapel stimmt die wollte ich nicht um kapitulieren ah 21 also entweder venedig oder noch ein zwei andere städtchen ich glaube fast dass wir ja genau also das dachte ich mir schon fast dass venedig nicht so einfach kapitulieren wird aber wir haben tatsächlich die ganze insel uns geholt was wir jetzt machen ist wir gehen strategisch einfach sinnvoll vor also ich möchte auf alle fälle jetzt hier erstmal im süden aufräumen mit griechenland ich glaube dass die jetzt auch durch den krieg gegen die türkei mit ein bisschen abgelenkt sind möchte aber auch keine zu große front da jetzt haben also nicht dass wir jetzt dann in die türkei rein pushen und da groß probleme bekommen ziel ist jetzt die griechen zu überschwemmen und dann von süden hinein zu schwemmen ins russische staatsgebiet und die rückeroberung unserer mir rechtmäßig zustehenden territorien das wären die ziele da bin ich auch bereit wirklich alles für zu investieren ich habe übrigens nicht gewusst dass der nicht umgestellt ist der wolfgang schneider übrigens nur stufe 3 der ist schon stufe stufe 6 da fehlt marschall volker wiker schön hintergrundmusik schön am entspannen also ich würde fast wirklich behaupten ist ein bisschen longshot glaube ich aber ich glaube dass wir trotzdem wenn der preparation bonus auch durch geschallert ist dass wir wirklich in der lage sein sollten hier gut gebiete zu gewinnen mit unserer luftwaffe so fände noch existiert ja es ist auf alle fälle besser geworden 2 zu 17 138 zu ziemlich genau 1000 999 984 aber es passt das ist ja genau das was wir sehen wollen 30 zu 177 16 zu 250 14 zu 100 110 zu also wirklich super kds nachdem wir diesen ganzen müll aus den anderen ländern den wir hier bekommen mussten gesäubert hatten hat sich die effizienz unserer luftwaffe deutlich gesteigert so jetzt machen wir mal den versuch es ist die frage lasse ich die grünen mit angreifen armee 1 spiel sagt nein gar keine offensiv linie gezogen ich hole kopf müsste ein bisschen weiter alleine angreifen und ich habe ein paar fehler gemacht error 404 auch mal excreation mit rein schieben ja die zusätzlichen truppen wird schon gut brauchen können die luftwaffe ist auf alle fälle gut mit am start 400.000 man haben wir bis jetzt verloren 1,5 million chinesen nur 214.000 sowjets russen und 190.000 usa ziemlich genau eine halbe million italiener gesamt manpower 78 millionen zu die sind schwächer als wir was wie bitte was haben sie gesagt wir haben gesagt sie gerade alles der sagt nein ist eine dumme idee aber wir greifen trotzdem an jolo auch wenn es meine ausrüstung komplett hops nehmen wird jetzt operation befreiung europas startet hier mit meine freunde und damit verabschiede ich mich für euch von heute wir sehen uns dann nächste folge wieder in zu einer brandneuen folge auto saving und offensiv gegen die sowjets es wird doch nicht mehr besser es wird nur noch schlimmer je länger das spiel dauert desto größer werden die files aber müssen wir durch bis zum nächsten loszulassen sagte er und entschied sich dann dazu das sandwich doch nicht mehr zu essen willkommen zurück zu hart zu vereinen vier mit der jägertivision er braucht zwei ja auch zwei katzen die jagen sie auch den ganzen tag ich wollte dings kaufen gut dass ich daran denke ich vergesse es die ganze zeit wir haben nämlich zwei katzen die boxen sich den ganzen tag aus irgendwelchen gründen und da gibt es so ein halsband irgendwie für also nicht halsband so ein ja wie nennt man das denn der ist dann halt berauscht dann sollte weniger aggression herrschen ich wollte es die ganze zeit schon kaufen ich vergesse es immer deswegen kaufe ich es jetzt einfach kurz auch so lustig jetzt habe ich es gekauft so viel dazu ich habe letztens was bei amazon gekauft ich kaufe immer bei amazon weil ich muss ganz ehrlich gestehen ich finde den also klar arbeitsbedingungen sind überall scheiße und die fahrer tun mir auch leid und die arbeiter in den in den lagern und aber am ende des tages hat amazon einfach den krassen kundensupport die größte auswahl und schnellst lieferservice das sind alles leider punkte die europäische giganten leider nicht nicht haben und habe ich für meine oma der fernseher ist kaputt gegangen habe ich den fernseher gekauft über amazon und der hat 260 euro hat er gekostet dann auf kaufen geklickt und dann steht da so ja sie zahlen 200 euro aber ich überlegte so was für 200 euro habe ich geguckt habe ich vielleicht gebraucht geklickt oder so weißt du so statt neu neu preis steht da und dann klickst du auf gebraucht und dann zahlst du weniger und so nee war neuer und dann so gut vielleicht hatte ich noch gut haben drauf so nee auch kein gut haben ja gut vielleicht ist der hinterher betrug ja betrug oder so muss ja bei amazon trotzdem aufpassen gibt es auch manchmal auf dem marketplace den falschen weg hier legt 10.005 sterne bewertung von 10.000 bewertung also alles legt auf die seite geguckt nee steht 260 euro und statt auch nichts dass du rabatt bekommst normalerweise wenn du in der kaufübersicht bist siehst du dann okay minus 50 euro weil du bist ein geiles tier oder so nix einfach 60 euro wenig gezahlt gedacht gut vielleicht schicken sie nicht weg oder so nee kam noch an zwei tage später ja strange aber ja also trotz allem ich finde amazon ist echt krass auch allein was kundensupport angeht haben fernseher gekauft für uns dann mal nach ein paar jahren wenn neun gebraucht haben alte war dann ja halt das waren 300 euro fernseher war sieben jahre alt irgendwann möchtest du auch mal was haben wenn du dann die die 4k serien anschaust in 720p sind die dann schon scheiße und dann hat der fernseher hin und wieder so klar neue fernseher du kaufst die neuen fernseher zu zeige die haben ja die sind ja teilweise wandelnde fehler und dann hat der so alle paar stunden mal so einen kleinen pixel fehler über den bildschirm gezogen macht er jetzt lustigerweise nach einem halben jahr nicht mehr also ganz selten vielleicht einmal alle ein zwei wochen noch und dann habe ich halt zu amazon hingeschrieben so hey euer euer fernseher macht faxen so alle paar stunden oder so flipflop woanders heißt dann so ja das willst du jetzt von uns wir können einen techniker vorbeischicken der schaut sich das an aber wenn du Pech hast musst du ihn selber zahlen der kommt in 6 monaten dann oder das heißt schick ihn zurück vielleicht kriegst du einen neuen aber wenn du Pech hast sagen wir du hättest ihn kaputt gemacht beim auspacken amazon so ja okay du schickst ihn zurück kriegst einen neuen oder du kriegst einfach 20 prozent rabatt aber wenn du 20 prozent rabatt nimmst kannst du immer noch zurückschicken wenn er kaputt ist 20 prozent rabatt bekommen ich bin geacht toll ein anderer mal habe ich was gekauft ich weiß gar nicht mehr was es war habe ich was gekauft ich weiß nur noch dass ich dann zwei oder drei wochen später eine e-mail bekommen habe mit von amazon dass mein kauf angepasst wurde ich so was für kauf angepasst was ist denn jetzt los dann habe ich so geguckt dann steht da so ja sie bekommen eine gutschrift ich so was für gutschrift und dann habe ich ich habe was gekauft und der preis von dem was ich gekauft habe ist dann gesunken irgendwie kurz danach um 100 euro oder so und amazon geht dann her und sagt man hat in dem fall dann gesagt weil es glaube ich über amazon selber aber wenn es über einen amazon händler ist geht es nicht wenn es aber amazon selber ist dann geht amazon her und sagt preisdifferenz kriegst du jetzt von uns erstattet weil du hast es gekauft und kurze zeit später war es billiger damit du nicht sauer bist kriegst du das geld gut geschrieben und dann zwei drei tage später war das geld da und das ist halt einfach der grund dieser 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 unendliche kundensupport den amazon an tag legt weswegen ich dann persönlich trotz all dieser negativpunkte us-konzern ausbeutung von mitarbeitern und so weiter und so fort dann halt doch tatsächlich da bestelle so leid es mir halt auch tut auf der anderen seite wenn du das mediamarkt oder so bestellst oder was weiß ich das haben teilweise ein schrecklich wir haben zum beispiel mal was bei mediamarkt gekauft das wurde eineinhalb wochen nicht versendet also direkt bezahlt ich bezahl immer direkt wenn es geht wurde eineinhalb wochen nicht versendet manchmal was irgendwie so ein 200 euro ding und dann nach zwei wochen habe ich dann geschrieben so was ist da los dann kam da zur antwort ja wir wissen nicht was das problem ist aber wir können auch noch nichts machen müssen uns auf alle fälle mal 15 tage warten dann können wir nachschauen und dann habe ich mir gedacht ich wollte mich doch verarschen weil laut meldung also es gab so eine bestätigung über eingang der bestellung und dann konntest du den status ansehen und laut status war das die ganze zeit so dass da stand paket wartet auf abholung ja danach ich glaube fast drei wochen ist es dann mal abgeholt worden von wo auch immer ich glaube dass sie das paket irgendwo verschlammt haben oder so weil diese bei medienmarkt ist ja so wenn du online bestellst bestellst direkt bei einer filiale und wieso du bestellst online und dann wird das dann die filiale weitergegeben die diesen artikel vorrätig hat und die versenden das dann so ist es meistens zumindest wenn ich irgendwann was bestellen es klingt so so ob ich immer was bestell ich bestelle einmal was alle sechs monate aber die stories sind immer lustig während wir jetzt hier weiter pushen da gibt es gibt es gar auch nicht so viel zu erzählen eigentlich wir pushen jetzt einfach weil wir haben wir wieder kurz auf zu pushen will ich es wissen oh jetzt ich in grenzen ok ähm ja genau nach vier nach drei wochen war der artikel dann irgendwann mal da das ist mir schon aufgeregt das ist halt auch genau der grund warum ich da halt nicht da bestelle genau wegen sowas am ende des tages machen sich alle die taschen voll auf die kosten der normalen konsumenten wie ich einer bin und viele andere von euch deswegen achte ich dann halt auf mein geldbeutel und meine nerven und kaufe dann halt da ein wo ich weiß wenn was ist kriege ich es erstattet und schnelleren support und einfacheren support und das zeug kommt auch deutlich schneller weil du bestellst heute und es kommt morgen an das ist halt relativ einzigartig bis heute vor allem wenn du nicht direkt in der großstadt wohnst deswegen ist es schon juicy wie ich persönlich sagen muss spiel abgestürzt alles vorbei ah ne italien hat die bolivianische republik von venezuela mit in den krieg gerufen ah ich wollte den brasilianern noch helfen ne boxen die sich da oder hab aber echt gar keinen bock auf brasilien alter ich sag euch wie es ist wir warten jetzt nur ganz kurz zum einen dass die ausrüstung wieder hoch schallert ausrüstungs replenishment könnten so viele gebiete dann langfristig durch integrieren dänemark und schweden stehen kurz vor der integration die gebiete können wir komplett integrieren italien ist auch schon hier doch hier die lombardei ist schon zu 40 prozent drinnen frankreich da wartet ein riesen land auf die integration durch die heiligen vereinten römischen republikanischen truppen boah ist die performance scheiße alter das ist auch wirklich der grund warum ich die warum ich warum ich auch millennium ähm ne doch millennium dorn warum ich millennium dorn so ungern spiele performance ist einfach trash es ist so schlimm es ist so schlimm weil sie schon besser geworden ist also muss sagen früher war die performance ja noch schlechter ich versuche jetzt mal ein bisschen einzukessel ich hätte bock drauf richtig bock auf so einen schönen hexenkessel schaut aus ob er das im wohnzimmer aufgenommen hätte bei der oma dieses weihnachtsfoto bei der oma mit dem neuen anzug den sie dir geschenkt hat im hintergrund hat irgendeine alte flagge ne ja schauts ich weiß nicht ich habe ja nicht viel mit armee zu tun aber wenn ich mir irgendwie ein general oder feldwebe oder so vorstelle dann sieht er so aus ernst stramm salutierend so stelle ich mir das vor äh 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 ne ohne mich wollten die hier rein alter so korea ist zum zehnten mal vereint worden es geht mir langsam auch richtig auf den sack mit ihren beschissenen vereinen den ganzen tag ne oh ihr seid so hässlich ja wo stehen die denn überhaupt rum könnt ihr supporten habt ihr gedacht ja doch scheinbar schon aber schaut schön aus wie die flugzeuge fliegen muss ich ja trotzdem mal anmerken habt ihr irgendwelche stories zu versandhändlern so irgendwas komisches was euch mal passiert ist irgendwas lustiges irgendwas weirdes irgendwas wo ihr sagt so what the hell what's going on schreibt mir doch mal gerne einen kommentar interessiert mich sehr ich darf es nur nicht vergessen dass ich euch gefragt habe sonst wird es zu komisch wenn man lauter kommentare kommen wo leute schreiben was ihnen so beim einkaufen passiert ist und ich denke so was wollen ja die leute alle die ukraine habe ich das gerade richtig gelesen dass die ukraine die krim abgegeben hat oder bin ich jetzt gerade besoffen gewesen sollte nicht immer so schnell weg klicken aber ich glaube das hat irgendwas damit zu tun ja so wir schallern jetzt mal ein bisschen weiter voran ukraine ach ne die ukraine ah die ukraine hat gefordert dass die krim wird ah das macht schon deutlich mehr sinn und die sowjetunion hat auch wirklich das ganze genehmigt was machen wir denn jetzt hier eigentlich also schauen wir ah Achtung Alarm wir werden gleich eingekesselt also Truppen verlieren würde ich nur sehr ungern ja am besten unterbinden wir das mit einer Offensive mit genügend Support vielleicht kann man sogar die Provinz gleich direkt erobern ihr habt ja nur Glück dass ich keine Atomwaffen habe ah sehr gut die sind alle eingekesselt aber ich glaube die wollen sich raus wie wir wollen wenn wir unsere Front jetzt nochmal kurz anpassen müssen das ist jetzt geschehen jetzt würde ich mal sagen Verluste aktuell 5,64 Millionen ja wir haben auch mega viele Leute verloren hier steht die Offensive das ist aber auch leider nicht zu vermeiden das ist wenn du hier angreifst eine Offensive ist immer mit Verlusten verbunden also es gab nur ich glaube das gab in der Geschichte der Menschheit nur sehr sehr wenige Kriege wo eine Offensive keine Verluste zur Folge hatte da müssen wir halt durch das Geheimnis besteht darin dass man nach einer verlustreichen Offensive noch genug Truppen hat um die nächste Offensive zu starten wenn man das nicht mehr hat dann hat man ein Problem wir brauchen mehr Öl übrigens zu meiner persönlichen Unzufriedenheit feststellen wie ihr sehen könnt das schallert nämlich langsam nach unten und bei Norwegen könnte ein bisschen Öl mit mir handeln findest du was schönes Norwegen bis heute Flagge ist ja voll geil der nicht aber die Flagge ist geil großer Fan gerade geworden von Finnland hehehehe so da sterben eine große Auswahl an verschiedensten Divisionen und Truppen aus den verschiedensten Ländern French Polynesien Polynesier ok bitte erinnert mich dran dass ich jetzt mal einen Timer mir stelle wegen dem Autos ich mach mal einen Timer gleich ich mach mal die Uhr auf, pass auf dem Handy noch mal Timer App Timer, ne hier App Timer Heißt das App Timer? ok Uhr vorher hat man noch Timer gefunden so Timer das Ding starten wir uns ne Stop Uhr ist es nicht Timer Stop Uhr stellen wir uns so sobald ihr das nächste Mal speichert wird auf Starten geklickt na? ich hab's aufgehängt oder was? Ich hab's aufgehängt oder was? jetzt hat es 22 Sekunden gedauert 22 freaking Sekunden, Alter. Mach doch keinen Scheiß, ey. Das kann ich doch keinem mehr rechtfertigen. So, eine große Offensive geht weiter, weil wir immer noch relativ gut aufgestellt sind, was Ausdruck so angeht. Wir haben so eine stabile Produktion auch von allem. Dass wir hier wirklich so arrogant sein können und immer wieder angreifen. Auch wenn wir selbst hohe Verluste erleiden. 5,75. Sehr gut. Aufgeräumt. Nächster Speicherer. Mhm. Aber das ist ganz gut, ich kann nebenbei dem chinesischen Großkonzern meine Daten schenken. Ich schaue nebenbei diese Tanzplattform an. die eigentlich gar keine Tanzplattform ist. Ihr wisst, wen ich meine. Diese mit den zwei T's. TT. Ich habe jetzt langsam glaube ich alle Unternehmen durch, die in unserer Zeit relevant sind, oder? Oder habe ich irgendwelche vergessen jetzt eigentlich? Also no joke. No joke, ich habe keinen, ich habe jetzt echt gleich keinen Treibstoff mehr, Alter. Das ist no joke, ein Problem für mich. Weil wenn ich jetzt nicht alles vollbaue, dann habe ich gar keinen Platz mehr für Atomreaktoren nachher. Wie soll ich denn dann meine Atomwaffe aufbauen? Einzige, was wir machen könnten, wäre Oh. Ach, können wir nicht? Hm. Naja. Minus 5% Konsumgüterfabriken. Wir brauchen 10%. Ich glaube 10% ist auch das Minimum, also ich kann nicht runtergehen. Wir haben ja minus 7, 10, 12. 18 minus 23. Dann kommen wir da auf plus minus 23 und plus 3, 9, 29. Nee, ein Stimmzuckerfabriken von den 10% in etwa. Interesting. Digga, pausier das Spiel doch mal, du Trottel. 5,87. Alle mal hier rein. 5,9. Vor allem die Ausrüstung ist ja das Schöne, was da weggeht normalerweise. Sehr schön. Alles aufgeräumt. Ich fühle mich... Boah. Ich habe nicht genug Manpower auf Reserve, Alter. Ja, Kaliningrad. Auch Königsberg genannt. Ist das Kerngebiet eigentlich? Leider nicht. Aus irgendwelchen Gründen verweigert mir das Kerngebiet in der Region. Bei Griechenland machen wir jetzt auch schon mal gut Druck. Da sind wir auch komplett durchgestoßen. Luftwaffentechnisch super. Super toll. Okay. Dann können wir direkt die nächste Gang ins Feld rufen. Amirgruppe 2 wächst ebenfalls. Aufs Feinste. Richtig juicy, leckerer Schmecker. Spätzle Bäcker. Boah, wir sind hier komplett durchgebrochen. Die Ukraine ist offen wie die Polen damals. Ich muss ja auch passen mit meinen Jokes, sonst gibt es wieder Ärger. Bestimmt. Ukraine ist aber scheinbar nicht wert, verteidigt zu werden. Die Ukraine ist vielleicht schon wert, verteidigt zu werden, hier in Harzhof 1.4. Das Problem ist nur, dass man den Russen höchstwahrscheinlich keinen militärischen Zugang genehmigt. Dumm gelaufen. Oh ne, nicht schon wieder Auto-Saves. Oh, ich würde die so gerne auf einmal alle 200 Jahre setzen. Oh, Mann. Serbien ist weg. Weil lustigerweise die Backrad noch da ist, aber scheinbar haben die gar keinen Bock zu kämpfen, dass sie noch aufgehen, dass sie schon aufgehen, bevor wir die Hauptstadt überhaupt haben. Das mit Griechenland ist immer ein Problem. Da schicken wir aber den Mann hier unten mal hin. So, der sich darum kümmern mit seiner Gang. Und weißt du was, weil ich heute richtig gute Laune habe, mein Freund. Bekommst du von mir sogar noch Luftwaffe mit dazu. Heute habe ich nicht meinen Gönnjamin. Die Gönnjamin-Krabbe, die jetzt aktuell... Oh, das ist so geil mit der Ukraine, ne? Weil wir können jetzt komplett durchbrechen. Wir können die komplette Front überrennen. Plus wir holen uns die Gebiete zurück. Das sind doch Kerngebiete von uns, ne? Ne, doch nicht. Schade. Schade, Marmelade. Hm. Das ist tatsächlich sehr gut, dass jetzt Kurdistan die gesamte Türkei besitzt. Also hier im Spiel natürlich nur nicht in echt natürlich. Nicht, dass gleich noch eine Rakete auf unser Haus fliegt. Erdogan hört sowas natürlich überhaupt nicht gerne. Vielleicht holen wir uns schnell Griechenland, bevor der nächste Autosave droppt. Er droppt. Er droppt jetzt. Jetzt droppt er. Hallo, greift die jetzt mal an. Was machen die denn da? Kaffeekranz in Griechenland oder was? Demokratie besichtigen. Gibt's nichts zu besichtigen. Schau, du das... Brauchst hier nicht so hinterherziehen mit deinem scheiß automatischen Volkssystem, Alter. Wenn grad tiltet. Das hört doch nicht auf mit den Autosaves. So. Ihr bewegt euch jetzt komplett mit zu den Jungs hoch. 77 Division. Army Rot. Das passt noch komischerweise alles, aber Öl ist jetzt... Wir haben... Die Schlucke in Öl. Das ist unfassbar. Norwegen, ich hab gute Nachrichten für euch. I need more oil. Also wir forschen jetzt auch schon in der Zwischenzeit an noch mehr Öl. Boah, das ist eine Katastrophe. Wir brauchen Öl. Ohne Öl kommen wir nicht voran. Also wir holen uns die Ölvorräte rein theoretisch später hier, 22. Ja. Ein bisschen da, ein bisschen dort. Öl gibt's an vielen Orten. Kavala. Ja, hier kriegt... Ah, hier komplett offen, Alter. Die Hellenische Republik. Ach, die können gar nicht kapitulieren, weil Konstantinopel der Hauptstadt der Griechen ist. Top-historisches Gameplay heute wieder. Ich weiß noch nicht, warum die mal alle zuschauen. Ich hab maximale Aggressivität eingestellt. Ich hab denen befohlen, die sollen, sobald sie sich die Chance bietet, angreifen. Ich hab gesagt, wir kämpfen bis zur letzten Fliege. Ja, Norwegen. Ihr habt echt eigentlich das Problem, wir exportieren ja auch nicht mal was. Also, tschüss, Griechenland. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, wir exportieren irgendwie so krass viel, ne, oder so. Nee, tu ich ja gar nicht. So, ist ja gar nicht der Fall, weißt du? Bereit. Ja, ja, wie du das nimmst. So, einmal. Hab ich falsch gemacht. Falsche Front hab ich gemacht. Hallo, I-Bims. Zum ersten Mal. Hoi 4. Auf nach Kharkov und Moskau. Für euch das gleiche Schauspiel. Oh, die Front ist kaputt. So. Ihr macht Druck von Süden. Erst mal neu formieren. Geht's erst mal eine Stunde auf Kharkov oder so. Ah, Ungarn ist wieder back in town. Die Dänen haben sogar ein paar Truppen geschickt. Schau her. Brasilien hält stand. Es gibt eigentlich nicht mehr viel, wie gesagt. Ich glaube, relativ, äh, ich bin relativ sicher, sobald Russland fällt und die Asiaten, also die Chinesen später, dann sieht's eigentlich relativ gut aus. Ich warte eigentlich nur die meiste Zeit. Es ist nicht mehr Hartzup 1,4, es ist Hartzup warten, 4. Das ist eigentlich nicht los. Aber ich glaube, die Autos, ich finde die Autos selbst, sind aber ein bisschen schneller geworden, so von 22 auf 21,9 oder so. Oder es täuscht mich, weil ich einfach, oh geil, Treibstoff passt wieder. Warum treibt, fast verreckt, warum passt der Treibstoff wieder? Genau, weil, ähm, wir nicht mehr angreifen gerade und so, Price, wenn du nicht angreifst, hast du auch tatsächlich einen geringeren Treibstoff verbrauchen, hätte dir jetzt niemals gedacht, ne, ich weiß. Daily Gain liegt aktuell bei 43,6, verbrauch max 71,4 und wie gesagt, bald wir jetzt angreifen, wird sich das sofort wieder ändern, zu normalen Umständen. Wichtig ist nun, dass wir jetzt auch weiter angreifen, vor allem hier zum Beispiel Bucharest uns holen und so ein Zeugs. Hier gibt's auch, ich weiß nicht, warum das hier alles so dauert, also was die hier machen, weil wenn ich jetzt richtig smart bin, ich weiß nicht, ob ich smart bin, bin ich smart? Bin ich ein smart oder bin ich ein, was ist das aktuell so? Motorized fehlt schon wieder. Ah ja, Tatsache. Sollte sich aber bald ändern lassen. Wir versuchen die jetzt hier alle einzukesseln, die komplette Armee von der Versorgung abzuschneiden. Wenn das funktioniert, ist es toll. Wenn nicht, dann halt nicht. Doch, hat echt funktioniert, oder? Warum siehe, hier läuft auch überall weiter. Brauchen jetzt halt auch viel Truppen für Garnisuren. Was ist denn das jetzt? Äh, excuse me. Ich kotze gleich im Strahle, Alter. Leute, was ist denn das? Warum kann ich da nicht hin? Warum kann ich hier keine Front bilden? Hä? Entschuldigung? Ach, jetzt ist eine da. Das dauert nur so lange. Gut, Leute, dann sage ich an der Stelle erstmal, ich bin raus, Mikrowelle. Ich hau mir selber auf die Schnauze und hab da eine fette Delle. Brauchen wir, sage ich die, die Nuclear Warheads. Brauchen wir das für die ICBMs? braucht man das dafür, oder? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Logistik wäre halt einfach auch mal wichtig. Versuchen immer noch, Kaliningrad zu obern. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht schaffen. Also, wir stellen uns hier mega blöd an. Trucks. Was ist denn der Unterschied zwischen Trucks und Motorized? Sind das nicht die Trucks? Oha. Digga, übertreibt nicht mit dem Bedarf, als schaue ich den Bedarf an, der explodiert gerade. Der auch. Alles. Alles explodiert gerade vom Bedarf her. Nicht gut. Aber das Einzige, was trotz einem wirklich gut ist, ist die Tatsache, dass wir eigentlich hier gleich komplett diese gesamte Armee auslöschen können. Und würde ich sagen, dann beginnen wir doch damit auch mal, oder? Operation. Oha, Alter, wir können so viel. Oh, leck. Boah, Leute, Alter. 50 Divisionen. Und das ist auch kein Spaß oder so jetzt. Das sind 50 Divisions, Mann. Das ist richtig Endlevel. Das wird denen richtig wehtun. Sorge. So, kann man nichts machen. Ey, die Autostaps gehen wieder schneller. Interesting. Finde ich positiv. Das sind doch mehr 50 Divisionen, oder? Ja, das sind viel mehr als 50 Divisionen. Ich glaube, das ist jetzt kein Spaß. Ich glaube, das wird jetzt hier ein Großteil. Alter, ich glaube, wenn wir... Boah, leck, ich bin so gut. Boah, die Verluste explodieren gerade. Die Verluste gehen durch den Moon, Alter. Die gehen durch die Decke. Boah, leck, oh mio. Wir sind gleich für so viele Opfer verantwortlich. Vier Sekunden dauert der Autoself jetzt aktuell. Logistik Company. Machen wir weiter direkt. Wobei, wir könnten auch dringend Militärpolizei wieder forschen. Schaut es euch an. 7,06, 7,1. Gut, die machen überall Verluste. Ich glaube, dass wir hier noch nicht mal mit für die größten Verluste verantwortlich sind. Das wird sich jetzt aber ändern. 7,1, 3. Ja, jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab, Leute. 7,3. Alter Falter. Alter Falter. 7,6. 600.000 Mann bis jetzt. Und hier steht immer noch 40 Divisionen. Plus, minus. Die jetzt hier auch noch gleich mit den Badeschlappen ins Meer steigen. 7,7. Mit kompletter Luftüberlegenheit. Oh, jetzt geht es ab. 7,7,8. 7,8. Und 8,2. 1,2 Millionen Mann, Alter. Ah, krasser Stuff, ey. So, die Jungs schicken wir jetzt hier oben mit hin. Nicht so. So. Versuchen wir da eine etwas größere Offensive Richtung Moskau zu starten. Ja, jetzt rufen sie wieder irgendwelche neue Nationen in den Krieg. Das geht mir auch den ganzen Tag was auf die Eier, ey. Die Social Republic of Kids und Navy oder wie das heißt, geht mir nicht auf die Nerven. So, ich finde das super mit Kurdistan wirklich. Das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Die blocken mir die komplette Front ab. Das ist fast schon wie ein Sechser am Lotto. Tatsächlich. Lass mal die Grünen schon wieder vorlegen oder wie machen wir das jetzt? Ich weiß nicht, wie schaut es mit der Ausrüstung ist jetzt komplett Krise. Man haben wir denn so krasse Verluste erlitten, Alter. Also wenn man, na gut, ich glaube, das sind nur die Garnisonen, oder? 300, 2000 Mann für Garnisonen, ja. Die Garnisonen sind wie immer das Problem. Das Problem ist, das wird sich nicht ändern. Das wird sich nicht ändern. Das bringt mir auch überhaupt nichts. Theoretisch. States cannot secede. Heißt es, es gibt keine Aufstände? Ich nehme es tatsächlich schon wieder am überlegen. Ich glaube, wir machen das tatsächlich, dass 2% Fabriken, die wir da verlieren. Stabilität, Damage to Garrisons. Policy Slots plus 1. Wir müssen ja irgendwas machen. Und ein extra Policy Slot, das klingt auch schon mal nice. Factory Output und Dockyard Output. Can always justify Wargoals, can send volunteers. Ah, so ein Ding ist das. So, wir unterstützen nochmal die Produktion. Jetzt haben wir dann zwar kein Wachstum mehr, aber dafür haben wir nochmal 10% mehr Produktion. Plus, wir haben weniger Probleme mit Aufständischen normalerweise. Zu irgendwelchen Gründen wird jetzt auch noch demobilisiert. Keine Ahnung, auf wessen Misthaufen das jetzt gewachsen ist, aber wir setzen jetzt zu einer Großoffensive hier an. Wir versuchen jetzt, die Russen aus dem Krieg rauszubekommen irgendwie. Um dann weiter Richtung Asien vorstoßen zu können. Königsberg gehört auch gleich wieder zu uns. Wir switchen auch die Produktion ist wieder raus. Und hoffen wir, dass es uns irgendwas bringt. Der Bedarf ist enorm. Wer ist dafür verantwortlich eigentlich, wenn ich fragen dürfte? Wird mir wahrscheinlich wieder keiner eine Antwort drauf geben können, oder? Ein kleines Gebirge. Wer würde schon gerne im Gebirge kämpfen? Keiner wahrscheinlich. Okay. Ich schiebe mal ein paar extra Truppen mit hin. Luftunterstützung gibt es hier so direkt nicht. Genau, hier geht dorthin. Hier greift von der anderen Seite mit an. Weil sowas kann hier nachher wieder zum Verhängnis werden. Wenn du dich jetzt nicht sofort drum kümmerst. General Joachim Spearing 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 Herring So, jetzt machen wir den Platz hier auf. Schnell, sauber. Doch, jetzt haben wir Luftunterstützung mit. Natürlich ein bisschen schwierige Gebirge, ne? Die können sich da überall verstecken. Vielleicht mal dicht machen bei Odessa, dass die hier dann abgeschnitten sind. Da können wir nochmal einen Großteil der feindlichen Armee das dürfte der nächste Kessel des Untergangs werden. Da haben wir auch aufgeräumt. Und immer weiter vorstoßen, meine Freunde. So mag ich das. Keine Rücksicht. Auf Verluste wollte ich schon fast sagen. Doch eigentlich schon ein bisschen Rücksicht, aber ich kann es ja auch nicht ändern gerade. Die Verluste sind halt trotzdem bei uns enorm. 1,9 Millionen Mann. Plus die ganze Ausrüstung. Es ist nicht lustig. Ich sag mal so. Es ist nicht lustig. Gibt es da noch irgendwas, womit du so... Na gut, wir können die Dinger nochmal buffen. Oder wir buffen nochmal die Dinger mit. Einfach nochmal passiven Bonus. Passiv mehr Soft Attack ist ja auch nice. So, die haben auch kapituliert. Die Ukraine dürften die... Die Ukrainer dürften die Nächsten sein. Ah, Frankreich zickt ein bisschen rum jetzt, weil wir nicht mehr ganz so effizient sind mit unserer Versorgung. Hier sind auf alle wieder jede Menge Soldaten eingekesselt. Manpower auf der feindlichen Seite. Nur noch bei 4 bis 5 Millionen. Auf alle Fälle jetzt schon deutlich schwächer als bei uns. Wobei, wie gesagt, ich habe nur 199 Division. Wobei das... Boah, die Chinesen haben hart abgebaut. Die Chinesen haben krass abgebaut. Woher das denn? Ah, das kann sein durch diese ganzen Gebiete, die sie besetzen mussten. Das sehe ich ja auch aktuell. Also durch das Besetzen von Gebieten, das ist Katastrophe. Das ist Horror. Was du da Ausrüstung verlierst, das ist nicht lustig. Self-propelled gun. Wir machen weiter mit der Anti-Tank. Ja, brauchst du viel. Aber ich glaube, dass wir die Russen jetzt langsam, dass wir langsam an den Punkt sind, wo wir die einfach überrennen könnten. Geht mal da hin. Versuche jetzt hier quasi manuell an manchen Punkten bevorzugt vorzustoßen, dass wir hierzu... Ah, verdammt, das ist zu langsam, oder? Schaffen wir das? Da ziehen sich die Truppen noch zurück. Wir müssen jetzt nur schnell gucken, dass wir die koreanische Division besiegen. So, Kongo. Ja, ihr dürft beitreten. Ja, kommen immer rein da jetzt. Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Und das hat funktioniert. Sehr schön. Nochmal sieben Divisionen, die hier gleich nie wieder wohnen. Die gibt es ja immer noch, die ehesten. Der kleine Kessel hier, der ist leider immer noch nicht ganz Geschichte. Das ist ein bisschen blöd, weil die können sich hier über den Hafen zurückziehen, wenn sie das ein bisschen schlau machen würden. Oh, Atomwaffen. Kamerun. Atomwaffeneinsatz beurteile... Ach, komm, Alter. Den Atomwaffeneinsatz beurteile ich fast so hart wie die 20. Offensive aus der Krim in den letzten 1000 Jahren. Soll ich mal, dass die rechtzeitig eintreffen? Und unsere Hafenoffensive irgendwann mal erfolgreich ist. War Support liegt bei 0% in der Zwischenzeit. Minus... Minus 60% durch Bombardments und Verluste. Da kannst du noch so viel Zuwachs bekommen. Da kommst du so nicht raus aktuell. Leider. Ah, schauen wir an. Sehr schön. Da freuen sich unsere Verbündeten nach all der Zeit. wirklich top. Wirklich ehrenhaft standgehalten. Also. Ehrenhaft standgehalten haben sie. Ein paar extra Ressourcen entwickeln. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ressourcentechnisch. Dadurch, dass wir jetzt nochmal 10% extra haben, sieht das eh nochmal richtig nice aus. Auch wenn unser Ölbedarf weiterhin hoch ist. So, nochmal. Nochmal jede Menge Division eingekesselt. Die machen auch immer weiter ohne Gnade. Aber das ist natürlich schlecht, dass die dann nochmal hier aktuell auf die Schnauze bekommen. 9.15 Millionen Verluste. 9. Das geht so schnell, Alter. Das geht so schnell hoch mit dem Verlust in der Zwischenzeit. Und auch hier nähern wir uns Stück für Stück der endgültigen Beseitigung feindlicher Einheiten. Oder so. Oder auch nicht. Galati. Ismail. Ja, wer auch immer. Antigua Barbuda. Mein kleiner Bruder tritt auch noch bei. Die Kampfkraft italienische Truppen nimmt auch ab. Die haben eh nichts mehr. Die hocken auf ihrer Insel da und schmeißen das letzte verbleibende an Ausrüstung gegen uns, was sie noch finden können. Spoiler Alert. So viel ist es nicht mehr. Das ist ein sowjetischer ne, ein chinesischer Panzer. Naja, sieht fast gleich aus. Die wollen sich doch zurückziehen, Alter. Lasst sie sich doch zurückziehen, wenn die sich zurückziehen wollen. Was seid ihr denn für Kater? Ja, das lassen wir jetzt erstmal gut sein. Wobei, ne, lass mal angreifen. Guerilla Fighter braucht man eigentlich aktuell gar nicht, aber mal gucken. Ja, die sind wir bestenfalls gleich ganz los, wenn wir da unten. Ja, ist ja schön. Also zumindest zwei Divisionen können wir nochmal entfernen. Dann geht bitte dorthin, dass ihr die Offensive da unten mit ausführen könnt, dass wir die Krim uns holen. Ohne, dass ihr zuschaut. Mit eingreifen, komm. Let's go. Sehr schön. Offensive auf die Krim läuft. Es sind hier unten noch vier Provinzen, die sich weigern, sich uns zu unterwerfen. Eins, zwei, drei, in die Krim sind sogar. Aber ich bin mir sicher, die werden auch noch bald fallen. So, hier sind wir komplett durch jetzt. Sehr schön. Die Provinz haben uns auch schon geholt. Wobei, diese mit den Reifen hinten drauf wäre echt lustig, finde irgendwie, wie das ausschaut. Luftüberlegenheit Hammer generell. Kriegen wir die auch? Ja, kriegen wir auch. Und Stück für Stück müssen sich die Einheiten hier dann trotzdem langfristig auch zurückziehen. So, Garnison, 458.000 Mann. Das ist eine Katastrophe für mich. Ich sag euch, wie es ist. Das ist eine absolute Katastrophe, diese Anzahl der Garnison, die wir brauchen. Moskau ist übrigens in der Zwischenzeit gefallen. Der Kollaps der Russen ist noch bei den Fernsehen, trotz allem, weil irgendwie Moskau fällt, aber es juckt keinen. Und ich ganz verstehe. Sevastopol gehört uns, damit fällt die Ukraine. Immerhin geben sie uns ein bisschen Ausrüstung, ob wir sie nutzen können oder nicht, ist eine andere Frage. Das andere Problem ist, jetzt habe ich hier halt die Front mit dem Iran und so dann. Ja gut, wir können nicht alles haben. Das hier hingegen ist alles sauber. Nach langen, harten Kämpfen stehen wir jetzt auch vor Erfolgen in der Provinz, damit können wir jetzt das Ganze auf drei Provinzen beschränken gleich. Versogen ist zwar schlecht, aber nur nicht schlecht genug, oder was? Greift mal alle das Ding hier an. Eigentlich meinte ich alle das hier Stück für Stück und dann sollte das auch klappen. Ein bisschen Schwergewicht mit auf den Hafen setzen und die Mitte hier wie gesagt ignorieren kurz. Dann können die sich alle in die Mitte zurückziehen und wir können die Mitte platt machen. Volgograd, Seratov, Nischni, Novgorod. Schaut es euch an, Freunde. Da wird sich auch Schweden, äh Norwegen freuen, dass natürlich da jetzt der komplette Druck weggenommen wird. Und, ich dachte ich kurz, sie haben kapituliert. Ne, sie sind immer noch weit davon entfernt, was ich nicht ganz verstehe. Muss ich wirklich das gesamte Land erobern, dass sie dann irgendwann mal aufgeben oder was soll der Quark? Ah. Okay. Nächste Provinz hat kapituliert. Jetzt habe ich freie Fabriken, aber das bringt mir halt auch alles überhaupt nichts an der Stelle gerade. Also was soll ich denn damit? Ich habe halt nur Angst, dass die Franzosen irgendwie Schenanigans machen und dann wieder ihre Unabhängigkeit ausrufen wollen oder irgendeinen Quark. Das wäre meine größte Sorge. Nach all der Zeit die Befriedung scheitert, weil du zu lange brauchst, die anderen zu besiegen. Ich hoffe, dass Russland uns viel Ausrüstung schenkt. Aber ich weiß es nicht. Einzige Gute ist, die USA sind in einem eigenen Bündnis und nicht mit China zusammen verbündet. Sehr gut. Damit ist die komplette Armee endlich. Also hat sie auch lange genug gedauert jetzt. Und damit setzen wir jetzt hier den Schlussstrich. Mit Atomwaffen würde das natürlich deutlich schneller gehen. Und hier sind weitere 33 Divisionen. Wir haben es auch schon 2.23 Millionen verloren, aber auf der feindlichen Seite sind die Verluste immer noch deutlich höher. 2 Millionen. Hier 815.000. Hier und 712.000. Da. Nur bei den Major Nationen, die ganzen kleinen Nationen, die nicht aufgeführt werden, die zählen wir jetzt natürlich gar nicht mit. Jetzt starten sie eine Gegenoffensive. Es ist logisch, wir versuchen mal zum Hafen vorzustoßen, irgendwie abzuhauen, aber das wird nicht klappen. Und eine Division nach der anderen schmeißt den Gesamtverlust langsam, aber sicher Richtung 10 Millionen Mann. Oh ja. 9.93 Millionen. Greift ihr euch noch an hier, oder? Also ernst gemeinte Frage, ich check es ja noch nicht ganz. Ne, haben sie tatsächlich nicht. Aber hier sind keine feindlichen Truppen mehr. Also wir pushen jetzt hier einfach durch. Über 1000 Fabriken haben wir in der Zwischenzeit. Das brauchen wir jetzt auch wieder. Flugzeugproduktion können wir mal weiter drosseln. Die brauchen wir auch noch. Es ist ein Trauerspiel gerade. Wir haben uns so hart alles aufgebaut und jetzt ist mit einem Schlag alles weg. Wegen den ganzen Garnisonen, aber Militärpolizei 3 ist schon mal am Start, immerhin. Dann bauen wir mehr Militärfabriken. Ausrüstung, äh. Ressourcen haben wir genug. Brauchen wir einfach nur mehr Fabriken. So, Russland. Kazan. Digga, ich wollte mich doch verarschen, Alter. Och, was. Das Ding ist wahrscheinlich, die Russen kapitulieren erst dann, wenn wir wahrscheinlich, äh, Dings, Alter. China auch noch schon kapituliert haben lassen. Kapitulieren haben lassen. Aber Widerstand gibt es überhaupt keinen mehr. Also wir haben die komplett gebrochen. Lass es einfach mal ein bisschen laufen. Das Problem ist halt auch, je mehr Gebiete wir erobern, desto stärker wird natürlich der Widerstand. Das hier ist übrigens, Volgograd war es glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Damit liegen die Verluste dann jetzt gleich weit über 10 Millionen. Wenn wir jemals durchkommen. Auch praktisch ist einfach diese Riesenrange der Flugzeuge. Wir können die Rheintouristischen Berlin stationieren und die schießen in Tokio auf die Häuser. Haben wir wirklich nochmal alles reingeschmissen. Marine-Division hier. Sogar mit Marine, mit Landungsfahrzeugen. Die landen dann in den Wäldern oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendeinen Sinn werden sie schon haben. Jetzt ist unsere Armee gesplittet. Das war meine Befürchtung, die ich immer hatte. Aber es war klar, dass das irgendwann passiert. sehr gut. Meines Erachter ist einfach zu speichern für das Spiel. Dadurch, dass es ja jetzt auch wirklich deutlich weniger Nationen gibt, muss man auch nicht mehr so viel speichern. Deswegen geht es auch schneller. Wir haben sie jetzt wieder in den Krieg gerufen. Niemanden direkt, der mich jetzt hier juckt auf den ersten Blick. Trotzdem muss er aufpassen. Die Frage ist jetzt, was stehen da drüben an Feinden rum? Teilen hat Japan gerufen. Ruft, wen ihr wollt. 40 Prozent. Yekaterinburg ist jetzt Hauptstadt. Offensiv hier unten ist halt auch eher nur so eine Empfehlung. Sowieso schaut. Aber er ist okay. 10 Prozent Bewegungsgeständigkeit. Ich liebe 10 Prozent Bewegungsgeständigkeit. Fortress Buster ist aber auch immer ganz nice. Fortress Buster ist auch immer ganz nice. Ja, Fortress Buster ist nicht möglich. Okay. Level 7 ist er schon, der Bube. Jetzt hat er aber, ha? Langsam, aber sicher. Kommen wir aus unseren Generalschuhen raus. Finde ich doch sehr toll. Ja, die haben China gerufen. Digga, wir sind mit China im Krieg. Da wussten die Chinesen noch gar nicht, was das Wort Land bedeutet. Die kesseln wir ein. Bei jeder Gelegenheit wird eingekesselt. Das Problem ist, die speichern jetzt so oft, weil das Spielschüler schneller läuft. Oder? Nee, tut's gar nicht. Ist nur Einbildung. Pakistan verteidigt Italien. Zimbabwe hat kapituliert. Ja, Südafrika ist immer noch ein riesen Flickenteppich theoretisch, aber nicht mehr ein ganz so großer wie früher. Geborgen hat kapituliert. Guck an, guck an. Können wir sogar echt wieder die Produktion ein bisschen runterfahren jetzt. Schieben wir die Waffenproduktion natürlich schön hoch. Zusätzlich dazu, dass natürlich immer mehr auch produziert wird. So, du musst mal kurz noch dorthin, dass wir da alles uns erobern. So, ich hoffe, die Performance legt sich gleich wieder. Die ist nicht gerade noch ein bisschen scheiße, aber ich bin's gewohnt. Ich hab'n scheiß PC. Wir spielen wieder euch hier mit mir und dem deutschen Unitary Roman Republic Empire auf die Undead-Krabben oder so. Sieht auf alle Fälle sehr schön aus. Wo haben wir den stehen geblieben? Wir hatten eine große... Ah ja. Ah ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ja, wir hatten ja... Stimmt, wir überrumpeln ja aktuell die, 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 die russischen Freunde oder Feinde. Was auch immer sie sein mögen. Alles Feinde. Alles Feinde. Na gut, haben wir auch schon das doch. Achso, die wollen ja jetzt noch Schiffsdoktrin. Die bringen wir es mal und so. Ja, ist krass eigentlich. Jetzt sind wir schon Ewigkeiten hier drin. Das Ding ist, ich sitze hier halb am Bildschirm ran. Das Ding ist ja, wir wollen ja, ich möchte ja, das alles dann zu einer super Kampagne zusammenschneiden, die dann circa 10, 11, 12 Stunden gehen wird. Also je nachdem, wie lange das jetzt hier noch dauert. Juicy. Juicy, Juicy. Yo, yo, yo. Stimmt, Schiffe werden sich genug. Huch. Mergen. Mergen sie sich. Trotz allem, Kameraden, ist es an der Zeit, geeint zu stehen gegen die Feinde des deutschen, römischen, unitary. Mit denen da oben liegen wir nicht im Krieg. Genau, da helfen wir noch mit den Norwegern. Die Argentinien Concordate juckt mich natürlich nicht direkt. Ich denke mal, wenn die Russen kapitulieren, das wird auf alle Fälle auch performancetechnisch einen guten Schritt nach vorne machen, normalerweise. Truppen haben sie eh keine mehr. Also, da ist Je-Ruckelburg, nee, Je-Katerinburg würde wahrscheinlich irgendwas mit einer Katharin zu tun haben. Da ich ja auch sehr interessiert bin an historischen Dingen. Googlen wir einfach mal Je-Katerinburg, weil es mich interessiert, woher der Name kommt. Doch bestimmt. Genau, genau. Je-Katerinburg ist nach Moskau, St. Petersburg und Novosibirsk die viertgrößte Stadt und Zentrum der drittwichtigsten Region Russlands. Aha. In der Stadt haben sich auch mehrere Generalkonsulate wieder gelassen, darunter die USA, Tschechien, Großbritannien, Deutschland und Österreich. Schau an, Schau an. Und woher kommt das der Name? Leitet sich ab von der Kaiserin Katharina I. Ja, deswegen halt auch Katharin, ne? Dachte ich mir schon. Ja, ja, hab ich mir schon. Wusste ich schon. War logisch, klar. Ich hab auch die Katharina, die ist ja auch eine alte Freundin von mir gewesen damals. Wir haben viel Tee getrunken und Bären gejagt auch. Da hat man mal viel Spaß. Ja, nee. Ja, nee, halt. So nicht. Macht euch auf gen Süden. Wir überpushen den Iran, meine Freunde. Die Republic of Iran. Atomreaktoren? Ja, brauchen wir dringend, Alter, weil es geht ja nicht, dass die mir den ganzen Tag die Bude wegscheißen und ich hier nicht in der Lage bin, mich zu verteidigen. Das ist ja höchst diskriminierend jeglichen Krabben gegenüber. Schöne Musik. Da bin ich doch gut gelaunt am Welterobern. Der Irak wurde gerufen. Ja, ja. Was mit Armenien? Die afrikanische Koalition. Mit der ich ja leider nicht im Krieg liege, weil ich ja gefühlt mit allen im Krieg liege, aber nein, mit denen tatsächlich nicht. Was ich sehr positiv finde. Kann man denn so schlecht? Wir haben plus 60, plus 65 und kommen auf minus. Ja. Base Value ist halt scheiße. Weil wir halt ein paar Leute im Kampf verloren haben. Ja, was soll ich denn machen? Allah. Die sterben halt doch einfach. Ist es meine Schuld? Oder was? Ach, ich scheiße auf die Spion. Ich habe keine Bock drauf. Spione sind so nutzlos. Ich reg mich jeden Tag aufs Neue drüber auf, deswegen lassen wir es jetzt heute einfach mal. Nein, ich werde mich jetzt nicht bewegen. Ich liebe das, wenn irgendeine Uhr mir sagt, ich soll mich bewegen. Digga, ich sitze erst seit einer Stunde. Sie sagen mir nicht, was ich zu tun und nicht zu tun habe. Wer ist denn das überhaupt? Usbekistan. Müssen wir irgendwas manuell machen hier oder kriegen die das selber hin? Sieht mir erst mal ganz gut aus, Freunde. Ihr seid ja allesamt höchst fähiges Personal. Achso. Naja. Improved Anti-Tank. Jetzt kommen wir langsam zu den etwas besseren Sachen. Step for Step arbeiten wir uns auch waffentechnisch voran. Ja, schauen wir, da kommt man easy durch, Alter. Der Iran existiert gar nicht. Das ist quasi einfach nur ein Fehler auf der Landkarte. Eigentlich nicht existent, aber aus irgendwelchen Gründen sind sie da. Aber keiner weiß, warum. Ja. Die Chinesen sind ja auch schon vorhanden. Das liegt daran, dass sie die Gebiete erobert haben. Das einzige Problem wird jetzt dann nur gleich die hässlichen Frontverschiebungen. weil da leider ein paar unpassierbare Terrans sein sollten, oder? Also unpassierbare Gebiete oder gibt es in der Mod keine? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe seit 20 Jahren hier drüben nicht mehr gekämpft in der Mod. Ne, hier, schau. Da ist... Da kommst du nicht vorbei. Also Hannibal ist zwar über die Alpen gekommen mit seinen fetten Elefanten, aber ich kann meine Soldaten hier nicht durch kleinere Hügelgebiete schicken. kleinere Hügelgebiete, ne? Habt ihr verstanden, oder? Hoffe ich doch. Wenn nicht, dann halt nicht. Warum kommen wir jetzt da nicht hin? Cannot move to a location owned by Marxist Finnland. Ach, das haben die Lappen. Und das auch, oder was? Das ist natürlich blöd, ne? Dass die Fünder ihre Finger im Spiel haben. Geht halt einfach da und dahin. Stell dir nicht so blöd an. Und dort aus können sie eh nicht angreifen. Sehr schön. Hervorragend. Sehr gute Arbeit haben sie geleistet, Kameraden. Am heutigen Tage wird ihr heldenhafter Mut und Einsatz niemals vergessen werden. Oder so in der Art. So, dann schicken wir jetzt die ganzen... Wie viele Divisions sind das? 14. Wie viele Divisions sind das hier, die noch keine auftreten? Ja, wobei, das ist ja eine einzelne Front, ne? Die können wir auch einfach alle hier reinschicken. Die greifen jetzt zwar rückwärts an, aber das ist nicht so schlimm. Ich sag mal, Rückzug ist die beste Offensive. Und deswegen alles cool. In Kabul. Oder? Schauen wir mal. Hört sich zeigen. Was ist das hier? Ich, ich verhahn. Ich kann die Namen nicht aufspringen. Bukan. Oder Bukan? 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 Mein Iranisch ist not a yellow from tech. Aber auch schön zu sehen, dass hier auch noch viele Italiener zum Beispiel mit vertreten sind. Ne? Italienische Republik gibt's zwar seit 77 Jahren nicht mehr, aber hier sind sie noch vertreten. Und lassen sich hier alle einkesseln. Und damit auch wieder beseitigen. Schauen wir mal die gesamten Manpower-Stärke- Verhältnisakte so an. 4 Millionen. Ja, die sind auf alle Fälle heili überlegen. Die haben überhaupt keine Truppen mehr. Wir haben die komplett wegrasiert. Ich glaube, China hat auch ein bisschen Probleme mit sich selber. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen vielleicht sogar mit der Bevölkerung Probleme haben. Aufstände. Da geht nicht mehr so viel bei den Chinesen. Der guckt zwar immer noch sehr, aber selbst sicher in die Kamera. Haben auch viele Fabriken, haben auch eine mögliche Manpower von 300 Millionen. Aber die können sich scheinbar nicht ins Feld bringen. Das kann viele Gründe haben einfach. Inaktivität der Rekrutierungsapparate, Zusammenbruch der Wirtschaft oder Zusammenbruch des sozialen Systems. Dadurch, dass halt schon allein durch meine Hand in den letzten Jahren 2 Millionen Chinesen besiegt wurden. Bloß die anderen Kriege, die noch liefen nebenbei. Das kann auch schon mal zum Kollaps einer Nation führen. Das darf man echt nicht außer Acht lassen. So, ihr holt euch mal bitte Basra. New Republic of Iraq. Hä, aber das haben wir doch jetzt erobert. Hä, oder? Hä? The fuck? Wollen Sie mich gerade verarschen? Oder was wird das hier? Auch. Ja, gut. Okay, dann widmen wir uns hier voll und ganz Indien. Na, das ist scheiße. Mach mal andersrum. Die sind weiter hier oben pushen, weil die Front einfach größer ist und die Truppen sind ja an sich schwächer. Deswegen sollen die hier im Süden das Ganze übernehmen und Operation Freedom for Indien ausrufen. Wollte schon sagen Freedom for Tibet, aber da gab es ja auch mal vor Ewigkeiten noch Proteste, ne? Für Tibet. Hat man auch nie wieder was von gehört, ne? So, jetzt bin ich jetzt mal da schnell in Position. Kann ich irgendwas mit meiner politischen Macht machen? Ah ja, Öl. Öl ist immer gut. Und wir sprechen zu den Truppen. Leute, es ist alles in Ordnung. Ein paar Millionen sind tot. Unsere Linien sind zerfleddert wie ein Schweizer Käsekuchen, aber wir befinden uns in den besten Jahren aller Zeiten. Im besten deutschen Vereinigten Reich aller Zeiten dürft ihr leben. Und ich glaube, das ist schon eine große Ehre. Okay, Infanterie-Equipment bessert sich langsam. Motorized ist wieder on top. Das heißt, Motorized schrauben wir einmal komplett die Daddy Becky Dicci Dicci. So, Support-Equipment, das sollte auch nicht allzu lang dauern. Wo sind denn die Waffen eigentlich? Ach, da oben? Das ist da oben. Aber mit mir kann man das ja wieder machen. Weil ich, wenn ich die erobere, dann die Gebiete nicht bekomme, weil man denkt, nein, wir möchten das für uns haben. Wir möchten gerne selber die Gebiete in Besitz nehmen. Das ist dann wieder das Endergebnis. Das ist wieder jetzt das, womit du dich hier rumschlagen kannst. Ich könnte einen Bratwurst-Apfel kotzen, Mann. Ich werde pfuchtig, echt. So, ihr führt bitte einfach wieder Offensiven aus. Ohne Rücksicht auf Verluste und eigenes Leben. Und die russische Föderation steht kurz vor der Kapitulation. Vielleicht kesselt ihr die einfach mal schnell ein. Und das ist auch so ein Ding. Jetzt, warum wird jetzt hier komplett die Armee abgezogen? Warum? Ihr kämpft doch hier noch. Da sind doch noch Feinde. Warum zieht man dann da an der Stelle die Armee nach? Weißt du, das verstehe ich nicht so was. Da bin ich zu blöd für, okay? Sag ich ganz ehrlich, da bin ich zu dumm für. Das verstehe ich nicht. Ich bin ein dummes Lebewesen, was diese Sache nicht versteht. Ich verstehe nur, dass wir, also ich, das ist halt auch irgendwie, also keine Ahnung. die italienische Republik da oben wollte sie nicht erobern oder was? Ein Joke oder wie? Wart mal schnell mit dem Zug dahin oder auch nicht? Wenn da überhaupt Truppen stehen. Ich glaube eh nicht, dass da Truppen stehen. Ich denke mal, das wird unbewacht sein. Hallo? Hä, warum können sie da nicht hin? Hä? Novosibirsk. War auch eine Großstadt. Hab ich doch gerade gegoogelt, oder? Novosibirsk. Ja, Novosibirsk. Yes, yes, yes. Genau. Kasachstani. Jetzt mal unbewusst, was sind die größten russischen Städte? Alle? Größten, oder die zehn größten russischen Städte. Ja, nicht eine Reise durch Russland, ich will einfach eine super simple Liste. Kann noch nicht so schwer sagen. Ja, tatsächlich, Moskau, 13 Millionen Einwohner, St. Petersburg, Petersburg genannt, 5.6 Millionen Einwohner, ein paar Zeichen, Novosibirsk, Novosibirsk ist sogar größer als Jakatharienburg, hab ich ja vorgelesen, Mit 1.6 Millionen, Jakatharienburg mit 1.5, danach kommt Kazan 1.3, Nischni Novgorod 1.2, kann ich nicht vorlesen, weil ich den Namen nicht auslesen kann, Krasnodjarsk 1.1, Samara 1.1 und Ufer 1.1. Eigentlich schon krass, ne? Diese Unterschiede, 13 Millionen, 5.6 Millionen, dann hast du immer noch 1.6 und dann jede Menge so mit einer Million oder so, ist aber trotzdem krass. So, die Kasachstanien haben wir jetzt ansonsten noch nebenbei kapituliert, Afghanistan ebenfalls, das ist sehr schlecht in dem Fall jetzt, weil das die Front gerade komplett lahmgelegt hat, mehr oder weniger. Jetzt kann ich auch gerade nichts machen aus irgendwelchen Gründen, warum nicht? Hä? Achso, ich hab irgendwo draufgeklickt, wie so ein Fett, ne, hä? Hab ich irgendwas draufgeklickt? Hab ich irgendwas kaputt gemacht schon wieder? Absolut gar... You are currently eating orders. Nein, was ist denn das? Ah, okay. Ein Bug, weil ich alt Tab gedrückt hab, Freunde. Ein Bug, alles gut. Der Bug wurde schon behoben. Willkommen in den Bug Wars. Okay. Die Bug Wars. So, wir lassen die Jungs mal hier chillen, weil ich irgendwie das Gefühl hab, so vom Feeling und so von allem gerade, dass die wahrscheinlich gleich mir hier hart auf den Sack gehen werden. Die, ja, genau. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's mir doch schon. Ich hab's... Ich wusste was. Wisst ihr, ich kenn das Spiel schon so lange. Ich weiß genau, wer macht was. Missile Silos. So, die Spaner, die brauch ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr gleich mit... Oh, ich hab's mir kapiert jetzt. Sehr schön. Sehr schlecht. Ne, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So, die Green Armada. Die Green Armada greift hier schön an und haut den allen auf die Fresse drauf. Das ist der Plan. Und ihr bleibt hier einfach nur so aus Defensivgründen. Also hier geht's jetzt auch nicht darum, dass man irgendwie groß expandiert oder sowas. Nein. Hier einfach nur verteidigen, dass die mir nicht auf den Sack gehen. Das fände ich sehr, sehr, sehr sozial. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Angetreutern. Weggetreten. Umgetreten. Ins Knie getreten. So. Russlands Fall dürfte schon mal ein wichtiger Schritt für unsere weitere Zukunft sein. Wie schaut's mit der Wumme aus? Wie schaut's mit der Sub-Equip aus? Sub-Equip ist tatsächlich in der Zwischenzeit full. An allen anderen mangelt's noch. Russland hat uns auch nichts zur Verfügung gestellt. Die haben alles irgendwie verbrannt oder so oder haben versucht zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Chinesen noch ein bisschen produzieren, wenn ich sie jetzt dann gleich platt mache. Jawohl, ich bin bereit, die Hölle über die Chinesen einbrechen zu lassen. Und über die Inder. Und die Manpo. Ja, die Garnison. Die Garnison. It's not so easy. You know? 9% Base Value. Aber jetzt raiden sie meine Convoys. haben geradet. Mobilisierungsgeschwindigkeit. Surrender Limit. Ja. 50% Alter. Das heißt, wenn mir einer vor die Haustür kackt, gebe ich auf oder was? Klingt jetzt im ersten Moment mal total lustig und so, ne? Wir haben echt alle hart gelacht. Aber so lustig ist es eigentlich gar nicht. Wenn man das jetzt mal ein bisschen neutral zurückverfolgt. So, Handels, irgendwas, Ressourcen? Nix, ne? Wir haben eh viel zu wenig Wirtschaft. Genau. Ihr macht hier einfach schön weiter. So, bis sie bis sie hier, bis sie da hier nicht hier dahin und dann einmal vorwärts. Stress. Nein. Super entspannt alles. Auch in die... Ah, sehr schön. Perfektissimo. Ich will aber keinen Angriff packen mit euch. Genau. Die Verluste nochmal schön hochpushen. 12.2 Millionen. Jetzt hat Pakistan kapituliert. Das Einzige, was wir jetzt hier machen können ist dieses Singlefronten löschen und der Großfront, weil wir jetzt hier vereint stehen, kämpfen hier noch gegeneinander. Die sind verbündet. Ist auch relativ skandalös, dass die Inder einfach akzeptieren, dass die Chinesen ihre Gebiete besetzen. also auch wahrscheinlich auch eine Sache, die es in echt so niemals geben würde. Also klar, ich meine, wenn es so ist, dann ist es so, dann kannst du nichts machen, aber ich glaube, da würde es schon viel Widerstand geben. Vor allem, Indien ist ja auch ein sehr bevölkerungsreiches Land. das zu befrieden, das ist nicht easy. Also, ich denke, da wäre es, wenn, wenn Sachen gemacht werden, die hochverboten und illegal sind, wahrscheinlich die effektivste Methode im Kriegsfall, um sich einfach um die Meinung der internationalen Community scheren, also nicht scheren. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, glaube ich, für China, wenn sie jemals zum Krieg kommen sollte gegen Indien. Was aber auch eher unwahrscheinlich ist, aber man weiß nie, was passiert. Man weiß es nie. Aber wenn, müssten die Chinesen halt sehr brutale Methoden anwenden, glaube ich, um das Land halten zu können. Ansonsten würde das nicht funktionieren, also nicht in dem Sinne. Also, vielleicht kleine, direkt kontrollierte Regionen und den Rest einfach lokale Autonomie oder halt zum Verbündeten machen, eigene Regierung einsetzen, solche Sachen, aber halten, komplett, ist unmöglich. Dafür ist Indien einfach zu groß, zu bevölkerungsreich und auch zu auch infrastrukturtechnisch einfach schwierig. Du kannst auch nicht richtig reagieren, wenn irgendwas ist. Also, es ist ganz unangenehm. Aber wie gesagt, ich hoffe ja immer aufs Beste, dass es niemals passiert, irgendwo solche Kriege gibt. Beteiligung 80%. Das ist eh relativ wichtig, da ich mir meinen Weltreich hier zusammen schaufeln möchte. Der Turban ist auf alle Fälle jetzt auch weg. Nicht viele, aber viel Ausrüstung hoffe ich bestenfalls. 1, 1, leckt's mir am Arsch, ey. Auch auf feindlicher Seite, ja, Schatz, super, als sie, aber die Schüssel, der geht ja die Chance, 133, das, das ist eine gute Karte. Die ist ein bisschen, ne, ist relativ gleich sogar. 200.000 Ausrüstung und auch hier knapp das gleiche. Damit kann ich leben, damit kann ich aber nicht leben gerade. Damit kann ich jetzt aber gerade nicht leben. Fahr mal kurz nach Gilgit. Wir haben jetzt zwar jede Menge Truppen, weiß nicht wer das ist, Litauen? Estland? Lettland? Wir hatten auch irgendeinen Verbündeten noch oben, oder? Wer ist das? Lettland. Estland war es. Ich soll kurz die Provinz holen, bitte, dass die sich nicht zurückziehen können. So viel zu dem Versuch. Natürlich, hat es nicht funktioniert. Okay, jetzt hat es passt. So, China. Wie läuft's denn so? Unsere Panzer rollen langsam, aber sicher Richtung. Okay, Mongolei hat direkt aufgegeben. Hätte auch einfach sagen können, wenn ihr keinen Bock habt, ne? Habt ihr gesehen, alle? Nein! Warte mal, wir werden jetzt alle aus, also wir werden jetzt ihn aus, dann jetzt werden wir die aus. Wären wir den ab. Ah, scheiße. Jetzt werden wir den ab, und das müssen wir eigentlich nur die... Ah, ich hasse es. Aber bei einer Möglichkeit gibt's ja noch... ...die Front dahin, hier, so, das gibt's noch als möglich. Ja, da hast du jetzt wieder das Problem. Ach, ist das zu... Machen wir anders, komm, wir löschen die Fronten hier kurz weg. Achtung, vordergern. So. Jetzt sind sie zwar nicht zugewiesen, aber ich hab immer ne Fronten gemacht. Na ja, Leute, wir sehen uns nächste Folge, wir machen riesen Fortschritte, und wir werden nächste Folge dann endlich die Chinesen entfernen, und dann den letzten, den großen, den endgültigen, finalen Krieg ausrufen, gegen die, äh, anderen. Briten, Spanier, die USA, Mexiko und so weiter. Bis dahin. Zur Brotn und Fugi, Horst zu Wolf hier. Wir haben ja letzte Folge die Russen besiegt, was sehr positiv ist. Aber heute kommt ein viel größerer, Schritt, normalerweise. Nämlich die vollständige Unterwerfung, Asiens. Also Usbekistan, die arbeiten ja mit mir zusammen. Ja, bilden wir uns einfach mal ein, dass die mit uns zusammenarbeiten. Nicht so nett. So, wir produzieren die, äh, wir halbieren das, wir halbieren dies. Und nun, explodieren dies, und explodieren, äh, dies, und explodieren dies. So. Wie schaut's mit den Ressourcen? Oh, sehr gut. Sehr gut. Und wie Sie sehen können, wir bauen noch die ein oder andere militärische Fabrik, um unsere Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Wie eine alte Oma, die ihren Ayoho auch. So. Let's go. Let's go. Let's go. Kann das nicht. Let's go. Ich bin einfach kein guter Mario. Tut mir leid. So, ihr habt Truppen oder was? Zwei Division, ja. Könnten meine Hausschlappen haben. Oh, schaut's euch an, wie wir reinpushen über die Chinesen. Sehr schön. Gefällt mir. Wir werden auch gleich noch idealerweise sogar ein bisschen japanische Gebiete erobern können. Ich will aber nicht wissen, was mit den Garnisonen hat gar nicht so ein Singzucker. Hä? Hä? Entschuldigung, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe dies nicht. Ich verstehe nur, dass wir jetzt bessere Panzerfüchse haben. Aber wieder schon gibt's gar keinen mehr. Na, jetzt haben sie wieder ein paar Divisionen mehr. Haben wieder rekrutiert. Aber ich glaube, das Problem, was bei den Chinesen war, ich glaube, dass das Problem ist, was ich auch ein bisschen hab, einfach die Ressourcen, die Kosten der Ausrüstung. Ne? Weil so ein Krieg ist teuer. Na, wenn du da noch Gebiete besetzt hast, wie in Indien, dann brauchst du noch mehr Ausrüstung, wenn du dann so viele Einheiten verlierst. Da die Ausrüstung wieder ranzubekommen, ist als auch mittelstarke Nation oder sie haben jetzt 220 Militärfabriken. Ihr müsst mal gucken. Ich brauche, alleine hier brauchen wir 150 Fabriken. Ich bräuchte, ich habe hier alleine 600 Militärfabriken, dass wir halbwegs unsere Militärwirtschaft befeuern können. Und selbst das langt nicht. Ja, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die Chinesen mehr oder weniger das gleiche Problem haben, wie ich hier derzeit. Das einfach nicht langt. Es langt einfach nicht. Die schaffen es keine, die schaffen es nicht, die Visionen ins Feld zu schicken. Das ist the problem. Ich habe doch eine Offensive gezogen. Gott, in dem Game funktioniert aber auch gar nichts. I disapprove. Ah, jetzt so geht's. Und die Chinesen Bock? Habt ihr Bock? 10%? Was denn für 10%? Da muss ich wirklich bis zur letzten Insel kämpfen, bis zum letzten Hafen oder was? Warum habt ihr alle heute keine Bahn mit mir? Indien hat kapituliert. Oh, danke für die Ausrüstung auch. Habt ihr gesehen? Großherzig die waren. Plus die ganzen neuen Fabriken, die wir bekommen. Das nächste, was wir brauchen, ist nochmal Gen 4 LM. Gen 4 Light Mechanized. Und wir nehmen jetzt natürlich auch die ganzen Ressourcen in den Beschlag. Lokale Autonomie ist so geil, Alter. Das ist tatsächlich der einzige Vorteil, daran demokratisch zu spielen. Das ist ein bisschen cheesy, aber ist so geil. Ist so, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so cool. Und das liebe ich überhaupt nicht. Kümmern Sie sich drum, Genossen? Ne, Kameraden. Genossen waren ja die anderen. Die Genossen sind schon gefallen. Womit fahren die denn mit ihren durchdrehenden Reifen? Hätten sich vielleicht mal fortbewegen sollen. Haben wir denn Feldhospital? Ja. Wäre jetzt hier nichts erforschen, was wir nicht nutzen. Aber Feldhospital nutzen wir. Kenia. Da unten geht es immer noch ab. Dass die es da auch nicht hinbekommen, dass die da mal irgendwie, dass die da irgendwie mal, ich weiß nicht, einfach mal Butter bei die Fische machen oder so. Nix. Aber dann mache ich halt Butter bei die Fische. Manpower liegt immer noch bei drei Millionen. Denkt man, der Großteil wird jetzt aktuell von den Usa kommen. Die haben auch noch die höchste Wirtschaft mit. Nach mir. Jetzt ist es so blöd. Das Königreich von Kurdistan im Besitz der Türkei. Und ich kenne ja, oder man weiß ja, wie das ist mit unseren türkischen Freunden. Die sind dabei dem Thema mal ein bisschen kritisch. Das wird wahrscheinlich nicht so positiv aufgenommen werden. Aber ist nur im Spiel, deswegen keine Sorge. Ist nur ein Spiel. Das ist auch schon irgendein Kauderwelsch. Die stehen jetzt hier einfach rum. Statt das hier dann einfach mal da drüben. Heu 5 würde ich mir auch wünschen. So einen Modus, dass die KI dann irgendwie selbstständig in der Lage ist, Fronten minimal anzupassen oder so. Keine Ahnung. Korea hat kapituliert. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich zum Beispiel sagen kann, hey, wenn jetzt sieht, das Gebiet ist ja friendly sozusagen. Macht ja keinen Sinn, dass ihr da irgendwie Krawall macht jetzt. Und deswegen geht halt einfach in die Nachbarprovinz, wo wir keine Front haben, aber wo rein theoretisch feindliche Truppen aus angreifen können. Das wäre halt einfach nur logisch. Debatte. Geht mir auf, sag mal, du redet, was ihr wollt. Einzige Debatte, die ich aktuell mit mir selber führe, wir sind so dort, bis die Chinesen weg sind, aber dauert immer noch ein bisschen. So, dann geht ihr jetzt bitte dorthin. Ah, Klassiker. Bisschen kleiner das Ganze. Wir forcieren uns hier wirklich nur auf einen Bereich. Ihr seid auch doppelt vertreten, wie ich sehe. Muss auch nicht sein. Auch hier langt eine einfache, gediegene, entspannte Offensive. Und damit schmeißen wir dann auch eine Republik Ophelaos ins Chaos. Hä, ist das denn? Genau, alles, was hier rosa, burgund, weinrot, burgunderrot, burgundrot, weinrot, rot, dunkelrot, nein, das ist ein weinrot auf alle Fälle. Alles, was hier weinrot ist, wird, es juckt. Ah, ist schön. Alles, was hier weinrot ist, wird uns gehören. Also, alles das hier. Ihr werdet sich alle unterwerfen, sobald die Chinesen nicht mehr existieren. 80% Warscore, 80, juicy prozent. Ah, schau mal. Jetzt nochmal auf die letzten Tage, pumpen sie nochmal Truppen ins Feld, aber es bringt nichts. Meine chinesischen Freunde, es ist der Tag gekommen, an dem ihr erkennen müsst, dass ihr keine Weltmacht mehr seid, sondern nur noch der Stein in meiner Sandale, den ich wegschüttel und danach nie wieder anschauen werde und nie wieder finden werde und nie wieder sehen werde. Aber hier kämpfen wir doch noch relativ taglich. Schöpfer. Verteidigen hier die Städte bis auf den letzten Millimeter. Ist ja auch schön zu sehen, dass da trotzdem noch irgendwo Kampfesgeist herrscht. Dass man nicht einfach so aufgibt oder so, dass man nicht einfach sagt, ja, wir lassen euch das Ganze jetzt erobern. Bringt es jetzt noch was? Nein, aber trotzdem. Muss es ja auch erwähnt haben. Auf nach Guangzhou. Guangzhou. Und dann wird daraus ein Schuh. Und? Der Sieg ist unser, Freunde. Die chinesischen Truppen haben soeben ihre Arbeit niedergelegt. Na, guck mal. Trigger. Jetzt beginnt das große Snacken. Oh Gott. Error 404. Performance not found. Also wir nehmen uns jetzt natürlich erstmal alles, ne? Wir werden uns so viel nehmen. Es sieht aus wie ein Belgier an einem Frühstücksbuffet. Teller komplett überladen. Voll mit Brötchen und allerlei anderen leckeren Dingen. So, dann. Genau, Gegendland. Select all. Irak. Select all. Italien. Chile und so. Ja, das könnte man eigentlich sich auch einverleiben, sage ich euch ja mal ganz ehrlich. Das ist einfach allein schon für die Gebiete da. Und wo Botan juckt mich jetzt so nicht direkt. Aserbaidschan. Aserbaidschan. Nehmen wir uns schon? Allein wegen der Öl. Ja, ja, komm. Also wir werden uns so viel holen können. Wo ist denn die Türkei? Also. Gut. Machen wir erstmal einmal Klick. Gibt ein paar Leute, die meinen, sie können sich auch noch Sachen holen. Und es ist erstmal ganz Russland. Thailand. Indien scheinbar nicht. China auch nicht. Philippinen und Pakistan. Ich meine, was wollen sie machen, ne, Leute? Ja gut. Nigeria juckt mich ja überhaupt nicht. Ja, Malaysia würde ich schon sagen, dass ich da eigentlich selber Anspruch drauf habe. Also auf alle Fälle die Gebiete, wo ich halt wirklich selber auch mir geholt habe, die würde ich mir dann auch schon wirklich auch einverleiben wollen. Wenn das in Ordnung ist, okay? At Brasilien. Ich habe doch den Iran auch mir schon geholt. Nicht? 33.000. So, Russland. Äh, oder auch nicht? Habe ich mir die Russen schon geholt? Nee. Doch. Ha? Wer fummelt denn hier überall rum? Ich schwöre, ich hole mir gleich, äh, afrikanische, äh, andere Gebiete noch. Xinjiang. Die holen sich einfach Xinjiang. Ich glaube, ich bin, Alter. Die sollen sich mal verkrümeln, da hole ich mich nicht so okay. Dann hole ich mir jetzt halt auch Gebiete von denen. Wenn die meinen. Ah, und Japan, Japan ist auch ganz wichtig. So. Ja, Brasilien, ihr seid auch einfach mit selber schuld. Wir hätten das alles ganz friedlich machen können, aber ihr habt ihr gemeint, ihr müsst euch hier die Sachen holen. Und deswegen, das sehe ich halt auch einfach nicht ein. Deswegen, counterclaimen wir die Gebiete jetzt hier einfach. Und werden gleich feststellen, dass die Punkte gar nicht reichen, oder was? Ja, Tatsache. Dann geben wir das mal auf. Und den Rest kriegen wir. Okay. Gut. Damit sind die ersten großen Friedenspfannen auf alle Fälle mal fertig. Jetzt habe ich nur das Spiel, stürzt nicht ab. Ja, er ist jetzt nicht abgestürzt. Es lebt noch. Was für United States of China. Hm. Die Heilige Römische Republik. Habt ihr Militärzugang? Habt ihr Militärzugang? Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie machst du das jetzt? Wir müssen jetzt mal kurz gucken, wo liegen wir mit wem im Krieg? Wo sind welche Fronten? Ich würde jetzt auch nicht direkt neue Kriege erklären. Würde jetzt einfach mal gucken, dass wir die USA besiegen. Also neue Kriege erklären nicht, ja. Dass wir schon neue Kriege erklären, glaube ich. Wir schicken jetzt erstmal einfach alle kurz dahin. Hört auf, dass die rechtzeitig ankommen, bevor alles im Bach runter geht. Ja, die Schiffe, Alter. Wir haben halt einen Müll, müssen die Schiffe nochmal erforschen. So, jetzt machen wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, dass sie sich alle ein bisschen auf den Weg machen. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann müssen wir gucken, dass wir die United States und die Monroe Alliance besiegen. Und das machst du einfach am besten, den du erstmal hier aufräumst und dann über Kolumbien, Mittelamerika, Mexiko hoch marschierst. Ich habe einfach keine Bock auf Native Invasions. Es könnte vielleicht sogar funktionieren, ich weiß es nicht. Das Problem ist, wir haben auch die Gebiete relativ verloren. Können wir hier selber für den militärischen Zugang nachfragen. Kurz gucken, wenn ihr dahin geht, ob die die Insel da fangen könnten. Genau, und der Rest ist irgendwie abhandengekommen mit dem... Die waren aber relativ schnell da, erfreulicherweise. So, machen wir auch gleich das 20-30er noch. Besser wird es heute nicht mehr. Sehr schön. War Support steigt auch wieder, ist eminent wichtig und wir haben sehr, sehr viel Ausrüstung übernommen. Einzige, was jetzt noch fehlt, ist AT. Da müssen wir jetzt die AT-Produktion ein bisschen hochpushen. Das kann runter. Den Rest lassen wir trotzdem nochmal weiterlaufen hier. Warum ist es nur die Einnahmenmeter? Was ist mit dem Rest? Wo waren die überhaupt, dass die so schnell da... Ach, das waren die, oder? Die sind relativ schnell rübergeschippert. Ich verstehe schon. Der Rest braucht noch ein bisschen. Jetzt haben wir die Chinesen schon wieder den Krieg erklärt. Es ist so sinnbefreit. Es ist so dumm. Jetzt muss ich hier wieder meine Truppen nach China und Japan schicken, weil die Chinesen mir aus irgendwelchen dummen, unnötigen Gründen den Krieg erklärt haben. Es ist ein Quark, Alter. Und das heißt, auf Deutsch gesagt, die müssen jetzt dann bitte alleine hier für die Sicherheit sorgen. Ohne Unterstützung. Das Chinesische Emirat. Wer oder was ist denn das Chinesische Emirat jetzt auf einmal? Können wir auf alle Fälle ins Bündnis holen, aber wer ist denn das Chinesische Emirat? So, hä? Das ist das Biggestan. Ich finde kein Chinesisches Emirat. Naja, scheiß drauf. Nibble Invasions. Okay, ich musste gar nichts machen. Okay. Na gut, warum nicht? Ist mir auch recht. Ah, ich habe den ganzen War-Score? Auch interesting. Wenn juckt's. Erobert ist erobert. Dann kann ich die Jungs zumindest wieder nach Amerika schicken. Suchendeckung. Wenn ihr sie jemals gefunden habt, sagt ihr mir nochmal Bescheid. Okay. Push die weg. Und ihr pusht hier weg. Und dann kümmern wir uns nebenbei um das hier schon mal. 100 Tage. Dauert mir ehrlich gesagt viel zu lange. So. Was genau ist jetzt hier das Problem aktuell? Haben wir noch keine Atomwaffen? Wollen wir Atomreaktoren? Die sind ja sehr teuer. Will wir sehen. Ich baue halt mal ein paar. Gucken, wie das jetzt hier funktioniert mit Atomwaffen. Ob du die einfach hierhin deployen kannst. 85% Luftsupport. So ein Blödsinn, Alter. Wenn ich einen Suizidbomber schicken will, um irgendwas zu unterwerfen, dann wird er doch in der Lage sein, dahin zu fliegen. Egal, wie die Luftüberlegenheit ist oder nicht. Halt, er soll jetzt einen scheiß Job machen. Das ist doch nicht seine Aufgabe, sich Gedanken zu machen, ob das klappt oder nicht. Alter, ich glaube, ich spinne. Das ist so ein Quark, ey. Da rege ich mir schon richtig drüber auf, gerade. Mercenary Soldiers. Oh, wenn ich auch mehr War Support nicht wahr, Herr Fischer? Enemy Bombing. The Cross-Trade War. The United States of China. Zum Glück habe ich die noch nicht hochgeschickt. Zum Glück habe ich die noch nicht hochgeschickt. Ah, nee. Falsch. Eine dahin. Da sind ja eh noch keine Truppen, deswegen ist es auch relativ wurscht gerade. Sollen die sich einfach trotzdem mal auf den Weg dahin machen? Die haben ja keine Soldaten normalerweise, oder? Ach so, ja klar, okay. Also gibt es da doch wieder Probleme. Ah, ich liebe es. Sehr schön. So, das ist super, weil wir nicht mit dem Krieg mit Kanada sind, können wir jetzt einfach die Gebiete zurück erobern und keiner kann was dagegen machen. Weil die nämlich nicht gegen mich kämpfen dürfen und ich nicht gegen sie. Ja, weil die auch immer. Die Emirate of China, ja, ja. Nehmen wir alle auf den Sack gehen mit ihren bescheuerten Kriegserklärungen. Ja, ich glaube, ich hänge. Spielperformance ist aber trotzdem schon ein bisschen besser. Was ja grundsätzlich positiv ist, natürlich. Jetzt hier auch zum Beispiel, hier ist doch nichts außer eine einzige US-Division. Kannst du mir jetzt doch nicht erzählen, dass wir die nicht erobern können, oder? Haben wir Luftunterstützung? Ne, die haben Luftunterstützung. Geht mir halt auch um Sack sowas mit ihrer hässlichen Luftunterstützung. 25.000 Conways. 26.000. Nie gebaut. Allein durch die Eroberung anderer Gebiete. Haben wir hier keinen Flughafen? Oder was ist das Scheißproblem? Ah ja. Aber wir können die Flughafen nicht nutzen, ne? Alles komplett ineffizient hier. Durch die feindliche Luftüberlegenheit. Genau, Kollaborationsregierung geht ja eh nicht, deswegen lege ich auch gar nicht mehr so viel Wert auf das Ganze, muss ich sagen. Dann bauen wir zwischen... Ah, da kommen unsere... Ne, was fährt da noch rum? Grüne Truppen fahren da noch rum nach Ewigkeiten. Dachte, dass die mal vor Ort sind inzwischen. Wieso kann ich den jetzt hier bauen? Will ich's wissen? Ah, das war ja besetzt worden, ne? Oder? Habe ich den Gebiet immer für mich erobert? Kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber ist mir recht. Field Hospital. Next Level. Wobei ich glaube, Logistik Company Next Level wäre vielleicht sogar noch besser mal. Und... Noch mehr Atomreaktoren. Rein theoretisch könnte man auch in Werften investieren, aber machen wir einfach mal nicht. Kriegt ja auch einer vor oder so. Das Problem ist, wir haben keine Häfen oder sowas, gell? Das ist das Problem. I don't like these at all. Brasilien mit noch mehr Problem. Was ist jetzt mit meinen anderen Jungs hier? Sind die vor Ort? Die sind vor Ort. Das heißt, greift ihr mal an, bitte. Ich bin da grundsätzlich auch guter Dinge. Dass das möglichst schnell jetzt hier erfolgreich ausgeführt wird. So, Fünfer Boxer. Nein, nicht bessere Waffen. Fünfer Boxer. Es fehlt immer noch. Weil wir haben die Forscher... Okay. Nochmal Supply Truck Attrition und nochmal 5% Soft Attack. Gibt's hier Feinde? Nö. Wir hatten zwar ein paar Truppen, aber wir haben sie scheinbar direkt wieder alle in Rente geschickt. Das ist alles friendly. Tja, das mit der Versorgung ist ein Problem. Wenn ihr da nicht wisst, dass die komplette Armee drauf geht, dann findest du da jetzt eine Lösung. und zwar Ace AP. Genau, das wäre schon der erste Schritt und danach geht ihr dann da unten mit hin. Okay, gut. Das klappt. Jetzt können die sich erstmal woanders hinbewegen. Da haben wir auch einen Hafen erobern können. Es dauert halt manchmal ein bisschen, bis man erfolgreich ist. Wichtigste ist nur, dass wir Brasilien helfen. Was für Ukraine. Mein Turnschuh ruft auch die ganze Zeit neue Verbündete in den Krieg rein. Den gibt's aber auch nicht. Schaut's mit denen aus. Die sind dann bei 20% weg. Was ich ja gut finde. Alles andere hätte mich auch gewundert. So, willkommen zurück. Wir haben die United States of China kapitulieren lassen. Auch kein großer Akt. Die hatten keine Soldaten. Also das alles andere wäre ein Joke gewesen. Käpt'n hat kapituliert. Das juckt mich ja wie gesagt auch nicht, weil ich nicht mit denen irgendwo im Krieg liege. Alles cool. Alles cool. Mariana Region. Ja, juckt mich auch nicht. Japan ist ja auch komplett befriedet. Inzwischen, wir brauchen nur 300.000 Mann für Garnison. Lokale Autonomie und so ist ein Kuss. Und das Gehorsam ist schon richtig juicy. Wir können so viel integrieren. Wir können alleine ganz Frankreich integrieren. Wir können ganz hier integrieren. Wir können so viel integrieren, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier jemals Frieden habe, wir haben einfach Kernbevölkerung von 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen bei uns jetzt aktuell Kernbevölkerung sind 212 Millionen. 172 Nicht-Kernbevölkerung. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, die Aussage. Aber gut, ich kann noch nicht so gut Kopf rechnen. Vielleicht bin ich hier einfach blöd. Wer weiß das schon. Macht ihr da unten mal schön weiter. Wir drängeln die USA in der Zwischenzeit auch ein bisschen aus unseren Gebieten raus. Mögen sie noch lange neutral sein, die Kanadianer und die USA darauf vertrauen, dass die ihnen helfen, aber die helfen ihnen gar nicht. Das ist auch der ultimative Verrat bis heute, muss ich schon sagen. So. Ich bin mal gespannt mit den ganzen Atomreaktoren, die ich gerade zimmer. Dort das Auto saven jetzt immer noch so lange. Es lebt doch fast keiner mehr außer mir. da das Kriegstisch auch schon gerechtfertigt. die Zeit vergeht. Sehr gut. Vorpuschen. Super. Direkt weiter pushen. Auch nach Kraken dick oder wie das heißt. Luftunterstützung haben immer noch die User. Was ich absolut nicht verstehen kann. Ah, jetzt. Musst nur wieder ein paar Befehle verteilen. Aber auch nicht. Ich hätte gerne ein paar Taumwaffen. Atomwaffen. Wie lange kann ich Kriege erklären? Bis 2. Dezember. Müssen wir dann natürlich auch nutzen. Wieso ziehen die jetzt hier die Truppen ab? Einfach so. Ohne Grund. Ohne Befehl. Haben sich einfach gedacht, yo, lass mal die Truppen abziehen. Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. So, und hier gehen auch wieder jede Menge Division drauf. Allein was Kanada hier verlieren wird. Könnte ich es dagegen machen. Hä? Oh, ich verstehe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Und das ist sehr blöd. Die Kanadiane erobern die Gebiete direkt für die USA zurück. Weil ich glaube, wir haben es jetzt trotzdem gleich. Machen unsere anderen Jungs noch. Ah, Nuclear Warheads. Ne, war schon die Forschung. Also das andere braucht man dann gar nicht. Ja, wir jetzt Luft überlegen halt. Paul Nakasone. Klingt jetzt nicht direkt so krass amerikanisch. Aber gut. Die Amerikaner nutzen ja auch viele gute Leute, die nicht aus den USA kommen. Aber da komme ich nicht rein in das Ding. Brasilien ist auch wirklich enorm stark trotzdem. Das ist schon mal echt auch positiv anmerken. 1000 500. Das ist eine ukrainische Division übrigens interessanterweise. Das ist eine ukrainische Division, die da kämpft. 34 Reaktoren. 5% pro Tag. Da habe ich bestimmt jede Menge Reaktoren von anderen Nationen schon erobert, weil meine eigenen sind noch gar nicht fertig. Aber das wird dann nachher alles sehr lustig. So Logistik 4 noch direkt hinterher. Noch mehr Fuel Verbrauch, noch mehr Treibstoff, Energie, Versorgung. Die schieben wir weiter zurück. Manpower ist nicht mehr vorhanden eigentlich. Selbst die USA sind stark geschwächt worden. Wahrscheinlich durch die Verluste hier unten. Das könnte echt ein Problem werden. Da glaube ich habe ich jetzt echt ein fettes Problem. Moldawien, die werden uns jetzt wahrscheinlich den Arsch aufreißen, glaube ich. Da müssen wir jetzt dann direkt uns ergeben und die Kampagne beenden. Bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben werden. Amerikaner haben die sofort in ihre bescheuerte Allianz gerufen. Blödsinn. Ein dummer Blödsinn. Wie viel Light Mechanized brauchen wir denn noch Euler? Schaltet mal den Bedarf an. Das ist doch unmenschlich. Tiraspol ist auch gleich mein Mainz. Mainz. Ah, ich brauche noch Taktik Bomber. Die habe ich nicht. Strategische Bomber. Ja gut, das ist jetzt interessant. Wann wird der zum strategischen Bomber? Ja. 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 Streckische Bomber muss ich erforschen. Na ja, gut. Dann erforschen wir es halt. Meine Fresse. Corona. Ah ne, Girona. Dacht schon, cool. Corona ist auch mit am Start heute. Um sinken der Bum schon wieder jetzt. Hör auf zu raiden und weh zu tun, Alter. Warum steht ihr euch hier eigentlich den ganzen Tag so blöd an? Ah, ich habe da nur eine Armee hingeschickt. Mhm. Die Vereinten Mexikanische Staaten sind auch im Krieg? Achso. Aha. Ich habe vergessen, dir den Krieg zu erklären. Deswegen habe ich Warscore verloren. Ah, verdammt. Nicht Warscore, deswegen habe ich Warsupport verloren. Das war das Ding. Das war blöd. Das war nicht gut, Alter. Da muss ich jetzt natürlich mit den Konsequenzen leben. Und tröste mich mit weiteren atomaren Reaktoren hinweg. Dieses Mal das Gebiet der Tschechei bauen. Wir sehen schon, sind alles schon schön voll gezimmert hier. Noch was. Keine Luftunterstützung. Aber kein Close-Air Support. Geht nur entweder oder. Beides geht hier nicht. Wie wäre es mit ein paar Extra Flughäfen? Um hier die Situation etwas aufzulockern. Langfristig. Empfinde ich persönlich als sehr sehr gute Idee. Viele Ressourcen, Alter. 51 Reaktoren. Digga, wir ballern heute richtig rauf. Ich möchte pro Tag eine Atombombe haben. Okay. Strategische Bombe. 117 Tage. Und dann wird direkt geschallert. So, Infantrieg ist jetzt mehr als Full in der Zwischenzeit. Da haben wir auch durch die Vereinigten Staaten jede Menge übernommen. Deswegen da senken wir das Ganze. Wir brauchen halt immer noch immer noch diese Light Mechanized ohne Ende. Tägliche Produktion ist in Zwischenzeit 80 150 100 also 200 und das langt trotzdem an allen Ecken und Kanten nicht. könnt ihr mal sehen wie hoch die Ansprüche sind für so einen Krieg. 2000 Fabriken haben wir in der Zwischenzeit. Für was? Weekly War supporten immer noch direkt mit. So. Jetzt brauche ich doch extra neue Flughäfen. Wo sind denn die? Mal Close Air Support hier in der Region bitte. Eine Sache die wir bis jetzt noch gar nicht haben. Und auch ihr macht hier mal Close Air Support. Wie lief es jetzt für euch eigentlich? Ihr müsst ja nicht nur die Hauptstadt schnell erobern. Okay, das ging schnell. Ah, Finnland ist rot. Auch interessant. Kann ich mitbekommen. Mach dir ich mal auf dem Weg da hoch. Noch irgendjemand, jetzt gerade rot ist? Spontan ist das rot. Aber das rückt mich nicht. Da sind nur ein paar kanadianische Truppen. Aber wenn man schon mal da ist, nehmen wir es halt auf dem Weg da halt einfach schnell mit. Das stört jetzt auch keinen. So, mit kompletter Luftüberlegenheit. Wie schaut es dann aus? Immer noch schlecht wegen der bescheuerten Versorgung. Also, wir haben zwar Luftüberlegenheit, aber das Problem ist, unsere Flugzeug geschafft ist gar nicht, dass sie da reinkommen, so richtig. So, wenn ihr keine Jobs habt, dann zieht euch jetzt einfach mal ein bisschen da zurück. Und du gehst einmal dorthin. Ihr geht einmal dorthin. Und dann kriegen wir die schon weg da allesamt irgendwann. Flughafen wir noch gebaut. Nehmen wir direkt die nächsten Atomreaktoren im Angriff. Die kosten mich auch wenigstens keine Zivilgüterfabriken langfristig. Die baue ich einmal dann sind so fertig. 61 haben 8,3 Prozent pro Tag. Ist sehr, sehr cool. Paramirbo. Ne, Pamari, was? Paramaribo. Klingt wie so eine klassische Urlaubsregion, wenn ihr mich fragt. So, einmal alle rein da in den Eulgerich. Mit aller Gewalt. Macht sie kalt. Jawohl. Tschüss. Niemand hält deutsche Truppen auf. Besser ist es. Super. Hoffen wir freut euch, Brasilien. Oh, wir sind im Krieg mit Kolumbien. Weil ich interessant finde, weil ich habe den gleich den Krieg erklärt, aber gut. Nehme mich natürlich gerne an. Machen wir direkt weiter mit Panama. Und dann müssen wir noch zwei Länder in den Krieg erklären, dann sind wir Hongkong. Das ist also der Dank für ihre Unabhängigkeit, oder was? Gut. Memo an mich. Keine Unabhängigkeit mehr für irgendjemanden. Nicht mehr mehr für mich. Mana Heimlinie können wir ignorieren, die gibt es nicht. Wäre eh nichts weiter als ein kleines Hindernis für uns. Wort Respust Improvisation Specialist. Die extra Bewegungsgeschwindigkeit an Land ist sowieso immer echt cool. Nehmen wir immer gerne mit. So. Next Try. Großoffensive. Klappt nicht. Schade. Gibt halt auch keine Versorgung so wirklich. Baut doch einfach die Kacke. Ich baue euch hier helfen hin, dass ihr was zu fressen bekommt und dann gehen die mir auf den Sack und sabotieren mich. Ah, wir sind hier oben durchgestoßen in der Zwischenzeit. Ja, die Duftüberlegenheit ist juicy. Das ist schon nice. So. Befehle sind damit hin. Druck machen Richtung Mittel Amerika und jetzt haben wir the best of the best was die Wumme angeht. Da kann man rein theoretisch noch future stealth mit erforschen. Anti-Air gut man fehlt jetzt auch schon super immer mehr irgendwann fehlt es an allem da sind nur noch 7000 die fehlen jetzt greifen sie mich an ich greife euch an nicht andersrum die offensive hier gegen kolumbien läuft aber erstmal ganz gut da dürften auch viele schaut euch mal an was hier alles rum steht mexikaner ist das nicht nicaragua oder guatemala sogar guatemala ist auch mit dabei guatemala im krieg mit uns naja zwar nicht viel sehr gut logistik kommt in die nächste stufe auch sehr wichtig für noch ein bisschen mehr essen auf den tisch ja das sieht doch jetzt alles schon deutlich besser aus auch mit den häfen kolumbien ist sehr schnell abgedankt man ist noch mal gut gestiegen da haben sie jetzt halt doch einige neue nation auch mit reingerufen mexiko zum einen kolumbien war natürlich noch mit drin aber die verluste dürften gleich von 7 5 8 auf 7 6 8 und das dürfte dann gleich noch weiter steigen 7 9 2 sterben knapp eine halbe Mille Mann einfach so wir haben in der zwischenzeit 71 reaktoren das sind für meinen geschmack 1000 zu wenig deswegen weiter ja infrastruktur aus wir nicht schlecht nur schlicht die infrastruktur dauert immer so lange aber sehr geil da oben ist maximal infrastruktur in Murmansk genau ist in Ordnung dass wir die hier nicht mehr irgendwann wegbekommen ne versuch's jetzt einfach mal eine Naval Invasion trotzdem nach Miami wird zwar ein paar Jahre dauern bis die ankommen aber egal angetreten Richtung Panama wo kämpft ihr ach ihr kämpft da unten noch sind wir mit den Augen Krieg ne eigentlich nicht deswegen verstehe ich es auch nicht ganz wer hat mit den Krieg erklärt Ecuador ok wenn ihr meint dass es für euch das richtige sein soll dann ist es halt so da ich wieder keine trucks geht die mir auf den sack es fehlt immer an allem einmal allem mit zu nehmen einmal allem zu mit nehmen ich verstehe es auch einfach nicht so ein Dorschen weil die haben nämlich keinen Hafen das dürfte ja auch tatsächlich für euch nicht so schwer sein da klar Schiff zu machen irgendwas mit dem wir die build the Krag Kanal Settlers in the East geht nicht um die falschen ideologien propaganda können wir auf alle Fälle noch machen so das lassen wir weg ich brauche ein bisschen mehr politische macht gerade sehe ich nämlich auch nebenbei dann brauchten dieser bescheuerte Bomber noch gibt es ja nicht so offensive starten mit welchen Truppen auch immer na die waren erfolgreich 80 divisionen sind dazu gewiesen weißt du nicht wo die sind die bleiben aber mal da stehen nicht dass die amester wieder runter getuckert kommen können dann schön auf ihrer insel bleiben und romane schäuben für Ruhr hat kapituliert ok 2% unsere base stabilität ist ja eh schon auf maximum der war support killt es halt einfach weil wir im krieg sind ansonsten können wir rein theoretisch gar nicht mehr haben wir sind offen best of the best warum greift die jetzt nicht an aber weil brasilien ach so ach so kann man so blind sein brasilien ist verbündet mit denen und deswegen kann ich da nicht drüber angreifen das problem mit dem wir halbwertige truppen da rein spammen falls das funst mal schauen ja jetzt machen wir jetzt gleich moment die pläuern jetzt einfach mal ganz kurz in der linie gucken ob das funst die drei gehen da hin ah der ist auch noch da ok schauen ob die zwei armeen da rechtzeitig ankommen und ihr versucht da kurz noch zu säubern wenn das klappt ok geht relativ schnell indonesien jetzt gehen die mir alle auf den sack alter das glaubt mir auch überhaupt keiner dass man einem so auf den sack gehen kann so modern next gen bomber dann bauen wir die natürlich auch mal oder auch nicht unknown ich meine er soll ja einfach nur sachen bombardieren mehr soll er ja nicht die range ist aber kacke also ich weiß nicht was die sein sollen strategisches bombing es langt eigentlich wirklich wenn wir einfach die beiden und dann tun wir einfach ein paar bauen das ist das wichtigste langfristig ok jetzt haben wir immer noch nicht hongkong erobert wir hatten sogar noch 80 im lager wollen wir das jetzt gerade sagen warum geht das nicht nicht genug luft überlegenheit ich könnte kotzen 82 also ich sag mal 85% luft überlegenheit zu bekommen oh sorry das wollte ich nicht 85% luft überlegenheit zu bekommen ist schon echt beschissen ah jetzt hat hongkong trotzdem kapituliert ok dann halt so so ja brasilien kann natürlich jederzeit einem in den rücken fallen jetzt dessen müssen wir uns bewusst sein deswegen ziehen wir uns jetzt hier einmal kurz zurück ein bisschen auf defensiv wie schaut es mit euch aus das dauert noch ein bisschen ich hoffe jetzt einfach mal dass brasilien halt kein scheiß bot das wird alles noch sehr interessant deswegen sage ich an der stelle auf die schnelle frikadelle ich bin raus für heute dachte ich wir sind an einem guten punkt oder so aber nix meine freunde wir sind zurück mit dem herrn fischer und bewegen uns irgendwann richtung panama das ist der plan und unsere gang hier oben ist mir auch noch eingefallen die ist auch schon da wo ist denn der rest eigentlich von der gang macht die so unterwegs oder was okay sind schon alle unterwegs hier ach das sind nur 14 divisions ja jedenfalls habe ich wieder alles vergessen ich weiß auch nicht was das ist oder so das alte oder so oder ob ich dumm bin irgendwas von all dem wird wahrscheinlich zutreffen dumm oder alt oder beides wer weiß schon ich bitte zu entschuldigen Freunde nix gemacht alter argentin hat uns den krieg erklärt wenn sie meinen oh das ist ein problem ach immer noch stürmend ich erinnere mich das problem ist ja rein rein theoretisch müsste ich einfach hergehen und brasilien attackieren die 23 divisionen hier die hier zugewiesen sind oder zwei armee sieben die machen auch was neues chillt an der küste oder so keine ahnung ist mir auch relativ latte dann schwierig ne ich denke das klügste wäre trotzdem einfach kurz nach brasilien durch zu rasieren costa rica oh das ist aber nice das ist ja tatsächlich gar nicht so unnice ne ich bin gar nicht so unnice das ist eine kanadianische division ja das können sie gerne holen das ist wie gesagt das ist brasilien das ist für mich absolut nicht von interesse so jetzt chill kurz in den hafen rein modern anti air switch mal rum mit der besseren genauso wie hier und dann kannst du da tatsächlich gar nicht so viel mehr machen gerade nein ihr habt doch alle was zu tun oh hab vergessen also ich hoffe auf einen schnellen sieg auf alle fälle das ist der plan ihr haltet euch einfach in der reserve falls irgendwie nav invasions kommen oder sowas 0% war support oh was ist das denn ich würde lügen wenn ich sagen würde das sieht jetzt sehr sehr entspannt aus woran fehlt es denn mbt ist und anti air tatsächlich 3 2 so viele trucks haben wir nicht ne es ist nicht so dass wir hier irgendwie den mega überschuss an trucks hätten oh das ist aber interessant ich spawne die jetzt trotzdem einfach mal ganz dreist ist jemand da der die ganzen ja das ganze steckt mal in eine neue theatergruppe kinders haben wir ja genug ne so und du gehst dort oben hin ja wie gesagt müssen wir einfach mal schnell gucken dass wir die da entspannt zurück drängen ich denke mal das dürfte jetzt nicht so kompliziert sein ich glaube nicht dass die jetzt hier so stark sind sehr unwahrscheinlich noch irgendwas was mir auf den sack geht ne ah ja doch lol lol nordoffensive wer seid ihr ne ihr greift an oder ihr seid der rest ihr machte die süd offensive ok früher konnte man noch die flugzeuge zuweisen das geht aber heutzutage auch nicht mehr sieht aber gut aus ich denke mal großbritannien dürfte uns relativ schnell wieder in die hände fallen so das ist jetzt nichts persönliches aber wir liegen ihr schon mit euch allen im krieg deswegen starten wir jetzt hier einfach mal die offensive und das hier wenn es fertig ist jetzt alter ok wir wollen uns einfach mal nebenbei die ganze insel haben wir eine luftwaffe hier irgendwie zu unterstützen oder theoretisch ja praktisch nicht also ist da wüste jawohl wir greifen den hafen an und das ist einfach wüste ein wüstenhafen sozusagen dann schicken wir mal also sorry die brauchen wir ja gar nicht ein paar multi rolls mit klaus ihren support und die andere hälfte luft überlegenheit aber die machen auf alle fälle ernst sie verstehen hier keinen großen spaß wenn ich ein bisschen unentspannt schaut euch bei denen aus die bringen sie noch in position die roten jungs sind auf alle fälle gleich da ihr startet auch bitte einfach direkt kommentarlos eure gegenoffensive spanien ist ja auch bei ok das ist ein fettes problem da habe ich ganz vergessen so gucken dass wir die briten besiegen können okay das klappt gut natürlich auch wirklich alles weil rein theoretisch wenn du jetzt zum beispiel den hafen oder die insel vergisst kannst du den hafen draufbauen kannst deine truppen wieder reinschicken das wäre eine möglichkeit wichtig ist erstmal nur dass wir unten auf alle fälle eine armee stehen haben die das ganze wenn wirklich abfangen könnte auch toll dass da einfach das tönchen an der name invasion kommt wenn wir hier gar nicht am kämpfen sind der spiel gar nicht am laufen ist okay guantanamo bay bleibt weiterhin in unserem besitz okay das klappt scheinbar hier augenscheinlich erstmal sehr sehr gut fasst uns zu gut ecuador hat kapituliert ecuador ja da brauchen wir nix freunde der nacht da brauchen wir nix da wollen jetzt auf alle fälle ein paar militärische fabriken einfach weiter auch werften brauchen eigentlich nicht für das wirklich nur noch rein auf armee gehen und die er wird besser motor als fehlt wieder ich hasse motor heißt man ich kriege irgendwann noch mal hausfall von der scheiße mit diesem motor heißt leite wo habe ich denn ich baue doch gar keine leiten ich baue keine leiten wir haben 100 ihr müsst ihr müsst euch das vorstellen wir haben 112.000 leichte panzer und ich weiß nicht woher ich weiß nicht woher ich weiß es nicht support und man kann aber einstellen motor heißt brauchen auf alle fälle mehr das haben wir schon gesehen jetzt schluss mit den leiten heißt aus die sind erst mal ganz gut dass aber dieses mit diesen leiten tanksel check ich nicht das geht mir nicht in die birne rein das ist mir ein rätsel aber gut verschenken kann ich es auch nicht weil die wumpe will ja keiner fahren bangladesh hat kapituliert sehr entspannt damit bringen wir euch jetzt damit bringen wir euch jetzt nämlich mal hier in position wie gesagt die spanier müssen wir uns darum kümmern früher oder später langsam aber sicher haben es dann auch bessere schiffe dann bereiten wir mal hier die nächste kriegserklärung vor mal gucken vielleicht kann man die ans bündnis reinholen oder so die social britische republik hat kapituliert nicht zum ersten mal das mit hongkong ist jetzt nicht so freundlich ne ach so hongkong gibt es gar nicht mehr ne passt schon ignoriert mich müssen wir trotzdem nur aufpassen weil irgendeiner will einem ja immer einen strich durch die rechnung machen aber hier gibt es aktuell nichts was sie irgendwie striche machen könnte gar nichts was in brasilien an dieser gesamten thematik hier gerade haben angeblich um die 100 divisions das gesamte bündnis hat um die 2300 division aber keiner weiß wo genau das ist schlecht costa rica achso lol und ich dumm kopf hab dir nicht geholfen wo ich denn hätte helfen können das ist ehrenlos gewesen von mir die haben auch irgendwie scheinbar gar keine truppen hier ne ja wir pushen jetzt einfach selber kurz rein vielleicht kann ich denen ja doch noch helfen hier den paar divisionen zwei leben ja noch drei wenn wir schnell genug sind naja keine luftüberlegenheit ne kamen sogar noch welche von land panama hat kapituliert das ist super weil jetzt können die sich nämlich nochmal zurückziehen das heißt die werden jetzt auf keinen fall ausgeschaltet das ist perfekt und wir machen uns gleich auf den weg weiter nach norden zur usa viel braucht man nicht wenn wir jetzt nicaragua den krieg erklärt und honduras tritt uns bei dann ist der weg schon offen in die usa ja 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 so da sind noch die usa mit der 77. never invasion das ist mal das einzige was die amys können never invasions machen aber seht ihr selber also wir rumpeln ja wirklich das ist so wir wischen mit denen den fußboden auf das ist fast nicht mehr feierlich oh was ist da los betrifft mich das die boxe sich nur nach wie vor gegenseitig politiker kapituliert die performance müsste jetzt dann eigentlich einen endgültigen schub bekommen wenn die argentinische liga da fällt oder wie die da heißen der fußballverein der freiwilligen abtreter separatisten radar station sachen gibts separatisten radar station ich trinke mal kurz ein holi während da nichts passiert ganz hervorragend wirklich top lieb ich der gute wal wassermelone saugeil richtig erfrischend und das im tiefsten sibirischen winter hier in alaska es gibt da noch gleich wieder so einen energieschub boah ich bin gleich wieder richtig geladen ich würde ja gerne atombomben schmeißen aber ich darf nicht ich bräuchte nur strategische bombe this is no problem for me sir hello let's go wir schmeißen mit atombomben wir schmeißen sie überall hin wir schmeißen sie überall hin wo kein platz zu finden ist schmeißen wir auch welche hin holen wir uns jetzt vielleicht kurz das stückchen land hier oder eher nicht also eh nur kanadianische truppen jucken keinen dankeschön seid wirklich so großherzig jetzt hab ich das atomare festival hier verpasst jetzt muss ich nur um mein äh meine gedanken zu also hier mein gewissen zu beruhigen muss man trotzdem nochmal schnell ein paar atombomben drauf schmeißen nein das waren die eigenen truppen naja wären so schnell gewesen wäre nichts passiert ne selber schuld wie viel produktion haben wir jetzt aktuell 16,1 16,3 und wir bauen noch ein paar atomreaktors verluste 706 707 714 18 sehr gut was gibt die neb invasion die brauchen weil gar nicht glauben irgendwie die die us und a dass sie mir mit ihrem scheiß auf den sack gehen können ich werde die nämlich bestrafen für ihre sünden das ist mir eine relative latte so das dauert auch wieder 80 tage noch glaube ich 40 sind es ach warum dauert das so lange alter ich will dir einfach nur den krieg erklären können man ist auch scheiße sowas aber ich habe nicht gewusst dass es so einfach ist in südamerika hätte ich früher gemacht ganz ehrlich ist doch super angenehm 210 tage alter oh das ist auch unangenehm ja wenn da nicht aufpasst dann kriegst du auf die fresse mehr sage ich dazu jetzt nicht auf die fresse hackmeck dann ist auf einmal die gesamte armee weg und das wollen wir nicht dürfen nicht vergessen für unseren erfolg ist es eminent wichtig dass wir mittelamerika halten und die nav invasions abwehren oh gott die kommen ja auch noch mit rein wo seid ihr zu hause vor allem wer ist denn das jetzt china oder so die chinesen schaut voll hässlich aus mit ihren trucks oder was das da sein soll ja china united states of china die chinesen sollten mal lieber in china bleiben und nicht mir auf den sack gehen ne echt jetzt lol hätte ich jetzt nicht gedacht das ist doch mal ne ne chillige sache würde ich mal behaupten oder wir haben zum ersten mal seit ich denken kann komplett 100%ige ausstattung aller truppen und das obwohl wir aktuell ein garditionsbedürfnis von 235.000 haben inklusive der dazugehörigen ausrüstung plus die jetzt hier neu dazugekommenen den divisions entschuldige den panzer aber leck alter ich nutze noch ein panzer aus dem ersten weltkrieg mann spanien ihr habt glück dass es so lange dauern würde euch anzugreifen was jetzt hier los da kommt ja auch noch mal ne nav invasion aber das juckt mich erstmal weniger ja dann putten wir mal ein bisschen in die in die forschung hier rein hätte ich mal gesagt ne the show must go on sehr gut Trinidad und Tobago hat kapituliert wie lange dauert es jetzt mit euch noch ich habe nicht den ganzen tagzeit acht tage irgendwas machen hier naja ressourcen sonst nix verluste gegen brasilien und co 120.000 alter die haben gar keine chance man die haben gar keine chance man da müssen wir jetzt noch kurz aufpassen nicht dass sie mich hier auf die insel schmeißen so vom vom winde verweht style costa caribe holen wir uns natürlich in not zu gehen ich finde es auch schön dass die amis die garantieren jetzt ist nur die frage treten die mir bei oder nicht ja perfekt das kann ich die nämlich wenn es gut geht in den krieg mit gegen die jungs ziehen ansonsten müsste ich mir was neues ausdenken wir werden sehen das ist halt das einfachste ich spare mir da halt rein theoretisch 100 tage kriegserklärungszeit basieren waren im krieg auch mit den usa ja das ist blöd weil dann snacken sich die amis wahrscheinlich den gesamten warscore boah das heißt wir müssen gleich wieder irgendwie die bescheuerten friedenswanderung durchballern so no nations to call hä ha haben sie gemacht ehrenhaft ehrenhafte menschen die self propelled gun ist übrigens auch ein absoluter favorit von vielen menschen von mir nicht wollten wir mal eine kaufen aber irgendwas mit nicht möglich aus sicherheitstechnischen gründen irgendwie innerer sicherheit oder so haben sie gesagt wenn sie meinen ich wollte mit dem ding nur ein bisschen spaß haben aber nichts darf man heutzutage ich habe keine strategischen bomber mehr by the way ein bisschen senken dann bauen wir ein paar bomber mehr ja ja ich allies enemies ach scheiße ich bin doch eh schon mit einem krieg können wir jetzt atombomben schmeißen was für hundertprozent gehorsam was für hundertprozent gehorsam so dann wünsche ich euch jetzt viel spaß weil ich glaube nicht dass wir die usa jetzt hier doch deutlich überrennen durften und auch brasilien wird dann der next er den kakao beißen ich habe auch gleich wenig aufpasst Modern-Faced-Arary-Reyer, was auch immer. Irgendwelche demokratischen Menschen. Nie gehört, nie gesehen. Sagt mir jetzt auch so oft nichts, demokratische Menschen. Und deswegen ist mir das relativ wurscht. Puerto Baritos, Burritos. Das ist halt nur die Frage. Ja, die Naval-Invasions, die müssen wir halt ein bisschen gucken. Die können mich halt... Die könnten mich halt... ...ins Schwitzen kommen lassen. Je nachdem wann wie wo. Angriffe laufen. Aber Brasilien kämpft hier tapfer um die letzten verbleibenden Meter Land. Die ihnen noch zur Verfügung stehen. Aber man kann eher Superiority... Wir brauchen mehr Luftüberlängheit. für die ein oder andere Atombombe. Aber ich kann auch gar nicht mit dem Baum hinterher so wirklich. Haben wir aktuell 18%. Ist aber nicht so viel eigentlich dafür, dass ich den ganzen Tag baue. Wir haben 133 Reaktoren. Ein Reaktor pusht um 0,2. Dann stimmt das aber trotzdem nicht. Wenn ich sage, ein Reaktor pusht um 0,2... Also 0,2%. Dann wäre ich ja bei 100 Reaktoren schon bei... Ne, warte mal, jetzt bin ich ganz blöd. Ne, doch, klar. Dann wäre ich doch jetzt schon bei... Dann müssen wir irgendwie bei... 30% oder so sein jetzt. Das ist jedenfalls Betrug. So viel möchte ich mal dazu sagen. Irgendwo wird mir da was geklaut in dieser Rechnung. Aber es interessiert keinen mehr. Wir haben nicht den Krieg hier geordnet. Und wir können euch ja erstmal sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder zu den Friedenswandlungen und dem finalen Push gegen die USA. Haut rein. Wir sind wieder zurück. Und haben in der letzten Folge Glowreich zum Beispiel die Brasilianer zur Fall gebracht. Ich kann mir die gar nicht komplett leisten. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben viel zu wenig Warscore. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil ich eigentlich schon sagen würde, wir hätten gute Arbeit geleistet in diesem Krieg. Aber Paradox Interactive sagt nein. Du kriegst überhaupt gar nichts. Dann denke ich mir so, okay. Wenn sie das so sagen, dann ist das wahrscheinlich auch so. Da kann ich dann wohl nichts dagegen tun. Aber was ich tun kann ist, wir können rein theoretisch pushen Richtung Amerika. Nordamerika, um genau zu sein. So, das ist auch voll lustig, weil ich jetzt einfach, also das ist so sinnbefreit gerade, ne? Also ich habe vielleicht keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Jetzt haben wir den Krieg gewonnen gegen diese Vögel. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder gegen diese Vögel kämpfen. So, hä? Wenn irgendwas bei ihnen nicht in Ordnung ist, dann geben sie mir gerne nochmal Bescheid. Dann schicke ich sie zu einem Arzt. Und Ärzte kennen die sehr gut aus mit solchen Problemen. Was ist das denn hier eigentlich? Die angetreten. Den falschen Film, oder was? Das ist unglaublich. Aber gut, wir pushen stimmungsvoll, hart und mit großer Freude Richtung Nordamerika. Ich möchte auf alle Fähigkeiten auch hören. Die sind zwar im Krieg verbindet mit Brasilien, aber die weigern sich immer noch beizutreten. Das ist jetzt einfach United Mexican States und Argentinien. Die haben jetzt einfach ihr eigenes Bündnis gemacht. Also Mexiko und Argentinien haben ihr eigenes Bündnis gegründet. Einfach so. Just so fun. Muss auch keinen Sinn machen oder so. Was ist jetzt damit eigentlich? Also wird das jetzt nochmal aktualisiert hier, dass die da nochmal hingehen sollen? Oder was machen die jetzt hier? So, das hat jetzt glaube ich geklappt. Jetzt kommt nämlich hier ein bisschen Begeisterung mit. Bolivien. Oh, Spanien möchte mir beitreten. Okay, das ist jetzt interessant, weil das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich justify gegen Spanien, ja. Ähm, nee. Hä? Ähm. Ist das jetzt ein Bug, oder? Okay, nee, der hat schon. Der hat schon behoben. Gut. Die British haben ein Kriegsziel gegen mich. So ein 20. Mal die Insel in so einem bescheuerten Zustand zu sehen. ist das echt traurig. Befehle sind klar. Verteidigung der Grenzen hier oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich denn halt. Wo sind eigentlich die Jungs? Kommen die irgendwann mal heute nochmal? Digga. Die machen einfach Kreuzfahrt. Wusste gar nicht, dass die bei den Kreuzfahrerstaaten dabei sind. So. Tschüss Argentinien. Okay. Dann geht ihr mal hier hin nach Florianopolis. Florian. Geht mal zum Florian. Und sagt dem mal einen schönen Gruß von mir. Die Jungs hier kurz das São Luís holen. War jetzt auch nicht so schwierig. und sich dann dorthin bewegen. Das dürfte auch rein theoretisch nicht allzu problematisch werden. Spanien ist jetzt hier groß mit vertreten. So. Das ist halt jetzt blöd natürlich, dass man uns hier hinterrücks angreift. Was machen die denn da? Ja, wer jetzt steht, wenn ihr euch mal kurz um die Angriffe hinterrücks kümmern würdet. Weil ich ein großer Fan von. Okay, irgendjemand kümmert sich sogar schon drum. Wer ist das? Ah, Honduras. Und Dänemark? Ja. Ach, hab ich auch keinen Bock zu bauen. Scheiß drauf. Wir lassen das Bauen jetzt erstmal Bauen sein. Gucken jetzt schnell, dass wir hier ein bisschen die Expansion US-Truppen von US-Truppen eindämmen. Gut, Mexiko wird hier komplett überlaufen. Jetzt hat uns Grenada den Krieg erklärt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt wenig, was mich weniger interessieren würde gerade. Aber Vincent und die Grenadinen möchten beitreten. Na dann. Wir nehmen ja alles auf, was bei drei nicht weggesprungen ist. Jetzt haben sie Indonesien zum Major gemacht. Das ist auch absoluter Disrespekt und ein Spucken in mein Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe. Das ist wirklich ein bisschen auch jetzt ein bisschen entsetzt. Jetzt auch. Weil ich habe auch extra keine Flotte. Wir haben zwar ein paar Schiffe, aber ich habe auch extra keine Flotte gebaut, weil ich gar keinen Bock hatte. Jetzt ist halt nur die Frage, wie stark ist rein theoretisch wie stark ist rein theoretisch die indonesische Flotte? Das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage an der Stelle. Ah, okay, gut. Müssen wir uns ja darum keine Gedanken machen, habe ich gerade festgestellt. Ihr sollt einfach nur kurz da hin das erobern und du das schön ist, die können ja nicht mal eine Naval Invasion machen, weil sie ja gar keine Truppen haben, sozusagen. So geil. Was ist hier los? Kanada? Ne. Kanada ist nicht im Krieg mit uns. Das ist Fake News, aber Mexiko kapituliert gleich und wir können ganz entspannt Richtung US-Territorium vorstoßen. So, ihr seid hier fertig. Spätestens, wenn wir im US-Gebiet sind, wird es uns auch relativ egal sein. Brasilien hat kapituliert. Spätestens dann werden uns Naval Invasions auch, denke ich mal, relativ unwirsched sein. Schicken jetzt die Jungs alle mal dorthin für eine Offensive gegen die Nation dort. Ja, mit denen sind wir auch im Kriegsschein, habe ich gerade gesehen. Gar nicht mitbekommen. War jetzt auch relativ sinnbefreit. So. Auf mit nach Norden. Hat Mexiko jetzt schon kapituliert? Ne, ne. Die strampeln immer noch ums Überleben. Jetzt kommt da die X-Ten-Helbe-Invasion. Ah, die gelben Typen sind immer noch nicht da. Überleg einfach, Kuba aufzugeben. Das juckt mich schon, Kuba. Dann einfach lieber erstmal darum kümmern, dass wir nicht weggepusht werden. Und damit betreten wir immerhin zum ersten Mal auch US-Gebiet. Nur kurz die Flotte einmal. Schon mal dorthin verlegen. Grenada hat kapituliert. Den bescheuerten Naval Invasion sollte er. Und Honduras freut sich, Alter. Weil die die ganzen Gebiete zugewiesen bekommen haben. Ah, geht tschüss, Mexiko. 3, 6, 8, 10 und der Rest geht dort mit hin. Kommt Bangladesch auf einmal her. Hey. Das habe ich aber nicht angeschafft. Die Irish People's Union. Oh, die hat nicht bloß ein bisschen gehen. Irish People's Union. Solange die nicht zum Major werden, ist mir das ja erstmal relativ wurscht alles. Genau, jetzt hier ganz wichtig, möglichst schnell über die USA drüber rollen. Bevor irgendwelche Drittstaaten zugerufen werden. Uruguay hat uns den Krieg erklärt. Ja. Dummerweise, Uruguay, haben eure Spione wahrscheinlich nicht weiter geschaut, als die nächsten fünf Meter vor der Haustür und haben übersehen, dass wir noch ein paar Soldaten im Norden stationiert haben, die dann in den nächsten 70 bis 80 Jahren angekommen sein sollten, um euer Großreich dann anzugreifen. Okay, Advanced NTR. Können wir es nicht brauchen, aber egal. Holt euch Kuba. Ist mir völlig recht. Holt euch gerne Kuba. Das könnt ihr wirklich super, super gerne machen. Könnt euch da auch gerne häuslich einrichten. Ich finde es einen fairen Tausch. Ich kriege alles, ihr kriegt Kuba. Weil wir sehen können, Widerstand gibt es hier überhaupt nicht, auch wenn das aktuell noch sehr viel Kriegsbegeisterung zu geben scheint. Aber mal gucken, wie lange noch, denn ihr seht ja, es geht hier relativ schnell voran. Aus das Auto savent, dann geht nichts mehr voran, das kennen wir schon. Stufe 21 Panzer, Alter. 21. Was sind denn die jetzt? Ich verreck, Alter. Das dauert so lang, bis die da mal hingelatscht sind. Da denkst du wirklich, die Welt ist untergegangen. Was ist das jetzt hier? Die Arabische Republik von Ägypten. Was ist mit euch eigentlich? Ihr seid auch irgendwo hin unterwegs. Ich finde es schön, dass die alle irgendwo hin unterwegs sind. Jeder fährt irgendwo hin oder jeder geht irgendwo hin, aber keiner weiß, was sie wirklich machen soll, habe ich irgendwie das Gefühl. So. Vor allem, warum geben die denn jetzt auf einmal Brasilien-Gebiete? Warum würde man das machen wollen? Ne, tun sie gar nicht. Das hier macht keinen Sinn. So viel kann ich euch sagen. Boah. Alter Vater, ey. Wir haben auch keine Möglichkeit, ne? Speak to the Trips können wir nochmal machen, aber ansonsten unmöglich irgendwie an War Support zu kommen, leider. Ja, außer die passiven 0.1, die wir sowieso schon haben. Was bringen dir die? so. US und A. 60 Prozent. Jetzt geht es dann eh gleich ganz schnell, weil hier drüben sind die ganzen wichtigen Städte der US und A. Da können sie auch hier hinten, gut, das sind gar nicht die USA, das sind die Mexikaner, die sind komplett eingekesselt von meiner KI. Ich selber habe es ja gar nicht gemacht, aber ich muss es auch gar nicht machen, wir sehen es ja, das klappt auch so. Dieses Auto, selbst gehen wir auf den Sack, 1,4 Millionen zu 1, oh Gott, aber wir haben trotzdem gleich hohe Verluste gemacht, das ist interesting, 1,4 zu 1,4. Die Statistik würde ich gerne nochmal ein bisschen drehen dann nachher, gell? Schon mal sagen, ey. Das heißt, diese Autosaves, die sind so langsam, es passiert einfach nichts. So, wird die dann auch aufgeräumt. Das Spiel denkt sich so, nein, wir zeigen gar nichts. So, hier geht der alle mal dorthin. Fortress Buster für den fetten, netten Herrn. Wenn ihr einfach angreift, dann können wir sogar rein theoretisch den Kampf gewinnen. Weil wer nicht kämpft, kann man auch nicht gewinnen, sagt ja ein weiser Mann. vor langer, langer Zeit. Schau mal, wir kommen da einfach, wir fahren einfach durch, Alter, da ist kein Widerstand da, keine Motivation, kein Kampfeswillen. Ich weiß gar nicht, was die sich hier so blöd anstellen. Greif doch einfach an. Einfach hier rein. Washington, D.C., New York City, Boston, ich schätze Autos selbst, ich knall mich gleich weg. Detroit, geht hin, macht Urlaub, chillt, habt ein schönes Leben. Ich habe jetzt hier erforscht, was ich verbessern soll. Ach, Anti-Arna. Kein Bock, müssen wir den alten Anti-Arna schießen. Die Neuen gibt es zwar theoretisch, aber in der Praxis wollen wir die nicht haben. Nichts dauert länger als Autosaves in Hearts of Iron 4. Keine Ahnung, was die alle mit Kuba haben. Und das verstehe ich jetzt noch viel weniger, die kommen da angegeiert. Aber wer hat das jetzt zu, weißt du, das sind kanadianische Truppen, aber mit Kanada bin ich nicht im Krieg. Deswegen verstehe ich, das ist alles nur zur Hälfte gerade. Mal gucken. Bin mir sicher, die Jungs werden sich da hervorragend drum kümmern. Zwischen den Autosaves. Das machen wir mal kurz weg. So, und so beginnt der letzte Finale Widerstand. Während noch nebenbei die Kriegsrechtsverte gegen Portugal durch wäre. Einmal da hin. Gucken, ob Spanien in dem Ruf beitreten wird oder nicht. Okay. Okay. Also Spanien ist an sich schon stark, aber ich habe da halt leider ein bisschen einen wunden Punkt erwischt. Ja, Portugal war im Krieg mit drin, bevor die Spanien überhaupt bereit waren. Da gehen jetzt auch gerade ein paar Truppen drauf, weil wir starten natürlich direkt eine Gegenoffensive, um auch unsere eigenen Truppen mitzureden, sehe ich gerade. Hallo? Oh, aber in letzter Sekunde, Alter. Boah. Das wäre fast schiefgegangen jetzt. Spanier haben wir leider nicht retten können, da sind ein paar Bahnen gegangen. Aber wir können nicht alles haben. Also wir können nicht jeden retten. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Wir hatten jetzt hier überhaupt kapituliert. Ach, die USA, lol. Boah, es ist teuer. Kann man sich denn nicht einfach alles holen? Ich frage für einen Freund. Da fand ich es damals schon besser, die alten Friedensverhandlungen, wo du dann einfach mit der Zeit dir alles holen konntest. Jetzt musst du blöd gucken, was du dir nimmst und was nicht. Doch, scheiße, sowas. Was ist denn mit der Ukraine, Alter? Wer kämpft denn da mit mir um die ukrainischen Gebiete? Naja, gut. Die ganze USA haben uns jetzt zumindest mal geholt. Und dann holen wir uns nochmal Großteile von China. Alles nicht. Ich gucke jetzt auch nicht ganz genau, was jetzt hier wo. Sagen wir mal, die ganz teuren lassen wir mal sein. Die für 4.600 auch. Was haben wir jetzt? 1.900 oder 19.000? Ne, 1.900. Und das können wir uns gar nicht mehr holen. Und deswegen geben wir das auf. Und sind Fettich mit diesen Friedensverhandlungen. So, jetzt sind wir rein, mit Indonesia. Jetzt ist nur die Frage, können wir die NI direkt starten, bitte? So, jetzt müssen wir nur kurz gucken. Also. Ja, funktioniert super mit dem Flughäfen. Mit ein bisschen Air Support sollte das auf alle Fälle funktionieren. Was Makao macht, ist mir relativ wurscht jetzt. Okay, ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir sind woanders gelandet. Habe mich wieder getäuscht. Wenn ihr euch direkt einen Hafen holt oder so, wäre auch cool. Mit einem Hafen könnte ich schon mal arbeiten. Luftunterstützung haben wir jetzt? Nö. Alles red. Und ihr seid da am Werk, gell? Dann machen wir das kurz einmal so. Und dann machen wir das nochmal so. Und dann machen wir das nochmal so. Ich hoffe, dass die 2000 Flugzeuge dem Herrn genügen mögen. Irgendwas zu erreichen, bevor die Versorgung ausgeht. Vielleicht auch schnell einfach einen Hafen nebenbei mit reinschmeißen. Okay, wird gebaut. Keine Angst, Jungs. Ihr dürft auch gleich rein. Wir brauchen nur schnell einen Hafen. Entweder den selbstgebauten oder den eroberten. Das ist von beiden. 14. Juli. Einen ganzen Monat, um ein paar Anlegestellen für Schiffe zu bauen oder was? Das kann in die Hose gehen. Da dürfen wir uns jetzt nicht zu sicher sein. Zumindest haben wir so in zwei Teile gespalten. Was haben wir jetzt hier? Gehabt. Nichts mehr. Okay. Ja, ist okay. Auf der Insel können wir chillen. Jetzt hatte ich aber immer noch keinen Hafen. Blöd. Plus die Offensive ist auch zum Erliegen gekommen jetzt. Jetzt können wir eigentlich nur warten, dass wir den Hafen bekommen. Bis dahin ist jetzt einfach mal Stillstand. Okay, okay, okay. Machen wir Spaß mit dem Stillstand. Was ist denn das jetzt überhaupt? Alter, was soll denn der Scheiß? Da überrumpe die mich einfach. Ich glaube, ich spinne. So glücklich ist meine Armee noch da, hoffe ich. So, der Hafen steht. War es 14. oder 24. Juli? Ich dachte, das war 24. Juli. Keine Ahnung. Aber wir können trotzdem keine zu große Offensive jetzt starten. Weiß uns an Versorgung hier aktuell fehlt so ein bisschen. Also, der Hafen ist zwar da, aber Weltwudor passiert ist deswegen nicht. Rückt mal dorthin vor. So, okay. Ja, da ist nur das Problem mit, ja. Da müssen wir die Jungs kurz hinschicken, um sich dem Ganzen etwas anzunehmen hier. Bei Uruguay kommt eh nicht raus. Deswegen kann es das Wurscht sein. Die chillen da erstmal weiter, glaube ich, noch 100 Jahre. So, den Hafen erobern oder so, wäre halt juicy, ne? Den Hafen daneben direkt noch mit ist, wäre noch viel juicier. So, einmal neue Division. Und ebenfalls auf Richtung America. Fuck yeah. Da läuft die Offensive. Wie ich gesagt, wir haben 40 Millionen in der Reserve. Wir haben Ausrüstung und Ende. Wir haben über 3000 Fabriken, die rein theoretisch produzieren, würde man denken. Es fehlt nicht wieder. Hä? Trains haben wir genug und Trucks haben auch genug. Converse haben auch genug. Das ist einfach nur Boogie. Boogie, Boogie gerade. Die Anzeige. Das Kanada jetzt nochmal so muckt, ist schon echt faszinierend. Also muss ich da auch wirklich meinen tiefsten Respekt äußern eigentlich. Warum genau? Die gehen wir auf den Sack, Alter. Das wird natürlich da wieder nicht befriedet. Genau, die pushen hier einfach weiter. Shanghai hat uns den Krieg erklärt, aber ich weiß jetzt auch nicht, was die alle von mir wollen. Lass mich doch einfach in Ruhe jetzt. Ja, mit denen hat sich es jetzt aber auch gleich, glaube ich, ganz schnell erledigt. Ja, das war so schon. Sehr schön. Perfekt. Das nenne ich auch mal leckere Friedensverhandlung. Finnland war auch bei dir mit drin. Irland. Sau interesting, wer da alles so drinne steckt hier. Brasilien, Peru. Mexiko, Indonesien, yeah, yeah. Wir können uns eh wieder nicht alles holen. Die altbekannte Problematik. Holen wir uns einfach mal ein bisschen was von Mexiko. Schwecken sie so halt minimal. Bei einer Provinz können wir uns immer noch holen, ja. Gut, es ist zwar nicht unbedingt der Sieg, den man sich wünschen würde, aber es war auf alle Fälle ein Sieg. Das Problem ist, die sind schon wieder diesem nordamerikanischen Müllhaufen drinne. Das heißt, die könnten rein theoretisch auch zum Problem werden langfristig. Aber zumindest Kanada sollte jetzt hier auch gleich noch einen Abflug machen. machen wir noch kurz Kanada weg. Und dann denke ich, können wir mit höchster Zufriedenheit dieses Projekt beenden heute. Tja, und wenige Tage später ist es auch tatsächlich schon soweit. Und es geht nur Kanada drauf, sonst nichts. Jetzt liegen wir echt noch im Krieg mit Shanghai hier, ne? Also, wenn es irgendeiner gedacht hätte, das ist ein Joke oder so, ne, ist es halt nicht. Die haben sich jetzt echt hier irgendwie aufgemuckt gegen uns. Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gebiete kernen. Das ist so, weil wir haben relativ viel Gehorsam in manchen Provinzen. Nochmal zum Spaß hier so die halbe Welt zu Kerngebieten machen. Ihr seht ja, was wir alles kernen könnten, Alter. Da wird ja schlecht. Da kommt mir der Bürgerreizreflex hoch. So viel könnte ich kernen. Einfach mal zum Spaß machen. Aber was ist? Nix ist. Musst wieder warten. Ja. Das kleine Fliege ist natürlich keine Herausforderung für den großen Tiger. Was ist denn jetzt noch los? Hey, wir haben noch gar keinen Kick mehr. Och, Leute. Och, Leute. Ich habe mal ein paar Truppen vorbeigeschickt. Nicht viele, nur ein, zwei, die ich gerade zufällig gefunden hatte. So, jetzt hoffe ich mal, dass es das war. Och, Digga, ich kann mir nicht mal, ich kann mir nicht mal das... Ey, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, das ist auch absichtlich so ein bisschen, dass du die nicht alle basalisieren kannst. Also, wisst ihr, was ich meine? So, man setzt die Punkte quasi höher an, dass man die nicht einfach alle integrieren kann. Basalisieren wahrscheinlich schon. oder sollst du wahrscheinlich nicht alles integrieren können direkt. Das ist possible. Schau dich mal an. Also, das ist halt total crazy, ne? Machen wir das jetzt einfach mal kurz, bis wir keine PP mehr haben. Also, keine politische Macht. Boah, geht mir das hart auf den Sack, alles einzeln draufklicken zu müssen. Ein theoretisch hier ein bisschen in Osteuropa. Denke ich mal, da dürfte sich ja auch so keiner dran stören. Wenn doch, sollen sie die Schnauze halten. Jetzt komme ich nämlich vorbei und haue einen hinein. Also, nur Spaß. Ich will keiner, keine Fliege, was zu leidet. Ja, doch, Mücken. Mücken schon. Mücken. Mücken müssen sterben. Das tut mir auch wirklich total leid für die Mücken. Aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Können den ganzen Ah, Norwegen habe ich vergessen. Ach, scheiß auf Norwegen. Norwegen ist eh nur so ein Dings zur Zeitverschwendung. So, mal gucken. 41 Millionen. Geht jetzt direkt mal hoch auf. Okay, gar nichts. Keine Reaktion vom Spiel. Kann doch einfach sein, dass es eine Weile dauert. Bin mal gespannt, was wir jetzt gleich Camp-Bewerkerung hätten. So, jetzt habe ich keine politische Macht mehr. 41,2. Wir haben jetzt eine Camp-Bewerkerung von 400 Millionen Mann. Aber das hat jetzt irgendwie keine Auswirkungen haben. Ah doch, 47. Jetzt hat mir Norwegen den K... Freunde, Scheiße auf Norwegen. Ich bedanke mich... Das war der hohlige Kombination mit den Karotten, die ich gegessen habe. Ich bedanke mich bei euch allen für's Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein mega interessantes, lustiges Projekt. Es war wirklich packend bis vor drei, vier Folgen. Ich glaube, dann war es nicht mehr ganz so spannend. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Performance-technisch war es mittendrin wieder total krisär, aber wir haben es überlebt und haben mit der Deutschen Heiligen Römischen Republik oder der Deutschen Vereinten Römischen oder der Vereinten Römischen Republik haben wir es geschafft, die Welt zu erobern und unsere Eigen zu machen. Ich freue mich zutiefst. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns als Kanalmitglieder dann halt irgendwann schon ein bisschen früher. Ansonsten bald zum nächsten Heu4-Projekt wieder. Euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.